I – Eine unerwartete Besucherin Ein grimmig kalter Januar neigte sich dem Ende zu. Das Quecksilber hatte selbst am Fuß der Schwäbischen Alb wochenlang durchgehend zweistellige Minustemperaturen angezeigt, und auf den Hochlagen waren gar Spitzenwerte um – 42 Grad zu verzeichnen gewesen. Zweimal war ich in diesem Monat aus dem Haus gegangen, meine Vorräte zu ergänzen, und hatte mich ansonsten nicht aus meiner Wohnung bewegt. Es war schlicht zu kalt dafür. Der erste Februar dämmerte herauf, und noch immer froh es draußen Stein und Bein. Es war ein Samstag. Ich war gerade dabei, einige Tonaufnahmen für meinen YouTube-Kanal zu machen, als es um die Mittagszeit herum an meiner Wohnungsthüre läutete. Ich betätigte den elektrischen Türöffner und öffnete dann ein klein wenig die Wohnungsthüre, um zu schauen, dass ich nun die sechs Treppen zu mir in den dritten Stock hinauf bemühen würde. Bei dieser Kälte war es auch im Treppenhaus unerträglich, und Eiskristalle hatten sich an den Wänden gebildet. Schließlich kam jemand keuchend, und Atemwolken, die im kalten Sonnenlicht funkelten, ausstoßend die letzten Stufen herauf und blieb vor mir stehen. Zunächst sah ich nur ein paar heller, grüner Augen, ein ganz klein wenig heller Haut und einige Sommersprossen. Der Rest wirkte wie eine Zwiebel aus Jacken, Pullover und Schals. »Edgar Alan Pough«, vernahm ich eine helle, wenn auch durch die Schals etwas dumpf klingende Stimme. Ich wußte nicht zurecht, was ich darauf antworten sollte, denn natürlich trug ich im realen Leben einen anderen Namen, dachte mir aber dann, daß, wer auch immer hinter dieser Vermummung stecken mochte, schon wisse, warum er mich solcher Art ansprach und antwortete, »Ja?« »Ah, gut«, sagte die Gestalt, »dürfte ich vielleicht ein paar Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen? Und vielleicht drinnen?« Mit diesen Worten zeigte sie an mir vorbei ins Innere meiner Wohnung. »Selbst im Hausgang ist es saukalt!« Ich zog die Türe auf, so daß sie eintreten konnte, schloß sie sogleich wieder und ging an ihr vorbei in Richtung Wohnzimmer. Der kleine Vorraum meiner Wohnung bot nicht sehr viel Platz, und es schien angeraten, das, was immer nun folgen mochte, von dort aus zu beobachten. »Oha! Sie haben es hier drinnen ja angenehm warm«, hörte ich die Stimme sagen. Ich hatte einen Pullover übergezogen, und die Temperatur lag bei schmalen 17 Grad, trotz glühender Heizkörper. »Dann werde ich wohl erst mal ablegen«, sprach die Stimme weiter, und das Etwas vor mir begann sich langsam wie aus einer Zwiebel herauszuschälen. Zwei unterschiedlich große Daunenjacken, zwei Pullover, zwei Paar Handschuhe und eine Reihe Schals landeten, in Ermangelung anderer Ablagemöglichkeiten, auf dem Boden an der Wohnungsthüre, und vor mir stand nun eine zierliche Frau, einen guten Kopf kleiner als ich selbst, vielleicht Mitte, höchstens Ende dreißig, mit hellem, blondem Haar, das sie zu zweiseitlichen Zöpfen geflochten hatte, und sah mich mit beeindruckenden, hellgrün leuchtenden Augen an, die von einigen Sommersprossen umspielt wurden. »Also Sie sind der Edgar Allan Poe, der Autor und Vorleser von YouTube?« fragte sie. »Ähm, ja«, antwortete ich, etwas verunsichert dreinblickend. »Und Sie haben vor ein paar Wochen Ihren ersten Roman veröffentlicht?« »Ja«, »die gläserne Burg?« »Ja«, antwortete ich, »warum fragen Sie?« »Nun«, erwiderte sie, und drehte sich um, in dem Haufen, den sie abgelegt hatte, herumzuwühlen, und zog schließlich eine braune Ledertasche hervor und fuhr dann fort, »weil ich Ihnen hier etwas mitgebracht habe, das Sie zweifellos interessieren wird.« Mit diesen Worten triff sie in ihre Tasche und zog eine alte Handfeuerwaffe heraus. Erschrocken trat ich einen Schritt zurück. »Keine Sorge«, lachte sie, »mit der hat noch nie jemand geschossen, und das wird wohl auch keiner. Kommt Ihnen diese Waffe zufällig irgendwie bekannt vor?« Sie reichte sie mir, und ich nahm sie in die Hand, um sie genauer zu betrachten. Sie war an zahlreichen Stellen verrostet, und von irgendwelchen Einprägungen an dem schweren Körper dieser offenkundig schon recht alten Handfeuerwaffe war nichts zu entdecken. Die braunen Holzgriffe waren rissig und auf einer Seite gesprungen, aber doch schienen sie noch nie oder sehr selten benutzt worden zu sein. Sie wirkte einfach alt, aber unbenutzt. Ich reichte sie der jungen Dame wieder hin. »Hören Sie, Fräulein!« »Frau«, unterbrach sie mich. »Frau?« fragte ich zurück. »Sommerfeld, Sonja Sommerfeld, mein Name«, gab sie zurück und streckte mir eine zierliche Hand mit schwarz lackierten Fingernägeln entgegen. »Also, Frau Sommerfeld!« »Sonja«, unterbrach sie mich erneut. »Nennen Sie mich Sonja, ich kenne alle Ihre Arbeiten.« Hier schaute sie kurz nachdenklich zur Decke. »Oder zumindest die meisten«, fuhr sie dann fort, »und im Webb ist ja eh ein etwas legererer Ton üblich.« »Nur, daß wir hier nicht im Webb sind. Doch sei's drum, Fräulein Sonja!« Sie wollte erneut anfangen zu sprechen, doch ich fixierte sie mit einem durchdringenden Blick und sagte, »Ich habe außer einer Luftpistole noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, und ich denke, ich weiß mehr über die Saturn-5-Rakete als über so ein Ding. Warum glauben Sie, eine verrostete Schußwaffe könnte mich interessieren?« »Tja, ich weiß nicht recht, wie ich es sagen soll«, antwortete sie, etwas nachdenklich klingend, »dies hier ist ein Colt, eine amerikanische Handfeuerwaffe. Ich habe ein Bild davon einem Freund zugeschickt, und der war sich ziemlich sicher, daß sie aus den Jahren 1812 bis 1817 stammen müsse, sicher aber nicht nach 1820.« »Sehr interessant«, erwiderte ich, ohne mir besondere Mühe zu geben, interessiert zu klingen. Waffen sagten mir nun einmal nichts. »Ich könnte mir vorstellen«, fuhr sie nun fort, »daß sie vielleicht interessant finden, wo ich diese Waffe fand.« »Ich will mir Mühe geben, Fräulein Sonja, anbei gefragt, darf ich Ihnen vielleicht einen Cappuccino anbieten, und wollen Sie nicht Platz nehmen?« »Oh, ja, ein Cappuccino, das klingt jetzt wirklich nett«, antwortete sie, und ließ sich in eine meiner Sitzsäcke nieder, in den sie sich sogleich wohlig hineinkuschelte. Ich ging an ihr vorbei in meine kleine Küche, befüllte den Wasserkocher mit Wasser für zwei Tassen und schaltete ihn ein. Dann zog ich zwei Tassen aus dem Hängeschrank, stellte sie auf die Durchreiche zum Wohnzimmer, kramte nach der Dose mit dem Cappuccino und fingerte zwei Kaffeelöffel aus der Schublade. Als das Wasser zu brodeln begann, waren die Tassen mit dem Pulver befüllt, und unter Rühren schüttete ich nun das dampfende Naß hinein. Ein angenehmes, mildes Aroma stieg mir in die Nase. Ich trug die Tassen ins Wohnzimmer, stellte eine davon vor meiner Besucherin auf einen kleinen Hocker, der vor dem Sitzsack stand, ab, denn einen Tisch besaß ich keinen, und nahm selbst, die Tasse nach Wärme lechzend mit beiden Händen umschließend, Platz in meinem Ohrensessel. Sie tat einige schlürfende Züge an ihrer Tasse und seufzte entspannt. »Also, ich studiere Archäologie. Als Freizeitbeschäftigung ist eine lange Geschichte, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir im vergangenen Sommer einige Grabungen vorgenommen, irgendeine Studienreihe zu der klösterlichen Geschichte Süddeutschlands, ich weiß auch nicht mehr so genau. Und bei dieser Gelegenheit waren wir unten im Kloster St. Lutzen. Kennen Sie St. Lutzen?« »Dem Namen nach«, antwortete ich, »aber eigentlich kenne ich nur die Anlage von außen. Ich war nur ein oder zwei Mal in der Kapelle.« Verwundert sah ich sie an. Auf was sollte dieses Gespräch hinauslaufen? »Haben Sie schon einmal etwas von einem unterirdischen Gang gehört? Ich meine, eine unterirdische Verbindung zwischen dem Männer- und dem Frauenkloster?« Vor vielen Jahren hatte ich tatsächlich einmal eine Schauergeschichte gehört, die die Runde gemacht hatte, und darin war gar von Babygeritten die Rede gewesen, die sich in einem verborgenen Gang befunden hätten, der zwischen den beiden Teilen der alten Klosteranlage entdeckt worden war. Doch hatte ich keine Ahnung, ob diese Geschichten wahr waren. So antwortete ich, »ich hab mal was von einem geheimen Gang gehört, Fräulein Sonja, aber das ist lange her, und ich weiß auch nicht, was daran vielleicht auch Legende war. Aber bitte, was hat das alles mit mir zu tun?« Sie sah mir mit einem Blick in die Augen, der mich innerlich erbeben ließ. »Ich fand noch etwas.« Nun griff sie erneut nach ihrer Tasche und zog aus dieser eine kleinere Tasche heraus. Sie war ebenfalls aus braunem Leder gemacht und hatte an der Oberseite zwei Scharniere und einen Hebel, mit dem sie sich verschließen ließ. Sie sah aus wie eine Arzttasche aus früheren Tagen, im Miniaturformat. Mir stieg der Geruch von leicht vermodertem Leder in die Nase. Sie öffnete den Schließhebel und drückte den Deckel mit Daumen und Zeigefinger auf. Ich sah hinein und erkannte eine Anzahl kleiner Glasfläschchen, die ein Stück Schnur mit einem Zettelchen um den Hals trugen, auf denen irgend etwas in alter, verblassender Sütterlinschrift geschrieben stand. Es waren zwei Reihen, zu jeweils zwölf Fläschchen. »Was soll das werden?« fragte ich nun. »Ist das ein Scherz? Versteckte Kamera?« »Sie kennen den Inhalt dieser Tasche?« »Hören Sie, gute Frau, ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. Aber ich bin Autor und Vorleser. Ich denke mir Geschichten aus, schreibe diese auf und erzähle sie meinem Publikum. Die gläserne Burg ist so eine Geschichte von mir. Ich war nie in irgendeiner Vergangenheit außer meiner eigenen, und ich bin schon froh, wenn ich mir was zu essen machen kann. Von Alchemie verstehe ich ebenso wenig wie von Frühgemüse zur Walpurgisnacht. Was wollen Sie mir da erzählen? Sie hätten bei Ausgrabungsarbeiten im letzten Sommer die geheimnisvollen Tränke meiner Romanfigur ausgebuddelt?« »Ja«, antwortete sie versonnen, »das ist in etwa so das, was ich zu sagen beabsichtigt hatte.« Sie blickte einen Augenblick nachdenklich vor sich hin und fuhr dann eher beiläufig fort. »Und nebenbei bemerkt? Frühgemüse? Am Vorabend der Walpurgisnacht? Nach einem strengen Winter? Sie kennen sich wirklich nicht besonders aus in Sachen eigener Anbau?« »Also hören Sie mal, Fräulein Sonja. Das ist, wie ich schon sagte. Ich schreibe Geschichten, aber ich glaube nicht an deren Inhalt. Ich schreibe ihn nur nieder. That's it. Und nein, vom Gemüseanbau verstehe ich nicht wirklich viel.« »Nichts anderes würde ich bei Ihnen auch erwartet haben. Und als ich über Ihren Roman auf Ihrem YouTube-Channel, nennen Sie den nicht das Kaminzimmer, stieß, dachte ich ebenfalls bei mir, daß das alles nur ein allerdings komischer Zufall sein könne. Immerhin war Ihrem Roman, obwohl sehr unterhaltsam geschrieben, schon anzumerken, daß er nur in sehr wenigen Punkten auf historischen Tatsachen beruhte. Ich ließ die Sache eine Weile auf sich beruhen und hatte das hier, hierbei zeigte sie auf die braune Tasche, auf der der Colt und die kleine Ledertasche mit dem Glasfläschchen drin lag, schon beinahe wieder vergessen. Nun beugte sie sich vor und kramte erneut in der braunen Tasche und zog schließlich eine Tageszeitung heraus. »Dann stolperte ich just zum gestrigen Tage über diese Meldung in der Zeitung.« Sie reichte mir das Blatt herüber. »Schauen Sie mal in den Polizeibericht.« Ich nahm die Zeitung entgegen und las. Hechingen. Wie die Polizeidirektion Hechingen am Abend verlauten ließ, wurde am gestrigen Vormittag ein vagabondierender Mann mittleren Alters auf der Straße zwischen Boll und Hechingen aufgegriffen, der einigen Bürgern wegen seiner seltsamen Sprechweise und eigenartigen Kleidung aufgefallen war. Da er sich nicht ausweisen und keinen Wohnort nennen konnte, wurde er zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache verbracht. Seine Identität ist bisher ungeklärt, und er selbst nennt sich nur Ägidius, und er behauptet, er sei Mönch des Klosters St. Lutzen. Sagt die indische Hinweise bitte an die Polizeidirektion Hechingen usw. »Und? Was sagen Sie nun?«, fragte das Fräulein und sah mich durchdringend mit ihren grünen Augen an. Nachdem ich das Blatt, eine Lokalausgabe der Südwestpresse mit dem Namen »Hohenzollerische Zeitung«, aus der Hand gelegt hatte, trat Schweigen ein. Die Frau musterte mich, sprach aber kein Wort. So saßen wir eine ganze Weile da, und alles, was die Stille durchbrach, waren die Geräusche, die stets in einem Wohnblock zu hören sind, und das gelegentliche Schlürfen an den Cappuccino-Tassen. Schließlich ergriff ich wieder das Wort. »Also, Fräulein Sonja, ich weiß wirklich nicht, auf was das hier – hierbei zeigte ich auf die Artefakte, die sie vor sich liegen hatte – hinauslaufen soll. Wie ich Ihnen schon sagte, ich schreibe Geschichten – und nicht mal besonders gute – für ein sehr wohlwollendes Publikum auf YouTube. Ich habe keinen Schimmer von Waffen, habe in Chemie stets mit großer Mühe eine knappe vier erreichen können, und die Arbeit eines Detektives kenne ich nur aus den Geschichten, die ich vorgelesen habe. Und Sie wollen mich nun glauben machen, meine Weihnachtsstory sei Realität geworden? Mit Verlaub, my Lady! Bei diesen Worten machte ich eine wegwerfende Handbewegung. Sind Sie sicher, daß die Kälte Ihnen nicht irgendwie geschadet hat?« Sie lächelte und entblößte eine Reihe wunderschöner Zähne, wobei einer der Schneidezähne eine ganz leichte Schrägstellung offenbarte, was jedoch nur um so interessanter erscheinen ließ. Ihre Augen leuchteten wie mit einer Lampe illuminiert. Ihr Blick war unverändert freundlich und gleichzeitig auch ein wenig neugierig. »Ich kann mir vorstellen, was gerade in Ihrem Kopf vorgeht. Glauben Sie mir das?« »Ach ja? Das können Sie sich vorstellen? Ich glaube kaum. Hören Sie!« Erneut suchte ich, an Ihre Vernunft zu appellieren. »Auch wenn ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen, das mit der gläsernen Burg ist eine Geschichte. Ein Traum! Etwas, das niemals passiert ist!« Und nebenbei angemerkt, Sie haben ganz recht, ich habe auch vom Gemüseanbau keinen blassen Schimmer. Meine Mutter hat mich lachend auf das Frühgemüse zur Walpurgisnacht aufmerksam gemacht, aber da war das Kapitel schon gelesen, und ich wollte es einfach nicht mehr einstampfen. Ich bin nicht nur kein Historiker, ich weiß noch nicht einmal um die Geheimnisse, mit welchen meine Großeltern in schweren Zeiten die Familie durchbrachten, wie Sie ja schon festgestellt haben. Und nun kommen Sie hier mit einer Räuberpistole an, die mich an einen Ed Wood-Film erinnert. »Nach was?« Anforderte sie. »Sie haben eine Begabung zum Schreiben. Einzig einen Lektor. Sollten Sie sich vielleicht über Ihren nächsten Roman leisten. Also reden Sie zu mir nicht wie zu Ihrem Publikum. Wie Sie schon ganz richtig festgestellt haben, das hier ist die Realität. Ihr Understatement steht Ihnen nicht besonders.« Ihre Worte klangen beinahe etwas vorwurfsvoll, aber ganz unrecht hatte sie damit ja auch nicht. »Ich habe eine Zeit lang die Polizeiberichte für die Hohenzollerische Zeitung geschrieben, und war des Öfteren auf der Polizeiwache. In Hechingen und auch drüben in Balingen. Ich habe aus dieser Zeit noch ein paar Kontakte, und bevor ich zu Ihnen kam, habe ich mit einem Beamten auf der Hechinger Wache telefoniert, wegen dieser Geschichte.« »Und Sie sind nicht gleich nach Rottweil gebracht worden?« erwiderte ich. »Nach Rottweil? Warum sollte mich denn jemand nach Rottweil bringen? Was ist denn Rottweil?« fragte sie zurück mit ehrlichem Erstaunen. »Na ins Rottenmünster«, antwortete ich. »Und was ist das Rottenmünster?« »Eine Nervenheilanstalt.« »Ach so!« Sie sah mich etwas irritiert an, doch dann erschien ihr strahlendes Lächeln wieder in ihrem hübschen Gesicht. »Nein, nein, mein Freund auf der Wache hat mich nicht in die Nervenheilanstalt einweisen lassen. Er war im Gegenteil sehr interessiert.« Jetzt war die Reihe an mir irritiert, dreinzublicken. »Sie haben mit den Bullen telefoniert, wegen dieses Typs, den die irgendwo aufgegriffen haben, und haben denen dann von meinem Roman erzählt?« »Ja.« »Und jetzt kommen die zu mir?« »Das glaube ich eigentlich nicht«, antwortete sie und sah mich fragend an. »Wieso fragen Sie?« »Weil ich, um ehrlich zu sein, nicht so darauf stehe, wenn diese Herren bei mir einlaufen. Die Zeiten, wo mir das nichts ausgemacht hat, sind schon eine Weile vorbei.« »Sie mögen die Polizei nicht sehr, oder?« »Nicht wirklich. Ich habe mir vor vielen Jahren mal was zu Schulden kommen lassen und dafür teuer bezahlen müssen, und das läuft mir bei jeder verdammten Verkehrskontrolle bis heute nach. Nein, ich mag die Ordnungshüter nicht besonders, auch wenn ich weiß, daß viele unter ihnen eine wundervolle Aufgabe leisten.« Bei diesen Worten war ich etwas lauter geworden, und einen Besuch dieser Herren in meinem Kaminzimmer wäre mir wirklich unangenehm. »Seien Sie versichert, der Polizist wird nicht ohne Aufforderung bei Ihnen vorbeikommen, und seine Kollegen wird er auch nicht mitbringen. Er war ohnehin, obwohl sehr interessiert an meinen Ausführungen, dennoch nicht wenig zurückhaltend, und seinen Kollegen hat er sicherlich nicht erzählt, was ich ihm berichtet habe.« Sie musterte mich, als ob sie in meinem Gesicht zu lesen beabsichtige, woher meine Abneigung gegen die Ordnungshüter wohl stammen möge. Dann fuhr sie fort. »Hören Sie, mein Freund meinte, wir könnten diesen seltsamen Typen, der sich Egidius nennt, auf der Wache besuchen. Schließlich könne es dazu dienen, ihn zu identifizieren.« »Jetzt mal langsam, gnädige Frau«, antwortete ich. »Sie möchten, daß ich Sie auf die Wache begleite, um dort einen ganz offensichtlich Geisteskranken zu besuchen, der von sich behauptet, er sei eine der Figuren aus meinem Roman? Sind Sie sicher, daß Ihnen mein Cappuccino gut getan hat?« »Ihr Cappuccino war ziemlich lecker«, antwortete sie. »Eigentlich ein ausreichender Grund, öfter bei Ihnen vorbeizuschauen.« Bei diesen Worten sah sie mir in die Augen, und ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, daß sie ein wenig errötete. »Also nein, Ihr Cappuccino hat mir nicht geschadet, aber ich bin ein wenig erstaunt.« »Sie sind erstaunt? Worüber denn?« »Tja, wie soll ich das sagen? Ich dachte mir, Sie wären sogleich Feuer und Flamme für den Gedanken, dieser Sache nachzugehen. Aber vielleicht haben Sie doch nicht so viel von Conan Doyle gelernt, wie ich gehofft hatte.« »Aber, liebe Frau Sonja«, antwortete ich, »Doyles Romanfigur war nur eine Erfindung und noch nicht mal seine eigene.« »Er hat sich von Edgar Allan Poe's Auguste Dupin inspirieren lassen, ich weiß schon«, unterbrach sie mich lachend, »aber sind Sie denn nicht ein kleines bisschen neugierig?« »Ach, liebes Frau Sonja«, sagte ich, »an Neugierde mangelt es mir sicher nicht, und ich bin vielleicht ein Träumer und ein Romantiker, aber ich lebe nicht in Wolkenkuckucksheim und glaube weder an Gespenster noch an Zeitreisen.« »Sie wollen mich also nicht begleiten?«, fragte sie, und ihre Stimme klang beinahe etwas enttäuscht. Wieder trat ein Schweigen ein, das einige Minuten anhielt. Dann fragte sie, »Darf man in Ihrem Kaminzimmer eigentlich rauchen?« »Sie dürfen«, antwortete ich, die Gelegenheit nutzend und eine Packung Zigarillos von meinem Schreibtisch holend zündete auch ich mir einen an. Rauchkringel stiegen auf und sammelten sich unter der Decke. »Ich werde Sie begleiten«, unterbrach ich endlich die Stille, die mir unangenehm zu werden begann. »Aber ich bitte Sie, bitte erzählen Sie niemanden mehr von meinem Roman und davon, ich könnte den Kram, von dem Sie da erzählt haben, ernsthaften Glauben schenken, okay?« »Sie haben doch nicht etwa Angst vor dem Gerede der Leute?« »Sollte ich nicht?« »Ich weiß nicht, ich hätte Sie nur etwas anders eingeschätzt«, erwiderte sie und wirkte fast ein wenig enttäuscht. »Aber Hauptsache, Sie gehen mit auf die Wache. Danach werden wir ja sehen.« Dem ersten Cappuccino folgten noch zwei weitere, und wir unterhielten uns nun eine gute Stunde über andere Dinge. Sie stellte mir eine Menge Fragen zu dem, was ich auf YouTube mache, interessierte sich dafür, wie mein Roman entstanden sei, und stellte sogar einige Fragen zu meiner Ex-Frau, die mich nach einem Vierteljahrhundert im vergangenen Jahr wegen eines anderen verlassen hatte. Sie wußte ziemlich gut über mich Bescheid, und es stellte sich heraus, daß sie nicht nur meinen Lesungen auf YouTube lauschte, sondern mir auch oft fitter folgte und daher so einiges über mich erfahren hatte. Obwohl mir das Gespräch über meine Verflossenen doch eher unangenehm war, denn sie gehörte meiner Vergangenheit an, nicht meiner Zukunft, empfand ich das Gespräch über alles betrachtet doch sehr erbaulich, und es machte mich schon ein wenig stolz, aus ihrem markanten Munde zu hören, was sie über mich wußte. Daß man mir solcher Art Interesse entgegenbrachte, war ich nicht gewohnt, und ich fühlte mich nicht wenig geschmeichelt. Schließlich fingerte sie in ihrer Tasche nach etwas, zog endlich ein Iphone hervor und schickte sich an, eben eine Nummer wählen zu wollen, als sie mich anblickte. »Oh, ich vergaß! Sie mögen Iphones nicht besonders, richtig?« »Ich habe nichts gegen Iphones. Ich schätze nur die Intelligenz von Konsum-Zombies, die bei jeder neuen Geräte-Generation wie an Fäden gezogen in die Stores rennen nicht besonders hoch ein«, antwortete ich eher beiläufig. »Na ja, das hier«, bei diesen Worten hielt sie das kleine Stück Plastik in ihrer Hand in die Höhe, »gehört mir nicht. Es gehört meinem Arbeitgeber.« Während ich darüber nachgrübelte, warum sie es für notwendig erachtete, mir das zu sagen, wählte sie eine Nummer und hielt sich ihr Handy ans Ohr. »Ja, hi, Sonja hier.« »Ja, ich bin gut heimgekommen gestern Abend, danke. Ob ich ihn angetroffen habe? Ich sitze gerade bei ihm. Ja, er wirkt ziemlich irritiert. Ja, er kommt mit. Na, ich dachte so in der nächsten halben Stunde. Geht klar? Okay, also bis dann. Ja, tschüssi!« Wieder tippte sie auf das Display, steckte dann das Handy wieder ein und sah mich an. »Ich habe uns mal angemeldet«, sagte sie, »wir werden erwartet.« Erneut musterte sie mich. »Sagen Sie«, fuhr sie dann fort, »gehen Sie wirklich so gerne spazieren, wie Sie auf Twitter und in einigen Ihrer Geschichten immer schreiben?« »Na ja, schon«, antwortete ich, »aber eigentlich tue ich das lieber nachts und unter dem klaren Sternenhimmel und wenn es warm ist.« »Kann ich Sie vielleicht trotzdem animieren, mich zu Fuß in die Stadt zu begleiten? Wir können ja anschließend wieder hierher zurückkommen. Dann brauche ich mein Auto jetzt nicht frei zu kratzen und Sie das Ihre nicht aus dem Schnee zu schaufeln.« Die Vorstellung behagte mir nicht besonders, was sie mir wohl ansah, dennoch aber stimmte ich nach kurzer Überlegung zu, denn sie hatte schon ganz recht. Meinen kleinen Wagen erst mal vom Schnee zu befreien, wollte mich nicht begeistern, und ich wußte nicht einmal, ob ich ihn überhaupt zum Laufen bringen würde. Andererseits war es zwar ein saukalter Tag, aber der Himmel strahlte in herrlichstem Blau, und die Luft war vollkommen klar. Wenn ich zum Fenster hinausblickte, sah ich die Burg Hohenzollern wie mit Tusche gezeichnet mit klaren Konturen auf dem Zeugenberg, der der Schwäbischen Alb vorgelagert war, thronen. Ich stimmte also zu, und während sie sich anschickte, sich wieder in die Masse Klamotten einzuwickeln, die sie an meiner Wohnungsthüre aufgestapelt hatte, begab ich mich ins Schlafzimmer, mich anzukleiden. Ich war kein Freund langer Unterhosen, doch der Gedanke, mich jetzt hinaus in die Kälte zu begeben, ließ mich über diese Abneigung hinwegblicken, und wenig später stand ich, warm eingepackt, wieder in der Türe des Wohnzimmers. Sie hatte sich inzwischen ebenfalls wieder vollständig eingepackt, und wie zuvor konnte ich nur ihre grünen Augen aus dem Konglomerat von Stoff herausstrahlen sehen. Ich schlüpfte in meine Schuhe, streifte mir meinen Parkaar über, den ich bis oben hinzuknöpfte, und griff nach einer Mütze, die mir meine Mutter gestrickt hatte. Dann verließen wir meine kleine Wohnung und stiegen die Treppen hinab und traten hinaus in die Kälte. Ich war seit Tagen nicht mehr draußen gewesen, und die ersten Atemzüge schmerzten in den Lungen. Aber die Bewegung tat mir gut, und als wir die Schillerstraße, die vom Schloßberg, wie meine Wohngegend heißt, hinab in die Oberstadt führte, erreichten, hatte ich mich bereits so weit aufgewärmt, daß mir das Gehen Freude machte. Es war immer wieder neblig gewesen in den vergangenen Wochen, und dieser Nebel hatte nach und nach an den Bäumen lange, dichte Fasern zurückgelassen, die nun in der kalten Wintersonne in allen Regenbogenfarben schimmerten und glitzerten. Ich haßte die Kälte, aber ich liebte, was sie mit einer vertraut erscheinenden Landschaft anzustellen vermochte. Fasziniert von dem Anblick der in der Kälte erstarrten Landschaft bedauerte ich, keinen Fotoapparat eingesteckt zu haben. In der Talsohle, die den Schloßberg von der Oberstadt Trennt angekommen, wollte ich nun den Weg entlang der Straße einschlagen, doch meine Begleiterin überquerte auf dem Zebrastreifen in die Straße und sagte, »Ich würde gern durch den Fürstengarten laufen, wenn Sie nichts dagegen haben natürlich.« »Wenn ich bei dieser Kälte schon aus dem Hause gehe, will ich auch etwas davon haben, antwortete ich, und der Fürstengarten ist zwar ein Umweg, aber ein schöner, sei es also drum.« Wir überquerten die Straße und schlugen den Weg zwischen dem alten, stillgelegten, kreiskranken Haus und dem linker Hand vor uns aufsteigenden Fürstengarten ein. Der Reif auf der Wiese, zu unserer Rechten, glitzerte in der Sonne, als sei er übersät mit Myriarden kleiner Swarovski-Kristalle. Bis auf die Geräusche der Autos, die durch den Schnee gedämpft an unser Ohr drangen, war es, ob schon heller Tag, weitgehend still. Kein Mensch begegnete uns, bis wir schließlich am anderen Ende des ehemaligen Fürstlichen Gartens angekommen wieder hinaus auf die Zollerstraße traten, wo das Treiben ein klein wenig lebhafter war. Wenige Minuten später standen wir vor einem Gebäude mit einem großen Entree ganz aus Glas. Linke Hand konnte man ein auf zwei Beinen ruhendes Schild mit der Aufschrift »Polizei« entdecken, und auf der anderen Straßenseite das altehrwürdige Gerichtsgebäude. Von dem dahinterliegenden Gefängnis sah man an dieser Stelle jedoch nichts. Wir gingen nun auf den Glaseingang zu, die junge Frau klingelte und drückte, als das Summen des Türöffners ertönte, die Türe auf, und wir betraten einen hohen Vorraum, der linker Hand eine gepanzerte Scheibe mit einer verschlossenen Sprechlucke aufwies, und direkt vor uns eine weitere, an der wir erneut auf das Summen eines weiteren Türöffners warteten. Schließlich hatten wir auch diese Hürde überwunden, und während meine Begleiterin sich eines Teiles ihrer Vermummung entledigte, zog ich meine Mütze ab und öffnete den Reißverschluß meines Parkers, um die vergleichsweise angenehme Wärme im Inneren der Polizeiwache an mich heranzulassen. Ein uniformierter Beamter trat aus einer der Amtsstuben und schritt mit ausgestreckter Hand auf die junge Frau zu. Sie ergriff und schüttelte sie und sagte dann, »Das ist der Autor, von dem ich dir erzählt habe.« Mit diesen Worten drehte sie sich zu mir um und zeigte auf mich. »Sie sind der Vornieser. Respekt, mein Herr, Sie leisten deine wundervolle Arbeit.« Er musterte mich einen Moment, als betrachte er ein Fahndungsplakat. »Sagen Sie, kenne ich Sie nicht von irgendwoher?« Die junge Frau knuffte ihn eher freundschaftlich in die Seite, und er knickte ein wenig ein, während sein Kollege in dem Glaskasten aufmerksam zusah. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst diese Witze lassen. Es war schwer genug, ihn aus seinem Kaminzimmer herauszulocken. Also spiel hier jetzt nicht den tumpen Bullen!« »Ist ja schon gut, Sonja,« antwortete er lachend und wandte sich nun mit freundlicherer Miene zu mir. »Sie hat mir eine Menge von Ihnen erzählt, und was Sie vor Jahrzehnten mal hier gemacht haben, interessiert mich nicht. Sie sind also der Autor der Gläsernen Burg?« »Sehr erfreut, Sie kennen zu lernen,« sagte er, und reichte mir die Hand zum Gruße, die ich ergriff und zaghaft schüttelte. »Ein Polizist in Uniform, der mir die Hand schüttelte, gehörte nun nicht gerade zu den Dingen, von welchen ich hätte sagen können, Sie gewöhnt zu sein.« »Gehen wir also mal unseren seltsamen Gast besuchen,« sagte er schließlich, drehte sich um, und wir folgten ihm ein Stück des Ganges entlang bis zu einer Stahltüre, hinter der eine Treppe erschien, die in den Keller hinabführte. Wir folgten dem Beamten und blieben schließlich am Ende eines schmucklosen, düsteren Ganges vor der letzten Türe auf der rechten Seite stehen. Der Beamte stieß einen Schlüssel aus seinem Bund, den er an einer Kette am Gürtel hängen hatte, in das Schloß, drehte ihn herum, ergriff einen schweren Hebel und öffnete die Zellentüre. Die Zelle war, wie alle Zellen in deutschen Polizeiwachen, spartanisch eingerichtet. Linke Hand fand sich ein Betonblock von vielleicht einem auf zwei und einer Höhe von einem halben Meter, auf der eine dünne, blaue und sehr unbequem aussehende Matratze lag. In der linken Ecke war die obligatorische Edelstahl-Toilette an der Wand befestigt. Ansonsten war der Raum leer. Unterhalb des in die Wand eingelassenen und durch mehrfache übereinanderliegende Gitter gesicherten Fensters stand eine wunderliche Gestalt, die eine lange Kutte trug, wie ich sie zuletzt in den alten und quietschebunten Hollywood-Verfilmungen des Robin Hood gesehen habe. Der Stoff wirkte grob und abgetragen, und die Gestalt hatte die Kapuze über dem Kopf. Ein leichter, aber strenger Geruch lag in der Luft. »Ihr habt Besuch, Bruno Aeginius«, sprach der Beamte die Gestalt nun an. Jene drehte sich langsam zu uns um und sah uns unter der Kapuze der Kutte, die er trug und die sein Gesicht nahezu unkenntlich machte hervor an. Schließlich streifte er die Kapuze ab, machte einige Schritte auf mich zu und blieb etwa einen Meter vor mir stehen. Er hatte grobe Gesichtszüge, und seine dichten, buschigen Augenbrauen waren in der Mitte der Stirn beinahe zusammengewachsen. Er blickte mich mit dunklen, fast schwarzen Augen, die blitzend aus seinem Gesicht herausstachen an, und musterte mich. Dann schienen sich seine düsteren Züge noch mehr zu verdunkeln, und mit einer tiefen, rauen und bedrohlich auf mich wirkenden Stimme sprach er mich schließlich an. »Gottlieb Schulmeister, der Magister aus dem fernen Xanten, der mir schreien will, ich wußte doch, daß ihr mit dem Teufel im Bunde seid. Führt ihr mich nun zu meinem Autodafé?« E. A. Poe Productions liest Aegidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 3 Verwirrung auf der Wache Wenn man mich umgeworfen hätte in diesem Moment, würde ich beim Auftreffen auf dem Boden Geklappert haben wie ein Brett. So verkrampft und überrascht von der Anrede dieses wunderlich aussehenden und noch wunderlicher gekleideten Mannes stand ich da. Die junge Frau und der Polizeibeamte starrten mich in höchstem Grade verwundert an, und der Mönch selbst fixierte mich mit einem Blick, von dem man hätte meinen können, er wolle mich damit durchbohren. »Die Zeiten der Autodafés sind schon eine Weile vorbei, guter Mann«, erwiderte ich schließlich und fügte fragend hinzu. »Sie kennen mich?« »Mich könnt ihr nicht für dumm verkaufen, Herr Magister«, sagte er mit einem drohenden Unterton in der Stimme. »Ihr habt uns erst vor wenigen Stunden besucht, wo ihr dann auf eine solch seltsame Weise verschwunden seid. Dennoch seid ihr ziemlich gealtert, und seltsam gekleidet seid ihr ebenfalls. Noch ein Zauber, den zu klären sich aufdrängt.« Die junge Frau neben mir kicherte verhalten, und daß ich zu ihr hinüber sah, blickte sie immer noch leise kichernd zu Boden. »So alt sehen Sie gar nicht aus«, sagte sie schließlich im Flüsterton zu mir. »Sie kennen diesen Mönch?« fragte der Beamte. »Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe ihn nie zuvor gesehen, und ich kann nicht oft genug darauf hinweisen, daß ich einen Roman geschrieben habe. Zeitreißen und wunderliche Tränke sind mir fremd. Ich muß mich doch sehr über eine solche Frage wundern.« »Reißend euch die Zeit«, fiel nun der seltsame Mönch wieder ein. »So vermochtet ihr also dem heiligen Strafgericht zu entkommen«, knurrte er mit nur mühsam unterdrücktem Haß. »Damit ist dann auch meine Frage beantwortet, wohin ich hier geraten bin. Schickt mich zurück in meine Zeit. Auf der Stelle!« »Ihr seid jetzt besser ruhig, werter Bruder Aegidius«, unterbrach ihn nun der Beamte mit einem Ton, der erkennen ließ, daß er gewohnt war, Befehle zu erteilen. Und der Mönch schwieg, auch wenn er ihn drohend anblitzte. »Ich habe genug gesehen«, sagte ich. »Ich würde nun gerne diese Zelle wieder verlassen. Erinnert mich nur an schlechte Zeiten.« Mit diesen Worten träte ich mich, ohne den Mönch eines weiteren Blickes zu würdigen, um und verließ die Zelle. Die junge Frau und der Beamte folgten, und wenige Augenblicke später hörte ich die schwere Stahltüre ins Schloss fallen und das Klappern der Schlüssel, als der Beamte die Türe wieder zusperrte. Wartlos stiegen wir wieder die Treppen hinan. Ich fuhr raus, und im Gang angekommen blieb ich stehen, um auf meine beiden Begleiter zu warten. Der Beamte ging an mir vorbei und machte ein Zeichen, ihm zu folgen. Schließlich betraten wir eine Amtsstube, wie man sie allenthalben kennt. Ein Schreibtisch mit einem Computer drauf, ein Porträt der Kanzlerin hinter dem Schreibtisch an der Wand hängend, und zwei wenig Vertrauen erweckende Stahlrohrstühle mit einer Sitzschale aus Kunststoff, die auf der diesseitigen Seite des Schreibtisches standen. »Nehmen Sie doch bitte Platz«, sagte der Beamte und wies auf die Stühle, schritt selbst um den Schreibtisch herum und setzte sich. Wir folgten seinem Beispiel. »Was haben wir da eben erlebt?«, begann er das Gespräch und sah mich dabei an. Auch meine Begleiterin wandte mir den Kopf zu, mich erwartungsvoll anblickend. »Was ist es, daß ihr nicht verstanden habt?«, reagierte ich, etwas ungeduldig werdend. »Ich bin Autor und Vorleser im Web. Ich hab einen Roman geschrieben. Ich hab keinen Schimmer, was wir da eben erlebt haben.« »Aber woher kannte er Sie?«, hakte der Beamte nach, sichtlich bemüht, keine schwere Stimmung aufkommen zu lassen. »Er erkannte ja nicht mich, er erkannte das Schulmeisterlein«, antwortete ich. »Sie sehen also aus wie dieser Charakter aus Ihrem Roman«, warb das Fräulein ein. Der Beamte beobachtete mich aufmerksam. »Also, Freunde, hört mal zu!«, begann ich nun und suchte einen jovialen Ton aufzusetzen. »Ich weiß nicht, welches Spielchen Ihr da mit mir treibt und was Eure Absicht ist. Ich hab ebenso wenig einen Schimmer, wo Ihr diesen Typen da unten her habt. Ich kann hier keinen einzigen Beweis dafür sehen, daß dieser Typ«, hierbei klopfte ich mit dem rechten Fuß auf den Boden, unter welchem sich der Zellentrakt befand, »ein Zeitreisender wäre und aus irgendeiner anderen Zeit stammte. Erst recht, wenn ich mir vorzustellen versuchte, daß dies mit den magischen Tränken möglich wäre. Ernsthaft, Leute, wenn Ihr das wirklich für wahre Münze kauft, dann habt Ihr sie nicht alle.« Mit diesen Worten wandte ich mich hastig zu der jungen Dame und setzte hinzu. »Ich erbitte Ihre Verzeihung, wenn ich etwas forschgewirkt haben sollte.« Für einen Augenblick trat Stille ein. Ich dachte darüber nach, was für eine Sorte Scherz diese beiden, der Bulle und das Mädchen, wie ich sie bei mir nannte, mit mir erlaubten und vielmehr noch, warum? Was mochte es für Sie für einen Nutzen haben, mich mit dieser sicher recht umständlich zu inszenierenden Show auf die Rolle zu nehmen? Das war ein Polizeirevier des 21. Jahrhunderts. Das Letzte, was ich dort erwarten oder auch nur vermuten würde, war ein solches Theater, einschließlich eines Schauspielers, der meine Romanfigur zum Besten gab. Nein, von welcher Seite aus ich auch die ganze Angelegenheit betrachtete, mit simplem Schulwissen und ein bisschen Hobbypsychologie, war dieser Nuß nicht weit zu kommen. Am schlimmsten aber war die Erkenntnis, daß die einzige Erklärung, die mir in den Sinn kam, die war, die sagte, »Was wäre, wenn?« »Nahm ich für einen Augenblick des Brainstormings einmal an, Zeitreisen seien wirklich möglich«, so erklärte sich alles Absonderliche des Tages im gleichen Augenblick. Ich muß zugeben, daß mir das am meisten zu schaffen machte. Ich brütete einige Minuten über diesen Gedanken, als ich bemerkte, daß der Bulle und das Mädchen mich ansahen. Plötzlich hörte man Stimmen durch den Korridor schallen. »Da stimmt was nicht!« »Der Mönch!« Der Beamte sprang auf, und meine Begleiterin und ich folgten ihm. Fünf Beamte hatten sich im Gang eingefunden und eilten zu der Türe, die in die Tiefen des Zellentraktes hinabführte. Einer der anderen Beamten wollte die junge Frau und mich daran hindern, mit hinab in den Zellentrakt abzusteigen, doch es bedurfte nur eines Winkes des Beamten, mit dem wir gesprochen hatten, und wir konnten ungehindert die Treppen passieren. Ein Beamter stand bereits an der Türe und schloß sie auf. Sie quietschte ganz leise in den Angeln, und wir blickten in die Zelle hinein. Der Mönch stand noch immer etwa in der Mitte des Raumes, und wir konnten ihn ganz deutlich vor uns sehen. Doch strahlte er ein intensives Licht aus, das uns blendete und an Intensität gar noch zunahm. Wie aus weiter Ferne hörte ich seine Stimme, die sagte »Wir werden uns wiedersehen!« Plötzlich gab es einen Lichtblitz, und schlagartig wurde es dunkel. Mit dem Verlöschen des Lichtes meinte ich, ein leises Geräusch gehört zu haben. Es erinnerte mich an ein kurzes Saugen oder an eine Art Popgeräusch, wie man es mit dem Finger im Mundwinkel zustande bringen kann. Als sich unsere Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, war die Zelle leer. Was immer das für ein Typ war, der in dieser Zelle noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte, nun war er weg, und auch der etwas strenge Geruch war mit ihm verschwunden. So dicht gedrängt, wie wir in der Türe standen, würde er selbst mit einem Tarnmantel nicht an uns vorbeigekommen sein, auch nicht in der Verwirrung des Lichtblitzes. Aber er war unzweifelhaft weg. Einer der Beamten nahm sein Funkgerät in die Hand, irgendwelche Anweisungen gebend, und lief die Treppen hinauf. Zwei weitere Beamten durchsuchten die leere Zelle, und der Rest begab sich die Treppen hinauf in den Korridor. Meine Begleiterin und ich folgten, und kurz darauf saßen wir wieder in der Amtsstube, aus welcher wir gekommen waren. »Und wie sieht's jetzt aus mit Möglichkeiten und Glauben?« fragte mich, als wir Platz genommen hatten, der Beamte und sah mich an. »Glauben Sie immer noch, wir inszenieren hier für Sie eine Show.« »Nehmen wir für einen Augenblick einmal an, Zeitreisen wären möglich, und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir zusätzlich auch noch an, daß Romane sich in der Realität abbilden und Romanfiguren zum Leben erwachen könnten.« Drug ich nun mit einem feierlichen Untertone vor. »Was wäre dann?« unterbrach mich die junge Frau. »Dann hätten wir ein Problem.« »Oder haben?« »Oder hatten?« »Oder werden haben?« »Was soll das bedeuten?«, warf der Beamte, dessen Namen ich noch immer nicht kannte, ein. »Das soll bedeuten, daß Zeitreisen eine extrem komplexe Materie sind, also theoretisch jedenfalls, denn hier stellen sich eine Menge grundlegender Fragen. Am bekanntesten könnte vielleicht das Großvaterparadox sein.« »Kannst Du in die Vergangenheit reisen und Deinen Großvater töten, oder würdest Du bei dem Versuch einfach aus der Geschichte verschwinden?«, vervollständigte Sonja meine Überlegung. »Genau. Wichtig ist vor allem jede noch so geringfügige Interaktion, mit wem auch immer, zu unterlassen, wenn man eine Reise in die Vergangenheit unternimmt. Und je weiter man in die Vergangenheit reist, desto nachhaltiger können unerwünschte Effekte sein, die man vielleicht versehentlich in seiner eigenen Gegenwart auslöst.« Mein Romanheld reiste sechs Jahrhunderte durch die Zeiten und betrat Land, das ja später auch noch vorhanden sein würde. Und der Sinn seiner Unternehmung war die Interaktion, mindestens mal mit dem Mönch. Er reiste also in die Vergangenheit ganz gezielt, um dort etwas zu verändern. Im Bereich der Zeitreisen ist so etwas ein absolutes No-Go, und sollte es einmal Mittel der Regulierung für Zeitreisen geben, so wäre das zweifellos eine der notwendigen Sicherungen, die anzubringen wären.« »Das klingt aber wie eine Sackgasse«, sagte der Beamte und sah mich an. »Haben Sie etwa esoterischen Mist geschrieben?« Stille trat ein. Wir blickten von einem zum anderen hin und her und fingen dann, gleichzeitig heftig anzulachen. So laut schallte unser Gelächter auf den Gang hinaus, daß mehrere Beamte herbeieilten, im Türrahmen stehenblieben und grinsten. »Nehmen wir doch einmal an, daß hier wäre ein Roman, den Sie schreiben,« begann nun die junge Frau, »und daß da so ein Typ aus einem anderen Roman in die Realität hüpft. Wie würden Sie in einer Geschichte mit so jemandem umgehen? Was würden Sie Ihren Helden tun lassen?« »Das ist die Frage, wer der Held ist. Danach richtet sich das wie und was.« »Und wenn Sie nun der Held wären?«, fragte der Beamte. »Mein Held würde es möglicherweise ebenso an Respekt vor jahrhundertealten geheimen Tränken mangeln lassen, wie in Achtung vor dem Betäubungsmittelgesetz.« »Ihr Held würde die Tränke ausprobieren?«, fragte der Beamte. »Dieser Typ weiß von den Tränken?«, fragte ich, an die junge Frau gewandt. »Er weiß alles. Dieser Typ ist übrigens mein Dad. Wenn ich vorstellen darf, Hermann Sommerfeld,«, antwortete sie, beinahe etwas beiläufig klingend. Nun wandte ich mich wieder dem Beamten zu und fuhr fort. »Bitte entschuldigen Sie, wenn ich es habe an Respekt fehlen lassen. Was hier passiert, ist kafkaesker als alles, was mir jemals passiert ist, und bringt mich an meine Grenzen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, mein Held würde sich über kurz oder lang dieser Tränke bedienen.« Beide blickten mich nun an, und ihre Blicke wiesen unverkennbare Merkmale einer Erwartungshaltung auf. »Nein! Ihr glaubt doch nicht wirklich, daß ich so etwas tun würde. Habt Ihr einen Knall? Wenn das alles stimmen würde, dann wären das die Tränke des Schulmeisterleins, und die sind über 800 Jahre alt. Schon mal, was von Mindesthaltbarkeitsdatum gehört?« »Zweihundert!«, warf der Beamte ein. »Wie bitte?«, fragte ich aus meinen Überlegungen aufschreckend nach. »Na, die Tränke sind zweihundert Jahre alt. Hat sie das Schulmeisterlein nicht 1828 gebraut?« »Ja, das hat er, und dann hat er sie im Eilzug mit in die Vergangenheit genommen, und von der ist er per Express wieder in seine Zeit zurückgekehrt. Seine Tränke aber sind die Strecke bis hierher zu Fuß gegangen, macht 800 Jahre.« »Stimmt! Mann, ist das kompliziert mit diesen Zeitreisen!« »Das sage ich doch schon die ganze Zeit. Wir haben ein Problem.« Ich blickte mich kurz um und sagte dann, ganz spontan, »Und jetzt will ich eine rauchen. Diese Nachdenkerei über Zeitreisen bringt mir die Birne zum Qualmen. Ich brauche jetzt einen Rillo, sonst kann ich nicht nachdenken.« »Das hier ist ein Amtszimmer,« sagte der Beamte. »Sehe ich aus, als kümmere mich das. Und wenn das der Kanzlerin Vorzimmer wäre. Heute Morgen bin ich aufgestanden, und es ging mir gut, und meine Welt war klein, aber in Ordnung.« Alles, was noch vor drei Stunden unverrückbare Gültigkeit hatte, hat sich nun in Wohlgefallen aufgelöst. Das sollte sie betroffen machen. Mich jedenfalls macht es betroffen. Ich weiß nicht, in welche Richtung er gereist ist, und wenn er die Figur aus meinem Roman ist, dann liegt es auf der Hand zu vermuten, seine Flucht möge ihn in ihm bekannte Gefilde geführt haben, und das wäre die Vergangenheit. Wenn er diese ändert, dann haben wir ein Problem von einer Größe, da kann kaum ein Meteoriteneinschlag mithalten.« »Da ich der einzige Experte zu sein scheine, bin ich nicht entbehrlich, und ich brauche jetzt einen Rillo. Punkt.« Und mit diesen Worten entnahm ich meine Jackentasche und mein kleines Etui, holte einen Zigarillo, noch in Folie verpackt, heraus, steckte das Etui wieder ein und rollte den Klimmstängel aus seiner Umhüllung. Wenige Momente später stiegen Qualmwolken über mir auf. Der Beamte kam herbei und öffnete das Fenster. Ein schneidend kalter Wind drang herein und machte mich frösteln. Ich sah ihn vorwurfsvoll an, aber er wies nur mit dem Fingerzeig zur Decke, wo sich ein Rauchmelder befand, und ich verstand, rauchte aber dennoch in aller Ruhe und ohne Hast meinen Klimmstängel bis zu Ende. Schließlich schnippte ich, unter den vorwurfsvollen Blicken des Beamten, der sich als Vater meiner Begleiterin entpuppt hatte, meinen Zigarettostummel aus dem Fenster und wandte mich zu den beiden um. Ich denke, ich möchte nun wieder nach Hause, sagte ich. Über das hier, nachzudenken, wird noch eine ganze Weile brauchen. Wäre es nicht besser, möglichst rasch etwas zu unternehmen? fragte der Beamte. Wenn wir schon akzeptiert haben, daß Zeitreisen möglich sind und Romanfiguren in die Realität hineinschnuppern können, dann glaube ich auch, daß wir alle Zeit der Welt haben. Nein, ich glaube nicht, daß Eile geboten ist. Ich glaube aber, daß gründliches Nachdenken hilfreich zu sein vermöchte. Mit diesen Worten nestelte ich an meinem Parka herum, den Reißverschluss zu schließen, und sah dann die junge Frau fragend an. Sie erhob sich und begann ebenfalls, ihre der Kälte trotzenden Schutzschichten wieder zu schließen. »Na schön«, sagte der Beamte, »gehen Sie wieder nach Hause, aber«, fuhr er fort, in der Hemdtasche nästelnd und eine Visitenkarte herausziehend, »halten Sie mich bitte auf dem Laufenden.« Und mit diesen Worten überreichte er mir das kleine Kärtchen, auf welchem eine Festnetz- und eine Handynummer als auch eine E-Mail-Adresse angegeben waren. »Danke, daß Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu kommen«, fügte er noch hinzu und reichte mir die Hand zum Gruß. Nachdem wir die Schleuse im Eingangsbereich der Polizeiwache durchschritten hatten, fanden wir uns in der Eiseskälte, die vorherrschte, wieder, und zogen unsere Mützen noch etwas tiefer ins Gesicht, und spazierten wortlos zurück in die Stadt und durch den tief verschneiten Fürstengarten in Richtung meiner kleinen Wohnung. Wir sprachen kein Wort, bis wir schließlich bei mir zu Hause anlangten. Dort angekommen, schickte sich die junge Frau an, gleich aufbrechen zu wollen, doch ich unterbrach ihre wortreiche Erklärung. »Es wäre mir eine Freude, wenn Sie noch eine Weile bleiben würden, Fräulein Sonja«, sagte ich, »Sie haben mir das alles eingebrockt. Es erscheint nur folgerichtig, wenn Sie nun dabei sind, wenn es darum geht, die seltsame Rätsel zu lösen.« »Wie könnte ich Ihnen denn hilfreich sein?«, fragte sie. Sie könnten mir als Muße zum Nachdenken dienen, meine Liebe, und sollte ich wirklich gewillt sein, die Realität außer Acht zu lassen und einen Versuch zu unternehmen, in die Vergangenheit zu reisen, dann werde ich sicher nicht alleine im 19. Jahrhundert herum stolzieren. Auf diese Reise werden Sie mich begleiten. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Heute Kapitel 4 Intermezzo Die Erschütterung Man schrieb das Jahr 1829. Ein sonniger Augustmorgen dämmerte herauf, und der Schulmeister des kleinen Weilers Boll saß mit seiner Frau, der schönen Gretel, an dem schweren Tisch aus groben Eichenbrettern in der Küche den Morgentee genießend. Sie waren in ein angeregtes Gespräch vertieft. »Wirst du heute mit den Kindern die Wanderung unternehmen, von der du schon so lange träumst, Liebster?«, fragte sie. Er blickte sie an und lächelte. Schon sie nun seit rund einem Dreiviertel Jahr Mann und Frau waren, erschienen sie ihm noch immer wie ein Engel, der vom Himmel zu ihnen herabgestiegen war. »Bekomme ich noch eine Antwort heute?«, fragte sie erneut. »Oh, bitte entschuldige, meine Liebste«, sagte er, aus seinen Tagträumen aufschreckend. »Ich war in Gedanken. Aber ja, das Wetter sieht herrlich aus, und ich denke, heute wird der richtige Tag sein, zum ersten Mal in der Geschichte des Dorfes mit den Kindern eine Wanderung hinauf zu den Ruinen zu machen. Und ich bin selbst gespannt, wie es dort oben aussieht. Und obwohl sich niemand an das zu erinnern vermag, was wir beide noch selbst erlebt haben mit der unheimlichen Burg, hat doch niemand es bisher für angezeigte Achte den Berg zu erklimmen. Meine Kinder werden also die Ersten sein. Pioniere sozusagen, wie die Siedler, die durch den Wilden Westen reisen.« »Du bist und bleibst ein Träumer«, lachte sie und strahlte ihn an. »So sehr, wie du Realist sein kannst, so sehr bist du auch ein Traumtänzer.« Sie stand auf, den Stuhl, auf dem sie saß, mit den Beinen nach hinten schiebend, trat einen Schritt auf ihn zu, küßte ihn und fuhr mit der Hand durch seine Haare. »Und genau dafür liebe ich dich von ganzem Herzen und für alle Zeiten«. Die Rede war natürlich von den Kindern des Dorfes, die er unterrichtete, und er hatte ihnen bereits vor Wochen versprochen, mit ihnen zur Burg hinaufzusteigen, und stets war irgend etwas dazwischen gekommen. Einmal war der Schulrat am Ort gewesen, ein anderes Mal hatte ein hereinbrechendes Unwetter die geplante Wanderung unmöglich gemacht. Doch heute war ein warmer Tag, und der Himmel wolkenlos. Die Wahrscheinlichkeit, daß heute noch etwas passierte, was ein erneutes Verschieben der Wanderung verhinderte, war ausgesprochen gering, und die Kinder waren die ganze Woche bereits kaum zu bändigen gewesen, wußte doch niemand genau, wie es dort oben aussah, und was sie vorfinden würden.« Erst wenige Tage war es her, daß er selbst Vater geworden war. Die schöne Gretel hatte einem wunderschönen goldgelockten Engel das Leben geschenkt, und die Anstrengungen machten ihr noch immer ein wenig zu schaffen. Doch sein Bemühen, ihr im Haushalt zur Hand zu gehen, hatte sie energisch schon am Tage nach der Entbindung zurückgewiesen, und er hatte sich ihrem Willen unterworfen und in umsichtiger Geduld geübt. Doch seit seine Tochter zur Welt gekommen war, war nun fast eine Woche ins Land gegangen, und sie erschien nun so zäh und unverwüstlich wie in den Tagen, daß sie sich kennen gelernt hatten, und sie erschien ihm schöner und energischer als je zuvor. Von der Dorfkirche schalten die Glocken herauf, die das letzte Viertel der siebten Stunde einläuteten, und die Schule begann um acht Uhr. Es war also Zeit, sich nun allmählich dem Alltag zu widmen, und so stand er auf, umarmte sein Weib und griff nach seinem Rock, den er ungeachtet der sehr milden Temperaturen überstreifte. »Küß unsere Kleine von mir, Liebste«, flüsterte er ihr ins Ohr und lächelte. »Das werde ich tun, Liebster«, antwortete sie, erhob sich und begleitete ihn zur Hintertüre des Hauses, von wo aus der Schulmeister einen schmalen Weg hinunter ins Dorf zu nehmen pflegte. »Vergiß mich nur nicht, wenn du auf eine solch lange Reise gehst«, rief sie hinter ihm her und lachte hell. Wenige Augenblicke später war er hinter einigen dichten Hecken verschwunden. Sie drehte sich um, ging zurück ins Haus und sah nach ihrer kleinen Tochter, die selig schlummernd in ihrem Bettchen lag. Wie jeden Tag, seit sie zusammen in das neue Haus gezogen waren, widmete sie sich nun der Hausarbeit, stets mit einem Ohr danach lauschend, ob ihr Töchterlein bereits erwacht sei. Sie hängte die Betten zum Auslüften in die Fenster, schleppte Holz von dem Stapel hinter dem Haus in die Küche und verstaute es in einer geräumigen Holzkiste neben dem Herd, kehrte den Boden und wusch die salzglasierten Steinguttassen aus, die sie zuvor zum Trinken des Morgentees verwendet hatten, und stellte sie an ihren Platz im Buffet. Dann griff sie nach dem Leib Brot in den Brotkorb und einem Stück gerauchten Fleisches, das unter der Decke an einem Haken baumelte und einen appetitanregenden Geruch verströmte und nahm wieder am Tisch Platz. Ihr Mann, der Schulmeister, pflegte morgens nie mehr, als seinen Tee zu sich zu nehmen, und so nutzte sie die Gelegenheit, wenn er aus dem Hause war, sich ein kleines Frühstück zu bereiten. Sie schnitt mit geübtem Griff zwei Scheiben des offenbar noch recht frischen Brotes herunter und zwei weitere Scheiben von dem Rauchfleisch, die sie ohne Butter auf das Brot legte. Zwar hatten sie Butter im Haus, doch ihr Mann mochte Butter nicht sehr, und da es bereits sehr warm werden konnte in diesen Tagen, blieb die Butter in einem gut verschlossenen Steingutkrug, immer im kühlen Keller, auf das sie nicht verdürbe. Nachdem sie ihr Brot gegessen und hernach ein Glas frischen Wassers direkt aus der Hausquelle getrunken hatte, erwachte ihre kleine Tochter und machte mit einem vernehmlichen, aber keineswegs quengelnden Ton auf sich aufmerksam. Erst zwei Tage zuvor hatte sie zum ersten Mal die Augen geöffnet, und auch wenn es unwahrscheinlich war, daß sie bereits ihre Umgebung bewußt wahrnehmen konnte, begann das Baby zu lächeln, als es das Gesicht der Mutter über sich erblickte. Es quiekte belustigt, als sie es aus dem Bettchen hob. Sie hatte sich ein Tuch umgebunden, in das sie nun die Kleine hineinlegte, und es lag solcher Art eingebettet völlig sicher an ihrer Brust. Sie zog ihre grobe Bluse nach oben, und das Mädchen begann friedlich und mit geschlossenen Augen an ihrer Brust zu saugen. Inzwischen war es Mittag geworden, und allenthalben konnte man geschäftiges Treiben im Ort vernehmen. Obwohl die neue Lehrerwohnung am Ortsrand und an einem Hang etwas oberhalb des Ortskerns gelegen war, konnte man dennoch die Glocken der Dorfkirche mit ihrem in strahlendem weiß getünchten Glockenturm schlagen hören. Da es noch eine Viertelstunde bis zur Mittagstunde war, stand sie am offenen Fenster ihrer Schlafkammer, das einen großzügigen Blick hinunter in den Ort und hinauf zur Burg erlaubte, und spähte in eben jene Richtung, zu sehen, ob ihr Gatte mit der kleinen Gruppe von Kindern bereits wieder auf dem Rückweg hinab ins Dorf sei. Und tatsächlich konnte sie ihn in der Ferne über die Wiesen unterhalb der bewaldeten Bergkuppe umringt von einer Scharkinde erblicken, den Weg ins Dorf hinabnehmend. Sie wollte sich gerade wieder umdrehen, als sie eine eigenartige Erschütterung spürte. Es war nicht wie bei einem Erdbeben oder etwas Vergleichbarem. Nicht die Erde oder das Haus bebte. Es war vielmehr wie ein Vibrieren, das aus ihr selbst herauszukommen schien, und sie bis ins Mark erschütterte. Ihre Hände zitterten, und ihre kleine Tochter, die sie noch immer in dem Tragetuch vor dem Bauch trug, begann leise zu weinen. Als der erste Schreck verflogen war, wandte sie ihren Blick noch einmal hinauf auf die Wiesen oberhalb des Dorfes, und dort konnte sie deutlich erkennen, daß die kleine Gruppe um ihren Mann herum stehen geblieben war. Sie konnte keine Einzelheiten auf diese Distanz erkennen, und doch schien es ihr, als sei auch er stehen geblieben und schaue sich um. Aber da er nichts Ungewöhnliches zu bemerken schien, wandte er sich endlich wieder dem Dorf zu, und die ihn umringende Gruppe Kinder folgte ihm wie eine Schar junger Hunde. Die schöne Gretelindeß schritt die Treppen hinab in die Küche, legte ihre Kleine, die sich inzwischen wieder beruhigt hatte, in ihr Bettchen, und machte sich dann am Herd zu schaffen, das Mittagsmahl zu bereiten. Es mochte vielleicht eine halbe Stunde vergangen sein, als sie den Kies unter den Schritten ihres Mannes, der den Weg vom Dorf heraufkam, knirschen hörte. Sie trat ihm entgegen und erwartete ihn im Türrahmen stehend. »Hast du das auch bemerkt?« fragte er sie, nachdem er ihr einen Kuss zur Begrüßung gegeben hatte, und wirkte leicht nervös. »Ja, ich habe etwas bemerkt,« antwortete sie, »was kann das nur gewesen sein? Ein Erdbeben war es sicher nicht.« »Ja, meine Liebe,« sagte er, »ich weiß auch nicht, was das war, und habe auch keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Aber ich gebe dir recht, ein Erdbeben war es sicher nicht. Aber das ist nicht das einzig Seltsame.« »Was ist denn noch passiert?« wollte sie sogleich wissen, und ihre Augen öffneten sich weit. »Ja, weißt du, meine Liebe, das Seltsame war, daß die Kinder doch recht erstaunt waren, als ich einfach stehen geblieben bin, denn Sie haben nichts bemerkt, gar nichts.« Er schüttelte den Kopf, als wolle er dadurch Ordnung in seine wirren Gedanken bringen, schnupperte dann ein wenig herum und fuhr fort. »Mir riecht's aber gut. Du bist schon fertig mit dem Essen?« »Ich bin schon eine Weile fertig, und wenn du jetzt nicht gekommen wärst, dann hätte ich schon alleine angefangen.« Sie lachten beide und traten durch die Tür in die Küche, nahmen am Tisch in der Mitte des Raumes Platz und begannen zu essen. In dem Hause des Schulmeisters wurden die Mahlzeiten schweigend eingenommen, und so saßen die beiden Eheleute stumm am Tisch, und nur das Klappern des Bestecks und das gelegentliche Kluxen ihrer kleinen Tochter, die wohl im Schlaf träumte, waren zu vernehmen. Als sie geendet hatten, räumte die schöne Gretel den Tisch ab, und während der Schulmeister nach seiner Pfeife und dem Tabak in seinen Rocktaschen fingerte, beides herausnahm und ganz, wie es seine Gewohnheit war, sorgfältig stopfte und entzündete. Seine Frau stellte nun eine Teekanne auf den Tisch, goß heißes Wasser hinein, und im Nu war die Küche von einem aromatischen Duft nach Früchten und frischen Kräutern erfüllt. Der Schulmeister blies die ersten Rauchkringel gegen die Decke. Nach wenigen Minuten hatte der Tee gezogen, und des Schulmeisters Weib goß zunächst ihrem Mann und dann sich selbst das dampfende Naß durch ein kleines Sieb, in dem die Kräuter und Früchte hängen blieben, in die Tassen, die sie auf den Tisch gestellt hatte. Endlich begann der Schulmeister wieder zu sprechen. »Wie war das, was du gespürt hast, Liebste? Ich meine, wie hat es sich angefühlt?« »Es war wie ein inneres Vibrieren. Es war ... Ich kann es nicht wirklich beschreiben, wie es war.« »Hast du denn so etwas schon einmal gespürt?« Sie schwieg einen Moment und starrte ins Leere, wie um ihre Gedanken zu ordnen, und dann antwortete sie langsam und bedächtig. »Ja,« sie blickte ihrem Mann in die Augen. »Es war ein wenig wie damals, als ich spürte, daß du dich auf Reisen begeben hättest.« »Du meinst im letzten Jahr, als ich meine Zeitreise antrat?« »Ganz recht, nur ...« sie verstummte. »Was ist mit dir, meine Liebe?« fragte er und blickte sie ein wenig besorgt an. »Nun, es war wie seinerzeit, aber dieses Mal war es viel stärker. Es hat mich überrascht, als ich in der Schlafkammer am Fenster stand und hinüberblickte zum Burgberg. Ich schaute nach dir und den Kindern und ob ihr schon auf dem Nachhauseweg wäret. Die Erschütterung, die ich verspürte, war so heftig, daß ich mich am Fensterrahmen festhalten mußte, um nicht hinauszugleiten.« Der Schulmeister zog beide Augenbrauen in die Höhe, und in seinem Gesicht mischten sich nun Besorgnis und Angst um sein geliebtes Weib. »Kann es nicht einfach ein Moment der Schwäche gewesen sein, meine Liebe?« fragte er. »Du bist kaum eine Woche aus dem Kindbett heraus, und du bist noch nicht wieder vollständig genesen.« »Nein«, antwortete sie, ohne Überlegung und mit einer deutlich zu vernehmenden Bestimmtheit, die hinreichend belegte, daß sie diesen Gedanken selbst bereits bedacht und bewußt verworfen hatte. »Abgesehen davon, mein lieber Gottlieb, wie sollte meine Schwäche sich denn auch auf dich ausgewirkt haben, wo du doch auf der anderen Seite des Dorfes warst?« »Ich fühle mich eben stets auf das Innigste mit dir verbunden, meine Liebe, und in Gedanken bin ich allzeit in deiner Nähe,« antwortete er auf diese eher rhetorisch gemeinte Frage und lächelte sie glücklich an. Sie lächelte zurück. So saßen sie noch eine gute Stunde bei Tisch und besprachen das ungewöhnliche Ereignis, was sich ihr kleines Töchterlein bemerkbar machte. Gretel nahm sie aus ihrer Wiege, und die kleine Familie trat zur hinteren Türe aus dem Haus und setzte sich auf eine kunstvoll geschnitzte Bank, die hinter dem Haus stand und von wo aus man das ganze Dorf überblicken und auch die Burgruine, die sich über dem Ort erhob, sehen konnte. Der Himmel war von einem tiefen Blau erfüllt, und keine Wolke trübte den Blick. Die Temperaturen waren augusttypisch weiter angestiegen, aber es wehte eine leichte Brise aus Osten, die etwas Kühlung brachte, und es war ihnen angenehm, dort hinter ihrem Haus zu sitzen und die Landschaft zu betrachten. Das Schulmeisters Weib hatte die Kleine wieder an ihre Brust gelegt und stillte sie. Sie konnten das leise Schmatzen der saugenden Tochter zwischen dem Gewirr von ungezählten Vogelstimmen hören. In der Ferne konnte man ein Hämmern hinter dem Hügel, an dessen Hang das Haus des Ehepaars eingebaut war, vernehmen. Es kam von der Mühle am hinteren Talrand. Der Ort lag still und friedlich in der Mittagssonne, und schnell waren die besorgten Gedanken vergessen. E. A. Poe Productions liest Egidius, eine Geschichte von E. A. Poe Productions Heute Kapitel 5 Sonja Wir hatten den ganzen Rest des Nachmittags bei einigen Tassen Cappuccino im Wohnzimmer gesessen und über das Für und Wider von Zeitreisen diskutiert. Auch einige Ausschnitte aus Filmen, die ich zum Thema Zeitreisen kannte, hatten wir uns gemeinsam angeschaut. Es mag irrational klingen, sich ausgerechnet in den Archiven Hollywoods nach Gedanken umzutun, mit welchen sich Probleme des Alltags lösen lassen. Doch obschon mich diese Frage nicht wenig beschäftigte, gab es, außer in einer recht ordentlichen Anzahl von Spielfilmen und ihren Romanvorlagen, nichts Relevantes zum Thema Zeitreisen, was an dieser Stelle hätte hilfreich sein können. Natürlich hatte ich auch schon zuvor einige Recherchen zu dem Thema im Web angestellt. Doch Seiten wie Wikipedia und vor allem einige wissenschaftliche Webseiten suchten dieses Thema meist eben mit wissenschaftlichen Mitteln anzugehen, und so führte dieser Weg in den Bereich der Quantenphysik, und das schien, angesichts des Erlebten, wenig Nütze. Es war inzwischen Abend geworden. Da es Samstag war, fanden wir auch die Burg Hohenzollern, um die sich alles drehte, in festlicher Beleuchtung vor. Verbunden mit der in frostiges Weiß gehüllten Landschaft ergab das selbst oder gerade in der Nacht ein märchenhaftes Bild. Wir hatten unser Gespräch beendet und saßen nun bereits eine gute halbe Stunde, ein jeder vor sich hin sinnierend da, und ließen den Tag und die Überlegungen Revue passieren. Plötzlich begann meine Besucherin zu sprechen, und ich schrak aus meinen Überlegungen auf. »Ich glaube, ich sollte nun gehen. Sie werden doch sicher noch arbeiten wollen.« In diesen Worten rollte sie sich seitwärts aus meinem Sitzsack und erhob sich. Ohne recht zu beachten, was ich da sagte, schien es, als spreche meine Stimme ohne mein Zutun. »Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie blieben, liebes Fräulein Sonja. Zwar weiß ich noch immer nicht, was ich von dieser Geschichte halten soll, die Sie mir da ins Haus geschleppt haben, doch dieser Tag mit Ihnen war...« Hier entschlüpfte mir ein tiefer, aus der Seele heraufsteigender Seufzer. »Einfach wundervoll! Es kommt mir beinahe vor, als wären Sie erst vor fünf Minuten durch meine Tür gekommen, und doch schon eine kleine Ewigkeit hier.« Sie lächelte, und wieder hatte ich den Eindruck, als erröhte sie ein wenig. »Sie möchten, daß ich bleibe?« »Ja, schon.« »Nur unter einer Bedingung.« »Ich laß mir niemals Bedingungen aufdiktieren,« antwortete ich. »Aber man kann ja mal eine Ausnahme machen. Wie lautet Ihre Bedingung?« »Nennen Sie mich nicht mehr Fräulein.« »Nun, das kann ich leicht akzeptieren. Wie darf ich Sie dann ansprechen?« »Wie wäre es mit einfach Sonja und...« Nun war die Reihe an ihr zu seufzen. »Wie wäre es mit einem einfachen Du?« »Wie ich schon sagte, ich akzeptiere niemals Bedingungen.« Sie schaute mich etwas irritiert an. »Aber das sind auch keine Bedingungen,« fuhr ich fort. »Und das ist ein Angebot, und das nehme ich nur allzu gerne an.« Bei diesen Worten kehrte Ihr Lächeln auf Ihr hübsches Gesicht zurück, und das sollte Sie den Rest des Tages auch nicht mehr verlassen. »Ich hab heut noch nichts gegessen,« sagte ich, »und da heut ein besonderer Tag ist, habe ich eine kleine Torte im Kühlschrank. Magst du ein Stück?« »Klingt lecker,« antwortete sie. »Ein besonderer Tag? Was ist denn an dem Tag heute besonderes?« »Tja, wie soll ich das sagen,« antwortete ich, während ich aufstand und in meine kleine Küche stiefelte, die kleine Torte herauszuholen, die ich mir gekauft hatte. »Besonders war schon alleine, daß Du heute Vormittag bei mir eingelaufen bist, und ganz von der Stange war auch der Besuch auf dem Polizeirevier nicht.« »Dafür wirst Du Dir aber sicher keine Torte eingekauft haben,« fragte sie zurück, während sie mir dabei zusah, wie ich mir an der Verpackung zu schaffen machte. »Ich hab heut Geburtstag,« sagte ich ihr beiläufig. »Oh!« hauchte sie zurück und blickte mich mit ihren wunderschönen hellgrünen Augen an. »Oh!« fragte ich zurück und schnitt mich mit dem Messer, mit welchem ich die Verpackungsfolie aufschneiden wollte, in den Finger, während ich ihren Blick erwiderte. »Autsch!« brummte ich in mich hinein. Im Augenblick sprang sie auf, kam in die Küche gelaufen, nahm meine Hand und steckte den heftig blutenden Finger in den Mund. »Tut mir leid, daß ich Dich abgelenkt hab,« sagte sie mit einem Blick, der echtes Bedauern ausdrückte. »Augenblick!« Mit diesen Worten huschte sie zurück zu ihrer Tasche, kramte kurz darin herum und kam mit einem Wundpflaster zurück. »Tut sehr weh?« fragte sie, während sie das Pflaster um den nur kleinen Schnitt herumwickelte. »Nur wenn ich lache,« antwortete ich, und auf diese Bemerkung mußten wir beide herzlich lachen. Plötzlich tat sie einen Schritt auf mich zu, umarmte mich und gab mir einen Kuss auf die Backe, während ich den frisch verbundenen Finger in die eine und das Messer in die andere Richtung streckte. »Na, da bin ich ja zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« Dann trat sie einen Schritt zurück und errötete bis unter die Haarwurzeln. »Bitte entschuldige, es ist so über mich gekommen. Ich wollte dich eigentlich nicht solcher Art überrumpeln.« Ich stand da, wie vom Donner gerührt. Schon als sie die ersten Schritte in meine Wohnung getan hatte, hatte ich Gefallen an ihr gefunden, und was wir den Tag über zusammen erlebt und wie sie sich verhalten hatte, hatte einen tiefen Einbruch in mir hinterlassen. Sie war nicht nur wunderschön, sie war auch vielseitig interessiert, gebildet und machte den Eindruck, als könne sie so schnell nichts erschrecken. Und doch war ich es nicht gewöhnt, auf solch spontane Weise geküßt zu werden, auch wenn es nur auf die Wange war, und es dauerte einen Augenblick, bis ich realisierte, was sie soeben getan hatte. »Es gibt keinen Grund, daß du dich entschuldigst, Sonja«, sagte ich schließlich mit etwas belegter Stimme. »Es ist nur schon eine Weile her, daß ich zuletzt fremde Lippen gespürt habe.« Ich sah sie an, und plötzlich merkte ich, daß ich wohl über und über tiefrot angelaufen sein mußte. Der Schweiß stand mir auf der Stirne, während ich noch immer den verbundenen Finger in die eine und das Messer in die andere Richtung streckte. »Aber es hat mir sehr wohl getan. Herzlichen Dank!« Doch dieser kurze Moment gegenseitiger Unsicherheit verflog so schnell, wie er gekommen war. Sie trat wieder einen Schritt auf mich zu, nahm mir das Messer aus der Hand und sagte, »Lass mich das mal machen, Eddie. Ich glaube, du nimmst heute besser kein Messer mehr in die Hand.« Sie lächelte mich an und buxierte mich schließlich aus meiner eigenen Küche hinaus, während sie sich an dem Kuchen zu schaffen machte. Als die kleine Torte endlich ausgepackt vor ihr stand, drehte sie sich zielsicher um, öffnete kurz, überlegend, die mittlere der Türen meines Hängeschrankes über der Spüle und nahm ihr zwei flachen Teller. »Dachte ich mir doch, daß ich die gesuchten Teller da drin finden würde,« sagte sie, amüsiert kichernd, und zog hernach die Schublade mit dem Besteck auf und suchte nach etwas. »Kuchengabeln hast du wohl keine, hm? Was ist denn das? Ah, sieh einer an! Baileys Kaffeelöffel, passend zur Baileys Torte. Sehr schick!« Verblüfft schaute ich ihr zu, während sie in meiner Küche so zielsicher hantierte, als habe sie schon des öfteren darin gestanden, und so stand ich noch immer da, als sie zurück ins Wohnzimmer kam und mit zwei Tellern vor mir stehen blieb. »Willst du dich nicht wieder setzen?« fragte sie. »Wie? Was?« stotterte ich, drehte mich aber nach kurzem Besinnen um, nahm wieder in meinem Ohrensessel Platz, und sie stellte die beiden Teller auf dem kleinen Hocker, der noch immer stand, wo ich ihn des Mittags hingeschoben hatte, ab. »Ich glaube, ich mach uns noch einen Cappuccino dazu, hm?« fragte sie und sah mich an. »Ja, gerne!« hauchte ich und sah ihr hinterher. Sie hatte eine wundervolle Figur, und obgleich sie sehr zierlich war, wirkte sie nicht im mindesten zerbrechlich. Sie machte im Gegenteil einen eher drahtigen Eindruck, ganz so, als könne man im wahrsten Sinne des Wortes mit ihr Pferde stehlen gehen. Ich hatte meine Augen noch immer auf sie geheftet, als sie mit den beiden Tassen, gefüllt mit dem herrlich duftenden schaumigen Nass, hereintrat. »Du kannst jetzt aufhören, mich anzustarren!« sagte sie endlich. »Wie? Was? Wer?« stotterte ich und spürte die Röte auf mein Gesicht zurückkehren. »Oh, bitte entschuldige! Es war nicht meine Absicht!« »Aber natürlich war es das, mein Lieber! Aber das ist doch nichts Schlechtes! Hast du denn kein Selbstvertrauen?« »Doch schon,« antwortete ich, »aber ich...« Die Worte erstarben in mir. Ich hatte das schlimmste Jahr meines Lebens hinter mir, und genau vor einem Jahr war es gewesen, daß die Frau, der ich einst bedingungslose Treue geschworen hatte, mir früh am Morgen nach fünfundzwanzigjähriger Ehe den Laufpaß gegeben hatte. Seither hatte ich mich weitgehend aus dem öffentlichen Leben und in mein Kaminzimmer, wie ich auch meine kleine Wohnung nannte, zurückgezogen und mich der Einsamkeit hingegeben. Ohne es zu merken aber, hatte diese Frau mich an diesem Tag aus meinem Exil herausgeführt, und zum ersten Mal seit Jahresfrist fühlte ich keinen Schmerz mehr in meinem Herzen. Ich lächelte sie an und mußte dabei wohl ein wenig ausgesehen haben, als stünde ich unter Drogen. Wir unterhielten uns noch sehr lange an diesem Abend, und Mitternacht war schon lange vorbei, als ich zum ersten Male gähnte, und auch ich merkte, daß mir die Müdigkeit die Lieder schwer und meine Gedanken emotional machte. »Wenn du möchtest, kannst du in meinem Bett schlafen. Es ist ziemlich bequem, und du wirst genug Platz darin haben. Ich überziehe es nur kurz frisch und hole mir mein Feldbett aus dem Keller hoch. Dann hast du das Bett für dich alleine.« Und mit diesen Worten erhob ich mich und wollte gerade ins Schlafzimmer gehen, mit den Vorbereitungen zu beginnen, was sie anfing zu sprechen. »Mein Mann hat mich letztes Jahr wegen eines jungen, dickbusigen Partygirls verlassen«, sagte sie, »ich habe sehr darunter gelitten, aber außer daß ich mich einsam gefühlt habe, bin ich inzwischen froh, ihn los zu sein. Er war ein verdammtes Arschloch!« Sie hielt kurz inne und machte einen erschrockenen Eindruck. »Oh, bitte entschuldige! Ich sollte mich nicht so unflätig ausdrücken!« Kein Grund, sich zu entschuldigen, beruhigte ich sie. »Auf jeden Fall«, fuhr sie fort, »vermisse ich ihn schon lange nicht mehr. Aber was ich vermisse, ist die Nähe eines Menschen, den ich leiden kann. Und dich, Eddie, kann ich wirklich gut leiden.« Sie sah mich nun mit einem Blick an, der beinahe wirkte, als sei sie unsicher, ob sie fortfahren solle, über diese Gefühle zu reden. »Wegen mir brauchst du dein Feldbett nicht aus dem Keller zu holen, und frisch überziehen musst du dein Bett auch nicht. Du siehst mir nicht wie ein Penner aus, und du riechst gut. Ich bin mir sicher, ich werde gut darin schlafen, so wie es ist. Nur duschen würde ich gerne, bevor ich zu Bett gehe.« Nach ihr hatte auch ich mich noch unter die Dusche begeben, und kaum eine halbe Stunde später lagen wir zusammen in meinem Bett, kuschelten uns aneinander und schliefen ein. Als ich am nächsten Morgen erwachte, schien die Sonne herein. Ich erschrak und drehte mich um. Da lag sie neben mir und lächelte mich an. Ein Gefühl tiefster Zufriedenheit durchströmte mich. Wie hatte ich das vermißt? »Hast du gut geschlafen?« fragte ich sie. »So gut wie schon lange nicht mehr,« antwortete sie seufzend. »Bist du schon lange wach?« fragte ich weiter. »Nach halber Stunde vielleicht,« erwiderte sie und fuhr fort. »Ich habe auch schon alles für ein kleines Frühstück fertig gemacht. Ich muß nur noch den Wasserkocher einschalten. Dann habe ich mich wieder unter die Decke gekuschelt und dir beim Schlafen zugesehen.« »Du hast eine Vorliebe für romantische Kitschfilme am frühen Morgen, hm?« sagte ich lachend, nahm sie in den Arm und küßte sie. »Das war alles nur kein Kitschfilm, Eddie. Und selbst wenn, ja, ich habe eine Vorliebe für was Romantisches am frühen Morgen. Davon, indem jemand wie dir aufzuwachen, habe ich lange geträumt.« Schließlich löste ich mich von ihr, kletterte unter der Decke über sie hinweg und stieg aus dem Bett, kramte in den Bergklamotten auf dem Fußboden nach meinen Jeans und schlüpfte hinein. Ich stiefelte noch ein wenig Schlaftrunken, aber glücklich wie schon lange nicht mehr ins Bad und wach mir einige Hände kalten Wassers ins Gesicht, um den letzten Rest Schlaf zu vertreiben, putzte mir rasch die Zähne, und als ich ins Wohnzimmer zurückkam, hörte ich bereits das Wasser im Kocher brodeln. Automatisch wollte ich in die Küche die üblichen Verrichtungen zu tätigen, doch sie legte ihre rechte Hand auf meine Brust und sagte »Nein, nein, heute bin ich mal dran« und schob mich sanft aber bestimmt zurück ins Wohnzimmer. Nur wenige Augenblicke später saßen wir mit einem herrlich schaumigen Cappuccino vor uns wieder wie am Abend zuvor in meiner Stube und genossen die Zweisamkeit und den herrlichen Ausblick auf die winterliche Landschaft, die wir jenseits meines Fensters erblicken konnten. Schließlich fielen unsere Blicke auf die Burg Hohenzollern, und als wäre ein Kommando ergangen, blickten wir uns an. »Egidius«, sagte sie. »Die gläserne Burg«, echote ich. »Wie geht es nun also weiter?« fragte sie. »Das ist eine verteufelt gute Frage«, antwortete ich. Solcher Art zog sich der Wortwechsel noch eine Weile hin, als ich begann, mich meine Geschichte und einige Gesetzmäßigkeiten zu erinnern, die man bei Zeitreisen besser nicht außer Acht lassen sollte. So warf ich schließlich ein. »Also eins steht auf alle Fälle schon mal vorab fest. Wenn wir verrückt genug sind, diese Tränke, die du da ausgebuddelt hast, auszuprobieren, dann ganz sicher nicht in meiner Wohnung.« »Hoppla«, erwiderte sie, »haben wir etwa Angst um unsere schöne Einrichtung, Herr Poet?« »Nicht unbedingt um die Einrichtung meiner Wohnung, my Lady, eher um unsere Innereien.« »Da steige ich jetzt nicht ganz durch. Was soll das heißen?« »Na ja, wo sind wir gerade?« »Na in deiner Wohnung natürlich.« »Eben.« »Und wo ist die?« »Und ich meine nicht die Straße.« »Im dritten Stock?« »Richtig. Und nehmen wir einmal an, wir reisten in die Vergangenheit, sagen wir, vielleicht in das Jahr 1950.« »Wieso 1950?« »Nur um des Beispiels willen.« »Ok.« »Diese Blöcke hier wurden in den 1960er Jahren gebaut. Wenn wir nun also in das Jahr 1950 reisen würden und befänden uns im dritten Stock, dann der dann aber nicht mehr da ist, dann würde was passieren?« »Wir würden auf den Boden plumpsen?« »Wichtig. Sagen wir so Runde acht bis neun Meter. Ich bin schon mal vom Zehn-Meter-Turm gesprungen, der Sprung endete zwar im Wasser, aber das macht schon was her.« »Ist da aber kein Wasser.« »Dann tun wir uns verteufelt weh.« »Verstehe! Oh Mann! An solche Sachen habe ich gar nicht gedacht!« »Und das ist nur eine der Gesetzmäßigkeiten, denen wir Rechnung tragen müssen.« »Am besten, wir nehmen uns eine der Glasfläschchen, die, der Geschichte zufolge, am wenigsten weit in die Vergangenheit reichen und probieren eine minimale Menge aus.« »Und wieso sollten wir in die Vergangenheit reisen?« »Wäre ein Blick in die Zukunft nicht interessanter?« »Ich meine, dein Schulmeisterlein hat als erstes ja ebenfalls einen Blick in die Zukunft geworfen?« »Was aber ausgesprochen unüberlegt war.« »Wieso denn?« »Immerhin hat er seine eigene Hochzeit gesehen.« »Das wußte er aber nicht, und was er auch nicht wußte, war, ob das Schulgebäude in der Zukunft, in die er reiste, noch stehen würde.« »Ups!« »Ja, meine liebe Sonja, ups trifft es genau.« »Hm.« »Was meinst du jetzt mit hm?« »Tja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das sagen soll, Eddie, aber die Erde dreht sich um die Sonne, richtig?« »Richtig.« »Und die Sonne dreht sich mit all ihren Planeten um das Zentrum unserer Galaxis, auch richtig?« »Auch richtig.« »Die Galaxien streben seit dem Urknall auseinander.« »Stimmt.« »Worauf willst du hinaus?« »Ist es dann nicht natürlich anzunehmen, daß wir bei einer Zeitreise – theoretisch – Gefahr laufen würden, an einem Punkt herauszukommen, der – theoretisch – irgendwo im Weltall liegt und den die Erde längst hinter sich gelassen hat?« »Die Gefahr besteht – tatsächlich.« »Theoretisch.« »Interessante Überlegung.« »Davor hast du keine Angst?« »Ich habe vor gar nichts Angst«, erwiderte ich, und fuhr fort. »Außer vor der Dummheit des Menschen, aber da gibt es zwei Gedanken, die dagegen sprechen.« »Was da wären?« »Nun, meine Liebe, der Lauf der Zeit ist keineswegs, wie viele, die oberflächlich darüber nachdenken vielleicht glauben mögen, überall gleichmäßig.« »Die Zeit vergeht unterschiedlich schnell, und das ist abhängig von der Nähe des Betrachters zu seinem Gravitationszentrum.« »Wenn du auf dem Everest steigst, und ich am Strand auf den Malediven liege, werd' ich schneller alt als du.« »Das macht natürlich nur winzige Bruchteile von Nanosekunden aus, aber der Effekt ist messbar.« »Man stellt sich die sogenannte Raumzeit wie eine Krümmung des Raumes vor.« »Nehmen wir also zugunsten unseres Experimentes einmal an, diese Krümmung des Raumes zieht uns mit und sorgt so dafür, daß wir nicht im Weltraum herauskommen.« »Ich merke schon, Eddie, du hast dir darüber schon öfter Gedanken gemacht. Aber du hast von zwei Gedanken gesprochen? Das war bis jetzt nur einer.« »Na ja, ich habe diese Geschichte geschrieben, und sie folgt meinen Gesetzen. Das Schulmeisterlein ist auch nicht im Weltraum gelandet und hat seine schöne Gretel bekommen.« »Du leidest nicht unter zu wenig Selbstbewußtsein, hm?« »Nur doch, Engelchen, und tatsächlich habe ich auch mächtig, Muffe, daß genau dabei etwas so richtig fett schief geht. Aber mit Verlaub gesagt, was mir passiert ist, seitdem du gestern hier aufgekreuzt bist, stellt ohnehin jedes Naturgesetz in Frage, und das Einzige, was alle bisher aufgetauchten Fragen erklären kann, ist, und sei es auch noch so hirnrissig, mein blöder Roman. Ich kann nur hoffen, daß dein Dad nicht recht behält.« »Mit was?« »Na, daß ich einfach einen beschissenen Roman geschrieben habe.« Wir sahen uns an und fingen schließlich beide anschallend und ausgiebig zu lachen, und dieses Lachen hielt eine ganze Weile vor. Lachen ist gesund, und erstaunlicherweise fühlten wir uns danach befreiter und hatten weniger Angst davor, uns auf dieses dennoch blödsinnige Experiment einzulassen. Ich griff schließlich nach dem kleinen Ledertäschchen mit den verrosteten Schnallen, öffnete es und entnahm mir eine der Fiolen. Um ihren Hals war eine brüchige Schnur gebunden, und an ihr hing ein vergilbter, welliger Zettel mit ein paar Buchstaben und Zahlen in alter Sütterlinschrift darauf. Sonja schaute mir aufmerksam zu. »Du kannst das lesen?« fragte sie. »Na ja, ich bin etwas aus der Übung, aber meine Oma hat so ähnlich geschrieben, daher kann ich das hoffentlich entziffern. Leider ist das Geschriebene kaum noch lesbar. Auch die beste Tinte verblasst mir der Zeit, und als du sie ausgegraben hast, hätte sie sofort in eine Schutzatmosphäre gehört. Die Zeit seit letztem Sommer hat ihr ganz sicher mehr geschadet als die Jahrhunderte unter der Erde in einer abgeschlossenen, anaeroben Umgebung.« Sie warf einen etwas betretenen Blick zu Boden. »Thut mir sorry«, murmelte sie. »Es gibt schon einen Grund, warum Wissenschaftler wissenschaftlich vorgehen«, sagte ich, »aber es ist vielleicht trotzdem nicht so schlimm. Ich kann da vielleicht etwas nachhelfen.« »Streng wissenschaftlich natürlich«, meinte sie. »Streng wissenschaftlich«, antwortete ich, stand auf, ging in die Küche und kramte in meinen Werkzeugen herum. Dann nahm ich einen Plastikbecher in die Hand und reichte ihn meiner Abenteurerin. »Schöner Plastikbecher! Was soll ich damit?« »Reinpinkeln.« »Wie bitte? Ist das ein Witz?« »Mitnichten.« »Ich war vorhin auf der Toilette und kann gerade nicht, aber dich habe ich noch nicht auf dem Pott gesehen. Du wirst also wenigstens ein bisschen können. Wir brauchen eine geringe Menge Urin. Der Harnstoff darin reagiert mit einigen Bestandteilen der Tinte, die man im 19. Jahrhundert noch verwendete. Und das Kreatinin wirkt als Fixierer. Ist wie beim Fotografieren.« »Damit hoffe ich, den Kontrast der Schrift zu erhöhen. Gleichzeitig reflektiert Urin UV-Licht, und das will ich fotografieren. Vielleicht können wir dann alles lesen, was da steht. Ich würde nur ungern etwas übersehen.« »Woher weißt du das denn alles, wenn du in Chemie so eine Niete warst?« fragte sie. »Discovery Channel«, antwortete ich und hantierte mit einigen Bechern und Pipetten herum. »Huschusch aufs Töpfchen!« Es dauerte etwa eine Stunde, bis ich ihre Spende mit etwas handelsüblicher Zitronensäure aus dem Haushaltswarenregal, einigen Spritzern Spülmittel und einem Rest Kaiserborax zu einer etwas eigenwillig riechenden Tinktur zusammengemischt hatte, die nun eine weitere Stunde ruhen mußte. Während dieser Zeit packte ich meine Fotoausrüstung aus, und nun sollte es sich als Vorteil erweisen, daß ich meine alte Spiegelreflexkamera nicht verschenkt, sondern nach meiner Neuanschaffung mit dieser ein wenig herum experimentiert und den Filter entfernt hatte. Zwar hatte ich nur den gesamten Filter entfernen können, so daß hernach das Licht völlig ungefiltert auf den Sensor fiel und die Entfernung zum Objektiv nun auch nicht mehr stimmte, was sie weitestgehend unbrauchbar machte, um damit noch normale Fotos zu schießen. Doch mit Hilfe eines Adapters ließ sich die Distanzveränderung ausgleichen. Und da ich mit einer schwachen UV-Lampe fotografieren wollte, sollten sich auch die fehlenden Reflexen Infrarotfilter nicht weiter bemerkbar machen. Nach einer weiteren Stunde war alles, was ich benöthigte, so weit aufgebaut, wie ich es mir vorgestellt hatte, und die Show konnte beginnen. Ich nahm ein Pinselchen, tauchte es in die Lösung und bestrich damit vorsichtig und gleichmäßig den verknitterten Zettel aus ausbrüchigen Pergament. Während die Lösung eintrocknete, ließ ich die Rollläden herab, und unter Sonjas erstaunt geweihteten Augen begann ich einige Fotos unter verschiedenen Belichtungsoptionen und Einstellungen anzufertigen. Ich wußte wohl, was ich da tat, aber eben nur theoretisch. Nie zuvor hatte ich so etwas gemacht, und wer konnte schon sagen, wie clever die Jungs beim Discovery Channel waren, von meinen eigenen Chemiekenntnissen ganz zu schweigen. Ich belies es daher fürs Erste bei diesem einen Experiment, und da ich solche Chemikalien nicht gerne zwischen Pomfritz und frischem Gemüse wissen wollte, stellte ich die Tinktur in einer Isoliertasse mit Deckel auf den Balkon. Auch die Läden konnte ich nun wieder öffnen. Ich setzte mich nun mit der Kamera an meinen Computer, und während dieser wie gewohnt langsam bootete, zündete ich mir einen Zigarillo an und wartete. Endlich verband ich Kamera und PC, übertrug die geschossenen Bilder und startete die digitale Dunkelkammer für die Aufnahmen, die ich im RAW-Format gemacht hatte. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich die passenden Einstellungen vorgenommen hatte, doch endlich erschien eine winzige, filigrane Handschrift, die trotz allen Aufwandes nur schwer zu entziffern, aber immerhin lesbar war. Es stand mehr darauf, als nur ein paar wenige Zahlen und Buchstaben. Sonja stand hinter mir und hatte die Hände auf meine Schultern gelegt. »Und, hat's geklappt?« fragte sie. »Sieht beinah so aus«, antwortete ich. »Und was steht denn da?« fragte sie, ihre Hände in meine Schultern grabend. »Da steht, daß Du nicht schwanger bist.« »Quatschkopf«, rief sie und kniff mich in die Oberarme. »Na gut«, erwiderte ich. »Da steht, wenn Ihr leichtsinnig genug seid, Euch daran zu versuchen, mein Schöpfer, dann belast es bei nicht mehr als fünf Tröpfchen. Die Zukunft ruft Euch, wie sie mich rief.« E. A. Poe Productions liest »Egidius«, eine Geschichte von E. A. Poe Productions »Das ist nicht wahr, oder doch?« rief Sonja und krallte ihre filigranen Finger in meine Schultern, daß es schmerzte. »Es ist wahr. Nies selbst.« Sie versuchte, etwas auf dem Bildschirm zu entziffern, und es klang wie die ersten Leseversuche einer Erstklässlerin, gelang ihr aber schließlich doch. Die alte Sitalin-Schrift zu lesen ist nicht leicht, aber die Ähnlichkeiten zu modernen Schreibschriften sind groß genug, um schließlich zum Ziel zu gelangen. Ich war immerhin froh, daß ich keine Schrift aus der Zeit zu entziffern gehabt hatte, in der diese Schrift zurückgelassen worden war. Daran wären wir sicher beide gescheitert. »Tatsächlich«, stöhnte sie, »aber wie ist das möglich?« »Du meinst, daß das so klingt, als sei das eine Botschaft aus der Vergangenheit für mich?« »Ja.« Ich drehte mich mit meinem Schreibtischstuhl, in dem ich saß, um und entwand mich so den Fingern, die mir blaue Flecken in die Schultern prägten, und blickte sie an. Sie war wunderschön in ihrer Ratlosigkeit, und sie sah, was mich schon am Tag zuvor erschreckt hatte, meiner Schöpfung, der schönen Gretel, die ich mir stets bildlich vorgestellt hatte, auf eine gespenstische Weise ähnlich. »Du verstehst das einfach nicht, oder?« »Gar nicht zu referieren.« »Ich habe nicht den geringsten Schimmer, was hier vor sich geht. Hätte mir jemand vor zwei Tagen diese Geschichte erzählt, dann würde ich ihm geraten haben, sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Und das auf schnellstem Weg. Das Einzige, was hier Sinn ergibt, ist gleichzeitig das Einzige, an was ich eigentlich nicht unbedingt glauben möchte.« »Und das wäre?« »Dass meine Geschichte, auf welche Weise auch immer, Realität geworden ist. Das erschreckt mich nicht wenig, aber das eröffnet auch Möglichkeiten, die jenseits der Schulwissenschaften stehen.« »Aha!« »Nun ja. Meine Geschichte entbehrt jede ernsthaften wissenschaftlichen Grundlage, denn Zeitreisen sind allenfalls theoretisch und im Quantenuniversum möglich. Das hier – bei diesen Worten zeigte ich auf den Bildschirm hinter mir – ist ungefähr so wahrscheinlich wie das fliegende Badezimmer in Raumpatrouille Orion. Aber bis jetzt hat sich alles als brauchbar erwiesen, was meiner Fantasie entsprungen ist, und deshalb ist die einzige Erklärung, die ich habe, und der einzige Weg, den zu gehen, sich anbietet, der, der in meiner Fantasie entspringt. Erschreckend und erlösend zugleich.« »Hoffentlich hat Dad mit seinem Wetz dir Unrecht getan!« murmelte sie. »Das heißt, wie es will. Wir werden nicht jünger, und wer kann schon sagen, was dieser Ägidius in der Zeit, in die er gereist ist, wohl anstellen mag. Ich denke, es ist an der Zeit, einen ersten Feldversuch zu starten. So gerne, wie ich dich auch anschaue, aber am besten fängst du jetzt mal an, dich einzupacken.« »Mich einzupacken?« »Na klar. Wir werden einen Spaziergang unternehmen. Oder willst du aus dem dritten Stock hinabpurzeln?« »Aber wer immer das geschrieben hat, meint doch, wir reisen damit in die Zukunft.« »Und wer garantiert dir, daß dieser Wohnblock in dieser Zukunft noch steht?« »Auch wieder wahr.« Und mit diesen Worten begann sie den Berg von Klamotten, der noch immer an der Wohnungstüre lag, anzuziehen, und auch ich schlüpfte in warme Beinkleider und streifte Parka und Mütze über. Schließlich griff ich nach meinem Handy, und der Fiole schob diese in ein kleines Lederetwie, in welchem ich sonst meine Zigabellos aufzubewachen pflegte, und steckte beides ein. Ich stöhnte ein wenig, als ich mich bückte, meine Schuhe anzuziehen. »Hast du keinen Schuhlöffel?«, fragte sie. »Hast du mich gerade eben Fett genannt?«, fragte ich zurück, und sie begann schallend zu lachen. Endlich traten wir hinaus in den Hausgang, stiegen die sechs Treppen bis zu unserer Haustüre hinab und traten hinaus auf den Asphaltweg vor dem Haus. Unsere Sohlen knirschten auf dem Gemisch von Salz und Eiskristallen. Der Wohnblock, in dem ich wohnte, hatte vor 25 Jahren als Vorletzter in einer Reihe entlang der Straße gestanden, doch als ich damals heiratete und mit meiner Frau in ein Reihenhaus einige hundert Meter ins Innere der Siedlung zog, entstanden neue Blöcke, und so schritten wir an diesen vorbei in Richtung eines Golfplatzes, den es schon in jenen Tagen gegeben hatte. Vieles hatte sich seit dieser Zeit verändert, aber einiges war auch unverändert geblieben. Erfrischt von der kalten, aber kristallklaren Luft und beschwingt von dem Gefühle, mich auf ein wunderliches Abenteuer mit einer Begleiterin, die ich kaum besser hätte erfinden können, einzulassen, schritten wir gemütlich in Richtung des Golfplatzes, den wir auch in wenigen Minuten erreicht hatten. Vor dem Gelände teilte sich die Straße und bog nach links und rechts ab. Nach links gelangte man über eine weitere Straße zu einem Teil einer alten Schlossanlage jenseits des Waldes, und der rechte Weg wies in Richtung der Unterstadt und bot vor allem im Lichte der Sonne einen wundervollen Ausblick über weite Teile der Stadt, die erstarrt unter dem Weiß des Winters schlummerte. Diese Richtung schlugen wir nun ein und folgten ihr einige hundert Meter, bevor wir in einen Feldweg einbogen, der sich entlang des Golfplatzgeländes schlängelte. Nach weiteren hundert Metern blieb ich stehen. »Und nun?« fragte meine Begleiterin. »Hier testen wir das Zeug«, antwortete ich. »Und wie kommst du darauf, daß dieser Weg in wann auch immer noch existiert?« »Das ist der Golfplatz«, sagte ich. »Außer, daß er gewachsen ist, hat es hier seit Jahrzehnten keine nennenswerten Veränderungen mehr gegeben. Die reichen Typen, die hier Golf spielen, krempeln wohl gerne die ganze Stadt um, koste es, was es wolle. Aber Golf spielen wollen sie in ihrer gewohnten Umgebung. Vertrau mir, den Platz wird's auch in hundert Jahren noch geben.« »Natürlich war ich mir dessen keineswegs sicher, aber manchmal erfordern mutige Entscheidungen jemand, der einfach sagt, da gehen wir lang. Mit Zaudern, lieber Mann, nur auf der Stelle stehen.« Ich packte also die kleine Glasflasche aus und zog sie aus ihrer Umhüllung. »Nicht mehr als fünf Tropfen, richtig?« fragte sie, und ihre Stimme zitterte ein wenig. »Nicht mehr als fünf Tropfen,« antwortete ich, »Zunge rausstrecken.« Sie tat wie geheißen, und ich träufelte vier Tropfen auf das reine Rosa, das sie mir entgegenstreckte. Dann wiederholte ich eilig die Prozedur auch bei mir und konnte die Tropfen deutlich auf der Zunge spüren. Schnell steckte ich das Fläschchen wieder ein und ergriff ihre Hände. »Warum hältst du meine Hände?« fragte sie. »Weil ich dich nicht verlieren will,« sagte ich, »nicht im Jetzt und erst recht nicht in der Zukunft.« Und während ich sie noch anlächelte, passierte, was ich mir niemals getraut hätte, mir das Real vorzustellen. Obwohl es heller Tag war, begann Sonja, ein helles Licht auszustrahlen, und auch meine Hände und ich selbst schienen wie eine kleine Flutlichtanlage aus dem Inneren heraus zu leuchten. Das Ganze war das Werk nur weniger Sekunden, und schließlich war alles um uns herum vollständig und strukturlos weiß. Doch nicht lange, und uns durchfuhr ein Ruck, und ich konnte nur mit Mühe Sonjas Hände festhalten. Plötzlich standen wir an derselben Stelle wie zuvor, aber die Sonne stand um einiges höher am Himmel und die durch den Schnee beinahe schmerzhafter Helligkeit hatte nachgelassen, obwohl keine Wolke die Sonne verdunkelte. Es war heiß. Wir waren ganz offensichtlich und unzweifelhaft durch die Zeit gereist und im Sommer welchen Jahres auch immer rausgekommen. In der Ferne hörten wir die Glocken der Stadtkirche läuten. »Puh«, stöhnte sie, »was für eine Hitze!« Und mit diesen Worten riß sie sich die Mützen vom Kopf, wickelte die Schals ab und öffnete ihre Jacken. Ich tat es ihr gleich. »Was glaubst du, wo wir sind?« fragte sie. »Ich meine, in welcher Zeit?« »Hm! Gute Frage! Mit hoher Wahrscheinlichkeit im Sommer?« »Haha! Witzbold!«, lachte sie, und fuhr aber sogleich ernster fort. »Schau dich um! Hat sich irgendetwas verändert, außer daß uns die Sonne die Haut von den Knochen brennt?« Ich griff zunächst instinktiv nach meinem Handy, das ich zuvor eingesteckt hatte, drückte den Home-Button und wollte gerade über den Lockscreen streichen, um es zu entriegeln, als sie ungeduldig fragte. »Und?« »Akku leer!«, antwortete ich, als nichts passierte und auch ein Druck auf die Power-Taste daran nichts zu ändern vermochte. Ich sah mich nun um und fand alles, wie ich es gewohnt war. Nichts schien sich verändert zu haben. Aus der Stadt ertönte ein leises Hubkonzert. Ich wandte meinen Blick Richtung Südosten, wo man in Teile der Unterstadt und in Richtung des Killertales schauen konnte, und entdeckte endlich, am oberen Alprand über dem kleinen Dorf Schlatt, das erste der vier Dörfer, die sich das Tal hinaufzogen, in unmittelbar Nähe, links von der sogenannten Schlatter Wand, den Erdrutsch, der sich dort im vergangenen Jahr aufgetan hatte. Ich beschattete meine Augen mit der rechten Hand und konnte deutlich erkennen, daß dieser Erdrutsch sich sichtlich vergrößert hatte, was man vor Ort bereits im letzten Jahr vermutet hatte, wenn die Schneeschmelze einsetzen würde. Trotzdem der Wald längst wieder in saftigem Grün stand, was im letzten Jahr den Blick auf dieses Naturschauspiel verdeckt hatte, war nun der freie felsige Fleck auf beinahe ein Drittel der benachbarten Schlatter Wand angewachsen. Da ich mehrfach, sowohl von der Stadt als auch vom Haus meiner Eltern aus, die in Schlatt wohnten, diese Stelle fotografiert hatte und die Bilder zigmal betrachtet hatte, war ich mir sicher, daß der Erdrutsch größer geworden war. Den Gesetzen der Logik folgend, mußte uns unsere Reise also in einen zukünftigen Sommer geführt haben. Aus der Straße, aus der wir gekommen waren, ertönte nun das Hubkonzert eines Autokorsos, was wir vorher schon leise aus der Stadt heraufschreien gehört hatten und der nun offenbar an seinem Ziel angekommen war. Wir hörten Rufe, und plötzlich stieg eine Silvesterrakete just von der Stelle auf, von der wir aufgebrochen waren. Dann ging alles sehr schnell. Im Handumdrehen umfaßte uns wieder dasselbe Weiß wie zuvor schon, und es schien, als seien wir kaum einige Sekunden unterwegs gewesen, als wir von der tief stehenden Mittagssonne und dem Weiß des Schnees geblendet die Augen zusammenkniffen. Schlagartig erfaßte uns die beißende Kälte, und die Schweißtropfen, die uns auf der Stirn in der Hitze erschienen waren, frohren uns an der Haut fest. »Schließ deine Jacke!«, wies ich meine Begleiterin an. »Nicht, daß du dich erkältest!« Und schon nästelte ich selbst am Reißverschluß meines Parkers, schloß ihn ganz bis nach oben und setzte meine Mütze wieder auf, die ich tief ins Gesicht zog. Ich begann zu frösteln, und auch Sonja schien, soweit man dies durch den Berg von Kleidung, die sie trug, überhaupt sagen konnte, zu zittern. »Komm, laß' uns wieder zurückgehen, bevor wir uns was einfangen,« sagte ich, nahm sie bei der Hand, und eilig schritten wir unseres Wegs. »Was war denn das da für ein Hubkonzert da vorne? Und wer schießt um diese Zeit und mitten im Sommer Silvesterraketen in die Luft?« »Gute Frage!«, antwortete ich, »entweder ist schon wieder Fußballmeisterschaft, oder...« »Oder was?«, fragte sie. Ich schwieg und lächelte verträumt vor mich hin. Die kurze Zeit, die wir verschwitzt im Freien verbracht hatten, war ausreichend gewesen, uns durch und durch frösteln zu machen, und als wir in meiner Wohnung anlangten, gelüstete uns nach einer heißen Dusche. Ich wollte Sonja den Vortritt lassen, doch sie bestand darauf, ich müsse mit ihr zusammen unter dem warmen Nass zu stehen kommen, denn sie fürchte sich, die zeitverschiebende Droge könnte Nachwirkungen haben. Entsprechend lange dauerte dann auch die Prozedur, und sie tröstete mich mit dem Hinweis darauf, daß sie nur einmal geduscht worden sei. Ganz Unrecht hatte sie damit ja tatsächlich nicht, und hinterher traten wir wohl aufgewärmt und angenehmst entspannt in die Wohnstube uns anzukleiden. Es begann ein arbeitsamer Nachmittag, denn nach dem geglückten ersten Experiment galt es nun auch, die Beschriftungen der anderen Fiolen sichtbar zu machen, und es erwies sich dies als glückliche Entscheidung. Wer immer die Tasche mit seinem sensiblen Inhalt in jenem unterirdischen Gang versteckt haben mochte, er hatte die Fläschchen offensichtlich herausgeholt und nicht in der ursprünglichen Reihenfolge wieder eingesetzt. Hätten wir uns auf diese Reihenfolge verlassen, wären wir an allen möglichen Plätzen herausgekommen, nur nicht dort, wo wir hinzukommen wünschten. Auch das war eine nicht ganz unwichtige Frage, denn wir konnten nun wohl davon ausgehen, daß die Tränklein nichts von ihrer Wirksamkeit eingebüßt hatten, doch was wir mit diesem Wissen anfangen sollten, darüber hatten wir uns noch keine grundlegenden Gedanken gemacht. Es war bereits wieder Abend geworden, und die Kälte, ohnehin noch immer durchgehend zweistellig im Minusbereich, drang durch alle Ritzen, aber in meinem Ohrensessel und vor allem den Sitzsäcken war es angenehm kuschelig und warm. Sonja und ich diskutierten lange mögliche Ziele, die wir ansteuern konnten, doch, wenn wir eine Weile darüber sprachen, fanden wir stets neue Einwände. Die Tränke waren nicht unerschöpflich, und ich ganz sicher nicht imstande, für Nachschub Sorge zu tragen, also wollte mit Überlegung an die Sache herangegangen werden. Schließlich, es war schon eine Weile nach Mitternacht, einigten wir uns darauf, daß womöglich mein eigenes Geschöpf, der ehrenwerte Schulmeister des kleinen Weiders Boll, das heute gar nicht mehr so klein war wie zu den Zeiten, da meine gläserne Burg spielte, ein ernstzunehmender Ansprechpartner sein möge, schließlich hatte der ja bereits eine wirre Odyssee durch die Zeit hinter sich gebracht, wenn auch, wie ich mich stets zu erinnern suchte, nur in meiner Phantasie. Es wurde mit jeder Minute schwieriger, dies nicht aus den Augen zu verlieren. Doch die Müdigkeit hatte uns bereits fest im Griff, und wie ich es meinem Schulmeisterlein auf den Leib geschrieben hatte, es ist stets eine gute Idee, vorbereitet und ausgeruht an eine Reise zu gehen. So begaben wir uns zu Bett, und mein Projektorwecker im Schlafzimmer meinte, es wäre gegen drei Uhr morgens gewesen, als wir einschlummerten. Es war schon nach zehn Uhr, als ich erwachte. Wie am Tag zuvor erschrak ich, als ich die Augen aufschlug, drehte mich um und lächelte glücklich, als ich Sonja neben mir liegen vorfand. Man konnte deutlich die Lachfältchen in ihren Augenwinkeln sehen und ein feines Geäßt von Fältchen an Stirn und Hals. Doch wirkte sie auf mich kaum älter als vielleicht Mitte zwanzig. Sie war so, wie sie da lag, wunderschön. Beinahe wie eine Prinzessin aus einem Märchen lag sie da. Ich hatte sie kaum zehn Minuten beim Schlafen betrachtet, als ich ihre Augen unter den Liedern sich bewegen sah, und sie erwachte. Sie sah mir im selben Moment direkt in die Augen und lächelte. »Guten Morgen, mein Poet«, hauchte sie. »Guten Morgen, my Lady«, erwiderte ich, »habt ihr wohl geschlafen?« »An eurer Seite, mein Poet, kann ich gar nicht anders als wohl schlafen«, kam es von ihr zurück, und sie gab mir einen Kuss. Danach streckte und drehte sie sich, begleitet von einem herzhaften Seufzen das Klang, als käme es aus dem Inneren ihrer Seele. Nur wenig später saßen wir wieder zusammen im Wohnzimmer, ein jeder eine große Tasse heißen Cappuccinos in der Hand, und erwogen den Zielpunkt, zu welchem wir hofften, den Schulmeister anzutreffen. Ich hatte mir auf meinem Tablet eine Liste mit den Daten, die ich auf den Fläschchen gefunden hatte, erstellt, und so schien es relativ leicht passend, zu einem zu wählenden Zeitpunkt, die benötigten Dosierungen für die seltsamen Tränke zu berechnen. Als ein wenig problematischer erachtete ich es, daß wir fast zwei Jahrhunderte in die Vergangenheit zu reisen hatten, die Tränke aber, ganz wie ich es in meiner Geschichte geschrieben hatte, nur eine Reise von maximal einem Jahrhundert erlaubten, und wir somit also gezwungen waren, einen Zwischenstopp einzulegen. Ich faßte an dieser Stelle der Reiseplanung den Entschluß, solchen scheinbar unwichtigen Details in Zukunft etwas mehr Beachtung zu schenken, sollte ich jemals wieder auf die verrückte Idee verfallen, einen Roman zu schreiben. Ganz unproblematisch war die ganze Sache in der Tat nicht. Wir schrieben das Jahr 2014, und wenn wir nicht mit weiteren Umwegen unnötig Zeit verlieren, und ebenso unnötig den schmalen Vorrat dieses wunderlichen Trankes verbrauchen wollten, dann empfahl es sich, den direkten Weg zu nehmen. Doch eben dieser direkte Weg führte in den Februar des Jahres 1914, und obschon der österreichische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand erst im Juni desselben Jahres ermordet und damit der erste Weltkrieg ausgelöst werden würde, war die Stimmung im Land schon in jenen Tagen recht aufgeheizt und die Zeiten generell nicht sehr fremdenfreundlich gestimmt. Es wollte sich daher empfehlen, den Zwischenhalt in dieser Epoche möglichst an einem Ort einzulegen, der von den Wirren dieser Tage unberührt geblieben war. Dort angekommen, würden wir dann eine Mischung verschiedener Tränke nutzen müssen, denn bis in das Jahr 1814 wollten wir ja nicht zurückreisen. Das Schulmeisterlein würde ja erst im Jahre 1828 in Boll eintreffen. Wir einigten uns schließlich darauf, mein Geschöpf erst im darauf folgenden Jahr, 1829, aufzusuchen, wenn er und seine schöne Gretel ihr neues Heim bezogen und ihr erstes Kind bekommen hatten, und da es draußen noch immer bitterkalt war, schien uns der Sommer das bessere Reiseziel. Vielleicht machte uns das ja auch weniger auffällig im 19. Jahrhundert, denn Mikrofaserjacken und dergleichen winterliches Equipment mehr waren in jenen Tagen sicherlich nicht bekannt und würden unnötiges Aufsehen erregt haben. Um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, oder besser ausgedrückt, um nicht dieselben Fehler zu machen, wie ich sie meinem Geschöpf auf den Leib geschrieben hatte, wollte es mir ratsam erscheinen, die kleine Ledertasche nicht schon wieder mit in die Vergangenheit zu nehmen. Wer konnte schon sagen, wo ich sie zurücklassen müßte, und wer sie dann dort fände? So füllte ich für jeden von uns zwei Mixturen ab, die wir einzunehmen haben würden. Die erste, um in das Jahr 1914 zu gelangen, wo wir nicht sehr lange zu bleiben gedachten, und die zweite, um zu unserm Ziele zu kommen. Unklar blieb die Dosierung der Menge, die wir einzunehmen hatten, denn wohl war den Beschriftungen der Fiolen zu entnehmen, wie lange wie viele Tropfen vorhalten würden, doch ungeklärt blieb zunächst die Frage, wie sich dies mit den Zwischenstops verhielt. Es erschien mir jedoch nach einiger Überlegung logisch, daß wir dafür nur eine geringe Menge zu nehmen hatten, denn entweder es zog uns an unserm Ziel zurück in unsere Zeit, wenn die Wirkung am Zwischenhalt vor der Zeit verflog, oder wir würden bei der geplanten Rückreise uns nur Augenblicke im Jahr 1914 aufzuhalten haben, falls wir den Stopp überhaupt bemerkten, was auch kein Nachteil sein müßte. Trotzdem verfluchte ich mich, eben diese Dinge nicht detaillierter aufgeschrieben zu haben. Aber mal ernsthaft, wer hätte das schon vorausahnen können? Schließlich ergab sich noch die Frage, was wir auf diese Reise mitnehmen konnten oder mußten. Wie bereits erwähnt, hatte ich die benötigten Tränklein in neue Fläschchen abgefüllt und das Täschlein mit dem Vorrat beabsichtigt, ich zu Hause zu lassen. In Sachen Bekleidung hatten wir keine große Wahl, denn ein Kostümverleih, der uns passend zum frühen 19. Jahrhundert einkleiden hätte können, gab es weit und breit nicht, und was ich im Internet dazu finden konnte, war weit jenseits meiner finanziellen Möglichkeiten. Wir hofften daher, in Jeans und T-Shirts in nicht allzu grellen Farben am wenigsten Aufsehen zu erregen. Wir fragten uns auch, wie das Schulmeisterlein auf uns reagieren mochte, wenn wir ihm mit dieser mehr als wunderlichen Geschichte begegnen würden, und es schien daher angeraten, etwas zur Erklärung mitzunehmen. Ich verfiel auf die Idee, mein Handy mit dem Hörbuch, das ich nach meinem Roman produziert hatte, zu füllen, und nicht nur den Akku zu laden, sondern auch ein Solarladegerät einzustecken, für den Fall, daß der Akku auf der Reise schlapp machen würde. Dabei erschien es mir eigenartig im Nachhinein betrachtet, daß bei unserer Probereise der Akku meines Handys leer jedoch wieder voll war, als wir in unsere Zeit zurückgekehrt waren. Da ich dafür keine vernünftige Erklärung hatte, war das einzige, was übrig blieb, der Gedanke, daß die Stromversorgung der Elektronik das Tränklein ja nicht einnehmen konnte und somit den Weg, den wir sozusagen im Eiltempo zurücklegten, selbst zu Fuß zu gehen hatte, wie man so sagen könnte. Zwar wußte ich nicht, ob das den Effekt zu mildern vermöchte, doch ich beschloss, die mitgeführte Elektronik vollständig abzuschalten bzw. die Akku zu entnehmen, sofern dies möglich war. Wenn aber mein Gedanke richtig war, so würden die modernen Lithium-Ionen-Akkus sich während der Reise chemisch zersetzen und dadurch unbrauchbar werden. Aber einem Versuch schien es dennoch wert zu sein. Als wir schließlich alles, was wir zu benötigen glaubten, eingesteckt hatten, blieb uns nur noch zu entscheiden, wo wir mit unserer Reise beginnen sollten. Es gab keinen Ort in der Umgebung, den ich kannte und von welchem ich mit endgültiger Sicherheit hätte sagen können, daß er unverändert geblieben war in den vergangenen 186 Jahren, denn so weit würde uns die Reise führen. Zwar dachte ich an das Kloster St. Lutzen in der Hechinger Unterstadt, aber von dort führte ein doch recht langer Weg bis hinüber nach Boll, und allzu sehr wollte ich mich auf die Verweildauer, die uns zur Verfügung stand, auch nicht verlassen. Zeit war auch für einen zeitreisenden Geld, und so mußten wir einen Ort finden, von welchem aus wir nicht so weit zu gehen hatten, denn das Auto, mit dem wir an diesen Ort fuhren, blieb natürlich in unserer Zeit zurück. Ich beschloß also, mit meinem Wagen hünerüber nach Boll, um dort auf den Wanderparkplatz unterhalb der kleinen Kapelle Mariazell zu fahren, wo wir es abstellten. Die Kapelle hatte es auch zu des Schulmeisterleins Zeiten bereits gegeben, und auch die Forstwirtschaft hatte seit Jahrhunderten die Landschaft und den Baumbestand geprägt, so daß nur wenige unschöne Überraschungen zu befürchten waren. Es war gegen zwei Uhr am Nachmittag, als wir dort schließlich anlangten. So rasch es eben ging, kleideten wir uns um, schlossen zitternd und fröstelnd das Auto ab, nahmen den ersten Trank zu uns und hielten uns wie am Tag zuvor bei den Händen und gelangten tatsächlich in die Vergangenheit, wie ein flüchtiger Blick über den deutlich kleiner gewordenen Ort zu Füßen der Burg Hohenzollern uns unzweifelhaft zeigte. Auch hatten wir wohl dieselbe Jahreszeit erreicht, wie ein Blick auf die uns umgebenden kahlen Bäume zeigte, auch wenn es nicht annähernd so kalt war, wie in jener Zeit, aus der wir angereist waren. Rasch nahmen wir nun, da alles glatt gelaufen zu sein schien, das zweite Tränklein zu uns und langten nach wenigen Augenblicken an unserem Ziel an. Ich hatte ein kleines Monokular eingesteckt und betrachtete damit die Landschaft, die sich vor uns entfaltete. Auch verglichen mit dem Jahr 1914 war der kleine Weiler Boll noch weiter geschrumpft, und weiter hinten, in der Ferne Richtung Nordosten, konnte ich die damals in der Tat noch recht übersichtliche Beamtenstadt Hechingen erblicken. Das Gelände, auf dem später einmal das Industriegebiet Lotzenegger entstehen sollte, war tatsächlich noch, was der Name verhieß. Eine lose Ansammlung von Äckern. In geringer Entfernung von Boll, rechter Hand, war auch das ebenso kleine Städten sichtbar, und der Ort, wo später einmal ein multinationaler Gesundheitskonzern seine mächtigen Produktionshallen errichten sollte, war eine unbebaute Grünfläche. Ich mußte lächeln, als ich diesen Ort überstrich, denn es war erst wenige Wochen her, daß ich mit einem alten Schulkameraden, der nun dort lebte, gesprochen hatte und der, selbstverständlich im Spaß, meinte, ich müsse beim nächsten Mal unbedingt auch seinen Wohnort erwähnen und über die vererbte Feindschaft der beiden Orte etwas sagen. »Warum lächelst du, Eddy?« fragte mich meine Begleiterin. Ach, ich dachte gerade an den Dieter, einen alten Schulkameraden von mir, der wohnte, oder besser, der wird in 170 Jahren dort drüben in Städten wohnen. Er meinte erst vor kurzem, ich solle beim nächsten Mal, wenn ich etwas schreibe, Städten nicht unerwähnt lassen. »Dazu wirst du ja nun reichlich Gelegenheit haben,« sagte sie. »Du glaubst doch nicht im Ernst, daß ich über diese Sache hier auch noch eine Geschichte schreibe,« sagte ich, zu gleichen Teilen entrüstet wie amüsiert. »Wenn das dann wieder so ausgeht, dann kann ich ja schreiben bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.« »Was ja nicht so schlimm wäre,« murmelte sie vor sich hin, ergriff meine Hand, und wir spazierten den Hang hinab in Richtung des kleinen Weilers, der zu unseren Füßen lag. Wir brauchten kaum eine Viertelstunde, als wir nur noch einen Steinwurf von den ersten Häusern entfernt anlangten. »Also schön, da wären wir also nun. Und wo genau steht jetzt das Haus, das der Schulrat für deinen Schulmeisterlein hat bauen lassen?« fragte Sonja. »Ich hab nicht die geringste Ahnung,« antwortete ich, »aber sehr alt kann es ja nicht sein. Suchen wir also nach dem neuesten Gebäude am Ort.« In diesem Augenblick vernahmen wir eine liebliche weibliche Stimme hinter uns. »Wer seid Ihr denn?« Erschrocken fuhren wir herum. Vor uns stand auf dem Weg, den wir gerade verlassen hatten, eine zierliche junge Frau mit hellblonden, zu Zöpfen zusammengeflochtenem Haar und hellgrünen Augen, angetan mit einem hübschen langen Kleid aus grobem Stoff, das ihr nichtsdestotrotz sehr gut stand. »Gottlieb, um Himmels Willen, was ist mit dir passiert, und wer ist dieses Weibsbild?« rief sie. Ich starrte die junge Frau an, und es möchte wohl nicht weniger wunderlich auf uns gewirkt haben, wenn ein Raumschiff vor uns gelandet wäre. Sie war jung, vielleicht Anfang zwanzig und ausgesprochen hübsch, ob schon zartgliedrig und mit einer blassen Hautfarbe. Sie hatte ein kleines Stupsnäschen, das von einer Ansammlung Sommersprossen umrahmt war. Sie sah auf eine verblüffende Weise meiner Begleiterin ähnlich, die ebenfalls ihre hellblonden Haare zu zwei Zöpfen zusammengeflochten hatte, die ihr über die Schultern hingen. Meine Blicke wechselten zwischen den beiden hin und her. »Nun, wißt du mir nicht sagen, wer dieses Weibsbild ist, Gottlieb? Und wie siehst du überhaupt aus?« wiederholte die junge Frau ihre Frage. »Fräulein Gretel?« fragte ich mit unsicherer Stimme. »Sind wir nun wieder bei der förmlichen Anrede gelandet, werte Herr Schulmeister?« erwiderte sie mit fester Stimme, die jedoch mitnichten so harthartig klang, wie sie das wohl beabsichtigt hatte. »Ist das die Gretel?« fragte nun meine Begleiterin. »Die schöne Tochter des Schenkenwirts? Sagt mir, daß ich das nicht träume, Eddy!« »Wieso nennt diese »Frau« dich »Eddy, Gottlieb, sprich!« »Ich fürchte, hier liegt eine Verwechslung vor, Frau Schulmeisterin«, antwortete ich und begann allmählich meine Fassung zurückzugewinnen. »Das will ich doch schwer hoffen, Herr Gemahl!« kam es von der Tochter des Schenkenwirts, die wir unzweifelhaft vor uns hatten, spitz zurück. »Ich bin nicht der, für den Ihr mich haltet, gnädige Frau, und es mag nicht leicht sein, dies zu verstehen. Ich bin nicht Euer Gemahl. Mit mir ist auch nichts passiert, ich bin nur etwas älter als der Herr Schulmeister, und sehe ihm wohl ähnlich.« »Ihr seid nicht mein Gemahl?« kam es nun, ein wenig unsicher, zurück. »Aber Ihr seht ihm auf verblüffende Weise ähnlich. Wie ist das möglich?« »Das zu erklären, sind wir hergekommen, wertes Fräulein Gretel.« »Nun gut, werter Herr, Ihr scheint nicht der zu sein, für den ich Euch hielt, und doch scheint Ihr mich zu kennen. Dann werdet Ihr auch wissen, daß ich eine verheiratete Frau bin, und die Bezeichnung Fräulein, mehr als unpassend ist,« sagte die schöne Gretel und warf einen weiteren ungnädigen Blick auf meine Begleiterin. »Kannst Du mich mal kneifen, Eddie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber mal ernsthaft. Ich glaub, ich träum das grad. Kneif mich mal!« Fiel nun Sonja wieder ein, und statt meiner Antwort abzuwarten, kniff sie mich in den Oberarm, daß ich kurz aufschrie. »Autsch! Was hast Du vor, Sonja? Nein, Du träumst nicht. Ist das hier nicht das, was Du erwartet hast? Das ist Deine Reise. Schon vergessen?« erwiderte ich. »Aber ich glaube, wir sollten nicht allzu viel Zeit verschwenden. Wir haben maximal vierundzwanzig Stunden, wenn die Dosierung des Tränkleins...« »Tränklein? Ihr seid mit Hilfe eines Tränkleins hergekommen?« fiel nun des Schulmeisters Gretel mir ins Wort. »Nun ja! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, gnädige Frau. Ja!« »Hat das Kräuterweiblein Euch geschickt? Wie geht es Ihr? Ist sie gesund? Wo ist sie? Sprecht, Herr!« stieß sie hervor und sah mich mit großen Augen und einem neugierigen Blick an, der nun nicht mehr so streng wirkte. »Ich fürchte, die Sache ist doch etwas komplizierter, liebe Frau Schulmeister,« antwortete ich. »Wir kommen, wenn Ihr so wollt, aus Eurer Zukunft.« »Das erklärt Eure höchst wunderliche Erscheinung«, sagte sie, trat einen Schritt auf uns zu und befühlte zwischen Daumen und Zeigefinger ihrer ausgestreckten Hand den Kragen meiner Jeansjacke. »Was ist das für ein wunderlicher Stoff? So etwas habe ich noch nie gesehen.« »Ich werde Euch alles erklären, gnädige Frau, zu gegebener Zeit. Wir sind gekommen, um uns mit Eurem Werten Gemahl zu unterhalten. Ob Ihr wohl die Güte besitzen wollt, uns zu ihm zu geleiten?« »Ihr führt eine höfliche Zunge, Herr Eddy? Habt Ihr auch einen Familiennamen?« »Ich nenne mich Poe, gnädige Frau, Edgar Allan Poe.« »Poe?« fragte sie und sah mich mit schräg stehendem Kopf an. »Wie dieser junge amerikanische Schriftsteller, von dem man letztendlich hat munkeln hören?« »Sie kennt Edgar Allan Poe?« fragte mich meine Begleiterin. »Wir sind hier auf dem Dorf, meine Liebe!« antwortete das Schulmeisterleins Frau statt meiner auf Ihre Frage und fuhr fort. »Aber deswegen sind wir nicht ungebildet!« Ihre Stimme klang hierbei wieder etwas spitzer. »Auch einen weniger bekannten Schriftsteller kennt man hier, wenn dieser auch bislang wenig veröffentlicht hat.« Bei diesen Worten blickte sie wieder zu mir. »Aber wenn Ihr der Mr. Poe seid, wie kommt es dann, daß Ihr aus der Zukunft kommt?« »Meine Damen«, hub ich nun an und suchte meiner Stimme ein wenig Autorität zu verleihen. »Wir haben nicht alle Zeit der Welt, und alle Fragen sollen, soweit dies überhaupt möglich ist, beantwortet werden.« »Deine«, hierbei sah ich meine Begleiterin in die Augen, »und Eure, werte Frau Schulmeister, doch nun sollten wir wirklich mit Eurem Gemahl sprechen. Wenn Ihr die Güte hättet, uns zu Eurem neuen Heim zu führen und zu Eurem Herrn Gemahl!« »Nun gut, werte Herr Pau!« sprach nun wieder die Lehrersgattin und schritt, mit einer hochgezogenen Augenbraue, die einen verbliebenen Rest Mißtrauen verriet, an uns vorbei dem Dorfe zu. »Wenn Ihr mir also folgen wollt!« Wir gingen hinter der schönen Gretel her, und ich faßte Sonja bei der Hand. Sie sah mich an, und es war deutlich, daß sie eine Menge Fragen hatte, doch ich schüttelte nur den Kopf, um ihr anzuzeigen, daß dies weder der richtige Ort noch die richtige Zeit sei, und sie gab sich, wenn auch etwas widerwillig, wie der Druck ihrer Hand mir verriet, damit fürs erste zufrieden. Wir waren kaum zehn Minuten den Hangtal abwärts gelaufen, als wir auf ein Haus am Ortsrand zusteuerten, das aus groben Steinen errichtet und offenbar noch nicht gänzlich fertiggestellt war. Weiteres Baumaterial lag an der einen Seite aufgeschichtet, einige Balken und diverses Bauwerkzeug ordentlich anbei. Es sah alles danach aus, als wären Vorbereitungen im Gange, das Wohnhaus zu erweitern. Dennoch war bereits ein Gemüsegarten angelegt worden, in welchem ich Kartoffeln, an Stangen sich emporwindende Bohnen, Tomaten und verschiedenes anderes Gemüse zu sehen vermochte. Längst nicht alle konnte ich als Kind der Supermarktgeneration beim Namen nennen, doch es war eine reichliche Auswahl. Das Haus besaß eine schwere, massive Türe aus gehobelten Eichenbrettern, und zu beiden Seiten neben dieser stand je eine Bank aus dem gleichen Holz. Ein junger Mann, von vielleicht sechsundzwanzig oder siebenundzwanzig Jahren, saß zur Rechten der Türe und blickte uns interessiert an, als wir herantraten. Er musterte meine Begleiterin und mich mit einem wachen Blick. »Diese Herrschaften wollten zu dir, mein Gemahl«, hörte ich die Stimme der schönen Gretel sagen. »Ich hab euch erwartet«, sagte er zu mir, stand dann auf und küßte seine Frau. »Ich danke dir, meine Liebe, du hast sie dort oben gefunden, wie ich vermutete?« »Ja, ganz wie du sagtest, aber willst du mir nicht erklären?« »Später, meine Liebe, hab Vertrauen. Ich glaube, die Herrschaften haben nicht viel Zeit mitgebracht. Habe ich recht?« sprach er und fande seinen Blick wieder zu mir. »Ganz recht, Herr Lemle, wie ich vermute?« »Ihr vermutet ganz recht, werter Herr.« »Ganz recht, laßt uns hineingehen, ihr seid gar zu wunderlich gekleidet, und der Herr Pfarrer muß eurer ja nicht unbedingt ansichtig werden,« sprach's und schritt voran ins Innere des Hauses. Wir betraten einen Hausgang, ganz wie er in dieser Zeit üblich war, ohne nennenswerte Ausstattung. Einfach und praktisch. Zu beiden Seiten fanden sich je zwei Türen und am Ende des Ganges ein Fenster mit einem Ausblick auf die Dorfkirche mit dem Zwiebelturm und eine schmale Treppe, die in das Obergeschoß des Hauses hinaufführte. Der Schulmeister öffnete die Türe zu unserer Rechten, trat einen Schritt zur Seite und wies mit dem linken Arm in den Raum. »Bitte einzutreten!« forderte er uns auf. Wir betraten den Raum, der eine für diese Epoche durchaus gefällige Einrichtung aufwies und offensichtlich die Küche des Hauses darstellte. »Nehmt bitte Platz!«, sagte der Hausherr. »Würdest du uns bitte etwas Wasser für einen Tee aufsetzen, meine Liebe?«, sprach er dann zu seiner Frau. Sie öffnete die Klappe einer Holzkiste, die neben dem Herd stand, entnahm ihr einige dünne Scheite Holz, warf diese dann in die dafür vorgesehene Luke am Ofen und entzündete einen sehr dünnen Kienspann mit einem Zündholz, das einen sehr intensiven und scharfen Geruch nach Phosphor verströmte, der jedoch rasch durch die geöffneten Fenster abzog. Dann ergriff sie eine Blechkanne und verließ die Küche durch eine zweite hintere Türe. Meine Begleiterin und ich hatten inzwischen Platz genommen, und der Schulmeister stand mit einer sehr würdevollen Haltung am Kopfende des Tisches auf der anderen Seite und musterte uns. »Ihr habt eine beachtliche Ähnlichkeit mit meinem geliebten Weibe, gnädige Frau«, begann er zu sprechen und betrachtete Sonja dabei sehr genau. »Vielleicht einige Jahre älter, doch ich werde mich glücklich preisen, wenn meine schöne Gretel in zehn Jahren eine solch vorteilhafte Erscheinung bieten wird.« Ich sah Sonja an, während der Schulmeister diese Worte sprach, und bemerkte, daß sie leicht errötete. »Hardank, Herr Lämmle«, murmelte sie, sich dabei um eine zeitgemäße Sprache bemühend. »Ich bin nun nicht mehr verwundert, wie sehr ich sie liebe, wenn ich mein Eheweib anschaue. Er, dabei warf er einen kurzen Blick auf mich, hat sie nach Eurem Vorbild geschaffen, und das hat er wohlgetan. Darf ich fragen, seid Ihr schon lange seine Gemahlin?« »Wie? O nein, wir sind nicht verheiratet. Eigentlich kennen wir uns erst seit zwei Tagen«, gab sie zur Antwort, und das leichte Rot, das ihre Wangen zuvor getönt hatte, nahm nun eine intensive Färbung an. »In der Tat! Nun, das verwundert mich nun doch«, sagte er, bei diesen Worten leicht mit dem Kopf schüttelnd. »Aber Ihr habt es vor!« »Nun, ich weiß nicht, Herr Lämmle, wir hatten noch gar keine Zeit«, antwortete sie auf diese Frage, brach dann aber ab, blickte auf ihre auf dem Tisch schwunden Hände, und ich hatte das deutliche Gefühl, daß ihr dies Thema peinlich war. »Bitte verzeiht meine Impertinenz, gnädige Frau! Ich pflege üblicherweise nicht solch insiskrete Fragen an meine Gäste zu richten. Ihr wirkt nur so vertraut.« »Das geht mir ebenso, Herr Lämmle«, antwortete sie ihm, drehte sich dann zu mir um und sagte, »So hast du also früher ausgesehen? Du hast dich nicht schlecht gehalten, Eddie!« Bei diesen Worten lachte sie etwas spitz. Es war auch nicht verwunderlich, denn beide, das Schulmeisterlein und seine schöne Gretel, wirkten, als wären sie perfekte jüngere Abbilder von uns. Es war mehr als nur ein bißchen Surreal.« Endlich trat seine Frau wieder ein, die Wasserkanne in der Hand. Sie schnaufte etwas, und ihr hübsches Gesicht war ein wenig gerötet. Der Schulmeister trat auf sie zu, nahm ihr die Kanne ab und sagte, »Bitte gib mir das, meine Liebe! Die Kanne ist zu schwer für dich, ich mach das schon, aber bitte, willst du dich nicht zu uns setzen?« Während die Hausherrin am Tische zur Linken meiner Begleiterin Platz nahm, hantierte der Schulmeister mit der Kanne und füllte das Wasser aus dieser in einen Topf, der auf dem Herd stand. Während das inzwischen leicht prasselnde Feuer das Wasser erhitzte, trat er um den Tisch auf einen Küchenschrank zu, öffnete eine der oberen Glastüren, die mit bunten Butzengläsern versehen waren, und entnahm diesem vier Tassen, die er auf den Tisch stellte. Erneut hantierte er am Schrank und holte eine Teekanne hervor, die er ebenfalls auf den Tisch stellte, und schließlich entnahm er einer Schublade noch ein braunes Netz, welches er in die Teekanne hängte. Das Wasser in dem Topf auf dem Herd hatte inzwischen zu brodeln begonnen. Über dem Herd war ein hölzernes Regal befestigt, auf welchem einige Blechdosen standen. Der Schulmeister drehte sich zu uns um und fragte, »Dajiling oder Earl Grey?« »Earle Grey«, antwortete ich, ohne nachzudenken. »Du trinkst Tee?« fragte meine Begleiterin, mich verwundert anschauend. »Ich dachte, du trinkst nichts anderes wie Cappuccino.« »Eigentlich habe ich seit vielen Jahren keinen Tee mehr getrunken, aber wenn Captain Picard sich ein Getränk aus dem Replikator zieht, bestellt er in der Regel einen Earl Grey. Heiß. »Natürlich ist er heiß«, sagte der Schulmeister. »Wer ist Captain Picard?« fragte des Schulmeisters Gretel. »Du bestellst einen Earl Grey, weil ein Fernsehheld den immer trinkt?« fügte meine Begleiterin hinzu. »Welche Frage soll ich jetzt als erste beantworten?« fragte ich und blickte in der Runde umher. Unterdessen war der Schulmeister mit einer der Blechdosen, die er vom Regal herabgenommen hatte, zum Tisch getreten und füllte eine Portion davon in das in der Kanne hängende Teenetz ein. Dann stellte er die Dose wieder zurück, und er griff mit zwei groben, aber sauberen Topflappen den Kessel mit dem sprudelnden Wasser und füllte die Teekanne bis zum Rand, so daß man die Teeblätter obenauf schwimmen sehen konnte, trat endlich erneut an den Herd, wo er nach einer blechenden Schale griff, die er ebenfalls auf den Tisch stellte, und setzte sich dann an das Kopfende des Tisches, mir gegenüber. »Ich vermute, ihr möchtet rauchen, werter Herr«, sagte er und sah mich mit einem Blick an, der sonderbar durchschauend auf mich wirkte. »Sehr aufmerksam. Danke, Herr Schulmeister«, erwiderte ich und kramte in meiner Jeansjacke nach meinen Zigarillos und dem Feuerzeug. Auch Sonja wühlte in den Untiefen der Jacke, die ich ihr zum Anziehen gegeben hatte, nach ihren Zigaretten. Ich rollte meinen Rillot aus seiner Frischhaltefolie, die ich vor mir auf den Tisch legte, und knipste mein Wegwerffeuerzeug an, um zuerst meiner Begleiterin Feuer anzubieten, und bemerkte die schöne Gretel zusammenzucken. »Magie«, murmelte sie erschrocken, und ihr Blick schien einen Augenblick Furcht auszudrücken. »Ich erbitte Eure Verzeihung, gnädige Frau«, stammelte ich und wollte das Feuerzeug schon wieder einstecken. »Ich hab nicht bedacht.« »Aber, meine Liebe«, sprach nun der Schulmeister beruhigend zu seiner Frau, »ich hab dir doch gesagt, du sollst dich nicht ängstigen, sollte dieser Herr hier auftauchen. Ich bin mir ziemlich sicher, daß er uns für magischer hält als alles, was wir von ihm zu sehen bekommen werden.« Sie lächelte ihn an, und man konnte es unzweifelhaft sehen, daß sie ihn aufrichtig liebte und ihm bedingungslos vertraute. »Wir dürft Euch Eure Zigarre ruhig anzünden, mein Herr«, sagte er zu mir, und ich folgte seiner Einladung. »Ihr raucht ebenfalls?«, sprach nun des Schulmeisters Frau Sonja an und wirkte dabei zu gleichen Teilen neugierig, was auch etwas pikiert. »Natürlich, warum denn nicht?«, antwortete sie. »Aber Ihr seid eine Frau«, kam es erstaunt, aber keineswegs unfreundlich zurück. »Wißt Ihr, gnädige Frau«, erwiderte Sonja, »da, wo wir herkommen, gibt es solche Einschränkungen für Frauen längst nicht mehr. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, leider auch bei den weniger guten Dingen wie bei dem Rauchen.« Der schönen Gretelblick wanderte von meiner Begleiterin zu ihrem Mann, von diesem zu mir, und schließlich wieder auf meine Begleiterin. »Schöne neue Welt«, murmelte sie leise vor sich hin und schüttelte leicht den Kopf. »Nachdem wir nun die Höflichkeiten ausgetauscht haben«, begann im ernsteren Tone der Schulmeister nun zu sprechen, »darf ich vermuten, Ihr seid nicht ohne Grund in unser Leben getreten? »Wenn ich mir also die Freiheit nehmen darf, zu erfragen, was Euch zu mir führt.« »Willst Du ihn nicht erst wegen der Bücher fragen, Gottlieb«, zischelte seine Frau leise zu ihm hinüber und zupfte ihn am Ärmel. »Nicht jetzt, Liebes«, antwortete er freundlich lächelnd, und sah dann mich an. »Welche Bücher?«, fragte ich nun erst den Schulmeister und dann seine Frau anschauend, und als wäre dies das Kommando gewesen, auf welches sie gewartet hatte, sprang sie auf und verließ die Küche. Der Schulmeister blickte mich nun sehr ernst an und sprach kein Wort. Ich konnte seine Frau im Nebenzimmer hören, und schon kam sie eiligen Schrittes zurück, setzte sich wieder an den Tisch und legte zwei, in Schutzumschlägen aus Hochglanzpapier die eingebundene Bücher vor mir auf den Tisch. Ich nahm sie und sah sie an. Da spürte ich, wie mir das Herz bis zum Halse zu schlagen begann. »Was sind das für Bücher?«, fragte Sonja, und ich schob sie zu ihr hinüber. »Wie ist das möglich?«, rief sie aus und warf sie zurück auf den Tisch, als habe sie sich die Hände daran verbrannt. Man konnte, so wie sie nun auf dem Tische lagen, auf beiden Büchern zweifellos moderne Hochglanzphotos der Burg Hohenzollern prangen sehen. Noch dazu beides Fotografien, die ich selbst geschossen hatte. Das linke Buch druck den Titel »Die gläserne Burg«, und auf dem Rechten prangte in großen, schwarzen Lettern nur der Name »Egidius«. »Ich habe diesen beiden Bücher eines Morgens in meiner kleinen Lehrerwohnung vorgefunden«, – begann das Schwulemeisterlein zu erzählen. Ich wollte nur nach dem Rechten sehen, weil ich ein Gefühl hatte, welches mich dazu antrieb. Als ich die kleine Mansarde betrat, lagen diese beiden auf dem Tisch. Ihr kennt diese Bücher, werter Herr? Ich wußte zunächst nicht, was ich darauf erwidern sollte, denn wohl sagte mir das eine Buch etwas. Ich hatte es selbst geschrieben, jedoch hatte ich es ausschließlich in Form eines Hörbuchs für meinen YouTube-Kanal produziert, und drucken lassen hatte ich es nicht. Das zweite aber war mir unbekannt, doch deutete der Titel Egidius und mein Name, der darunter stand, hinreichend darauf hin, daß ich auch dieses geschrieben hatte, und mehr noch, daß es die Geschichte enthielt, die meine Begleiterin und ich soeben durchlebten. Das alles war natürlich Unsinn, sagte ich mir, aber war die Zeitreise, auf der wir uns gerade befanden es nicht eben so? Es dauerte eine Weile, bis ich dem gelehrten Herrn von der Hohenschule zu Heidelberg antwortete. Schließlich begann ich zu sprechen. »Die eine Geschichte habe ich geschrieben, das stimmt wohl, werter Herr, doch die andere Geschichte« – bei diesen Worten klopfte ich mit dem Zeigefinger meiner rechten Hand auf den Schutzumschlag – »kenne ich nicht, es sieht aber wohl so aus, als stamme auch dieses aus meiner Feder«, »wie auch immer dies sein kann.« Meine Begleiterin griff nach dem Buch und starrte es an, als habe sie einen magischen Gegenstand in der Hand. »Wenn diese Geschichte auch von dir stammt, Eddie«, sagte sie, »und es diesen Titel trägt, dann steht da vielleicht drin, was wir nun zu tun haben werden.« Mit diesen Worten wollte sie das Buch öffnen und darin blättern. Ich nahm sie aus der Hand und sagte, »Ich bitte um Entschuldigung, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Bitte lies nicht darin.« »Aber warum denn nicht? Vielleicht hilft es uns ja, das Rätsel zu lösen«, antwortete sie, und wollte wieder nach dem Buche greifen. »Ich habe dieses Buch noch gar nicht geschrieben, obschon es mich zugegeben in den Fingern juckt. Zu phantastisch ist alleine das, was wir bereits zusammen erlebt haben, meine Liebe. Meine Fans auf YouTube würden sich alle zehn Finger danach ablecken, aber noch existiert dieses Buch nicht in der Zeit, aus der wir gekommen sind, und ein Blick in die Zukunft ist wirklich keine gute Idee.« Ich überlegte einen Augenblick und fuhr dann fort. »Zwei eiserne Grundgesetze sind zu beachten, wenn man sich auf eine Reise durch die Zeiten begibt. Erstens, ändere niemals etwas in der Vergangenheit, und zweitens, versuche niemals, deine eigene Zukunft zu ergründen.« »Aber du, beziehungsweise er«, mit diesen Worten sah sie den Schulmeister an, »hatten die Vergangenheit doch schon geändert. Er hat den Mönch Egidius aus dem Dreizehnten in das einundzwanzigste Jahrhundert geschickt.« »Ah, da ist er also herausgekommen«, warf der Schulmeister zu sich selbst sprechend ein. »Und da warst auch du, mein Geliebter«, ergänzte seine Frau. »Aber die Vergangenheit, die er geändert hat«, sagte ich und sah dem Schulmeister in die Augen, während ich auf Sonjas Einwand antwortete, »war eine Vergangenheit, die der unheimliche Mönch zuvor bereits geändert hatte. Er hat den Zeitablauf nur wieder in seinen Originalzustand versetzt.« »Und woher weißt du, daß es der Originalzustand war?«, fragte sie und versuchte erneut, nach dem Buch zu greifen. »Vielleicht hat er eine neue Zeitlinie hergestellt, ohne daß er es bemerkt hat.« »Ich habe es so geschrieben«, sagte ich, etwas ungeduldig, und schrug beide Bücher über den Tisch dem Schulmeister entgegen. Dann sprach ich den Schulmeister an. »Habt Ihr es gelesen?«, fragte ich. »Nur das eine«, antwortete er, deutete auf den Band mit dem Titel »Die gläsene Burg«, und schwieg dann einen Augenblick, bevor er fortfuhr. »Ich hatte es im Sinne, auch den andern Band zu lesen, doch etwas schien mich davon abhalten zu wollen.« Wieder schwieg er, und die Stille hing beinahe spürbar über der Szene. Plötzlich vernahmen wir ein Geräusch, das aus einem andern Teil des Hauses zu kommen schien. Es klang wie das Weinen eines Babys. »Sie ist aufgewacht, Liebster. Ich geh mal nach ihr schauen«, sagte die schöne Gretel, erhob sich und verließ den Raum. »Unsere Tochter«, sagte der Schulmeister erklärend, hielt kurz inne und setzte dann hinzu »Aber ich glaube, das muß ich Euch nicht erklären. Ihr«, bei diesen Worten stand er auf, ging zum Fenster, von wo aus man den Bootberg mit der Ruine und der Kapelle sehen konnte, und blickte hinaus. »Habt Sie mir ja auf den Leib geschrieben.« Erneut schwieg er einen Moment, drehte sich dann zu uns um und fuhr mit einer Stimme fort, die erkennen ließ, daß er tief bewegt war. »Ich weiß nicht, wie dies sein kann, und ich weiß nicht, ob ich Euch dafür danken soll oder Euch verfluchen. Es ist nicht leicht, seinem Schöpfer gegenüberzutreten, und wenn ich es mir vorgestellt haben würde, dann sicher niemals in dieser wunderlichen Weise.« »Doch«, bei diesen Worten kam seine Frau wieder in den Raum zurück, ein kleines Bündel auf dem Arm tragend. »Ihr habt mich zu einem glücklichen Manne geschrieben, Herr. Mein Weib und meine Tochter sind mein Ein und Alles. Ich vermute, daß rechtfertigt es, Euch Dank zu schulden.« Er nahm seiner Frau das Bündel aus dem Arm und blickte liebevoll darauf. »Es ist ein Mädchen«, stellte Sonja fest, und der Schulmeister nickte. »Wie heißt sie?« Sie sah mich an und sagte, »Na, das kann ich doch fragen, oder? Du hast ihr ja keinen Namen gegeben.« Sie lächelte ein wenig unsicher angesichts dieser kafkaesken Situation. »Ihr Name ist Sonja«, beantwortete des Schulmeisters Frau die Frage meiner Begleiterin. »Und sie ist unser Sonnenschein, selbst an den trübsten Tagen.« Sie lächelte ihren Mann so glücklich an bei diesen Worten, daß ich spürte, wie mir das Wasser in die Augen stieg. Meine Begleiterin kniff mich in den Arm und flüsterte. »Du hast also stillschweigend von mir geträumt? Du bist wirklich ein unverbesserlicher Romantiker!« Und bei diesen Worten knuffte sie mich in die Seite und lächelte versonnen. Schließlich gab der Schulmeister seine kleine Tochter in die Arme seiner Frau zurück, und es machte den Eindruck, als durchführe ihn ein Ruck, als ob er sich sammle. Dann begann er mit ernstem Ton zu sprechen. »Nun, mein Herr, Ihr seid nicht ohne Grund in unser Leben getreten, und auch wenn ich mich des zweiten Bandes entsagt habe, so deutet doch der Titel auf dem Einband darauf hin, daß nicht alle Dinge so verlaufen sind, wie Ihr das geplant hattet. Warum seid Ihr gekommen? Und was ist mit dem Mönch passiert?« Ich zögerte einen Augenblick, ob ich ihm wirklich berichten sollte, was in den vergangenen Tagen passiert war, doch unsere ganze Reise ergab überhaupt nur einen Sinn, wenn wir einander vorbehaltlos vertrauten. Wenn dieser Mann, der uns da so real gegenüberstand, wirklich mein Geschöpf war, dann besaß er alle Eigenschaften, die ich ihm mit auf den Weg gegeben hatte, und stellte zweifellos keine Gefahr dar. Ich begann also zu erzählen, was ich zugetragen hatte, und endete an der Stelle, wo der seltsame Spinner, der sich Egidius nannte, aus der Zelle des Hechinger Polizeireviers verschwunden war. Als ich geendet hatte, schwiegen wir alle, und es war nichts zu hören, außer dem leisten Schmatzen des kleinen Mädchens, daß das Schulmeisters Frau ganz ungeniert am Tische zu stillen begonnen hatte. »Ist in den letzten Tagen oder Wochen irgendetwas passiert, was Euch ungewöhnlich vorgekommen ist?«, fragte ich den Schulmeister und seine Frau anblickend. »Gemeint außer dem Auftauchen dieser Bücher?«, antwortete der Schulmeister, ohne aufzublicken. »Sag es ihm, Gottlieb!«, zischelte seine Frau ihm zu, so daß man sie kaum verstehen konnte. »Was sollt Ihr mir sagen, werter Herr Schulmeister?«, fragte ich. »Was ist passiert?« Er warf seiner Frau einen Blick zu, der zunächst verärgert schien, doch sich rasch in einen sorgenvollen Blick verwandelte. »Da war zunächst diese Erschütterung, die wir verspürten. Nur mein Weib und ich hatten sie bemerkt und konnten zunächst keine Erklärung dafür finden. Und es wollte aus unserem Denken bereits wieder verschwinden, aber dann passierte etwas mit dem Herrn Pfarrer,«, begann er, brach dann aber erneut ab und verfiel in brütendes Schweigen. »Was ist mit dem Pfarrer passiert?«, fragte ich weiter. »Er verschwand vor beinah vier Wochen, und niemand weiß, wohin,« sprach nun seine Frau. »Zuerst dachten wir, er sei zu einem Treffen mit Amtskollegen gereist, und der Schultes ließ beim Stadtpfarrer drüben in der Stadt anfragen, doch der wußte von nichts, meinte aber, er würde bestimmt bald wieder auftauchen. Er vermochte sich nicht vorzustellen, daß ein heiliger Mann seine Schäfchen einfach so im Stich ließe.« »Und?«, fragte meine Begleiterin nach, »ist er inzwischen wieder zurückgekehrt?« »Heute vor zwei Wochen war es, da die Glocken der Kirche wieder zu schlagen begonnen hatten und für Aufregung im Dorfe sorgten,« antwortete der Schulmeister. Der Schultes und einige andere eilten zur Kirche, und wirklich, da kam ihnen der Herr Pfarrer entgegen, als ob nichts geschehen sei. »Dann ist ja alles wieder in Butter,« sagte Sonja. »Was ist denn der Butter?«, fragte der Schulmeister, etwas verwirrt reinblickend zurück. »Das ist eine moderne Redewendung, werter Herr,« sagte ich, »es bedeutet so viel wie, daß alles wieder in Ordnung sei.« »Verstehe,« fuhr er fort, »leider ist das nicht der Fall.« »Wenn ich mir erlauben darf, Eure Gedanken zu erraten, Herr Lemle,« sagte ich, »dann ist er rein äußerlich Euer, werter Herr Pfarrer, und allen im Dorfe kommt er auch genau so vor, doch Ihr habt einen anderen Eindruck.« »Ihr kennt mich wirklich gut, Herr, in der Tat, und Ihr habt ganz recht.« Er warf einen sorgenvollen Blick auf seine Frau und seine kleine Tochter. Als ich im letzten Jahr von meiner abenteuerlichen Reise zurückgekehrt war und mich anschickte, mein wundervolles Weib zu ehelichen, da war in dem werten Herrn Pfarrer von der feindseligen Haltung, welche er mir zuvor entgegengebracht hatte, nichts mehr zu verspüren. Er behandelte uns im Gegenteil ausgesprochen zuvorkommend. Während er sprach, stand er auf, ging gemessenen Schrittes, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, und im Raum umher. Doch als ich vor zwei Nächten den anderen des Dorfes folgend im Pfarrhaus eintraf, blitzte er mich mit vor unverhohlem Zorn blitzenden Augen an. Während der Schultes und all die anderen erleichtert waren, ihren Hirten unversehrt wieder zu erblicken, und ihnen alles so schien, als habe sich nicht das Geringste verändert, war es mir, als sei ich der Einzige, der zu erkennen vermochte, daß hier etwas geschehen sei. »Und mir«, unterbrach ihn nun seine Frau. »Als wir unseren kleinen Sonnenschein von ihm aus der Taufe heben ließen, war er zu uns wie ein gütiger Pate. Doch als ich ihm an jenem Tage, da er zurückkehrte, mit meiner Kleinen dem Arme gegenüber trat, schienen die Schlagadern seines Halses vor unterdrücktem Zorne anzuschwellen.« Tränen rannen ihr aus den Augen, und sie blickte hilfesuchend zu ihrem Mann empor, der noch immer mit verschränkten Händen hin- und herschritt. »Ist schon gut, meine Liebste, ihr wird nichts passieren, und dir auch nicht, dafür garantiere ich mit meinem Leben, bei allem, was mir heilig ist.« Und mit diesen Worten kniete er vor seiner Frau nieder, zog ein sorgfältig gefaltetes Taschentuch aus der Tasche seiner Jacke und trocknete ihre Tränen. Schließlich erhob er sich wieder und sah mir in die Augen. Dann fuhr er fort. »Mir kam dies alles bekannt vor, denn auch als ich von meiner Reise zurückkehrte, hatten alle im Dorfe, einschließlich meines verehrten Herrn Schwiegervaters, vergessen, was zuvor passiert war, und sie hatten eine Erinnerung erworben, die sich von der meinen deutlich unterschied. Und von der ihren,« sagte er und blickte auf seine Frau hernieder. Damals schien der Zusammenhang klar, daß es etwas mit dem Tränklein zu tun hatte, derer wir uns ja beide bedient hatten. So vermuteten wir schnell, daß es eben dieses Tränklein war, die uns nun eine Erinnerung bewahrten, die sich für alle anderen ein weiteres Mal verändert hatte. »Aber ihr habt doch die Tränklein nicht wieder probiert?« warf nun meine Begleiterin fragend ein. »Ich mußte das Täschchen mit den Tränken ja seinerzeit im 13. Jahrhundert zurücklassen, und nur die beiden Mischungen, die ich selbst erdacht, befinden sich nach wie vor in meinem Besitz. Diese mochte ich nicht wieder anrühren,« sagte der Schulmeister. »Ich trug mich in der Vermutung, daß die einmalige Einnahme dieser wundersamen Tränke uns vor den Einflüssen jeglicher Manipulation schützte. Das würde auch erklärt haben, warum nicht ich alleine die Veränderung bemerkte, sondern auch meine wundervolle Gretel,« sprach er, legte seine Hand auf ihre Schulter und lächelte ihr zu. Sie lächelte zurück, und ich mußte schlucken ob der offenkundigen tiefen Liebe, die zwischen den beiden unverkennbar bestand. Es wollte mich beinahe deuchen, als säße ich im Kino eine romantische Geschichte anschauend. Dann fuhr er fort. »An diesem Tag also war es, daß ich mir der Büchlein bemächtigte und den ersten Band, den Ihr die gläserne Burg nannte, zur Hand nahm und las. Ich habe es ohne zu unterbrechen durchgelesen. Ihr schreibt schön, werter Herr, und nachdem ich Eure Zeit zu besuchen die zweifelhafte Ehre hatte, findet Ihr mich geneigt, Euch für Eure Sprache zu beglückwünschen. Ihr führt wirklich eine feine Zunge.« Er nickte anerkennend, und ich spürte, wie ich errötete. Die Situation war abstrakter als alles, was ich mir je vorzustellen vermocht, doch dieses Lob aus dem Munde meiner eigenen Schöpfung machte mich verlegen, als wäre ich ein Schulbub von fünf oder sechs Jahren. Als ich das Buch zu Ende gelesen hatte, machte ich einen Spaziergang hinaus in den Wald zu der Hütte des Kräuterweibleins und hoffte sie dort vielleicht anzutreffen, oder doch wenigstens eine Nachricht vorzufinden, doch ich traf sie nicht an, und sie hatte auch nichts hinterlassen. Da begann ich zu hoffen, »Ihr«, mit diesen Worten trat er auf mich zu, blieb unmittelbar vor mir stehen und legte seine Hand auf meine Schulter. »Möget Euch unserer erbarmen und einen Weg finden, zu uns zu kommen, was auch immer das für ein Weg sein mochte.« Er endete, nahm seine Hand von meiner Schulter, ging um den Tisch herum und setzte sich wieder. Schweigend blickten wir uns alle gegenseitig an, und niemand sprach für einige Minuten ein Wort. Es war Sonja, die dem Schweigen schließlich ein Ende machte. Sie fragte den Schulmeister, »Habt Ihr das Schlüsselchen noch, Herr Lemble?« Ich sah sie verwundert an und wollte schon fragen, von welchem Schlüsselchen sie spräche, doch dann erinnerte ich mich. Ich lächelte sie an, denn sie hatte meine eigene Geschichte in wirklich guter Erinnerung. Der Schulmeister schien ähnliche Gedankengänge gehabt zu haben, denn auch er lächelte seiner Frau, die ihm ins Gesicht sah zu, öffnete dann den Kragen seines Rockes ein wenig und zog eine Kette, die er um den Hals trug, hervor, und daran hing ein kleines Schlüsselchen, kaum viel größer als solche, wie ich selber einen an meinem Schlüsselbund für den Briefkasten hängen hatte. Fragend blickte er nun Sonja an. Auch ich sah sie an, denn wohl hatte ich begriffen, welches Schlüsselchen sie meinte, aber auf was wollte sie damit hinaus? Warum starrt Ihr mich alle so an? fragte sie. »Ist das nicht klar, wie Klosbrühe?« Niemand antwortete. »Aber denkt doch mal nach! Ihr, werte Herr Lemle, habt Eddies Buch gelesen und ich habe es gehört.« Der Schulmeister schien etwas fragen zu wollen, doch sie fuhr fort. »Bin ich denn die Einzige, die bemerkt hat, daß er mir Fragen aufgeworfen als beantwortet hatte?« Ich zog die linke Augenbraue in die Höhe, und der Schulmeister lächelte in sich hinein. »Ich würde nie gewagt haben, Kritik zu üben,« sprach er, »aber ganz Unrecht hat Eure Begleiterin nicht,« fuhr er fort und lächelte mir ins Gesicht. »Trotzdem, es war ein spannendes Buch,« setzte er eilig hinten an. »Ich bin von Deinem Ideenreichtum beeindruckt, meine Liebe,« sagte ich, »und fühle mich geehrt, sehr geehrt, du bist wirklich eine sehr aufmerksame Zuhörerin. Dich mit auf die Reise zu nehmen, war eine wirklich gute Wahl, aber darf ich fragen?« »Wenn sich keine Lösung an den Stellen zeigen will, die man kennt, wo sucht man dann?« »Man sucht dort, wo man noch nicht gesucht hat,« beantwortete des Schulmeisters Frau die Frage, und die beiden Frauen grinsten sich an. Ich hatte das deutliche Gefühl, daß sie in diesem Augenblick zu Freundinnen geworden waren. Sonjas Einfall hatte mir den Impuls gegeben, dessen ich bedurft hatte, und so beschlossen wir also, diesem Gedanken nachzugehen. Als wir am Orte eingetroffen waren, war es um die Mittagsstunde gewesen, und wir hatten gute drei Stunden nun in der Schulmeisterleins Haus zugebracht. In meiner Zeit wäre es nun bereits auf die Dämmerung zugegangen, doch ich hatte die Tränke so bereitet, daß wir im Hochsommer vor Ort angekommen waren. Der Tag würde also noch einige Stunden vorhalten, und als ich mich anschickte, mit dem Schulmeisterlein aufbrechen zu wollen, wandte dessen Frau ein, »Aber ihr könnt doch nicht in einem solchen Aufzug ins Schulhaus gehen, werte Herr! Das ist ein kleines Dorf, und ihr werdet Aufmerksamkeit genug erregen, weil ihr hier fremd seid! Gottlieb, vielleicht solltest du den Herrn neu einkleiden, und ich werde mich der Dame hier widmen. Ich gehe doch nicht viel in der Annahme, gnädige Frau, daß ihr ebenfalls mitzugehen wünscht?« fragte sie, an meine Begleiterin gerichtet. »Ganz recht, Fräulein Gretel, ganz recht!« Sie lächelte bei diesen Worten. Es dauerte gut eine Viertelstunde, bis wir neu eingekleidet und ganz im Stile dieser Zeit und den Gepflogenheiten angetan waren. Mir wollte jedoch nicht verborgen bleiben, daß wir uns durch das Umkleiden nicht nur dem Zeitgeist angepaßt hatten, wir waren uns auch erheblich ähnlicher geworden. Als wir uns vor dem Spiegel in schulmeisterlichen Schlafzimmer betrachteten, hätten wir ohne weiteres als enge Geschwister angesehen werden können, und da weder der Schulmeister noch die schöne Gretel über solche verfügten, schien dies etwas, daß Beachtung verdiente. Der Schulmeister besaß eine anseemliche Sammlung von Hüten, die er jedoch nie trug. So manches Mal, wenn er zur Sonntagskirche gegangen war und alle Herren ihren Hut vor dem Bauche in der Hand hielten, wenn sie das Gotteshaus betraten, hatte er die Hände in den Hosentaschen und keinen Hut parat. Man nahm es als Marotte hin, doch getuschelt wurde seit jeher. So suchte ich mir einen grauen Filzhut aus, der mir perfekt paßte, als wäre er für mich gemacht worden, und des Schulmeisters Frau knüpfte Sonjas Zöpfe zu einem Dutt zusammen und überdeckte die neue Frisur mit einem leichten Kopftuch, das sie hinter dem Nacken zusammenband. Gewisse Ähnlichkeiten ließen sich zwar dennoch nicht verbergen, aber es schien nicht mehr ganz so unübersehbar zu sein. Wir waren mit dem Bild, das wir abgaben, zufrieden. Das Schulmeisters Frau nahm nun ihre Kleine in ein Bündel gewickelte Tochter wieder in den Arm und sagte zu ihrem Mann »Ich bringe unsere Kleine hinüber zur Amme, ich möchte sie nur ungern mitnehmen« und verschwand. Doch es dauerte nur wenige Minuten, als sie wieder in der Türe stand und uns zum Gehen aufforderte. Solcher Art, fein ausstaffiert, wie wir waren, machten wir uns nun auf den kurzen Weg in die Dorfmitte und steuerten die Schule an. Einige Leute begegneten uns unterwegs und schauten uns neugierig hinterher, doch da wir artig im Stile der Zeit grüßten, hielt man uns für fremde Besucher des Schulmeister-Ehepaares und beachtete uns nicht weiter, als dies ohnehin üblich war. Als wir am Dorfplatz angekommen waren und vor dem kleinen Schulgebäude standen, blickte ich mich um. Ich hatte, als ich die Geschichte der gläsernen Burg geschrieben hatte, mir das Dorf und auch seine Bewohner genauer vorgestellt, als man dies üblicherweise zu tun pflegte, und so trug ich eine ebenso detaillierte Erwartungshaltung mit mir. Aber was ich beim Durchwandern des kleinen Weilers Boll erblickte, erstaunte mich doch überallemaßen. Natürlich war ich in meinem realen Leben schon viele Male in Boll gewesen, und der Ort war mir sicherlich wohl vertraut. Doch dieser Ort, aus einer Zeit lange vor meinen Tagen, entsprach so genau meinem geistigen Bild, daß es mich nicht in Ruhe ließ. Gerne wär ich auf ein Glas Bier in den springenden Hecht hinübergegangen, und ich verspürte gar den Antrieb, diesem Gedanken nachzugehen. Doch Sonja, die meine Gedanken wohl erraten hatte, stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite und murmelte, »Du wirst doch nicht! Denk an das, was du gesagt hast, so wenig Interaktion wie möglich!« Inzwischen hatte der Schulmeister die Türe zu den Schulräumen aufgeschlossen und sie geöffnet. Wir traten ein, und er schloß die Türe eilig wieder hinter sich und verriegelte sie. Während er zu der Türe in der hinteren rechten Ecke, die in den Keller hinabführte, ging und dies ebenfalls entriegelte, warf ich einen Blick zum Fenster hinaus. Der korpulente Schenkenwirt, dem ich nie einen Namen gegeben hatte, war gerade in die Türe getreten und sah herüber, und er kam mir wie ein alter Bekannter vor. Er bemerkte mich aber gleichwohl nicht. Ich stand im Schatten im Inneren des Raumes, und die Scheiben waren schmutzig und von der Sonne beleuchtet. Er würde mich auch nicht bemerkt haben, wenn ich direkt hinter der Scheibe gestanden hätte. Gerade wollte ich mich umdrehen und mich ebenfalls zur Kellertüre begeben, als ich die schwere Türe der nahen Kirche sich öffnen sah und der Dorfpfarrer heraustrat. Ich bin wirklich nicht leicht zu erschrecken, und auch ihn hatte ich mir stets bildlich vorgestellt. Doch ich erstarrte im Augenblick, als ich seiner ansichtig wurde. »Eddie, kommst du?« hörte ich Sonjas Stimme vom anderen Ende des Raumes. Ich reagierte nicht, stand nur da, als hätte ich Schuhe aus Beton an den Füßen. »Eddie!« rief sie wieder, und als ich immer noch nicht reagierte, hörte ich ihre Schritte näher kommen und spürte ihre Hand auf meiner Schulter. »Eddie, was ist denn mit dir los? Hast du einen Geist gesehen?« Ich wies mit der rechten Hand hinüber zu der Kirche, wo der Pfarrer immer noch vor der Türe stand und einen Blick über das ihm zu Füßen liegende Dorf warf. Endlich fiel sein Blick auf das Schulgebäude. »Das ist ja«, rief Sonja und zog mich zurück in den Raum. »Ja«, antwortete ich, »das ist Egidius.« E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 10 Die geheime Kammer Schnell waren der Schulmeister und seine Frau zu uns hergeeilt. Der Schulmeister hatte eine sorgenvolle, aber zweifelnde Miene aufgesetzt. »Aber wie kann das sein?« sprach er, und es schien, als sei sein Ton leiser geworden, ganz so, als fürchtete er, der Pfarrer möchte ihn hören. »Ich kenne den Mönch Egidius doch, und der Herr Pfarrer hat keine Ähnlichkeit mit ihm, dessen bin ich mir ganz sicher.« Ich überlegte und dachte dabei auch an das Gespräch, das wir in das Schulmeistershaus bereits geführt hatten, und die einzige Erklärung, die ich zu finden vermochte, war die, daß die beiden, wie alle anderen auch, eine neue Vergangenheit erworben hatten, und daß die Feindseligkeit, die der Dorfpfarrer ihnen gegenüber nicht hatte verbergen können, nicht auf eine erhalten gebliebenen Erinnerung beruhte, sondern durchaus echt und real war. Ich äußerte meine Bedenken, und man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören, als meine Worte verklungen waren. Erneut war es Sonja, die uns aus der Erstarrung riß. »Das hilft jetzt nichts«, sagte sie, und ihre Stimme klang streng. »Daran können wir jetzt nicht das Geringste ändern. Laßt uns hinabsteigen in den Keller. Keine Lösung finden wir oben sicherlich. Vom Keller aber wissen wir es noch nicht. Also los jetzt!« Und in der Tat hatte die Zielstrebigkeit, die aus ihrer Stimme zu hören war, eine erweckende Wirkung, und so strebten wir wieder der Türe zu und stiegen die Treppen hinab, in das geheime Laboratorium. In der Eile hatte der Schulmeister nicht an seine Sturmlaterne gedacht, und als wir unten in den Gang mit den Türen anlangten, war es stockfinster. Er öffnete die erste Türe auf der linken Seite, also jene, die in sein geheimes Laboratorium führte, und tatsächlich erhellte sich das Ganze etwas, doch blieb es zu dunkel, um sich nicht ständig irgendwo anzustoßen. Da ich alles, was ich in den Taschen gehabt hatte, als wir auf Reisen gegangen waren, in den Anzug des Schulmeisters umgepackt hatte, war auch mein Handy mit von der Partie. Ich wußte natürlich nicht, ob es funktionieren und vor allem der Akku noch genügend Strom liefern würde, aber ich drückte die Power-Taste und tatsächlich begann, das Gerät zu booten. Als das Licht des Displays aufflammte und ein Schingel des Herstellers gespenstisch durch den Gang huschte, erschraken der Schulmeister und seine Frau heftig. Er ergriff sie und zog sie schützend hinter sich. »Ich erbitte Eure Verzeihung«, sagte ich, »ich hatte nicht daran gedacht, wie fremdartig dies für Euch sein muß. Es ist nur ein Apparat, habt keine Angst, damit kann ich uns Licht machen.« Etwas unsicher trat der Schulmeister an mich heran, seine Frau noch immer schützend hinter sich, betrachtete aber dennoch neugierig mein Smartphone und verfolgte jede meiner Bewegungen, die ich auf dem Display machte, es zu bedienen. Endlich war der Bootvorgang zu Ende und der Homescreen erschien. Der Akku hatte tatsächlich volle hundert Prozent. Das bedeutete also, daß zumindestens bei Reisen in die Vergangenheit die mitgeführte Energie erhalten blieb, zumindestens sofern es abgeschaltet war. Ich wischte zweimal über den Screen und rief die Taschenlampen ab auf, die die Kameraleuchtdiode auf der Rückseite des Gerätes einschaltete. So klein diese LEDs auch sein mochten, sie waren derart hell, daß sie jeden blendeten, der hineinsah, und ich richtete sie augenblicklich zu Boden, auf dem man nun jedes Staubkörnchen erkennen konnte. Inzwischen hatte sich auch des Schulmeisters Frau wieder beruhigt, und ich konnte auch einen vorwurfsvollen Blick im Gesicht meiner Begleiterin erkennen. Hätte der Schulmeister seine Sturmlaterne holen und sich damit der Entdeckung des Pfarrers preisgeben sollen, fragte ich sie mit schuldbewusster Miene. »Keine Interaktion mit der Vergangenheit, richtig?«, antwortete sie. »Tut mir leid, du hast ja recht. Soll ich's wieder einpacken?« »Vielleicht warnst du uns einfach beim nächsten Mal, aber wenn wir nun schon einmal vernünftiges Licht haben, dann lass uns jetzt weitergehen. Wenn ich das Recht in Erinnerung habe, dann ist die Tür am Ende des Ganges«, sagte sie, und wir treten uns um und gingen den Gang entlang, bis wir vor der niedrigen Bogenthüre angekommen waren. Der Schulmeister fingerte nach dem Schlüsselchen an der Kette um seinen Hals, schob ihn ins Schloß und drehte ihn herum. Er schien sich ganz leicht zu drehen, und als der Schulmeister die Klinke herunterdrückte, öffnete sich die Türe ohne den geringsten Laut. Wir traten nacheinander ein. Vor uns lag ein großer Raum, weit größer als die Grundfläche des Hauses und nicht im mindesten wie ein Kellerraum wirkend. Abgesehen von dem Kunstlicht meines Handys war der Raum vollkommen dunkel, denn er besaß, im Gegensatz zu den anderen Kellerräumen, keine Fenster. Man konnte also von keiner Seite von außen hereinschauen. Es war dies kein Nachteil, dachte ich bei mir.« Der Raum war ganz offenkundig ebenfalls ein Laboratorium. Ringsum entlang der Wände standen Tische, Schränke und Regale, und darauf und darin eine reichhaltige Zahl von Glaskolben, Flaschen und allerlei Laborutensilien, die mich allerdings recht modern deuchten. Sicher aber war ich mir nicht. Wie ich ja bereits mehrfach angemerkt habe, war Chemie nie meine besondere Stärke gewesen. Doch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, daß dieser Raum, ob schon fast zwei Jahrhunderte in meiner Vergangenheit liegend, so alt nicht war, wie er hätte sein müssen. Mehrere Stühle standen herum, und in der hinteren Ecke gar ein altertümlicher Ohrensessel. Auf einem der Tische zu unserer Rechten standen zwei neuwertige Sturmlaternen, und als ich eine davon anhob und schüttelte, vernahm ich den Geruch von Petroleum. »Ich denke, wir zünden erst mal diese Lampen hier an«, sagte ich. Der Schulmeister schien verwundert. »Eure Lampe ist doch viel heller«, meinte er. »Aber die Energiequelle nicht so ausdauernd, daß wir den ganzen Raum damit über längere Zeit beleuchten könnten. Es ist eher eine Art Notfallleuchte«, antwortete ich auf seinen durchaus berechtigten Einwand. Ich war nicht sicher, ob der Schulmeister verstand, aber er akzeptierte mein Argument und kramte nach seinen Zündhölzern. »Spart Euch Eure wertvollen Zündhölzer, Herr Lemle«, sagte ich, und zog mein Einwegfeuerzeug aus den Taschen. »Bitte nicht erschrecken, ich zünde die Lampen mit meinem Feuerzeug an.« »Möglichst wenig Interaktion mit der Vergangenheit«, wird ich Sonjas Stimme neben mir tuscheln, doch machte sie nun weniger einen verärgerten als belustigten Eindruck. Ich betätigte den Piezo-Taster des Feuerzeugs und sah die großen neugierigen Augen des Schulmeisters und seiner Frau, während ich die erste Lampe anzündete. Schließlich griff ich nach der zweiten Lampe, schüttelte auch sie, und als auch darin Petroleum genug zu sein schien, zündete ich auch diese an. Zwar konnten die Petroleumlampen nicht mit dem Kunstlicht der Leuchtdiode konkurrieren, doch gaben sie ein warmes Licht ab, das hell genug war, so daß man alles im Raum erkennen konnte. Wir nahmen den Raum nun gründlichen Augenschein. Nebst der Laborutensilien gab es auch einen Bücherschrank mit allerlei Büchern unterschiedlichster Art darin. Ich zog verschiedene Bände heraus, laß den Titel auf dem Einband und blätterte zuweilen auch ein wenig darin herum, während Sonja einen Schrank mit einer Unzahl Glasflaschen inspizierte. Der Schulmeister untersuchte die Laborutensilien, und seine Frau, die ein wenig erschöpft wirkte, hatte in dem Ohrensessel in der Ecke Platz genommen, beobachtete aber die ganze Szenerie genau. Unter den Büchern fand ich eine ganze Reihe zeitgenössischer Ausgaben, zahlreicher Klassiker, welche ich selbst bereits in meinem Kaminzimmer auf YouTube vorgelesen hatte, und, was mich nicht wenig erstaunte, eine Erstausgabe des Klassikers meiner Tage von Edgar Allan Poe, »Tamerlane and Other Poems«, welche in einer nur sehr kleinen Auflage im Jahre 1827 herausgegeben worden war. »Welches Jahr schreiben wir?«, fragte ich, impulsiv, ohne mich umzudrehen. »2014«, hörte ich Sonja antworten, drehte mich zu ihr um und lachte. »Bist du sicher?«, fragte ich sie, immer noch grinsend. »Oh«, kam es von ihr zurück, und auch sie mußte ob des Flüchtigkeitsfehlers lachen. »1829«, antwortete es Schulmeisters Frau, während er meine Frage gar nicht gehört zu haben schien. »Nun, dann haben wir hier ein Rätsel, das mir nicht unwichtig erscheint«, sagte ich und zeigte das Buch empor. Der Schulmeister drehte sich um und sah nachdenklich aus, hatte seine Aufmerksamkeit jedoch mir zugewandt. »Was habt ihr da?«, fragte er. »Eine Erstausgabe des ersten Gedichtbandes von Edgar Allan Poe gab ich zurück.« »Wer ist Edgar Allan Poe?«, fragte der Schulmeister. Sonja sah, eine Augenbraue hochziehend zu ihm hinüber. »Ihr kennt Edgar Allan Poe nicht?«, fragte sie. »Er kann ihn kaum kennen,« warf ich ein. »Erstaunlich genug, daß seine Gattin ihn kennt.« »Und warum nicht?«, fragte sie zurück, während der Schulmeister dem Gespräch folgte. »Weil er jetzt in diesem Augenblick nur eine sehr kleine Nummer im amerikanischen Literaturbetrieb ist, der diesen Gedichtband – diesen Worten hob ich den Gedichtband in die Höhe – erst im letzten Jahr und in einer winzigen Auflage von einigen Dutzend Stück herausgegeben hat. Er mußte sich das Geld von seinen Studienkollegen leihen. Es wird in einer immer noch sehr kleinen Stückzahl in zweiter oder dritter Auflage in Europa erst in rund fünfzehn Jahren zu haben sein. Aber dieses Buch ist authentisch, und es ist sogar handsigniert.« Der Schulmeister sah mich mit großen Augen an. Er schien die Tragweite dessen, was ich gesagt hatte, begriffen zu haben. »Ihr meint«, sagte er, »dieses Buch sei erst im vergangenen Jahr veröffentlicht worden?« »So ist es«, antwortete ich auf seine Frage. Nun hatte auch meine Begleiterin, die noch immer gedanklich in unserer Zeit steckte und Poe nur als klassischen Autor kannte, verstanden, ob was dies hinaus lief. Sie dachte kurz nach und fragte dann den Schulmeister, »war seit Euren Laborarbeiten hier irgendjemand in diesem Keller?« Das Schulmeistersfrau hatte die Augenbrauen hochgezogen und blickte erschrocken zu ihrem Mann hinüber. »Nicht, daß ich wüßte«, antwortete der, sah seine Frau an und zuckte mit den Schultern. »Und ich habe dennoch sehr viel Zeit hier im Schulgebäude verbracht und es jeden Tag sorgfältig abgesperrt.« »Dann stellt sich die Frage, wie dieses Buch hierher gelangt ist«, sagte ich, »und etwas weiteres ist noch seltsam daran.« »Was meint Ihr, werter Herr?«, fragte der Schulmeister und kam zu mir herüber. Ich gab ihm das Buch in die Hand und bat es ihn, sich genau anzuschauen. »Unabhängig vom Veröffentlichungsdatum, Herr Lemle«, sagte ich, und reichte es ihm. »Wie alt würdet Ihr dieses Buch schätzen? Glaubt Ihr, es ist erst ein Jahr alt?« Tatsächlich wollte es mir selbst wie ein sehr gut erhaltenes Sammlerexemplar erscheinen, welches zwar nie in Benutzung und vielleicht gar versiegelt worden, aber doch sicher nicht neuen Datums war. Es mochte gut und gern mindestens einige Jahrzehnte alt sein.« Der Schulmeister blätterte darin ein wenig herum, hob es schließlich gar an die Nase und roch daran. »Niemals«, sagte er, und reichte es mir zurück. »Es ist offenbar unbenutzt, aber sicherlich schon einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte alt. Und Ihr sagt, es ist eine Erstausgabe aus dem vergangenen Jahr?« Ich schlug die erste Seite auf, wo das Druckdatum, das Jahr der Ausgabe und die erste Auflage auswies, und zeigte darauf. Der Schulmeister nickte. »Ich habe ja auch etwas Wunderliches entdeckt, das ich mir nicht zu erklären vermag«, sagte er. Ich steckte das Buch zurück an den Platz, von dem ich es gegriffen hatte, und schritt zu dem Lehrer hinüber, um zu sehen, was er entdeckt hatte. »Es will mir wie eine Waage vorkommen«, sagte er, auf einen Gegenstand deutend, der zwischen einer Reihe unterschiedlicher Instrumente in einem der Regale lag, vor denen der Gelehrte Herr stand. »Aber so eine Waage habe ich noch nie gesehen! Schaut Euch das an, Herr!« Ich blickte auf die Stelle, auf die er wies, und entdeckte eine elektronische Feinwaage, die zweifelsohne aus dem 21. Jahrhundert stammte und die Meßwerte digital anzeigte. Auch Sonja war herübergekommen zu uns und betrachtete das Messinstrument. »Es ist eine G&G Präzisionswaage für Juweliere. Kostet rund siebzig Euro. Könnte ein Vorjahresmodell sein, also 2013. Ist ein ziemlich neues Modell«, sagte sie. Der Schulmeister und ich sahen sie erstaunt an, und des Schulmeisters Frau lächelte. »Ich habe mal eine Zeitlang bei einem Juwelier ausgeholfen, der Gold eingekauft hat. Der hatte auch so eine«, fügte sie hinzu. »Ihre Frau ist eine sehr gebildete Dame«, stellte der Schulmeister mit einem anerkennenden Nicken fest. »Wir sind nicht verheiratet«, erwiderte ich und fügte dann unwillkürlich hinzu, »noch nicht.« Als mir plötzlich klar wurde, was ich da eben gesagt hatte, blickte ich zu ihr hinüber und sah sie lächelnd erröten. »Darf ich vielleicht mal eine Frage stellen?«, hörten wir die Frau des Schulmeisters, die schöne Gretel, sagen. Wir wandten uns zu ihr, und der Schulmeister sagte, »Aber selbstverständlich, meine Liebe, ist dir etwas aufgefallen?« »Nun, ich weiß nicht«, sagte sie, »was ist das da an der Decke für ein Ding? Ein Kerzenhalter kann es ja wohl kaum sein.« Wir hoben die Köpfe, und ich mußte unwillkürlich lächeln. Während wir alle miteinander uns nur den Utensilien zu ebener Erde zugewendet hatten, war ihre Aufmerksamkeit durch den ganzen Raum gestreift, und dabei war ihr eine Art kreisrunder Behälter aufgefallen, der unter der Decke befestigt war. Ich sah hinauf und erkannte eine ganz normale Deckenleuchte, wie sie in meiner Zeit sicher niemandem aufgefallen wäre.« Ich nickte anerkennend zu ihr hinüber, ließ dann meinen Blick an den Wänden umherschweifen und fand auch bald, nach was ich suchte. Etwas versteckt in der Ecke, zwischen der Tür und dem Bücherschrank, aus welchem ich das Erstlingswerk Edgar Allan Poe's gefischt hatte, befand sich ein Lichtschalter. Ich machte einige Schritte auf ihn zu, drückte darauf, und plötzlich war der ganze Raum von einem hellen, aber angenehmen Licht erfüllt. Ich wandte mich wieder zurück zu meinen Begleitern und wollte mich gerade entschuldigen, sie erneut erschreckt zu haben, doch dieses Mal war es offenkundig, daß der Schrecken nicht meiner, etwas unbedachten Aktion, sondern ihrem Ergebnis galt. »Nachdem Ihr mir gezeigt habt, was in Eurer Zeit möglich ist,« sprach der Schulmeister und sah mir in die Augen. »Darf ich wohl vermuten, solches Licht ist für Euch eine ganz normale Angelegenheit.« »So ist es,« erwiderte ich. »So ein Licht könnte ich zu Hause gut brauchen,« sagte des Schulmeisters Frau, schnupperte ein wenig und fuhr dann fort. »Und sie scheint auch nicht mit Petroleum zu funktionieren.« »Ganz recht, gnädige Frau,« antwortete ich und nickte erneut anerkennend. »Sie funktioniert mit elektrischer Energie.« Ich dachte kurz nach und suchte nach etwas, womit ich ihr erklären konnte, was damit gemeint war, als sie fragte, »Elektrische Energie? Ihr meint so etwas wie das, was der ehrenwerte Herr Benjamin Franklin mit seinem höchst unbedachten Gewitterexperiment im Jahre 1752 benutzte?« Der Schulmeister sah seine Frau an und lächelte stolz. Es war ihm anzumerken, daß er sie nicht nur aufrichtig liebte, sondern auch das Maß ihrer Bildung und ihre Schlußfolgerung von ganzem Herzen schätzte. »Ganz recht, gnädige Frau,« antwortete ich und fuhr fort, »allerdings ist die Kraft, die in einer Gewitterbeuge steckt, viel zu stark auf der einen Seite und auf der anderen zu kurz, um sie für so etwas nutzen zu können. Es ist aber dieselbe Kraft.« »Woher kommt nun also der Strom für diese Lampe?« fragte nun Sonja, und wir sahen uns nun, da es keine dunklen Ecken im Raum mehr gab, gründlich um und fanden auch schnell, was wir suchten. In der hinteren rechten Ecke, gegenüber der Türe, stand eine kleine Kommode, die wir noch nicht inspiziert hatten. Ich öffnete ihre beiden Türchen, und darin standen mehrere schwere Batterien, die wie eine sehr moderne Form von Batterien aussah, wie sie in schweren LKWs Verwendung fanden. Allerdings hatte ich solche noch nie gesehen. Als ich sie genauer betrachtete, fiel mir ein gelb-rot umrandeter Warenaufkleber auf, der auf allen diesen seltsamen Batterien angebracht war. »Was steht denn darauf?« fragte Sonja, und ich las vor. »Achtung, Kapazitätsgel. Bei Kurzschluß besteht Explosionsgefahr.« »Kapazitätsgel?« fragten Sonja und der Schulmeister gleichzeitig, und der Schulmeister setzte noch hinzu. »Ist dies eine Euch bekannte Technologie?« »Davon habe ich noch nie etwas gehört,« antwortete ihm statt meiner Sonja und sah mich fragend an. »Nein,« sagte ich, »in unseren Tagen gibt es so etwas allenfalls in der Science Fiction.« »Das gibt es wo?« fragte nun des Schulmeisters Frau, stand aus dem Sessel, in dem sie die ganze Zeit gesessen hatte, auf und trat zu uns her. »O bitte sehen Sie mir meine Unaufmerksamkeit, nachgnädige Frau!« antwortete ich ihr. »Die Science Fiction ist eine Art, Geschichten zu schreiben, die in der Zukunft spielen. Das Wort kommt von wissenschaftlicher Fiktion,« unterbrach sie mich. »Ich verstehe. In Eurer Zeit schreibt man also Geschichten über Dinge, die noch kommen werden?« »Ja, das tut man schon seit recht langer Zeit, Frau Gretel,« beantwortete Sonja ihre Frage. »Und ihr habt es hier,« mit diesen Worten wies sie auf mich, »mit einem Meister in diesem Fache zu tun. Er schreibt zuweilen solche Geschichten und hat mir erst gestern einen Vortrag über Quantenphysik und das Raumzeitgefüge gehalten.« »Keine Interaktion mit der Vergangenheit, richtig?« fügte ich ein und sah lächelnd sie ihr hinüber. »Keine Interaktion mit der Vergangenheit,« erwiderte sie lachend und fuhr mit ernster Miene fortzusprechen. »Aber nachdem ihr alle etwas Wunderliches entdeckt habt, ich habe ja auch etwas gefunden, und das mag erklären, was hier vor sich geht.« Sie dachte kurz nach und setzte dann hinzu, »zumindestens, wie das hier möglich sein kann.« Mit diesen Worten wies sie auf eine Glasvitrine, in welcher eine Unzahl Glasflaschen standen, alle mit Glasstöpseln verschlossen und Etiketten versehen. Ich trat zu ihr hinüber und betrachtete den Inhalt. Die Beschriftung ähnelte stark der, die wir auch auf den Glasflagons gefunden hatten, und doch wirkte sie etwas anders. Ein bißchen älter vielleicht, aber vor allem individueller. Mir fehlte fundiertes Wissen über die Sütterlinschrift, auch wenn ich sie wohl zu lesen vermochte, doch ich vermutete, es müsse sich einfach um eine andere Handschrift handeln. Es machte jedoch keine Mühe, sie zu lesen, und ich erschrak. »Was hat das zu bedeuten?«, fragte der Schulmeister, der ebenfalls hinzugetreten war und die Beschriftung offenkundig wohl zu deuten wußte. »Das bedeutet, werte Herr Schulmeister«, sagte ich mit ernstem Ton in der Stimme, »daß wir hier wohl an einem Ort sind, der nicht für uns bestimmt ist.« »Ganz recht! Dieser Ort ist nicht für Euch bestimmt!«, hörten wir hinter uns eine tief raue Stimme, die uns allen nur zu bekannt war, sagen, und im Türrahmen stand der unheimliche Mönch Aegidius, mit zornblitzenden Augen, wie ein Rachengel. Kapitel 11 Der andere Dorfpfarrer »Herr Pfarrer«, rief die schöne Gretel und blickte den in der schwarzen Sultane eines Priesters des 19. Jahrhunderts dastehenden Manne mit weit aufgerissenen Augen an. »Ich glaube, gnädige Frau«, erwiderte der Mönch mit Namen Aegidius mit einer Stimme, die das Gefühl seiner Überlegenheit zum Ausdruck brachte, »Ihr wißt sehr wohl, daß ich nicht Euer gestrenger Erfahrer bin. Und Ihr, werte Herr«, sprach er nun zu mir, »sagte ich es Euch nicht, daß wir uns wiedersehen werden.« »Doch, Aegidius«, antwortete ich, »das sagtest Du, und Du hast Wort gehalten. Und nun, was soll das werden?« Und mit diesen Worten machte ich einige Schritte auf ihn zu. Er zog die rechte Hand, die er unter der Sultane verborgen hatte, hervor, und richtete eine moderne Schußwaffe auf mich. »Ich möchte doch aufrichtig darum bitten, mir nicht zu nahe treten zu wollen«, sprach er mit drohendem Unterton in einer Stimme, die vor verhaltener Wut leicht zitterte. »Ich nehme an, Ihr wißt sehr gut, was ich da in den Händen halte.« »Eine Hecklauen Koch, wenn ich mich nicht irre«, sagte mit einer erstaunlich ruhigen Stimme meine Begleiterin. »Eine neun Millimeter mit Rückstoßlader und modifiziertem braunigen Verriegelungssystem, fünfzehn Schuß, falls Du noch keine davon verschossen hast. Eine Waffe der Bundeswehr. Du mußt einen guten Händler an der Hand haben, alter Mann.« Ich fuhr mit einem Ruck herum und sah sie erstaunt an. »Na ja«, sagte sie, »Du weißt ja, wer mein Vater ist. Ich war einige Male mit ihm auf dem Schießstand, und dort standen auch solche Waffen zur Verfügung.« Sie lächelte. »Ich war in der Tat nicht wenig erstaunt über ihre Kaltschneuzigkeit und daß sie keine Angst zu haben schien, flößte mir Respekt ein.« »Ganz recht, junge Dame«, sprach der als Priester verkleidete Mönch weiter. »Ich habe die besten Verbindungen, doch ich meine, wir möchten nun genug geplaudert haben. Ihr habt mir die letzte Frage beantwortet, die mich doch sehr beschäftigt hat.« »Und die wäre«, fragte ich. »Wieso ich in Eurer Zeit mit dem Schulmeister hier«, bei diesen Worten wies er verächtlich mit der freien linken Hand auf den bei mir stehenden Schulmeister »zu verwechseln geruht habe. Ich würde ja zu gerne wissen, wie dies zustande kommen konnte, aber leider habe ich keine Zeit, mit Euch zu plaudern. Wenn ich also bitten dürfte«, sagte er und machte eine zu sich herwinkende Bewegung mit der Waffe in seiner rechten Hand. »Was haben Sie mit uns vor?«, fragte des Schulmeisters Frau. »Wollt Ihr uns ums Leben bringen?« Sie war nicht ganz so gelassen wie meine Begleiterin, und man merkte ihr ihrer Angst schon an. Doch war sie ganz offensichtlich imstande, ihre Ängste nicht übermächtig werden zu lassen. Sie wirkte dennoch gefaßt. »Ich bin ein Mann des Glaubens«, fuhr der angesprochene fort, »und ich hege nicht den Wunsch, Euch ins Jenseits zu befördern. Ich gedenke einzig, Euch für eine Weile aus den Augen haben zu wollen. Nicht mehr. Wenn ich nun also bitten dürfte.« Bei diesen Worten griff er mit der linken Hand wieder unter seine Soutane und zog ein kleines Kästchen heraus, das mich stark an die Fernbedienung eines Garagentoröffners erinnerte, und drückte auf den einzigen darauf befindlichen Knopf. In diesem Augenblick vernahmen wir ein mechanisches Geräusch, als liefe ein Elektromotor an, begleitet von einem vernehmlichen Quietschen. Der Mönch machte nun einen Schritt zur Seite, und ich konnte eine im Boden des Ganges eingelassene Klappe sehen, die sich langsam öffnete, und offenbar in eine noch tiefere und von uns völlig unbemerkt gebliebene Ebene unter dem Schulhaus hinabführte. Ein weiteres Mal machte er eine diesmal etwas ungeduldig wirkende Bewegung mit der Waffe und sagte, »Ich möchte mich noch ungern wiederholen, Herrschaften. Wir machen eine Reise in den Untergrund.« Der Schulmeister zog die linke Augenbraue hoch, ganz in der Art, wie ich es selbst zu tun pflegte, wenn mich etwas erstaunte. Einen weiteren Keller unter diesem hatte er nicht vermutet. Keiner von uns hatte damit gerechnet. Wir setzten uns, einer nach dem anderen, in Bewegung. Ich schritt voran, und Sonja folgte mir. Der Schulmeister stellte sich schützend neben seine Frau. Ich war gerade an dem Mönch vorbeigegangen und hatte den linken Fuß auf die erste Stufe einer Metalltreppe, die in die Tiefe führte, gesetzt, als ich ein seltsames Geräusch vernahm. Es war wie das Britzeln eines elektrischen Funkens, wie er zu vernehmen war, wenn sich eine Funkenstrecke aufbaute. Ich fuhr herum. In dem Licht, der aus dem verborgenen Kellerraum heraustrang, stand Sonja, etwas in der rechten Hand halten, das aussah wie eine kleine Taschenlampe. In der linken hielt sie ganz entspannt die Waffe des Mönches, und dieser lag zuckend am Boden. »Ich bin eine Frau des 21. Jahrhunderts«, sagte sie, und obschon sie mit ruhiger Stimme sprach, war ihre Wut nun kaum zu überhören. »Und niemand! Verstehst du mich, alter Mann, richtet eine verdammte Waffe auf mich! Erst recht kein verdammter Kleriker!« Ich hatte noch immer nicht ganz verstanden, was da hinter meinem Rücken vor sich gegangen war, und sah sie mit maßlosem Erstaunen fragend an. »Zeige niemals deine Angst«, sagte sie, »und sei niemals ohne den Lady Elektroschocker«, fügte sie hinzu, lächelte, und drohte zu Boden zu sinken. Ich konnte sie gerade noch festhalten. Der Schulmeister, der die ganze Szene, die nur wenige Sekunden gedauert, beobachtet hatte, eilte herbei, blickte auf den Mönch Egidius hinab und dann auf Sonja. »Könntet ihr sie bitte auf den Sessel setzen, werter Freund?«, fragte ich ihn, und er nahm sie mir ab, trug sie sanft in seinen Händen in den Kellerraum zurück und legte sie dort sanft ab. Ich trat dann eine Kommode zur Linken neben dem Eingang und zog einige Schubladen heraus und fand schnell, was ich suchte – ein Bündel breiter Kabelbinder aus Kunststoff. Ich nahm ein Bündel heraus, ging zu dem Mönch, der nun nicht mehr zitterte, aber noch immer am Boden lag, zurück, drehte ihn auf den Bauch und band ihm seine Hände mit einem der sehr festen Kabelbinder zusammen. Dann drehte ich ihn wieder auf den Rücken, packte ihn an den Schultern und richtete ihn auf, um ihn an die Kellerwand zu lehnen. Er sah mich mit zornblitzenden Augen an. »Das werdet Ihr mir büßen«, sprach er, mit zusammengebissenen Zähnen, und die Adern an der Hals und Stirn schwollen sichtlich an. »Aber natürlich werde ich das, mein Freund«, erwiderte ich unbeeindruckt, »aber sicher nicht jetzt.« Der Schulmeister war zurückgekehrt, und zusammen mit ihm griffen wir den Mönch unter den Achseln, hoben ihn auf und führten ihn in den Kellerraum zurück, wo wir ihn nicht allzu sanft in der linken Ecke absetzten. Seine Knie zitterten noch immer ein wenig wegen des elektrischen Schlages, den er abbekommen hatte, und sein Widerstand, erneut auf den Boden gedrückt zu werden, war nur schwach. Ich nahm einen zweiten Kabelbinder und verschnürte damit auch seine Füße, um ihm so jede Möglichkeit zu nehmen, uns in der Verzweiflung dennoch anzugreifen. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sich von dem Schlag erholt hatte, und er beobachtete uns voller Wut und Haß. Nachdem ich den Mönch verschnürt hatte, eilte ich zu Sonja hinüber, die gerade dabei war, wieder zu sich zu kommen. »Das war ebenso unvernünftig wie mutig«, sagte ich zu ihr, »doch meine Miene verriet wohl, daß ich voller Bewunderung über ihren Mut war.« »Tja«, sagte sie, »sei niemals ohne einen Elektroschocker in diesen wilden Zeiten.« Ihre Stimme klang noch ein wenig zittrig, aber sie war okay. Das Schulmeistersfrau blickte sie noch immer erstaunt und mit grenzenloser Bewunderung an. »Ihr seid eine wahrhaft mutige Frau«, sagte sie anerkennt. »Nach was«, erwiderte Sonja und sah sie lächelnd an. »Das würdet Ihr genauso gekonnt haben, gnädige Frau, tatsächlich habe ich ne scheiß Angst gehabt.« »Gretel«, sagte des Schulmeistersfrau. »Wie meinen?« fragte Sonja zurück. »Mein Name ist Gretel, wie Du er vermutlich weißt, und ich würde mich sehr geehrt fühlen, wenn Du mich als Deine Freundin annehmen möchtest.« Und mit diesen Worten ergriff sie Sonjas Hände und nahm sie in die Ehren. Der Schulmeister blickte zwischen den beiden hin und her und sah schließlich mich an. »Ihr habt eine wirklich bemerkenswerte Freundin, werter Herr«, sagte er, ebenfalls anerkennend nickend. »Ich danke Dir, Gottlieb«, antwortete ich ihm und lächelte. Dann streckte ich ihm meine rechte Hand entgegen und sagte, »Wenn unsere Frauen sich schon das Du anbieten, warum sollten wir zurückstecken? Du kannst mich Eddie nennen.« Er war sichtlich gerührt ob dieser Geste, und doch schien er unsicher, ob er dieses Angebot annehmen dürfe, als er meine Hand nahm, die ich kräftig schüttelte. Ich konnte ihn nur zu gut verstehen. Er hatte sein eigenes Abenteuer in einem Buch gelesen, das ich geschrieben hatte, und so mußte ich ihm wie seinen Schöpfer erscheinen. Aber er war ein nüchtern und analytisch denkender Mensch, der zwar eine Menge Fragen, aber keine Angst hatte. »Was für eine rührende Szene«, knurrte unser Gefangener aus der Ecke neben der Eingangstüre. Ich trat auf ihn zu, beugte mich zu ihm herunter, griff in die Tasche seiner Soutane und holte die Fernbedienung heraus. »Nur, daß Du auf keine dummen Gedanken kommst, mein Junge«, sagte ich und steckte das kleine Kästchen ein. Dann wandte ich mich wieder zu dem Schulmeister um und sagte »Kommst Du mit? Wir wollen uns doch mal anschauen, wo dieser »Herr« uns abzustellen gedachte.« Dann wandte ich mich zu den beiden Frauen um und sagte »Würdet Ihr bitte ein Auge auf unseren Gast haben? Er wird sich sicher nicht befreien können, aber wir wollen noch nichts riskieren.« »Bleib nicht zu lange da unten«, sagte Sonja und warf mir einen Handkuß zu. Der Schulmeister und ich stiegen nun die Metalltreppe hinab und sahen uns um. Als wir hinabgestiegen waren, flammte automatisch ein Licht auf. Ich vermutete einen Bewegungsmelder, und richtig konnte ich an der gegenüberliegenden Wand des verborgenen Raumes einen Infrarotbewegungsmelder entdecken, dessen rote LED im Rhythmus unserer Bewegungen flackerte. Bis auf eine Deckenleuchte und den Bewegungsmelder war der Raum kahl und leer. Zur linken und der rechten fanden sich hier eine weitere Stahltüre, die aber beide verschlossen waren. Sonst konnten wir nichts Bemerkenswertes entdecken. »Muss ich hinter diesen Türen wohl verbergen mag, wird der Freund?« fragte der Schulmeister. »Das werden wir vielleicht erfahren, wenn wir ihn befragen«, antwortete ich. »Du meinst, er wird es uns sagen? Nun, versuchen können wir es ja immerhin.« Er hielt kurz in und fuhr dann fort. »Was fangen wir nun mit ihm an? Wenn er wirklich, wie du sagst, der Mönch Egidius ist, dann können wir ihn doch nicht einfach wieder so auf die Menschen im Dorf loslassen, oder?« »Ich denke, wir können nicht wirklich viel tun«, erwiderte ich. »Wieso dieses?« fragte der Schulmeister und sah mich überrascht an. »Weil ich glaube, daß er nicht aus diesem Zeitalter stammt. Fragt mich nicht, warum. Ich fühle das, und so wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir ihn am Verschwinden ebenso wenig hindern können, wie er es vermochte, als du bei ihm im 13. Jahrhundert warst. Wenn wir die Gefahr, die von ihm ausgeht, beseitigen wollen, werden wir das auf andere Weise tun müssen.« Der Schulmeister sah mich nachdenklich an, nickte dann, und es machte den Eindruck, als wolle er gerade eine weitere Frage stellen, als ich Sonjas Stimme von oben die Treppen herabschallen hörte. »Ich glaube, ihr solltet mal kurz heraufkommen, Leute«, rief sie. Eilig treten wir uns nun der Treppe zu und stiegen die Stufen hinauf. Ich hatte bereits eine Ahnung, daß das, was ich soeben dem Schulmeister zu denken aufgegeben hatte, bereits begann, und richtig. Als wir die Treppe hinaufgestiegen waren und den Raum betraten, erstrahlte aus der Ecke ein heller werdendes Licht, und nur wenige Augenblicke später war der Platz, an dem wir den Mönch abgesetzt hatten, leer. Leer bis auf eines. Die ihm von mir angelegten Kabelbinder, mit denen ich ihn an der Flucht hatte, hindern wollen. Sie lagen in Form zweier Achter auf dem Boden, just an der Stelle, wo seine Hände und seine Füße sich befunden hatten. Alles, was wir vernehmen konnten, als er verschwand, war ein leises Plopp, wie man es mit dem Finger machen konnte, wenn man ihn in den Mund steckte und damit schnippte. Dann war alles wieder ruhig. »Wo wird er wohl hin sein?«, fragte Sonja. »Wenn er meinen Gesetzen folgt«, antwortete ich, »dann muß er an den Ausgangspunkt seiner Reise zurückgekehrt sein, und er wird wohl auch keine andere Wahl gehabt haben.« »Und wo ist sein Ausgangspunkt?«, fragte des Schulmeisters Frau. »Woher stammt er?« »Aus dem 13. Jahrhundert«, antwortete der Schulmeister. Ich überlegte einen Augenblick und dachte an das, was in den letzten Tagen alles passiert war, und blickte im Raum umher, die Instrumente und die ganze Ausrüstung betrachtend. Dann sagte ich, »Es fällt mir schwer zu glauben, daß er wirklich aus dem 13. Jahrhundert stammt. Ich meine, er ist zugegebenermaßen ein cleverer Bursche, und er hat, wie wir unzweifelhaft zu sehen vermögen.« Bei diesen Worten zeigte ich mit der rechten Hand auf die Einrichtung dieses geheimen Laboratoriums. Eine Menge Ahnung und weiß mit Geräten umzugehen, die aus meiner Zeit stammen, und manches gar – hier zeigte ich auf den wunderlichen Batteriekasten in der hinteren Ecke – muß aus einer Zeit stammen, die ich selbst noch nicht erlebt habe. Nein, irgendwie zweifle ich daran, daß das 13. Jahrhundert seine Heimat ist, auch wenn er die Rolle des mittelalterlichen Mönches meisterhaft zu spielen versteht. »Aber woher stammt er dann?« fragte der Schulmeister neugierig. »Tja, werter Freund«, antwortete ich, »wenn ich das nur wüßte, dann wäre mir wohler.« Nach diesen höchst merkwürdigen Vorgängen richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf die Glasvitrine, in welcher meine Begleiterin zuvor die Sammlung von Flaschen entdeckt hatte, und studierte die Etiketten. Nach allem, was ich auf den ersten Blick zu erkennen vermochte, übertraf diese Sammlung alles, was dem Schulmeister oder mir zur Verfügung gestanden hatte. Mit diesen Tränken – und allem Anschein nach waren es dieselben, wie wir sie ebenfalls verwendet hatten – konnte der Mönch Zeiträume von fünf Minuten bis zu tausend Jahren in einem Sprung bewältigen. Der Schulmeister stand mir zur Seite und wunderte sich. »Wozu möchte man denn diesen Trank verwenden können?« fragte er, auf die Flasche zeigend, auf welche eine Reisedauer von fünf Minuten angegeben war. »Nun«, erklärte ich, »wenn man nur schnell aus der Schußlinie geraten möchte, ohne sich allzu weit vom derzeitigen Platz zu entfernen vielleicht.« Da entdeckte ich ein unscheinbares kleines Büchlein, welches im untersten Fach der Vitrine, etwas versteckt, hinter zwei dickbauchigen, ausgetöntem Glas gefertigten Flaschen mit Glasstöpseln eingeklemmt stand. Ich zog es heraus. Es war ein in braunes und etwas abgegriffen wirkendes Leder gebundenes Notizbuch, und darin war in einer kleinen, zierlichen Handschrift allerlei geschrieben. Ich blätterte eher ziellos darin herum, blieb dann aber an einer Passage hängen, die mich verwirrte, da ich die Sprache nicht recht verstand. Wer immer das geschrieben hatte, hatte die Notizen darin in einem altdeutschen Dialekt verfaßt, der mich ein wenig an die Gedichte Walter von der Vogelweide erinnerte. Ich verstand wohl das Grundsätzliche hinter diesen Texten, doch viele der Vokabeln waren mir fremd und unverständlich. Ich überlegte einen Augenblick, und dann lächelte ich. Ich reichte dem Schulmeister das Büchlein mit den Worten »Du hast doch altdeutsche Schriften an der Hohen Schule zu Heidelberg studiert, lieber Gottlieb, nicht wahr?« »Weil du mich so geschrieben hast«, antwortete er, nahm das Buch und las. Einige Minuten lang studierte er den Text, klappte dann das Buch wieder zu und reichte es mir zurück. Dann erklärte er »So, wie ich das verstehe, gibt es ja nicht nur die Zwei-Sorten-Tränke, welche auch meine Wenigkeit zusammengebraut, sondern es muß auch noch eine dritte Sorte geben. Ich kann es aber nicht recht verstehen.« »Wo liegt das Problem?« fragte ich. »Du sprichst doch mittelalterliches Deutsch, nicht wahr?« »Nur ja, das ist nicht das Problem, werter Freund«, sagte er, »es sind die Zusammenhänge, die sich mir nicht erschließen wollen. Er spricht hier von einem besonderen Effekt der Zeitreise, und dieser bezieht sich nicht zuletzt auf die Tränke mit kurzer Reisedauer. Er schreibt, er könne sich damit in einer nahen Zukunft vor dem Jetzt verstecken.« Der Schulmeister sah nachdenklich aus, und auf seiner Stirn wölbten sich Gedankenfalten auf. »Das verstehe ich nicht, was meint er damit?« Ich lächelte. Es wollte mir scheinen, als zahle sich nun endlich das Studium ungezählter Science-Fiction-Romane aus, die ich in meinem Leben gelesen hatte. »Schreibt er es genauso, wie du es gerade sagtest?« fragte ich ihn. »Ja«, antwortete er. »Er schreibt, ich zitiere, »werde ich bedrängt an einem Orte, welchen zu verlassen mir widerstrebt, so mag dies Tränklein mich in einer nahen Zukunft verstecken, ohne daß ich mich vom gewünschten Ort hinfortbegeben muß?« Die Worte des Schulmeisters hatten mich nachdenklich gemacht. Gedanken verloren schritt ich im Raum herum und starrte zu Boden. Schließlich setzte ich mich in die Ecke, wo wir zuvor den Mönch abgelegt hatten auf den Boden. Meine Knie knackten vernehmlich. Ein oder zwei Minuten herrschte Schweigen im Raum, dann kniete Sonja vor mir nieder, sah mir in die Augen und fragte »Was ist denn, Eddie? Was glaubst du, was das zu bedeuten hat?« Sie sah auf und blickte in ihr wunderhübsches Gesicht. Mir gefiel ihre kleine Nase, die von Sommersprossen umrahmend einen würdigen Kontrast zu ihren leuchtend-grünen Augen bildete. Sie war der schönen Gretel auf eine solch unheimliche Weise ähnlich, daß ich noch immer meinte zu träumen, wenn ich sie ansah. »Eddie, bist du noch bei uns?« Ich schüttelte meine Gedanken ab und antwortete schließlich auf ihre Frage. »Wenn ich das, was unser Freund der Schulmeister sagte, richtig verstehe, dann ist es nicht leichter geworden für uns.« »Wieso? Was meinst du?« fragte sie. Weil er offenbar einen Weg gefunden hat, sich in der Zukunft zu verstecken. »Na ja, fünf Minuten, was ist das schon? Da müssen wir doch nur an einer bestimmten Stelle auf ihn warten und gut ist.« »Du verstehst nicht, meine Liebe«, erwiderte ich, »es geht dabei um eine andere Art der Zeitreise. Er reist in die Zukunft und diese trägt er stets bei sich. Egal, wo wir auf ihn warten, er wird stets fünf Minuten später da sein, egal, wie lange wir warten.« »Wie kannst du dir da so sicher sein?« »Ich hab's geschrieben, oder halt nein, ich werde es schreiben, oder noch treffender, ich werde es geschrieben haben.« »Ich verstehe immer noch nicht.« »Ich kenne dieses Prinzip aus einer Science-Fiction-Roman-Serie.« »Du meinst doch nicht Peri Rodan?« »Ich sah sie an und lächelte.« »Du kennst ihn?« »Aber selbstverständlich, mein alter Poet.« »Wer ist denn dieser Peri Rodan?« fragte des Schulmeisters Frau, die näher gekommen war und sich neben Sonja niedergelassen hatte. »Er war, oder besser wird ein Raumfahrer sein, der durch den Weltenraum reist.« Die schöne Gretel schaute ein wenig ungläubig drein. »Es ist nur eine Romanfigur,« fuhr Sonja fort zu erklären, »und er versteckt die Erde vor einer fremden Macht in der Zeit. Ich glaube, es waren fünf Minuten. Wer immer die Erde anfliegen wollte und das Geheimnis nicht kannte, fand nur den leeren Raum vor. Es scheint, als habe der Mönch einen Trunk zusammengebraut, der eben dies zu erreichen vermag.« »Das ist nicht gut, oder?« fragte Gretel. »Nein, das ist nicht gut,« sagte ich, »aber es macht unsere Mission auch nicht unmöglich, es wird eben nur ein bisschen komplizierter.« »Komplizierter, als Zeitreisen ohnehin sind?« warf der Schulmeister ein. Wir begannen, alle vier zu lachen, und schnell löste sich die betretene Stimmung auf. »Kann mir vielleicht irgendjemand sagen, wieviel Uhr es ist?« fragte ich schließlich. »Meist das dein Handy nicht?« fragte Sonja. Ich zog es aus der Innentasche des schulmeisterlichen Rockes, drückte auf den Homebutton und strich über den Bildschirm, um es zu entriegeln. Die Uhr auf dem Homescreen zeigte 23 Uhr und 35 Minuten. »Das kann wohl nicht ganz stimmen,« meinte Sonja. »Es muß um die Mittagsstunde gewesen sein, als wir eintrafen. Die Sonne stand uns im Rücken, und wir blickten Richtung Nordosten ins Dorf hinunter. Inzwischen können höchstens drei bis vier Stunden vergangen sein.« »Es ist jetzt halb fünf Uhr,« sagte der Schulmeister. »Das Handy zeigt eine Zeit an, die anderswo vergangen ist, und da ihm hier ein Netz fehlt, synchronisiert sich auch die Uhrzeit nicht.« »Ist nicht viel wert, so ein Handy im neunzehnten Jahrhundert?« stellte Sonja eher beiläufig fest. »Das ist nicht unbedingt gesagt,« montierte ich nachdenklich ein. »Die Uhr ist sicher nicht zu gebrauchen, und wir haben auch kein Internet und kein GPS, aber wer weiß, als Taschenlampe war es uns schon dienlich.« »Eine vordringliche Frage,« begann nun der Schulmeister zu sprechen, »will mir scheinen, ist die, was nun zu tun ist. Stellt der Mönch Egidius eine Gefahr für uns und unser Dorf dar, und was vermögen wir zu tun, dem zu begegnen?« »Völlig richtig,« antwortete ich, und nickte dem Schulmeister zu. »Da es den Anschein hat, als wäre dieser Ort ein, wenn nicht gar der Rückzugsort für ihn, ist es wohl das Angesagteste, diesen für ihn unbrauchbar zu machen, denn er könnte zu jeder Zeit hierher zurückkehren.« »Wir sollten vielleicht das ganze Laboratorium hier ausräumen,« sagte Sonja ein wenig nachdenklich. »Das wird nicht erforderlich sein, glaube ich. Die Ausrüstung kann er sich ohnehin jeder Zeit wieder irgendwo zusammensuchen und von vorne anfangen. Er ist Herr über seine Zeit, da stehen ihm alle Optionen offen. Aber wir könnten etwas anderes tun.« »Und das wäre was?« fiel nun des Schulmeisters Frau ein und sah mich erwartungsvoll an. »Wir nehmen ihm den Treibstoff für seine Reisen weg,« sagte ich bestimmt. Alle Blicke richteten sich nun auf die Glasvitrine mit den Tränken, die sorgfältig sortiert und etikettiert darin standen. Es war zwar nur eine Vitrine, jedoch gab es darin zweifellos zu viel, viele Flaschen, als daß wir diese einfach hätten unter den Arm nehmen und fortschaffen können.« Der Schulmeister warf daher folgerichtig ein. »Das wird mir unmöglich, alles hier fortzuschaffen vermögen,« sagte er. »Nicht jedenfalls zu Fuß.« »Ganz recht,« antwortete ich, »wir werden ein Transportmittel brauchen.« Die schöne Gretel, des Schenkenwirts Töchterlein, erinnerte sich der einachsigen Kutsche, die ihr Vater stets benutzte, um im nahen Hechingen einzukaufen und kleinere Transportarbeiten zu übernehmen, und da dies die beste Idee schien, machte sie sich auf den Weg, ihn darum zu bitten, die Kutsche auszuleihen. Währenddessen holten wir in gemeinsamer Arbeit aus dem alten Laboratorium des Schulmeisters einige der großen Schrankkoffer, die noch immer leer und unbenutzt dort herum standen, und begannen, die Flaschen aus der Vitrine darin zu verstauen. Drei Stück, diese nicht gerade kleinen Schrankkoffer, mußten wir bis zum Rand füllen, bis die Vitrine endlich leer und dem unerwünschten Rückkehrer die Mittel entzogen waren, sich hier stets mit neuen Reisemöglichkeiten einzudecken. Inzwischen war des Schenkenwirts Tochter zurückgekehrt, und wir begannen gemeinschaftlich, die nun recht schweren Behältnisse die Treppen hinauf zu schaffen und auf den Karren zu verladen. Die einachsige Kutsche war schon alt und machte keinen sehr vertrauenerweckenden Eindruck, doch sie tat ihren Dienst ebenso wie der alte Gaul, den sie davor gespannt hatte. Sie lenkte die Kutsche, und der Schulmeister, meine Begleiterin und ich, gingen Gemach hinterher, als flanierten wir gemütlich durchs Dorf. Wir wollten kein Aufsehen erregen, und da zu dieser Stunde am Orte noch reges Treiben herrschte, schien es angezeigt, uns als Besucher des Schulmeisters zu präsentieren. Immer wieder grüßten uns die vorbeikommenden Dörfler, und artig grüßten wir im Stil der Zeit zurück. So gelangten wir, zwar mit nicht wenig Aufmerksamkeit, aber unbehelligt am Hause des Schulmeisters an. Schnell waren die Schrankkoffer von dem Karren abgeladen und ins Haus gebracht, und des Schulmeisters Frau fuhr mit dem Karren wieder fort, ihn ihrem Vater zurückzubringen. Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis sie wieder zu Hause anlangte, ihre kleine Tochter schlafend im Arm tragend. Wir hatten inzwischen schon wieder an dem schweren Küchentisch Platz genommen. Die Tränke, die meine Begleiterin und ich eingenommen hatten, um in des Schulmeisters Zeit zu gelangen, waren von mir so bemessen worden, daß wir einen ganzen Tag, also runde vierundzwanzig Stunden, zur Verfügung haben sollten. Natürlich waren wir gut beraten, uns nicht allzu sehr auf die Exaktheit dieses Wertes zu verlassen, doch es war erst früher Abend, und die Sonne schickte sich eben erst an, hinter dem Burgberg herabzusinken. Zeit genug also, uns nun Gedanken darüber zu machen, was zu tun sei. In des Schulmeisters Haus hatte man, wegen unseres Eintreffens, noch nicht zu Tische gebeten, und so schickte sich seine Frau nun an, sich am Herd zu schaffen zu machen. Meine Begleiterin, die den ganzen Tag bereits auf ihre Weise genossen hatte und es zu lieben schien, das einfache Leben des neunzehnten Jahrhunderts zu studieren, stand auf und suchte ihr, behilflich zu sein. Der Schulmeister hatte in einem Schaukelstuhl, der in eine Ecke der Küche stand, Platz genommen, und schaukelte, sein Töchterlein im Arm haltend, gemächlich vor sich hin. Ich selbst zündete mir einen Zigarillo an und blickte gedankenverloren den Rauchwöckchen hinterher. Was nun zu tun sei, und inwiefern die Tränke, welche wir erbeutet hatten, uns zu nutzen zu sein vermöchten, war eigentlich recht klar. Ich würde mir einiges davon in kleinere Flaschen abfüllen und mit nach Hause nehmen. Einerseits boten diese neuen Tränke eine größere Bewegungsfreiheit, und auf der anderen Seite glichen sie dem nicht unerheblichen Nachteil, den wir diesem wunderlichen Zeitreisen gegenüber hatten, wieder ein bißchen aus. Das zu nutzen lag auf der Hand. Doch bohrte tief in mir eine undeutliche Sorge, daß dies nicht notwendigerweise das vordringliche Problem sein mochte, und meine Gedanken kreisten wild und unkontrolliert um ein unsichtbares Zentrum. Es war unzweifelhaft, daß der Mönch Egidius, so er denn überhaupt ein Mönch war, seine Aufmerksamkeit auf das Dorf gerichtet hatte, und welche Absichten er auch verfolgt haben mochte. Es schien angeraten, dies nicht außer Acht zu lassen. Aber meine Gedanken waren zu wirr, zu ungeordnet, mögliche Absichten dahinter zu erahnen. Während ich so am Tische saß, durchzog der Geruch eines wohlschmeckenden Eintopfes den Raum und verdrängte die letzten Qualmwölkchen, die ich mit meinem Zigarillo verbreitet hatte. Sonja und Gretel hatten zusammen Kartoffeln geschält, diverses Gemüse, Fleisch geschnitten und sich dabei angeregt unterhalten und immer wieder kichernd zu mir und zu dem Schulmeister hergesehen. Ich war zu beschäftigt gewesen mit meinen Gedanken und hatte so dem Gespräch der beiden Frauen, die so schnell zu Freundinnen geworden waren, nicht wirklich Aufmerksamkeit gewidmet. Doch die Freude über das gemeinsame Kindchen, das denselben Namen trug wie meine Begleiterin, war auch unübersehbar. Endlich entnahm des Schulmeisters Frau dem Küchenschrank Geschirr und Bestecke und deckte den Tisch, während Sonja noch ein wenig in dem großen Topf mit dem Eintopf herumrührte und mir ab und zu einen Blick zuwarf, den ich nicht so recht zu deuten wußte. Schließlich nahm die schöne Gretel ihrem fürsorglich auf die kleiner hinabblickenden Manne das Bündel aus den Händen, legte es sorgsam in die Kinderkrippe, die neben dem Schaukelstuhl stand, und bat uns zu Tisch. Es war ein herrlicher Eintopf, der mich an meine Kindheitstage erinnerte, und ob schon keinerlei Gewürze – außer einer Prise Salz – zum Einsatz gekommen waren, denn in jenen Tagen waren Gewürze ebenso teuer wie rar, schmeckte das Essen wundervoll. Unsere an Geschmacksverstärker und industrielle Nahrungsmittel gewöhnten Geschmacksnerven müssen oft gar nicht das natürliche Aroma zu schätzen, und so blickten Sonja und ich uns ebenso erstaunt wie angetan ob des Geschmackes, den diese Hausmannskost zu vermitteln mußte, an. Während des Essens wurde kein Wort gesprochen, und erst als wir fertig waren, war es die Hausherrin, die sagte, sie würde sich nun um den Abwasch bemühen, und wir möchten sie entschuldigen. Einem eher automatischen Impulse folgend, stand ich auf, griff nach der Wasserkanne und wollte gerade zur hinteren Türe hinausgehen, die Wasserpumpe zu suchen, als mich der Schulmeister nach meinem Vorhaben befragte. »Nun, wirter Freund,« sagte ich, »ich bin es nicht gewohnt, mich bedienen zu lassen, und ich möchte mich wenigstens zu einem kleinen Theil an der Arbeit beteiligen. Ich gedenke, Wasser zu holen und den Abwasch zu erledigen. Währenddessen hat deine Frau Gelegenheit, sich um die kleine Prinzessin zu kümmern.« Der Schulmeister schien nicht recht zu wissen, was er erwidern sollte. Er war eben ganz ein Mann des neunzehnten Jahrhunderts, und auch die schöne Gretel machte für einen Augenblick einen peinlich berührten Eindruck. Doch Sonja flüsterte ihr etwas ins Ohr, und die beiden fingen sofort an zu kichern. Ich beschloß, Sonja später zu fragen, was sie der Frau Schulmeister gesagt hatte, machte auf den Hacken kehrt und ging zur Türe hinaus an den Brunnen. Es war ein milder Abend, und während ich am Brunnen stand und den Hebel bediente, um die Kanne zu füllen, blickte ich mich um. Zu meiner Linken erhob sich der Burgberg, und ich konnte ein altes, halb verfallenes Gemäuer in der hereinbrechenden Dämmerung erkennen, das wenig Ähnlichkeit mit der Burg Hohenzollern hatte, wie sie in meinen Tagen schon von Weitem zu sehen war. Der Ort lag ruhig und beschaulich zu meinen Füßen, und auch wenn er noch lange nicht die Größe des frühen 21. Jahrhunderts hatte, so war es doch unzweifelhaft das kleine Boll, in dem ich im Laufe der Jahre ungezählte Male selbst gewesen war. Halb rechts von mir konnte ich das kleine Stetten, das am Rande des ebenso kleinen Städtchens Hechingen lag, erkennen, und natürlich die Stadt selbst. Ich war selbst nie ein Verfechter der omnipräsenten Beleuchtung der Straßen und der Stadtkirche gewesen. Zu viel Energie wurde nach meiner Meinung verschwendet, nur um der Nacht ihre Schönheit zu nehmen. Doch nun, da ich auf die weitgehend im Dunkeln liegende Stadt herübersah, sagte mir meine Sinne, daß da etwas fehle. Doch würde ich später des Öfteren an diesen Anblick denken, und dieser Gedanke war stets auch von ein klein bisschen Wehmuth begleitet. Endlich war die Kanne voll. Ich ergriff sie an ihrem Henkel und trug sie zurück ins Haus, nicht ohne dabei erstaunt über ihr Gewicht die Stirn zu kräuseln. Dieses bäuerliche Leben mochte wohl romantisch sein, aber es war auch ganz net anstrengend. Als hätte ich dies schon ungezählte Male getan, nahm ich einen Topf aus dem Regal neben dem Herd, setzte ihn auf eine der Kochstellen, nachdem ich eine entsprechende Zahl Ringe herausgenommen hatte, so daß er perfekt und sicher zu stehen kam, und füllte ihn mit dem Wasser aus der Kanne auf. Während das Feuer nun das Wasser langsam erhitzte, setzte ich mich zu den anderen an den Tisch und nestelte einen weiteren Zigarrello aus meinem Edvieh. Nun erst bemerkte ich, daß mich der Schulmeister und seine Frau schon die ganze Zeit verwundert musterten, während Sonja gelassen vor sich hin sinnierte. »Was ist?«, fragte ich, »habe ich etwas falsch gemacht?« »Zu welchem Zweck erhitzt du das Wasser?«, fragte die schöne Gretel. »Ich habe vor, den Abwasch zu erledigen,« antwortete ich und staunte ein wenig über diese Frage. »Mit heißem Wasser?«, fragte nun der Schulmeister. »Ähm, ja, natürlich, mit was sonst?«, erwiderte ich nun noch erstaunter. »Wir nehmen dafür das Wasser so, wie es aus dem Brunnen kommt,« meinte die schöne Gretel und lachte. »Niemand macht das Wasser dafür warm.« »Und wie bekommt ihr dann Essensrückstände und Fett aus dem Geschirr?« »Sand«, antwortete der Schulmeister kurz. »Sand?«, fragte ich, und war mir nun nicht recht sicher, ob es sich hier um einen Scherz handelte, den ich nicht verstand, oder ob es doch die reine Wahrheit sei. Der Schulmeister wies auf einen Eimer neben der Spüle, der zur Hälfte mit Sand gefüllt und der mir zuvor schon aufgefallen war. Ich hatte mich schon gefragt, zu welchem Zwecke dieser da stehen mochte. »Für das normale Geschirr und die Töpfe gibt es nichts Besseres,« meinte er, »nur für das Feiertagsgeschirr habe ich extra ein wenig Kernseife,« meinte seine Frau, »aber das brauchen wir ja nur sehr selten.« Ich begann zu verstehen, daß das dörfliche Leben sich doch stark von dem Leben unterschied, welches ich führte, aber ich erinnerte mich daran, als Junge im Zeltlager das Essgeschirr ebenfalls mit Sand gereinigt zu haben und daß es gut funktioniert hatte. Es brauchte eben nicht für alles moderne Chemie, und funktionierte doch. Inzwischen hatte das Wasser leicht zu dampfen begonnen, und ich erhob mich, diese Hausarbeit schnell hinter mich zu bringen. Schnell war mit Hilfe des warmen Wassers und des Sandes das Geschirr abgewaschen und Sonja, die währenddessen hinzugetreten war, hatte unterdessen sich eines groben Lappens bemächtigt und das Wenige, was zu spülen gewesen war, abgetrocknet und wieder im Küchenschrank verstaut. Als wir fertig waren, hörte ich die Gretel zu ihrem Mann sagen, »Die beiden passen wirklich gut zueinander. Findest du nicht, Liebster?« »So gut wie wir, meine Liebste,« flötete er. Ich sah Sonja an und spürte, wie ich errötete, lächelte jedoch, als ich bemerkte, daß auch ihre Wangen eine rötliche Färbung angenommen hatten. Inzwischen war die Nacht hereingebrochen, und wir saßen entspannt plaudernd zusammen am Küchentisch. Gretel stand ab und zu auf, um nach ihrer kleinen Tochter in der Wiege zu sehen, doch diese schlief tief und ruhig und schien sich nicht im geringsten an der Aktivität zu stören. Endlich, es war um die zehnte Stunde, wie der Schulmeister nach einem Blick auf seine Taschenuhr feststellte, kehrten unsere Gedanken an ihren Ausgangspunkt zurück. Was war nun zu tun, die Veränderungen, die der Mönch ganz offenkundig erneut vorgenommen hatte, rückgängig zu machen, und wo sollten wir ansetzen? Diese Frage hing, trotz aller Romantik, die über allem schwebte, wie eine dunkle Wolke über uns. Wir waren gerade dabei, mögliche Szenarien zu diskutieren, als aus dem Dorf die Glocken der Dorfkirche durch die offene Hintertüre hereinschalten. Der Schulmeister sah erneut auf seine Uhr und sagte, »Es ist ein Viertel nach zehn Uhr. Was mag das sein? Warum läuten die Glocken?« Es sah seine Frau fragend an. Von einer dunklen Vorahnung geplagt, schaute ich zu Sonja hinüber, und ihr Blick sagte mir, daß auch ihr nichts Gutes schwane. Wir erhoben uns vom Tische, des Schulmeisters Frau ergriff das Bündel aus der Krippe und der Schulmeister eine Sturmlaterne, die er auf den Tisch stellte, um sie anzuzünden. Ich kramte in den zahlreichen Rocktaschen meines altvorderen Anzuges nach meinem Feuerzeug, zündete den Lampendort an und verschloß das Windglas wieder. Der Schulmeister ergriff die Lampe und eilte zur Hintertüre hinaus, gefolgt von seiner Frau. Sonja und ich folgten den beiden. Unterwegs begegneten uns nun immer mehr verunsicherte Dörfler, die alle dem Gotteshaus zustrebten, in welchen die Glocken bereits wieder verstummt waren. Da wir schnellen Schrittes geeilt waren, dauerte es kaum fünf Minuten, bis wir auf dem Platz vor der Kirche angelangt waren, auf dem sich bereits eine erstaunliche Menge der Dörfler eingefunden hatte. Gerade als wir eintrafen, rumpelte der Pferdekarren des Schultes ein. Wir hörten ihn noch »O« seinen Pferden zurufen und dabei kraftvoll an den Zügeln reißen, als er Behender, als sein Leibesumfang es verhieß, von dem Kutschbock herabsprang und sich einen Weg durch die Menge die Treppen hinauf zum Eingang der Kirche bahnte. Er erspähte sogleich den Schulmeister und wollte ihn gerade auffordern, ihn in das Gotteshaus zu begleiten, als er mich entdeckte und sichtlich erstaunt eine Augenbraue hochzog. Einen Augenblick zögerte er, rief dann aber dennoch dem Schulmeister zu »Kommt mit, Herr Lehrer, wir wollen sehen, was da vor sich geht«, und mit einem sonderbaren Blick zu mir setzte er hinzu »Ich nehme an, der Herr ist ein Freund von Ihnen, Herr Lämmle, und ohne die Antwort abzuwarten, er soll ebenfalls mit hereinkommen.« Wir folgten dem breitschultrigen Schultes. Er öffnete beide Flügel des Kirchenportals und stürmte hinein. Der Schulmeister und ich folgten, während die schöne Gretel meine Begleiterin zurückhielt und zur Seite zog. Am Altar und zu beiden Seiten an den kleinen Seitenaltären, die der Mutter Gottes gewidmet waren, brannten je zwei Kerzen. Der Rest der Kirche lag im Dunkeln, erhellt nur von dem Schein der Sturmlaterne, die der Schulmeister in der Hand trug und vor sich ausgestreckt hielt. Auf den Stufen vor dem Altar kniete ein Mann in einer schwarzen Soutane. Als wir herangeeilt waren, erhob er sich und drehte sich langsam zu uns um. »So eilig, meine Herren«, sagte er mit einer eher hohen und etwas krächzend klingenden, aber durchaus festen Stimme. Es war nicht der Mönch, den wir erst heute Nachmittag in dem Portal des Gotteshauses hatten stehen sehen. Es war der gestringe Herr Pfarrer, der schon eine Weile am Orte seine Schäflein betreute und über sie wachte. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 13 Die zwei Freundinnen »Komm«, sagte Sonja zu des Schulmeisters Frau, »wir verschwinden hier, rasch!« Die schöne Gretel sah sie ratlos und irritiert an. »Na los doch, ich hab da ein ganz ungutes Gefühl«, wiederholte sie. »Aber was meinst du denn?« »Das da drin ist nicht derselbe Pfarrer, wie der, den wir heute Mittag im Keller des Schulhauses gesehen haben. Es ist euer alter Pfarrer, hier ist irgend etwas faul.« »Aber wohin willst du denn?« »Zu dir nach Hause, schnell!« »Zu mir nach Hause? Ich verstehe nicht.« »Vielleicht irre ich mich ja, aber wenn nicht, dann wirst du verstehen. Komm jetzt!« Die schöne Gretel, die noch nie eine Frau mit solcher Entschlossenheit hatte sprechen hören, drückte das Bündel, das sie trug, fester an sich und folgte Sonja auf dem Fuße. Niemand beachtete sie, und nur wenige Sekunden später waren sie aus der Aufmerksamkeit und im Schatten der Nacht verschwunden. Sonja, die einen erstaunlich guten Orientierungssinn besaß, eilte voran, und immer wenn die Gretel zurückzubleiben drohte, hielt sie inne und ließ sie herankommen. Kaum fünf Minuten später betraten sie durch den Hintereingang schwer atmend die Küche. Die Hausherrin wollte die Kerzen anzünden, aber Sonja hielt sie zurück. »Lieber nicht«, sagte sie zischelnd, »sagt, Gretel, kannst du mit einer Waffe umgehen?« »Ich war ein paar Mal mit einem Jäger aus der Stadt in den Wäldern, am Albrand unterwegs«, antwortete sie, »und er hat mich einige Male mit seinem Gewehr schießen lassen.« »Meinst du, du kommst mit einer Handfeuerwaffe ebenso zurecht?« »Waffe ist Waffe, oder?« »Na ja, nicht ganz«, meinte Sonja, »aber es reicht völlig, wenn du nicht hilflos wirkst damit. Ihr nimm!« Mit diesen Worten drückte Sonja der Hausherrin die Handfeuerwaffe in die Hand, die der Mönch hatte zurücklassen müssen, als er verschwand. Sie hatte sie in weiser Voraussicht eingesteckt. »Und nun?« fragte die schöne Gretel. »Jetzt warten wir«, antwortete Sonja. »Setz dich hier drüben in die Ecke, rechts neben dem Ofen, da ist es dunkel. Aber vorher leg deine kleine Tochter in die Wiege. Schläft sie noch?« »Tief und fest!« »Also dann!« Das Schulmeistersfrau begriff noch immer nicht, auf was die ganze Aufregung hinauslaufen sollte, tat aber wie ihre heißen und nahm schließlich in der dunklen Ecke, rechts vom Herd, Platz und war nicht mehr zu sehen. Sonja indeß nahm einige der Tücher, die sie in einer der Schubladen des Küchenschrankes wußte, in die Hand, wickelte sie zu einem Bündel zusammen und nahm sie in den Arm, ganz so, als trüge sie ein Neugeborenes. Dann nahm sie im Schaukelstuhl neben der Hintertüre Platz. Es wurde still. Entfernt drangen vom Platz vor der Kirche noch vereinzelte Rufe an ihr Ohr, aber ansonsten war es vollkommen still. Fünf Minuten vergingen, zehn Minuten. Schließlich scharrte des Schulmeistersfrau mit den Füßen und zischte leise »Auf was warten wir denn?« »Psst«, gab Sonja zurück und schaukelte etwas heftiger. Plötzlich vernahmen die beiden Frauen Geräusche. Es waren Schritte, die auf dem Kies des Weges hinter dem Hause entstanden, als jemand sich dem Hause heimlich näherte. Ein leises Knarzen ertönte, und Sonja konnte im sanften Licht des hereinscheinenden Mondes erkennen, wie die Thürklinke herabgedrückt wurde und die Thüre sich mit einem vernehmlichen, aber leisen Quietschen in den Angeln bewegte. Die Spannung wollte den beiden Frauen unerträglich werden. Schließlich trat ein Schatten herein, schien kurz eine Weile sich zu orientieren und begann dann mit ruhiger, tiefer Stimme zu sprechen. »Wenn Euch Eure Tochter und Euer Leben lieb sind, werte Frau Lämmle, dann bleibt jetzt ganz ruhig sitzen.« »Das hast Du Dir so gedacht, Du Schwachkopf!« ertönte Sonjas Stimme, und sie sprang das Bündel ihm entgegenwerfend auf. Das Schulmeistersfrau sah ein helles, punktuelles Licht und hörte ein Britzeln dazu wie am Nachmittag. Dann war ein dumpfer Schlag zu hören und ein vernehmliches Stöhnen. »Ich glaube, Du kannst jetzt ein Licht anmachen, Gretel,« hörte sie Sonjas Stimme nach ihr Rufen, erhob sich und zündete einige Kerzen und eine zweite Petroleumlampe an, bis der Raum hell erleuchtet war. Auf dem Boden lag bei euch links ein Mann mit schwarzen Haaren. Die Hände waren mit denselben Bändern verschmiert, mit welchen er auch am Mittag schon gefesselt worden war, und Sonja war gerade dabei, dasselbe auch mit seinen Füßen zu tun, als der Fremde sich heftig wehrend mit den Füßen austrat und Sonja in die Ecke zwischen der Hintertüre schleuderte, wo sie mit einem Stöhnen an der Wand niedersank. »Wenn Ihr Euch nicht auf meinen frischgebohnerten Boden auszubluten wünscht, werte Herr,« sprach die schöne Gretel mit fester Stimme, »dann rate ich Euch dringlich, Euch wieder auf den Boden zu legen, und zwar hurtig, wenn ich bitten dürfte. Ich möchte nur ungern Euer Blut aufzuwischen haben, aber ich werde keinen Augenblick zögern.« Die Gestalt erstarrte, ließ sich auf die Knie nieder und setzte sich. Die schöne Gretel hatte die Waffe mit beiden Händen umklammert und stand da wie ein Racheengel mit zornblitzenden Augen. Sie ging in großzügigem Abstand um den unheimlichen Besucher herum, so daß dieser keine Chance hatte, sie zu überraschen, und zog eine Augenbraue hoch, als sie ihm ins Gesicht blicken konnte. »Ihr schon wieder, werter Bruder Egidius?«, sagte sie scharf, und ihre Hände, die die Waffe schußbereit umklammert hielten, zitterten vor Wut. Sonja war inzwischen wieder zu sich gekommen, schüttelte den Kopf und erhob sich langsam wieder auf die Beine. »Geht's Dir gut?«, fragte die schöne Gretel ihre Freundin, ohne den Blick von dem unerwünschten Besucher abzuwenden. »Geht schon,« antwortete Sonja, noch immer ein wenig matt, aber mit fester Stimme. »Ich denke, Du wirst ihm nun die Beine binden können. Ich werde ihm ein zweites Loch zum Atmen in die Brust schießen, wenn er auch nur zuckt.« Sonja blickte des Schulmeisters Frau mit großen und bewundernden Augen an und lächelte. Dann machte sie einige Schritte auf Egidius zu, stets darauf achtend, nicht zwischen ihn und seinen Racheengel zu geraten. »Was hast Du Dir wohl so gedacht, Junge, hm? Dachtest wohl, da ist niemand zu Hause. Und selbst wenn, dann sind es nur die verängstigten hilflosen Weibsbilder und das Balk da, weil Du die Männer in die Kirche gelockt hast.« »Woher?« knurrte Egidius die Frage unvollendet lassend. »Ich kenne jemand, der Geschichten schreibt, und Du könntest glatt aus seiner Feder stammen. Beine ausstrecken!«, befahl sie, und der Mann gehorchte nach einem zögernden Blick auf des Schulmeisters Frau. Mit einer solchen Gegenwehr hatte er tatsächlich nicht gerechnet, und er ergab sich der offenkundigen Ausweglosigkeit. Sonja schnürte seine Beine erst knapp oberhalb der Knie und schließlich an den Füßen auf Höhe der Knöchel mit denselben Plastikbändern zusammen, von denen sie ebenfalls am Nachmittag einige eingesteckt hatte. Dann trat sie hinter den Mann, ergriff ihn unter den Armen und zog ihn bis gegen die Wand neben der Hintertüre, wo sie ihn unsanft losließ. Er stieß deutlich hörbar den Kopf an dem harten Holz an, und die Frauen hörten, wie er zischend Luft einatmete, aber sonst ließ er keinen Laut vernehmen, starrte die beiden Frauen, die ihn solcher Art übertölpelt hatten, nur mit feindseligen Blicken unter seinen buschigen Augenbrauen hervorahnen. Sonja und Gretel standen nebeneinander vor ihm und blickten auf ihn herab. Seine Augen huschten von einer zur anderen. Das Schulmeisters Frau hielt noch immer die Waffe mit beiden Händen umklammert, wirkte nun aber deutlich entspannter. Man konnte ihr anmerken, daß sie der Situation mehr Interesse als Angst entgegenbrachte. »Woher kommst du?« fragte Sonja. »Ihr seid euch ja verteufelt ähnlich, meine Damen!« erwiderte der Gefangene, ohne auf Sonjas Frage einzugehen. »Stammst du wirklich aus dem dreizehnten Jahrhundert?« fragte Sonja weiter. »Habt ihr euch noch nicht die Frage gestellt, warum ihr euch so ähnlich seid?« ignorierte der Gefangene weiter Sonjas Fragen. »Woher weißt du so viel über moderne Geräte?« stellte Sonja ihre dritte Frage. »Aber ihr seid noch nicht komplett, richtig? Eine fehlt noch im Bunde. Zweimal drei!« »Was faselt ihr da, Herr?« fragte nun des Schulmeisters Frau. »Was hat das zu bedeuten?« »Ihr wißt es nicht?« antwortete der Gefangene und lachte, aber egal, welche Frage die Frauen ihm auch stellten, eine Antwort bekamen sie nicht. Er wiederholte mit einem hämischen Grinsen nur immer wieder die Worte »ZWEIMAL DREI!« Mehr war nicht aus ihm herauszubringen. »Vielleicht sollte ich ihn einfach erschießen, wie einen tollwütigen Hund«, sagte die schöne Gretel, die den am Boden liegenden nicht verzeihen konnte, daß er nicht nur ihres, sondern auch ihre Tochter Leben bedroht hatte. »Ich würde ja noch gerne versuchen, das eine oder andere aus ihm herauszubringen«, antwortete Sonja, »und ich würde ihn gerne den Männern zeigen. Immerhin, wir haben da einen unerwartet fetten Fisch an der Angel, aber wenn du ein Licht bemerkst, das von ihm ausgeht, Gretel, dann kannst du ihn erschießen, oder doch wenigstens in die Beine schießen. Zögere nicht, wenn es so weit ist, er ist verwundbar, wenn seine Rückreise beginnt.« Des Gefangenenblicks wirkte zweifelnd. Nicht an den Frauen zweifelte er, denn er hatte wohl begriffen, daß er sich in ihnen getäuscht hatte. Zu nachlässig war er gewesen, und das ärgerte ihn. Er zweifelte an sich selbst, und das machte ihn unsicher. Er schwieg fortan, denn er spürte, daß jedes weitere Wort seine dunklen Pläne vereiteln mochte. Die beiden Frauen hatten ihre Bemühungen, mit ihm zu reden, aufgegeben, und schwiegen ebenfalls, ließen ihren Gefangenen jedoch keinen Augenblick aus den Augen. Endlich, es schien eine kleine Ewigkeit vergangen zu sein, hörten sie Stimmen und Schritte von hinter dem Haus herannahmen. E. A. Poe Productions liest Glocken zu solcher Stunde? Was ist passiert? Ich blickte den Schulmeister an, und jener erwiderte meinen Blick, jedoch birgte auch er mehr fragend, ob des Grundes, warum zur Nachtstunde die Kirchenglocken geläutet wurden, als daß er sich verwirrt gezeigt hätte darüber, daß der Pfarrer, der ihn schon durch sein vergangenes Abenteuer begleitet hatte, nun plötzlich wieder vor ihm stand. Der Pfarrer indeß antwortete der Frage des Schuldes mit ruhiger Stimme, »Ich weiß nicht recht, was über mich gekommen ist, werter Herr Ortsvorsteher. Ich hatte einen wirklich eigenartigen Traum, aus welchem ich erwachte, und verspürte den unwiderstehlichen Drang, die Glocken zu läuten, als ich aus diesem erwachte.« Bei diesen Worten wanderte sein Blick zwischen dem Schulmeister und mir hin und her. Es ging eine ganze Weile so, und der Schuldes wollte sich schon anschicken, ihn bei den Schultern zu ergreifen, ihn zu schütteln, als er weitersprach. »Wer ist denn Euer Begleiter, werter Herr Schulmeister?« Der Schulmeister schwieg einen Augenblick, denn er hatte mit dieser Frage nicht gerechnet, antwortete aber schließlich, »Der Herr ist mein Freund Edgar Allan Poe, aus dem fernen Heidelberg, Herr Pfarrer.« »Edgar Allan Poe?« entgegnete der Pfarrer und nickte mit dem Kopf. »Es will mir scheinen, als habe ich diesen Namen schon einmal gehört. Doch sei's drum, Ihr könntet beinahe ein älterer Bruder unseres gelehrten Herren sein, werter Herr. Habt Ihr auch an der Hohen Schule zu Heidelberg studiert?« Nun war es an mir, einen Moment zu zögern. Tatsächlich hatte ich selbst nie eine Universität von innen gesehen, und auch die Tatsache, daß er, der ja ebenso wie all die anderen meine Schöpfung war, mich anzusprechen geruhte, erschien mir derart zu real, daß ich zunächst überlegen mußte, was ich ihm zu antworten wagen könnte. Vektion hin oder her, aber die Situation, in welcher ich mich befand, war durchaus real und Vorsicht schien angeraten. Schließlich antwortete ich, »Ganz recht hochwürden. Doch bei mir ist es schon eine Weile her, daß ich die Ehre hatte, selbst dort studieren zu können. Heute«, bei diesen Worten legte ich meine rechte Hand auf die Schulter des Schulmeisters, »habe ich die Ehre, daß Gelärmte meinen getreuen Studenten näherbringen zu dürfen.« Ich sah dem Pfarrer in die Augen, die aufmerksam blitzten, aber weder Mißtrauen noch Feindseligkeit erkennen ließen. Mich beschäftigte die Frage, wo er hergekommen und was dort mit ihm passiert sein mochte. So fragte ich ihn, einem inneren Impulse folgend, »Darf ich Euch Fragen hochwürden, was Ihr für einen Traum hattet?« Ich spürte unter meiner rechten Hand den Schulmeister ein wenig erbeben und drückte als Zeichen, er möge nichts einwenden, seine Schulter und ließ dann die Hand sinken. »Ja, ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll, werte Herr«, begann er, mit nachdenklicher Stimme zu sprechen. »Es will mir scheinen, ich war gerade dabei, die Messe vorzubereiten, als mich eine unwiderstehliche Müdigkeit umfangen haben muß.« Wieder schwieg er einen Moment, als müsse er seine Gedanken ordnen. »Ich vermag nicht zu sagen, ob ich einschlief. Und doch, nun jedenfalls umfing mich ein heiles Licht und ich fand mich an einem völlig veränderten, wunderlichen Orte wieder. Ein fast dunkler Raum, nur spärlicher Held, nur ein karges Lager.« Es machte dem Herrn Pfarrer sichtlich Mühe, seine Gedanken zu ordnen, und ich konnte kleine Schweißperlen auf seiner Stirne erkennen. »Da war ein Mann. Ja, ein Mönch, ein Mönch mit blitzenden Augen, die unter dicken, buschigen Augenbrauen hervor mich ansahen. Ja, jetzt erinnere ich mich wieder.« »Hat der Mönch zu Euch gesprochen, Hochwürden?« fragte ich weiter. »Ja, er hat gesprochen. Doch er schien nicht mit mir zu sprechen. Oder doch? Ich konnte ihn kaum verstehen. Er murmelte mehr vor sich hin, als daß er sprach, und das tat er in einer seltsamen Sprache.« »Ihr meint, er sprach kein Deutsch?« fragte ich. »Doch, das tat er, aber es war ein seltsames Deutsch.« Wieder trat eine Pause ein, während der der Pfarrer nachdachte. Der Schultes, der der ganzen Szene wortlos gefolgt war, blickte nun zu dem Schulmeister und mir, und es machte den Eindruck, als wären nun mehr wir als das wunderliche Verhalten des Pfarrers, der Anlaß, der seine Aufmerksamkeit erregte, aber er sprach kein Wort. »Es klang irgendwie altmodisch,« fuhr der Pfarrer nun fort, »und er schien von Euch zu sprechen, Herr Schulmeister.« Der Pfarrer sah nun mit einem Blick, als sei er gerade aus tiefem Schlummer erwacht, dem Schulmeister ins Gesicht. »Ja, er sprach von Euch. Er sprach auch von jemandem, der Euch so ähnlich sei.« Wieder stockte er in seiner Erzählung für einen Moment, und sein Blick wandte sich mir zu. »Ich kann mich nicht mehr erinnern, was er sagte. Er murmelte mir, wie ich schon sagte. Doch es machte den Anschein, als spreche er von der Zeit. Wirklich wunderlich, in der Tat.« »Und was passierte dann Hochwürden?« Suchte ich den Pfarrer, zum Weitererzählen zu bewegen. »Es ist alles so dunkel in meiner Erinnerung. Doch er verschwand aus dem Raum und kam nach einer Weile zurück und bot mir einen Becher Wein zu trinken. Der Wein schmeckte scheußlich. Nun, ich trinke nicht viel. Dann wurde es plötzlich wieder hell, alles war weiß um mich herum, und dann fand ich mich hier am Altar stehend wieder, und hatte das dringliche Verlangen, die Glocken zu läuten.« »Wie lange hat das alles gedauert, Hochwürden?« fragte ich weiter, und ich fühlte eine Unruhe in mir aufsteigen, die ich nicht zu erklären vermochte. »Das vermag ich unmöglich zu sagen, werter Herr«, antwortete er, »es können Minuten gewesen sein, aber auch Stunden oder Tage, ich erinnere mich nicht. Es war wie ein Traum. Ja, es muß ein Traum gewesen sein, was hätte es sonst sein können?« Das ungute Gefühl, das mich beschlich, wurde mit jedem Augenblick intensiver, und ich hatte das dringende Gefühl, sofort und ohne Zögern etwas unternehmen zu müssen, doch noch wußte ich nicht was. Hochwürden hatte ohne Zweifel dieselbe Zeitreise getan, wie ich selbst auch, doch er ahnte nicht das Geringste davon. Für ihn und sein Weltbild muß es tatsächlich wie ein wirrer Traum, ein Albtraum gewirkt haben. Doch er war Aegidius, dem seltsamen Zeitreisenden, begegnet, und als mir dieser Name wieder durch den Sinn ging, durchfuhr es mich wie ein Blitz. Das hier war nicht mehr als ein Ablenkungsmanöver. Für einen Menschen, der die Zeit durchreiste, gab es keinen linearen Zeitablauf, und die einzige Erklärung, die hier zu passen schien, war die, daß er den Pfarrer aus seiner Zeit genommen hatte, um ein Ablenkungsmanöver in Szene setzen zu können. Aber zu welchem Zweck? Mir rasten die Gedanken und Fragen durch den Kopf, und ich mußte mich an den Schulmeister anlehnen. Mir schwindelte. Doch dann klärten sich meine Gedanken, wurden logischer. Was für die Dörfle ein paar Tage gedauert hatte, kann für den heiligen Mann allenfalls einige Stunden gewesen sein. Einige Stunden seit unserer Begegnung mit dem seltsamen Zeitreisenden und seinem nicht minder wunderlichen Verschwinden. Der Schluß lag auf der Hand, daß jener sich von uns den Zugang zu seinem Vorrat an Tränken nicht kampflos würde verwehren lassen, aber wenn er in den Keller der Schule zurückgekehrt war, dann hatte er diesen, um eben diese erleichtert, vorgefunden und sich ohne Zweifel die Frage gestellt, wohin sein Schatz gelangt sein mochte. Diese Erkenntnis durchzuckte mich wie ein Blitz. »Komm schnell, mein Freund«, stieß ich hervor und zog den Schulmeister am Ärmel. »Bitte entschuldigen Sie uns, meine Herren«, sprach ich mit aufgeregter Stimme zu den beiden Dorfhonerationen und zog den Schulmeister hinter mir her, während ich aus der Kirche eilte. »Was ist denn los?«, fragte er, nicht wenig verwirrt. »Wir müssen zu dir nach Hause.« Vor dem Kirchenportal blieb ich kurz stehen und sah mich nach meiner Begleiterin und der Frau des Schulmeisters um, konnte diese aber nirgendwo entdecken. »Was war hier passiert?« »Wo sind die Frauen?«, stieß ich fragend hervor und sah den Schulmeister an. »Ich kann sie nirgendwo entdecken«, antwortete dieser, während er sich umsah. »Mich überkam eine Ahnung, die mich wie ein heißer Schrecken durchfuhr, und ich zog den Schulmeister mit mir durch die Menge der Dörfte die Treppen der Kirche hinab.« »Was ist denn los, werter Freund?«, fragte er, während ich ihn, immer noch am Arme haltend, hinter mir herzog. »Ich befürchte, meine Freundin hat da grad etwas ebenso Mutiges wie Dummes im Sinne,« antwortete ich und atmete schwer vor Anstrengung. »Wir eilten durch das Dunkel der Nacht, denn in der Eile hatten der Schulmeister die mitgeführte Laterne in der Kirche stehen lassen, doch beleuchtete der inzwischen aufgegangene Halbmond die Landschaft spärlich, so daß wir unseren Weg dennoch zu finden vermochten. »Ich verstehe nicht«, hechelte der Schulmeister, der nun zu meiner Seite aufgeschlossen und sich aus meinem Griff befreit hatte, »was meinst du damit, sie hat etwas Dummes und Gefährliches vor? Es besteht doch keine Gefahr?« »Ich bin mir nicht sicher, mein Freund«, antwortete ich, »aber ich habe so eine Ahnung.« Inzwischen waren wir beinahe am Haus des Schulmeisters angelangt und näherten uns auf der rückwärtigen Seite der Hintertüre, die zum Dorf hinabwies. »Was glaubst du, ist denn passiert?«, fragte er, und seine Stimme klang unsicher. Die Unruhe, die sich von mir auf ihn übertragen hatte, brach sich nun, da wir in der Nähe seines Hauses angekommen waren, allmählich bahn. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete ich, »aber wir müssen jetzt still sein, besser man hört uns nicht sofort, falls man uns nicht schon längst gehört hat.« Wir versuchten, möglichst wenig Geräusche zu machen, während wir uns dem Hause näherten, doch in jenen Tagen lag die Landschaft in einer solch allumfassenden Stille, daß man den Flügelschlag eines Sperlings hätte hören können. Uns völlig geräuschlos an das Gebäude anzunähern, war daher nur von geringem Erfolg gekrönt, und unsere Eile trug ihr Übriges dazu bei. Endlich standen wir vor der Hintertüre, die ein wenig offen stand. Die Küche des Hauses war von mehreren Kerzen erleuchtet, als wir schweißgebadet und außer Atem eintraten. Die schöne Gretel und Sonja standen dicht beieinander, und ersterer hatte die Schußwaffe, die wir dem unheimlichen Mönch erst am Nachmittag abgenommen hatten, mit beiden Händen umklammert. Beide machten jedoch einen ruhigen und entspannten Eindruck. »Die Herren kommen spät«, sagte Sonja und wandte uns lächelnd ihren Blick zu. »Wir haben Besuch bekommen, während Ihr Euch im Dorfe vergnügt habt.« Der Schulmeister und ich traten nun einen Schritt vor und warfen einen Blick hinter die Thüre auf die Stelle, auf die sich auch die Aufmerksamkeit der beiden Frauen gerichtet hatte, und das sahen wir ihn, wie ein Kutschpaket verschnürt. Mit wuthblitzenden Augen in der Ecke zwischen der Thüre und dem Küchenbuffet sitzen, die Arme hinter dem Rücken und die Beine doppelt gebunden. Er sah uns direkt an, und seine Wuth schien ihn rasend machen zu wollen, doch er war unfähig, sich zu regen. »Um Himmels Willen«, rief der Schulmeister, als er den ungebetenen Gast hinter der Thüre erspäht hatte, ging auf seine Frau zu und drückte sie fest an sich. »Ist Dir etwas passiert, und der Kleinen?« Sein Blick wanderte herum seine Tochter suchend. »Mir ist nichts passiert,« antwortete Gretel völlig ruhig, »aber meine Freundin Sonja hat wohl eine Kleinigkeit abbekommen.« Ich war in der Zwischenzeit ebenfalls ganz hereingekommen, ging auf Sonja zu, und als das Schulmeister Frau sprach, nahm ich ihre Hand und fragte, »Ist Dir etwas passiert, meine Liebe? Hat er Euch angegriffen?« »Er hat es versucht, immerhin, und ich glaube, ich habe ein paar blaue Flecken abbekommen,« antwortete sie. »Wo?« fragte ich instinktiv und wollte sie sogleich untersuchen. »An einem Ort, den Du bitte nicht hier untersuchen solltest, mein alter Poet,« sagte sie, grinste und rieb sich mit beiden Händen den Hintern. Die schöne Gretel lächelte und sah verlegen zu Boden. »Aber sie hat ihm kräftig eingeheizt,« fiel nun des Schulmeisters Frau wieder ein. Ihr Mann sah sie erstaunt an. »Wie sprichst Du denn, meine Liebe?« fragte er, doch wenn er hatte einen Vorwurf in seine Frage legen wollen, hätte es kaum weniger gelingen können. Viel zu froh war er, seine Frau wohlbehalten anzutreffen. »Ich fürchte, ich habe keinen sonderlich guten Einfluß auf Deine Frau gehabt, lieber Gottlieb,« antwortete statt ihres Sonja und grinste erst den Schulmeister und dann mich an. »Woher wußtest Du, daß so etwas passieren würde?« fragte mich der Schulmeister, als er sich von seinem Schrecken erholt hatte. »Ich hatte so eine Ahnung,« sagte ich, »und wie es den Anschein hat, war ich nicht der Einzige, der Lunte gerochen hat,« fügte ich fragend hinzu und blickte in Sonjas schönes Gesicht mit den ungewöhnlich roten Wangen. »Na ja,« antwortete sie, »als Ihr da in die Kirche reingegangen seid, hatte ich das unbedingte Gefühl, daß das nicht rein zufällig geschieht, und ich wußte irgendwie, daß hier im Haus unseres Freundes etwas passieren wird.« »Das ist ja ein wunderschönes Familientreffen,« knurrte verächtlich der Gefesselte und rollte mit den Augen. »Geradezu widerlich und blasphemisch dazu.« »Ich habe den Eindruck, man möchte sehr leicht viel mehr Blasphemisches in dem sehen, was Du mit der Zeit anstellst, werter Freund,« sprach ich nun, mich dem Mönch oder was immer er sein mochte, zuwendend. »Du könntest von der Blasphemie Abstand nehmen, wenn Du uns sagtest, woher Du kommst.« »Das werde ich Euch gerade sagen,« knurrte er mich an, und ich empfand durchaus Respekt vor diesem Manne, ob schon er gefesselt am Boden lag und sicher eines Angriffes nicht fähig gewesen wäre. Immerhin hatte er sich schon einmal befreit, niemand vermochte zu sagen, ob er dies nicht ein weiteres Mal schaffen würde. Wir versuchten abwechselnd noch eine Weile ihm irgendwelche Informationen über seine Absichten oder seine Herkunft zu entlocken, aber vergeblich. Er zischte, knurrte und drohte zwar immer wieder, doch brauchbare Informationen bekamen wir keine. Ziemlich sicher waren wir uns nur in einem Punkt. Ein Mann des frühen neunzehnten Jahrhunderts war er nicht. Dagegen sprach einfach zu viel. Aber da wir uns nicht sicher sein konnten, blieben alle Möglichkeiten nach wie vor gleich wahrscheinlich. Nach all den Geschehnissen der letzten Stunden wollten wir uns über das Erlebte austauschen, beraten, was zu tun sei und wie man der Herkunft des Zeitreisenden habhaft werden konnte, aber das in seiner Anwesenheit zu tun, erschien ebenso wenig ratsam. Solange wir keinen Zugriff auf ihn zu nehmen vermochten, war es besser, ihm keine weiteren Informationen zu liefern. Alleine mochte ich ihn aber auch nicht lassen, denn ich hatte eine Idee, wie ich sein beharrliches Schweigen vielleicht nutzlos machen konnte, sprach aber nicht mit den anderen darüber. Ich drang schließlich darauf, dem Gefangenen Augen und Ohren zu verbinden, so daß er uns nicht oder doch immerhin nur unter erschwerten Bedingungen belauschen konnte. Nun sollte sich einmal mehr mein mitgeführtes Handy als recht brauchbar erweisen. Nachdem wir ihm ein blickdichtes Tuch vor die Augen gebunden und reichlich Lauch aus der schulmeisterlichen Küche in die Ohren gestopft hatten, packte ich meinen kleinen Alleskönner aus, wählte meine Musik-Playlist aus und startete sie. Man mag über den Klang von den winzigen Lautsprechern dieser Geräte sagen, was man will, doch es steht außer Zweifel, daß sie eine Menge Krach zu machen verstehen. So erschraken der Schulmeister und mehr noch seine ansonsten unerschrockene Frau, wenn auch weniger über die Lautstärke, als über die Musik, die sie nun zu hören bekamen. Selbst Sonja blickte ein wenig irritiert zu mir herüber. »Wie«, sagte ich scherzhaft zu ihr, »du kennst alle meine Geschichten, folgst mir seit dem letzten Sommer oft fitter und weißt nicht, daß ich eine heimliche Vorliebe für Motorhead habe?« Sie lächelte gequält. Der Schulmeister und seine Frau sahen mich erst mit großen Augen an, dann wechselten sie zu Sonja und schließlich auf mein Handy, daß, eine Menge veritablen Krachs verbreitend, unweit des Mönchs auf dem Boden lag und Schwermetallisches in das beschauliche Ambiente des neunzehnten Jahrhunderts blies. Doch wie das mit den modernen kleinen Krachmachern so ist, was aus der Nähe eine enorme Lautstärke erscheint, ist schon einen Schritt weiter entfernt, nur noch ein dünnes Gekrächze, und so konnten wir uns nahezu ungestört unterhalten, als wir am Tische Platz nahmen. So begann ich dennoch leise zu sprechen. »Ich habe eine Idee, wie ich möglicherweise herausbekommen kann, woher unser Freund wirklich stammt.« »Wie?« fragte Sonja augenblicklich, aber ich antwortete auf diese Frage nicht und fuhr stattdessen an sie gewandt fort. »Du wirst einstweilen hierbleiben, meine Liebe.« Sie sah mich mit großen, erstaunten Augen an und wollte etwas erwidern, doch ich sprach weiter. »Wenn ich bis morgen Mittag, wenn unser Tränklein seine Wirkung verliert, nicht zurück bin, dann tue gar nichts. Kehre in unsere Zeit zurück und warte in meiner Wohnung auf mich.« Mit diesen Worten reichte ich ihr meinen Schlüsselbund. Sie nahm ihn mit zweifelndem Blick entgegen und sagte, »Was immer du vorhast, Eddie, glaubst du, das ist eine gute Idee?« »Es ist schon eine gute Idee, wenn man nur lange genug darüber nachdenkt,« antwortete ich, den Mund zu einem schrägen Grinsen verzogen. Nun wandte ich mich an den Schulmeister. »Es war in der Tat sehr beeindruckend, euch beide mal in Aktion zu erleben, werter Freund, und vielleicht sehen wir uns ja noch einmal, bevor alles zu Ende ist. Doch nun glaube ich, es ist das Beste, ich schlüpfe wieder in meine eigenen Beinkleider.« Der Schulmeister nickte, und wir verließen gemeinsam den Raum, während die beiden Frauen unseren Gast im Auge behielten. Rasch hatte ich meine Jeans wieder angetan und alle meine Mitbringsel wieder in den Taschen verstaut. »Was hast du vor, mein cleverer Freund aus der Zukunft?« fragte der Schulmeister, den von Sonja angestoßenen Gedanken fortführend. »Ich werde dem Mönch Egidius in seine Zeit folgen.« »Und bist du dir sicher, daß das so funktioniert, wie du dir das überlegt hast? Was, wenn er gar nicht in seine eigene Zeit zurückkehrt?« »Das ist natürlich sehr wohl möglich,« antwortete ich und fuhr fort. »Aber es spricht einiges dagegen. Es liegt in der Natur des Menschen, in ein Vorhaben wie dieses, von einem Punkt aus hineinzuspringen, welchen man gut kennt. Und da er ganz offensichtlich Beute zu machen gedachte, wo wäre diese Beute besser aufgehoben als bei ihm selbst in seinem eigenen Zuhause?« »Nein, ich sehe wohl einige Unsicherheiten, aber ich glaube dennoch, daß der direkte Weg dorthin führt, wo er in seiner natürlichen Umgebung ist. Sicher wissen werde ich es aber erst, wenn ich ihm gefolgt bin.« Während wir uns solcher Art unterhielten, kehrten wir zu den Frauen in die Küche zurück. Ich hob mein Handy wieder vom Boden auf, und man konnte deutlich das Seufzen der Anwesenden hören, als ich den Krach abschaltete. Ich schaltete es aus, steckte es in meine Jackentasche und setzte mich zu den anderen an den Tisch. Die Zeiger der schulmeisterlichen Uhr waren inzwischen auf die Geisterstunde vorgerückt, und wir hatten die vergangenen Stunden mit oberflächlichen Gesprächen zugebracht. Die schöne Gretel wollte von Sonja einiges wissen über die Art, wie sich die Frauen in ihrer Zukunft kleideten, und wie es um ihre Rechte bestellt sei, und der Schulmeister fügte immer wieder Fragen ein über die Weise, wie die Welt sich verändern würde, und zu welchen Errungenschaften es die Menschen noch treiben mochte. Doch während Fragen zu zukünftigen Modefrisuren der Frauen wenig bis gar nichts am Ablauf der Zeit zu ändern vermochten, war es bei Fragen zu technischen oder gesellschaftlichen Entwicklungen schon ein wenig anders, und auch wenn es unwahrscheinlich erschien, daß ein Schulmeister aus dem kleinen Weilerboll je zu einer Stellung kommen sollte, die es ihm möglich machte, in den Ablauf der Dinge einzugreifen, hielt ich meine Antworten dennoch vage und wenig ins Detail gehend. Stattdessen befragte ich die beiden in dieser Zeit heimischen immer wieder nach den Alltäglichkeiten des dörflichen Lebens jener Tage und wie sie den Widrigkeiten des Lebens zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts zu begegnen pflegten. Doch was ich auch fragte, und welche Antworten ich auch bekam, stets wollte es mich deuchen, als wisse ich die Antwort bereits. Ich kann nicht begründen, wie es sein kann, daß ich mich mit Geschöpfen unterhalte, die ich selbst erschaffen habe, und noch weniger, welches Gefühl es mir vermittelte, wenn ich ihre Reaktion und Antworten auf meine Fragen hatte. Und doch, so wie mich manches überraschen konnte, was ich mir selbst während meiner nächtlichen Spaziergange erzählte, so überraschte mich auch so manches, was ich in diesem Abend erfuhr. Die Art und Weise, wie ich mit dem Geschirr nach dem Essen verfuhr und was ich über Gepflogenheiten jener Tage in Folge erfahren hatte, gehörte beispielsweise zu den für mich überraschendsten Erkenntnissen, und dennoch blieb zu vermuten, daß auch dies meiner ureigensten Erfahrung entsprungen war. Wie Ihr seht, noch immer gab es in mir grundlegende Zweifel daran, mich in einer Realität zu befinden, statt in einem Traum. Die Stunden, die ich inzwischen im Jahr 1829 zugebracht hatte, hatten daran nur wenig geändert. Wie immer, wenn man auf etwas Bestimmtes wartet, scheint die Zeit wie durch Honigwarten zu vergehen, und wenn das erwartete Ereignis eintrifft, dann geht alles sehr schnell. So ging es auch mir nun. Gerade eben noch hatten wir in beschaulicher Runde am Tisch des Schulmeisters gesessen und uns zwanglos unterhalten, und schon im nächsten Augenblick war der Raum durchflutet von einem unwirklichen Licht, das aus der Ecke kam, in welcher wir den unerwünschten Gast niedergelegt hatten. Ich sprang auf. »Kehre zurück, wie vereinbart!« rief ich Sonja noch einmal ermahnend zu, sprang auf und warf mich auf den Mann namens Egidius. Dann ging alles sehr rasch vonstatten. Im Nu fand ich mich eingehüllt in ein helles Licht, und es schienen nur wenige Augenblicke vergangen zu sein, als es auch schon wieder dunkel um mich herum wurde. Ich spürte den Körper unter mir, während meine Augen sich langsam an das Dämmerlicht gewöhnten, das uns umgab. Der Mann unter mir versuchte, sich zu befreien, und er hatte sich offenbar, wie beim letzten Mal, der Fesseln, die wir ihm angelegt hatten, entledigt, doch da ich mit dem ganzen Gewicht auf ihm lag, hatte ihm dies wenig Nutzen gebracht. Eilig erhob ich mich, griff in meine Hosentasche und holte den Elektroschocke aus Sonjas Mitbringseln und weitere dieser praktischen Plastikfesseln heraus. »Ich möchte dir raten, keine dummen Sachen auszuprobieren, alter Freund«, sagte ich warnend zu dem noch immer am Boden liegenden, während dieser versuchte, sich aufzurichten. Er schüttelte verwirrt den Kopf. Damit, daß ich versuchen könnte, ihm in seine Zeit zu folgen, hatte er wohl gerechnet, doch daß ich es auf diese Weise versuchen würde, hatte ihn ganz offensichtlich überrascht. So ließ er sich ohne nennenswerten Widerstand fesseln. Einmal mehr pries ich die Vielzahl von Geschichten, die ich in meinem Leben gelesen hatte, und die Ideen, die diese mir mit auf den Weg gegeben hatten. »Wie habt Ihr das gemacht?«, fragte der Mann, und erweckte eher den Eindruck verblüffter Neugier, als den der Wut über seine mißglückte Flucht. »Das ist eine gute Frage, Ägidius«, antwortete ich. »Wichtiger aber erscheint mir die Frage, wo genau wir hier nun sind.« »Das wird Euch nicht gefallen«, notte der Mann vor sich hin, doch schien er nicht in erster Linie wütend, sondern machte vielmehr den Eindruck, als suche er eine tiefe Verunsicherung zu verbergen. E. A. Poe Productions E. A. Poe Productions Kapitel 16 Das Refugium des Mönchs »Wir werden sehen«, erwiderte ich dem Gefesselten, erhob mich und blickte mich um. Es mußte entweder am Abend oder früher Morgen sein, denn es war dämmerig, aber nicht dunkel. Schemenhaft ließ sich der Raum erkennen, und schnell wurde deutlich, daß wir uns in einer modernen Wohnung befanden. Eine moderne Wohnung, die mir nicht wenig vertraut vorkam. Ich stand in einem Raum von vielleicht zwanzig Quadratmetern Größe oder wenig mehr und einer großzügigen Fensterfront, die fast die gesamte Außenwand umfaßte. Ich war auf einen Blick hinaus, und mich erfaßte ein nicht geringer Schrecken, denn der Ausblick, der sich mir bot, war mir nur allzu wohl bekannt. Vor dem Fenster erhob sich ein, das Haus deutlich überragender Laubbaum, schräg gegenüber ein mindestens ebenso hoher Nadelbaum, und in der Ferne erkannte ich in der Dämmerung die markante Silhouette der Burg Hohenzollern und dahinter den Rand des Anstiegs zur Schwäbischen Alb. Auch die Häuser in der unmittelbaren Nachbarschaft waren mir wohl vertraut. Es konnte kein Zweifel bestehen. Ich stand in meiner eigenen Wohnung, auch wenn ich noch nicht alle Räume in Augenschein genommen hatte, aber der Ausblick aus dem Fenster ließ hier keine Zweifel aufkommen. Andererseits unterschied sich das Innere der Wohnung ebenso beträchtlich von der, die ich erst am Mittag verlassen hatte, und es schien hinreichend klar, daß diese Wohnung in dieser Zeit, in der wir uns befanden, offenbar nicht mehr von mir bewohnt wurde. Ich würde also nicht bis in alle Ewigkeit diese Räumlichkeiten gemietet haben. Nachdem ich nun wußte, wo ich mich befand, interessierte es mich brennend zu erfahren, wann wir uns befanden, und auch nicht ganz unwichtig, wie wir hierher gelangt waren. Bei meinen eigenen Reisen durch die Zeit war ich stets nur durch die Zeit, nicht aber durch den Raum gereist, und so auch jedes Mal am Ausgangspunkt in einer anderen Zeit herausgekommen. Das hier war neu und eben deswegen interessant. Doch egal, wie drängend meine Fragen auch sein mochten, ich hegte nur wenig Hoffnung, meinem Gegenspieler die Antworten entlocken zu können, die hier Licht ins Dunkel zu bringen vermochten. Der Mann mit dem Namen Egidius grinste höhnisch. »Ich sagte Euch doch, daß Euch nicht gefallen wird, was Ihr hier vorfindet!« stieß er zischend und etwas belustig klingend zwischen den Zähnen hervor. »Und was habt Ihr nun vor, nachdem Ihr schon mal hier gelandet seid? Es ist Euch doch klar, daß ein lauter Schrei von mir die Nachbarn auf den Plan rufen wird.« Da mochte er wohl recht haben, dachte ich, aber zu meiner Zeit war ich in dieser Wohnung umgeben von durchweg alten Leuten, die allesamt nicht mehr besonders gut hören konnten, und man konnte selbst um Mitternacht ohne weiteres den Fernseher oder die Musik etwas lauter stellen, ohne Gefahr zu laufen, jemandes Aufmerksamkeit zu erregen. Dennoch schien es angeraten, dem Rechnung zu tragen. »Du kannst ja versuchen zu schreien, werter Freund, doch ich möchte es Dir lieber nicht empfehlen. Ich fange nämlich langsam an, die Geduld mit Dir zu verlieren.« Diese Worte hatte ich mit einem drohenden Tonfall gesprochen, und um ihm zu zeigen, daß ich es durchaus nicht als Spaß gemeint hatte, zog ich den Elektroschocke aus der Tasche, den ich mir von meiner wehrhaften Begleiterin ausgeliehen hatte, und hielt ihm diesen vor die Nase. »Inzwischen dürftest Du gelernt haben, was das für ein Gerät ist, und wie Dein Körper darauf reagiert. Zweimal wurdest Du bereits davon lahmgelegt, und vielleicht spürst Du dessen Nachwirkungen noch immer. Zwinge mich besser nicht dazu auszuprobieren, wie viele Schocks Dein Herz noch zu verkraften vermag, bevor Du zur Geschichte wirst.« »Ich werde nicht schreien, keine Sorge«, antwortete er, doch klang es nicht danach, als habe er Angst vor der kleinen, aber feinen Waffe. Vielleicht waren die Nachbarwohnungen ja auch unbewohnt. Ich fragte jedoch nicht danach, zumal ich nicht daran glaubte, von ihm eine brauchbare Antwort zu erlangen. Dennoch mußte ich in Erfahrung bringen, wann wir waren, denn mein weiteres Vorgehen hing davon in Teilen schon ab. »Wo sind wir?« fragte ich ihn bestimmt. »Das habt Ihr noch nicht erraten?« antwortete er mit unverhohlener Häme. Meine Frage durchaus richtig verstehend. Ich hatte den Blick wieder zur Fensterfront gewandt und blickte hinaus. Abgesehen von dem Laubbaum direkt vor dem Fenster, der am Morgen noch winterlich kahl und inzwischen vollständig grün war, schien alles wie immer zu sein. Es hätte ein Jahr vor meinem Einzug oder ein Jahr nach meinem Auszug sein können. Was ich aus dem Fenster sehen konnte, gab keine hinreichende Auskunft. Ich tat einen Schritt zur Linken und blickte hinaus auf den Balkon, doch dieser war leer. Ich wollte eben die Balkontüre öffnen, als ich mir der Gefahr bewußt wurde, in die ich mich womöglich begeben würde. Mich auf sein Wort zu verlassen, erschien mehr als leichtsinnig. Ich trat also zurück und ging an ihm vorbei in die kleine Küche und fand auch schnell, was ich suchte. Einige Lappen und Geschirrhandtücher, mit denen ich ins Wohnzimmer zurückkehrte. »Ihr werdet mir doch nicht den Mund verbinden«, sagte er, und in seiner Stimme hing ein Hauch von Panik. »Was ist los mit dir, Ägidius?«, fragte ich. »Du hast Angst davor, den Mund verbunden zu kriegen?« »Ich habe vor gar nichts Angst«, stieß er hervor, und ich konnte deutlich die anschwellenden Halsschlagadern pulsierend sehen. »Ich kann es nur nicht leiden, etwas von den Mund gebunden zu bekommen.« Er log offensichtlich, denn sein Gesicht war aschfahl, und seine Panik vermochte er nicht zu verbergen. »Und wie sollte ich dich sonst daran hindern, loszubrüllen, wenn ich die Balkontüre öffne?« »Ich werde nicht schreien, ich schwöre.« Für einen Augenblick empfand ich beinahe etwas wie Mitleid mit ihm, denn ich kannte Panikattacken gut und wußte, wie schlimm man sich darin fühlt. Doch dieser Mann hätte kalt lächelnd mein Geschöpf, den Schulmeister, des kleinen Weilers Boll, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wenn ihm der Zufall nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, und allzu viel Mitgefühl zu haben, war hier kaum angebracht. Ich sagte, »Na schön, mein Junge, ich will darauf verzichten, doch wenn ich auch nur einen Laut von dir höre, ohne dich dazu aufgefordert zu haben, werde ich nicht zögern, hiervon Gebrauch zu machen, bis du nur noch ein Fall für den Teufel bist, der deine verfluchte Seele in die Unterwelt holt. Hast du mich verstanden?« Er nickte nur aufgeregt, und einige Schweißperlen auf seiner Stirn tropften herab. Ich ließ es also dabei bewenden, öffnete die Balkontüre und trat hinaus. Zunächst schien auch aus dieser Perspektive betrachtet, alles wie immer zu sein, doch dann sah ich direkt unter mir die im Rasen verankerten Gestelle für die Wäscheleinen. In meiner Zeit waren diese fünfzig Jahre alt und rostzerfressen gewesen, diese hier aber waren offenkundig neu. So klein dieser Hinweis auch sein mochte, damit schien sicher, daß wir in meiner Zukunft herausgekommen waren, wenn es auch nach wie vor ungewiß war, wie weit entfernt wir uns von meiner Zeit befanden. »Wirst du mir sagen, in welchem Jahr wir uns befinden?« fragte ich erneut. »Ihr könnt mich das so oft fragen, wie ihr wollt. Eine Antwort werdet ihr sicher nicht bekommen,« zischte er mich an, und es schien, als habe er seine Panik schon wieder unter Kontrolle gebracht. Wohl hätte ich ihm drohen können, und vielleicht würde ich es gar in Betracht gezogen haben, doch derlei lag mir nicht, solange es noch andere Möglichkeiten gab, die man ausprobieren konnte. Nicht umsonst hatte ich mein Smartphone mitgenommen und ein Gedenk meiner Erfahrungen bei dem ersten Experiment nach der Beschallung des Mönchs im neunzehnten Jahrhundert auch wieder abgeschaltet. So zog ich es aus meiner Jackentasche und schaltete es ein. Es dauerte eine Weile, bis es startbereit war, und die Akkuanzeige stand bei knapp über fünfzig Prozent, aber das würde schon reichen. »Ich glaube nicht«, sagte der Mönch, »daß Euer Wunderkästchen in dieser Zeit noch funktionieren wird. Eure Berechtigung, es zu benutzen, ist inzwischen wohl abgelaufen.« Er kannte sich in der Tat recht gut aus, doch in mir verhärtete sich das Gefühl, daß er doch aus einer anderen Zeit stammen müsse, und der Zeitrahmen, in welchem wir uns nun aufhielten, denn für ihn nur eine weitere Zwischenstation war. Ein Grund mehr, ihn sorgfältig im Auge zu behalten, denn entwischen lassen wollte ich ihn auch nicht. Doch so gut er auch gelernt haben mochte, mit den neuen Technologien umzugehen, er wußte eben doch nicht alles. Ich stöpselte das Headset an mein Smartphone, stattete das Radio und wartete, bis der Suchlauf auf einen Sender einfing, und wenige Minuten später erfuhr ich, in welchem Jahr ich mich befand. In einem Punkt allerdings mußte ich meinem Widersacher recht geben. Was ich zu hören bekam, erschreckte mich schon ein wenig. Wir waren in der Tat in meine eigene Zukunft gereist, oder genauer, in das Jahr 2024. Ich hatte stets bei meinen Überlegungen zu Zeitreisen einen Blick in die Zukunft geworfen, doch war es nicht nur der Wunsch, die Zukunft selbst zu erleben, ohne einen Umweg über Zeitreisen zu machen, es schien mir auch insgesamt lohnenswerter, einen Blick in das Vergangene zu werfen, denn galt es nicht, den Erfahrungen unserer Ahnen Rechnung zu tragen und deren Fehler zu vermeiden? In der Zukunft gab es diesbezüglich nur wenig zu lernen, wie ich dachte, und da man in der Zukunft niemals wissen konnte, was einen erwartete, und man gar Gefahr lief, zu sehen, was mit einem selbst passieren würde, war man stets bedroht von der Möglichkeit, mehr zu erfahren, als gut war. Der Mönch hatte mir die ganze Zeit still aber aufmerksam zugesehen, und als ich die Stöpsel aus den Ohren zog, grinste er und sprach, »Sagte ich Euch nicht, daß es Euch nicht gefallen würde, wenn Ihr erführet, wohin Ihr gelangt seid?« »Ach, mein Bester«, antwortete ich ihm, »welche Zeit außer der eigenen kann einem Menschen schon gefallen? Sorge Dich nicht um mich, ich komme überall zurecht. Aber Du wärst nicht hier, wenn es hier nicht etwas gäbe, was Du brauchst!« Ich sah ihm neugierig in die Augen. Sie bewegten sich ganz leicht hin und her, ganz so, wie es nervöse Menschen ganz unwillkürlich tun, wenn sie etwas zu verbergen suchen oder aufgeregt sind. »Du brauchst diese Wohnung, um zu mir vorzudringen, nicht wahr? Du bist ganz schön clever, das muß der Neid Dir lassen. Aber das wird Dir wenig Nütze sein, und das ist auch sicher nicht alles. Wo sind Deine Vorräte?« Das Hin und Her seiner Augen intensivierte sich, und ich sah, wie seine Kiefermuskeln sich bewegten. Er sprach aber kein Wort. Ich sah mich um. Als dies noch meine Wohnung war, gab es reichlich Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Mehrere Regale, einige kleine Schränkchen und unzählige Koffer hatten meinen Besitz aufgenommen. Doch der Ort, an dem wir uns hier befanden, war kahl, und außer einem Tisch, drei Stühlen und einer sehr altwirkenden Seemannskiste befand sich nichts darin. Ich öffnete letztere und fand darin einige wenige Habseligkeiten, die mindestens so alt wirkten, wie das Behältnis, in dem sie lagen, doch nichts von Belang war zu entdecken. Ich untersuchte das nebenan liegende Schlafzimmer und fand es, bis auf eine auf dem Boden liegende Matratze vollkommen leer. In Küche und Bad dasselbe. Als ich zurück in den Wohnraum trat, grinste er mich höhnisch an. »Nichts gefunden, wie?« fragte er. »Das will nichts heißen,« antwortete ich ruhig. »Wo sind deine Schlüssel?« Erneut verfiel er in brütendes Schweigen, und ich fühlte, wie mich allmählich eine leichte Ungeduld überkam, ging auf ihn zu und kniete neben ihm nieder, um in den Taschen seiner Kutte nachzuschauen, was darin wäre, und es dauerte auch nicht lange, bis ich fand, was ich suchte. »Tja, es tut mir leid, mein Freund,« sagte ich, »du kannst nicht alles vor mir verbergen, und nun möchte ich dich darum bitten, mich in den Keller zu begleiten, aber daß du mir nicht auf dumme Gedanken kommst.« Diesen Worten zerschnitt ich ihm die Fußfesseln und hielt ihm den Elektroschocker vor die Augen. »Ich werde auch im Hausgang nicht zögern, hiervon Gebrauch zu machen, wenn du Schwierigkeiten machst. Und nun komm hoch!« Ich packte ihn unter den Armen, hob ihn hoch und stellte ihn auf die Füße. Einigermaßen überrascht war ich, wie leicht mir dies fiel. Er war zwar von durchschnittlicher Größe, doch offensichtlich verhüllte seine Kutte seine wahre Gestalt, die nun eher schmächtig wirkte. Verlassen darauf, daß er dann auch weniger Kraft besäße, sich zu wehren, mochte ich mich aber dennoch nicht. Ich öffnete die Wohnungstüre, ließ ihn vorbeigehen und folgte ihm die Treppen hinab. Sieben Treppen waren es bis in den Keller, und während er im hinteren Ende des Kellerganges innehielt, schloß ich das Vorhängeschloss, mit dem der Holzverschlag wie ehedem vor Zugriffen gesichert war, auf. Ich hieß ihn herankommen, um den Raum zu betreten. Dann folgte ich ihm. Es stand nur eine einzige Kiste darin, die jener in der Wohnung sehr ähnlich sah, und ich vermochte das Knirschen seiner Zähne zu hören, als wir eingetreten waren. Ein Blick in die Kiste zeigte mir den Grund. Als ich sie öffnete, wurde rasch deutlich, warum. Eine ganze Anzahl rot getönter Glasflaschen fanden sich darin, eine jede mit einem zierlichen Etikett versehen, das mit einer Schnur an ihrem Hals befestigt war. Ich hatte meine ganze Aufmerksamkeit auf den Inhalt der Kiste gerichtet und von meinem Begleiter abgewendet, aber ich sah plötzlich eine Bewegung in den Augenwinkeln und streckte meine rechte Hand, die den Elektroschocker hielt, in diese Richtung. Und keinen Augenblick zu früh, wie es schien, denn er war im Begriff gewesen, mich trotz auf dem Rücken gefesselter Hände anzugreifen, und lief nun mit seinem eigenen Schwung direkt in den elektrischen Funken, zitterte kurz am ganzen Leib und sank hernach wie ein nasser Sack zu Boden. Er bewegte sich nicht mehr. Ich fühlte seinen Puls, der nur schwach zu spüren war, und sein Atem ging flach. Die Augen bewegten sich nicht hinter den Lidern. Er lebte noch, aber der neuerliche elektrische Schlag hatte ihm wohl mehr zugesetzt, als er vermutet hatte. Ich erinnerte mich an zahlreiche Berichte aus den USA, wo die sogenannten Taser, die prinzipiell auf derselben Technologie basierten, gar zu Todesfällen geführt hatten, und so wie er da nun lag, schien es durchaus wahrscheinlich, daß er dieses Mal eine Weile ohne Bewußtsein bleiben würde. Von Natur ein eher friedlicher Mensch war mein erster Gedanke von Sorge erfüllt, ich möchte ihm womöglich geschadet haben. Doch angesichts dessen, was er getan, und wie er sich nicht zuletzt den Frauen gegenüber verhalten hatte, rief ich mich zur Ordnung. Allzu viel Mitgefühl mit ihm schien wenig angebracht. Ich wandte mich wieder der Kiste zu und überlegte, was nun zu tun sei. Es war unzweifelhaft, daß Egidius mit dem Inhalt dieser Kiste auch weiterhin sein Unwesen treiben würde, und auch, wenn ich zu bezweifeln begonnen hatte, daß er wirklich aus dieser Zeit stammen sollte, konnte er doch jederzeit hierher zurückkehren und weitere Manipulationen vornehmen. Wenn ich dies doch nicht verhindern konnte, so wollte ich doch wenigstens danach trachten, es ihm vorerst zu erschweren. Ich könnte nun einfach den Inhalt der Flaschen in die Kanalisation spülen, doch konnte ich sagen, wie sich dies auf Keime und Krankheitserreger auswirken würde, die mit den Tränken in Berührung graben? Nichts wäre unangenehmer, dachte ich bei mir, als in meine Zeit zurückzukehren und die Menschheit durch eine Krankheit dahingrafft zu sehen, die ich ihr in der Zeit zurückgeschickt hatte. So einfach durfte ich es mir also nicht machen. Ich mußte einen Weg finden, die Tränke unbrauchbar zu machen. Nur welchen? Der Mönch lag noch immer betäubt auf dem Boden, regte sich nicht und atmerte nur flach. Er würde noch eine Weile unfähig sein, mir Schwierigkeiten zu machen, und so beließ ich es dabei, ihm die Füße mit den omnipräsenten Kabelbindern zusammenzubinden und ihn daran zu hindern, zu entfleuchen. Dann eilte ich wieder hinauf in die Wohnung und durchsuchte in aller Eile Bad und Küche nach Haushaltschemikalien, doch ich fand alle Schränke leer. Er hatte die Räumlichkeiten offenbar nur für seine Zwischenstops benutzt und nicht darin gewohnt. Rasch kehrte ich in den Keller zurück, wo ich ihn immer noch in derselben Haltung und bewußtlos liegen sah. Die Gedanken wirbelten durch meinen Kopf, und die Tatsache, daß meine Reise bald zu Ende sein konnte und ich mich unverrichteter Dinge wieder zu Hause vorfinden würde, sorgte für ein Gewitter in meinem Kopf, das mich am klaren Denken hinderte. Ich setzte mich auf die Kiste, schloß die Augen und dachte an den Tag, daß Sonja zum ersten Male an meiner Türe klingelte. Ich sah ihr wunderschönes Gesicht vor meinem geistigen Auge und lächelte. Ich dachte an die erste Nacht, die wir gemeinsam verbracht hatten, und an das Gefühl, von dem ich erfüllt war, und ganz allmählich spürte ich meine innere Ruhe zurückkehren. Als ich die Augen wieder öffnete, kam mir eine Idee. Ich erhob mich, verließ den Kellerraum und ging direkten Wegs in die Waschküche, wo die privaten Waschmaschinen der Mieter in einer Reihe nebeneinander standen. Und richtig! Wie ich gehofft hatte, standen auf mehreren Maschinen Behälter mit Waschpulver. Die darin enthaltenen Tenside würden den Inhaltsstoffen der Tränke zweifellos zusetzen, und sie unbrauchbar oder doch wenigstens schwer verdaulich machen. Eilig griff ich nach dem ersten besten Behälter, eilte zurück in den Kellerraum und begann, Flasche für Flasche Waschmittel in die Tränke zu streuen. Durch die Färbung der Flaschen konnte ich nicht sehen, ob es eine farbliche Veränderung gab, aber der typische Geruch, der sich mir inzwischen eingeprägt hatte, begann sich leicht zu verändern. Es roch, wen mag dies verwundern, wie eine Waschküche im Hochsommer! Zufrieden mit mir und mit meinem spontanen Einfall, grinste ich vor mich hin und beeilte mich, keine Flasche zu übersehen und rasch mit meiner Arbeit fortzufahren. Fünf Minuten dauerte es, bis sich solcher Art alle Tränke behandelt, sie wieder in ihr Behältnis zurückgestellt und die nur wenig erleichterte Packung Waschmittel zurück in die Waschküche gebracht hatte. Dann setzte ich mich wieder auf die Kiste und wartete darauf, dass der Mönch wieder zu sich kam. Und tatsächlich! Kaum saß ich wieder vor ihm, sah ich seine Augen, sich unter den Lidern hin und her zu bewegen. Schließlich öffnete er sie und sah mich verwirrt an. Er wollte sich bewegen, mühte sich, sich zu erheben, aber eingedenk der Fesseln gelang ihm dies nicht. Ich stand auf, hob ihn in die Höhe und lehnte ihn gegen die Wand, so daß er aufrecht zu sitzen vermochte. Dann sah ich ihn ernst an. »Du solltest mich nicht unterschätzen, mein alter Freund«, sprach ich zu ihm. »Ich selbst unterschätze dich auch nicht, das ist eine Frage gegenseitigen Respektes. Was hast du dir dabei gedacht, mich schon wieder anzugreifen?« Er war noch immer verwirrt und sagte zunächst nichts, sah mich aber mit zornblitzenden Augen an. Dann zischte er mich mit knurrender Stimme an. »Irgendwann werdet ihr nicht vorbereitet sein, und dann wird meine Stunde schlagen. Seid dessen versichert!« »Das mag wohl sein, werter Freund«, erwiderte ich, »aber das mag noch sehr lange dauern. Was fange ich nun mit dir an? Dich den Behörden zu übergeben, erscheint mir nutzlos. Du hast mich glauben machen wollen, du kämst aus dieser Zeit, und ich ziehe meinen Hut vor deinen Kenntnissen. Aber du bist kein Kind des 21. Jahrhunderts, und würdest aus den modernen Verließen ebenso leicht fliehen, wie ich es in meiner Zeit auf eindrucksvolle Weise beobachten konnte. Was soll ich also mit dir tun? Soll ich dich töten, so wie du versucht hast, den Schulmeister dem Heiligen Feuer im 12. Jahrhundert zu übergeben? »Es war das 13. Jahrhundert«, knurrte er mich an. »Ich erbitte deine Verzeihung, alter Freund. Du hast natürlich vollkommen recht. Und nun? Tötet mich, wenn ihr könnt«, sprach er nun in seinem gewohnten Bariton, und es schien, als habe er seine Wut und seinen Haß nun wieder unter Kontrolle gebracht. »Glaubst du etwa, ich vermöchte das nicht? Ich weiß mehr über euch, als ihr denkt, und ich weiß, ihr seid, was man heute einen Pazifisten nennt. Ein friedliebender Mensch, dem das Töten zuwider ist. Ihr werdet mich nicht zu meinem Schöpfer bringen.« »Da magst du vielleicht sogar Recht haben, mein Freund. Und was ist, wenn ich dich einfach gefesselt hier liegen und verhungern lasse?« »Das ist ein Haus, in dem viele Menschen leben. Einer wird mich schon finden und mich befreien, und wenn das geschieht, werde ich euch jagen und zur Strecke bringen. Und ihr habt nicht alle Zeit der Welt, euch zu entscheiden, was ihr mit mir zu tun gedenkt.« Er grinste höhnisch bei diesen Worten, und ganz Unrecht hatte er ja nicht. Inzwischen mochten gut zwanzig Stunden seit meines Aufbruchs mit meiner Gefährtin vergangen sein, und vielleicht auch ein bißchen mehr, und die Wirkung des Trankes konnte jeden Augenblick verfliegen, und ich würde zurück in meine Zeit gezogen werden. Doch hatte ich erledigt, was ich erledigen konnte, und ich war zufrieden mit mir selbst. Aber ich wollte unbedingt vermeiden, daß er von meiner Zufriedenheit etwas merkte und gar Verdacht schöpfte, ich könnte mit seinen Tränken etwas angestellt haben. Es schien daher angezeigt, den Eindruck zu machen, als wäre seine Drohung bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen. Ich erhob mich, machte zwei Schritte auf ihn zu und packte ihn bei den Schultern. »Du drohst mir, du Wicht, was willst du tun? Glaubst du, ich stelle mich dir als Brennmaterial für dein heiliges Feuer zur Verfügung? Ich werde einfach deine Tränke mitnehmen,« sprach ich zu ihm und versuchte so viel Wut als möglich in meinen Tonfall zu legen. Tatsächlich spürte ich, wie meine Halsschlagadern anschwollen, während ich ihn bei den Schultern schüttelte und er mit dem Kopf mehrfach gegen die grobe Kellerwand stieß. »Wenn Ihr es vermögt, mir meine Tränke wegzunehmen, bitte sehr, werter Freund, Ihr werdet es nicht so einfach finden.« In diesem Augenblick begann sich die Szenerie um uns herum zu verändern. Ich ließ ihn los, trat einen Schritt zurück, als ob ich mich wie auf ihn nun auf die Kiste zu werfen gedächte, und nach wenigen Augenblicken war ich umgeben von einem wirbelnden Weiß. Kurz darauf fand ich mich im Dämmerlicht des Kellers wieder. Es war mein eigener Keller, der zur Hälfte bis unter die Decke mit leeren Kartons und Kisten vollgestapelt war. Ich war wieder zurück, in meiner eigenen Zeit angelangt. Langsam erholte ich mich von der Verwirrung, die die Reisen durch die Zeit mit sich brachten, und fand mich in meinem Keller wieder. Es war heller Tag, und so konnte ich im Dämmerlicht, das durch die vergitterten Kellerfenster hereinfiel, alles um mich herum erkennen. Ich hatte es also geschafft. Doch bevor ich nun nachschauen konnte, ob meine Begleiterin auch den Weg nach Hause bewältigt hatte, sah ich mich einem neuen Problem gegenüber. Ich fand mich in meinem eigenen Keller eingesperrt, denn dieser war natürlich in meiner Zeit mit einem Vorhängeschloss gesichert, und die Schlüssel dazu hatte ich Sonja in die Hand gedrückt. Ich wollte schon nach meinem Handy greifen, sie anzurufen, doch da es bisher dazu keine Veranlassung gegeben hatte, war es nutzlos, das versuchen zu wollen. Ich hatte ihre Nummer nicht. Rufen mochte ich auch niemanden, denn die anderen Mieter hätten mir kaum behilflich sein können. Es blieb als einzige Option, aus meinem Keller auszubrechen, was sich, angesichts der dünnen und nur einfach genagelten Dachlatten, aus denen die Tür bestand, als relativ leichte Übung herausstellte. Mit drei Dritten gegen das Gittergestell der Thüre hatte ich mir einen Ausgang geschaffen, durch den ich mich jetzt hinausdrückte. Nachdem ich die Latten wieder einigermaßen gerade gerückt hatte, wandte ich mich um, verließ den Keller und stieg die Treppen hinauf zu meiner Wohnung. Ich klingelte, und tatsächlich hörte ich leise Geräusche, und wenig später öffnete sich die Thüre. »Du bist endlich zurück, Eddie!« rief Sonja, fiel mir um den Hals und drückte mich an sich. »Ich hatte schon befürchtet, dir wäre etwas passiert. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht.« »Aber, aber, meine Liebe«, antwortete ich, »wir haben uns doch erst vor wenigen Stunden getrennt. So sehr hast du mich vermißt?« Solche Art, begrüßt zu werden, war ich kaum mehr gewöhnt, und mein Herz klopfte vor Freude. »Ich warte seit zwei verdammten Tagen hier auf deine Rückkehr,« sagte sie mit einem vorwurfsvollen Blick. »Zwei Tage? Wie kann das sein? Ach, diese Zeitreisen! Sie sind einfach schlecht berechenbar. Kein Wunder, daß du dir Sorgen gemacht hast. Thut mir wirklich leid. Verzeihst du mir?« Sie lächelte und wischte sich verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln. »Dieses Mal verzeihe ich dir, aber beim nächsten Mal werde ich ernstlich böse mit dir sein.« Und mit diesen Worten drückte sie mich erneut so fest an sich, daß mir beinahe die Luft wegblieb. Ich war endlich wieder zu Hause, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Es war eine lange Nacht, die ich hinter mir hatte, und für Sonja gar eine noch längere Zeit der Sorge um mich. Es verlangte mich dringlich nach einer warmen Dusche und meiner Begleiterin nach meiner Gesellschaft. Zuweilen erstaunt es mich seither schon ein bißchen, wie wenig Platz man doch gemeinsam unter der Dusche benötigen kann, und sei diese auch noch so eng bemessen. Als wir schließlich nach ausgedehnten zwanzig Minuten aus dem Bad kamen, war die Haut unserer Hände schrumpelig, aber uns war warm, obschon es draußen noch immer schneidend kalt war. Ich hatte mir schnell etwas Bequemes übergestreift und wollte nun in die Küche uns einen Cappuccino machen, als sie mich beiseite drückte und meinte, »Nein, heute nicht. Ich war inzwischen in der Stadt und habe ein paar Sachen eingekauft, und der Cappuccino ist schon vorbereitet. Lass mich das mal machen. Und dann will ich ganz genau wissen, was passiert ist, nachdem wir uns in das Schulmeistershaus getrennt haben.« Kaum fünf Minuten später saßen wir im Wohnzimmer in der einen Hand eine Tasse dampfenden Cappuccinos und ein frisches Schokokroissant in der anderen. Ich berichtete ihr, wie sich die Dinge entwickelt hatten, seit ich das neunzehnte Jahrhundert zusammen mit Aegidius verlassen hatte, und auch zu welchen Erkenntnissen ich gekommen war. Als ich ihr von meinem Fund in dem eigenen Keller berichtete, sah ich ihre Augenbrauen in die Höhe schnellen, und sie fragte sofort, »Was hast du dann gemacht? Du hast ihm seinen Vorrat doch nicht etwa gelassen?« »Aber natürlich habe ich ihm den gelassen, meine Liebe.« »Und wenn er sich dieser Tränke wieder bedient? Du hast ihn ja allein im Jahr 2024 zurückgelassen.« Dann wird er, im wahrsten Sinne des Wortes, schäumen vor Wut, lachte ich, und erzählte ihr von meinem Einfall. Als ich geendet hatte, lachten wir beide schallend, und es schien, als wollten wir gar nicht mehr damit aufhören. Es war ein wundervolles Gefühl, jemanden an meiner Seite zu wissen, mit dem ich wieder die Dinge, die ich erlebt hatte, teilen konnte. Nichts hatte ich so vermißt wie eben das. Ich war erschöpft, und das Abenteuer nach dieser Episode noch längst nicht zu Ende, aber ich war glücklich wie lange nicht mehr. Wir brachten den Rest des Tages im Gespräch zu, und sie erzählte mir, wie sie sich mit dem Schulmeister und seiner Frau noch weiter unterhalten hatte, und sie sich fragten, was mir wohl begegnen würde. Sie erzählte auch, wie sie die nachlassende Wirkung des Trankes bemerkte, und sie sich schließlich in der Eiseskälte wiederfand, und frierend den Hang hinaufstieg, um zu meinem abgestellten Auto unterhalb der Kapelle Maria Zell zu gelangen, und wie sie schließlich zu mir nach Hause fuhr, und wie sie erschrak, mich dort nicht vorzufinden, was sie eigentlich vorausgesetzt hatte. Warum ich aber erst nach zwei vollen Tagen zurückkehrte, blieb eine Sache der Spekulation, denn eine wirklich sinnvolle Erklärung dafür hatte ich auch nicht. Ich vermuthete jedoch, daß es etwas mit der Zeitreise zu thun hatte, deren seltsame Wirkung auch den Mönch nicht wenig überrascht hatte. Ohne weitere Erklärungen, die diese Frage zu erhellen vermochten, zu finden, beließen wir es dabei und gaben uns mit der grundsätzlichen Erkenntnis zufrieden, daß Zeitreisen schlicht und ergreifend etwas Unkalkulierbares seien. Inzwischen war es Nacht geworden, und auch wenn es mir erschien wie ein Traum, so kehrte doch die Wirklichkeit zurück, und ich erinnerte mich daran, schon seit nun zwei Tagen, wenn auch unbeabsichtigt, keine neuen Lesungen auf meinem Literaturkanal auf YouTube hochgeladen zu haben, und so bat ich sie um Verständnis, fuhr meinen PC hoch und begann, einige neue Geschichten für den Upload vorzubereiten. Das dauerte rund eine Stunde, und während meine neuen Geschichten ins Netz gingen, machte sich bei uns beiden eine kaum zu überwindende Müdigkeit breit. So legten wir uns noch, während mein Rechenknecht damit beschäftigt war, meine Freunde im Web zu bedienen, ins Bett, und schliefen beinahe unmittelbar ein. Ich hörte sie nur noch ein »Gute Nacht, mein Poet« murmeln und war bereits in die Traumlande entschwunden. Ein letzter Blick auf die an die Decke projizierte Uhrzeit sagte mir noch, es sei ein Viertel vor ein Uhr. Dann schlief ich ein. Als ich erwachte, schien die Sonne herein. Mir war warm, und ich hatte die Decke teilweise zur Seite geschoben. Der Platz neben mir war offensichtlich benutzt, aber leer. Ich erhob mich und sah mich um, dabei fiel mein Blick zum Fenster hinaus. Wo ich seit Wochen eine mit Schnee und glitzernden Eiskristallen bedeckte Landschaft erblickt hatte, war nun eine Mischung aus Braun und Grün zu sehen. Ich hüpfte aus dem Bett, zog mit Jeans und T-Shirt über und verließ das Schlafzimmer. Im Wohnzimmer stand Sonja und blickte zum geöffneten Fenster hinaus. Eine milde Brise wehte herein. Ich trat hinter sie und umarmte sie mit den Worten »Guten Morgen, mein Engelchen« und mit einem Blick an ihr vorbei hinaus auf die völlig veränderte Landschaft »Hast du die Außenheizung aufgedreht?« »Könnte man beinahe meinen, nicht wahr?« »Guten Morgen, mein Poet«, antwortete sie und gab mir einen Kuss. »Aber ist das nicht seltsam?« fragte sie und sah mich mit großen Augen an. »Was meinst du?« »Na schau doch hinaus! Gestern froh es noch Stein und Bein, und jetzt sieht es nach Frühling aus. Haben wir womöglich eine Zeitreise unternommen? Könnte der Mönch dafür verantwortlich sein?« Ich lachte. »Keine Sorge, meine Liebe«, antwortete ich schließlich. »Der, der dafür verantwortlich zeichnet, heißt nicht Ägidius, sondern Föhn. Wir sind hier knapp hundert Kilometer vom Alpenvorland entfernt, und der Föhn in den Alpen wirkt sich hier nicht selten ein bis zwei Tage später aus und kann sehr rasch eine völlig veränderte Wetterlage hervorbringen. Da steckt nichts Magisches dahinter.« »Meinst du?« »Ganz sicher. Mach dir keinen Kopf deswegen. Ich gehe mal ins Bad, mir eine Handvoll Wasser ins Gesicht werfen und die Zähne putzen. Findest du die Temperaturen angenehm?« »Sehr. Ich liebe den Sommer, egal, wie heiß er ist.« »Dann können wir die Gelegenheit ja nutzen und uns auf den Balkon setzen mit unserem Cappuccino. Ich gehe jetzt mal kurz ins Bad und stelle dann die Sachen raus.« Mit diesen Worten wandte ich mich um und ging ins Bad. Während ich noch mit meiner Katzenwäsche beschäftigt war, hörte ich den Wasserkocher brodeln und Geräusche aus dem Schlafzimmer kommen, und als ich zurück ins Wohnzimmer kam und an die Balkontüre trat, hatte sie bereits zwei Klappstühle, die ich in einer Ecke im Schlafzimmer verstaut hatte, hervorgekramt und aufgestellt. »Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dir schon mal etwas Arbeit abgenommen habe?« »Könnst und gar nicht, meine Liebe«, sagte ich und lächelte. »Woher wußtest du?« »Ich war zwei Tage allein in deiner Wohnung«, antwortete sie und klang beinahe etwas vorwurfsvoll, setzte dann aber sanfter hinzu. »Ich hab dich vermißt und mir alles angeschaut, mit was du dich so umgibst. Ich dachte, ich erfahr so etwas mehr über dich.« Schnell war der Cappuccino bereitet, und wir saßen bei zwar mäßigen, aber dennoch im Windschatten sehr angenehmen Temperaturen auf dem Balkon und genossen das heiße Schaumgetränk. Einige schönen Wetterwolken zogen vorbei, und wo in den vergangenen Wochen eine fast vollständige Stille geherrscht hatte, hörte man nun allenthalben das Gezwitscher der Vögel in den Bäumen und Büschen zwischen den Wohnblöcken heraufschallen. Eine leichte Brise wehte, die durchaus noch an die Kälte erinnerte, doch mein Balkon war leicht zurückgesetzt, und so merkten wir vom Wind nicht wirklich viel, während uns die Sonne angenehm umwärmte. Wir schwiegen, während wir genüßlich an unseren Tassen nimmten. In dem Maße, wie meine Lebensgeister erwachten, kehrten meine Gedanken zu den Ereignissen der vergangenen Tage zurück, und die Frage, wie es nun weitergehen sollte, nahm neue Gestalt an. Ich schrak aus meinen Überlegungen auf, als Sonja mich fragte, »Was passiert nun? Glaubst du, du hast den Mönch unschädlich gemacht?« »Es wäre zu schön, um wahr zu sein, meine Liebe«, antwortete ich, »doch ich glaube nicht, daß das Problem schon beseitigt ist, das wäre doch zu einfach.« »Aber was machen wir nun?« Die Gedanken, denen ich schon eine Weile hinterhergehangen hatte, formten sich zu einem Bild, und ich antwortete, »eine Falle für Ägidius ist aufgestellt. Ich denke, es erscheint das Angesagteste, ihn nun in diese Falle tappen zu lassen.« »Was für eine Falle denn? Und wie willst du ihn dort hineintappen lassen?« Ich lächelte versonnen. Zum ersten Mal, seit diese Frau, die mir längst ans Herz gewachsen war, an meiner Türe geklingelt hatte, erschien der vor mir liegende Weg klar wie das Wasser eines Bergbaches. Natürlich würde es nicht einfach werden, und ein langer Weg lag noch vor uns, doch zu wissen, in welche Richtung man seine Schritte lenken muß, beruhigte und ließ die Sinne freier schweben. Er muß den Eindruck gewonnen haben, daß ich unverrichteter Dinge durch die Gesetzmäßigkeiten des magischen Trankes wieder in meine Zeit zurückgekehrt sei. Wohl wird er nicht vergessen haben, daß wir ihn beide gleich mehrfach überlistet haben und uns somit wahrscheinlich nicht unterschätzen, aber er hält, wie ich hoffe, das Jahr 2024 immer noch für einen unangreifbaren Rückzugsort. Das werden wir ausnutzen.« Sie sah mich an und lächelte, bevor sie fragte, »Du scheinst dir deiner Sache ziemlich sicher zu sein. Was tun wir also nun?« »Wir werden uns trennen«, stellte ich nüchtern fest. »Trennen? Du meinst, du reist alleine durch die Zeit?« »Wir beide, my lady«, antwortete ich feierlich, »werden durch die Zeiten reisen, doch auch wenn wir dasselbe Ziel haben, werden wir getrennte Wege dort hingehen.« »Ihr sprecht in Orakeln, my Lord«, antwortete sie, meine Tonart aufgreifend. »Wir werden einige der unbeantworteten Fragen, die ich in meiner gläsernen Burg aufgeworfen habe, beantworten«, antwortete ich und streckte alle Glieder in einer letzten Anstrengung, die Reste verbliebener Müdigkeit zu vertreiben. Sie blickte mich nur neugierig an, sprach aber kein Wort. Doch ihr Schweigen war bered genug, und so begann ich ihr meinen Plan darzulegen. Die offenkundige Ähnlichkeit zwischen ihr und dem Geschöpf aus meinem Roman hatten mich an die Punkte zurückgeführt, die in meiner Geschichte lückenhaft geblieben waren. »Du wirst nun in das Jahr 1828 zurückreisen, meine Liebe«, sagte ich bestimmt. »Nach 1828? Ich soll wieder den Schulmeister und seine Frau besuchen?« »Nicht ganz«, klärte ich sie auf. »Zu dieser Zeit ist er noch das Schulmeisterlein, und die beiden sind auch noch kein Paar. Du wirst sie treffen und dich von ihr bitten lassen, ihr zu helfen.« »Wart mal, Eddie, ich soll die schöne Gretel treffen, und sie soll mich um meine Hilfe bitten?« »Du willst doch nicht sagen, daß ich...« »Genau das will ich sagen. Du wirst in die Rolle des Kräuterweibleins schlüpfen und somit einige Dinge in Bewegung setzen, ohne die alles andere nicht passieren wird.« »Aber ich«, stammelte sie. »Keine Sorge, Sonja«, unterbrach ich sie, »niemand wird erkennen, daß du viel zu jung bist, das Kräuterweiblein zu sein. Niemand wird dich zu sehen bekommen. Du wirst an den Tag meines zweiten Zeitreiseexperimentes zurückkehren.« »Dein Zeitreiseexperiment?« fragte sie und grinste. »Oh«, antwortete ich und grinste ebenfalls auf meines Denkfehlers, »diese Zeitreisen machten mich langsam aber sicher verrückt. Ich meinte natürlich das des Schulmeisterleins.« »Und dann spiele ich die Rolle, die du geschrieben hast.« »Genau, du hast es verstanden. Du beruhigst Gretel, und dann wirst du das Schulmeisterlein aus dem 21. Jahrhundert retten und ihm sagen, was er zu tun und mit wem er es zu tun hat. Du kennst doch deinen Text.« »Ich habe dein Hörbuch so oft gehört, daß ich die Dialoge auswendig mitsprechen könnte.« »Das ist gut. Es wäre wünschenswert, wenn du sehr selbstsicher wirkst. Die beiden bewundern dich, und dem mußt du gerecht werden.« »Ich fange an, deinen Plan zu verstehen. Aber was wirst du inzwischen tun? Wo wirst du hinreißen?« »Ich, meine Liebe«, antwortete ich feierlich, »habe einen Besuch im 18. Jahrhundert zu machen, und danach werde ich darauf hoffen, eine Entwicklung in Gang zu bringen, die, wie ich glaube, noch nicht begonnen hat.« Sie sah mich nun an, als wolle sie etwas sagen, schwieg jedoch zunächst und lächelte. Doch dann schüttelte sie den Kopf und fragte, »Na gut, du machst also eine Bildungsreise ins 18. Jahrhundert und darüber hinaus, und ich reise ins 19. Jahrhundert. Nur ins 19.?« »Das ist eine wirklich gute Frage, Sonja, und sie ist doch völlig berechtigt. Tatsächlich wirst du noch zwei weitere Reisen zu tun haben, die dich ins 21. und das 13. Jahrhundert führen werden, denn an beiden Orten wartet ein werdender Schulmeister auf deinen rettenden Hinweis.« Ich vermochte ihrem hübschen Gesicht anzusehen, daß sie verstanden hatte, und sich nun die Frage stellte, wie das zu tun sei. Sie fragte eher zu sich selbst als an mich gerichtet, »Ich verstehe, was du vorhast, Eddie, aber da gibt es etwas, das mir Kopfzerbrechen bereitet.« »Es wäre schade um deinen Kopf, meine Liebe«, stellte ich lächelnd fest, »du fragst dich vermutlich, wie du an diesen Orten auftauchen kannst, ohne gesehen und nur gehört zu werden.« »Genau. Du hast darüber schon nachgedacht?« »Das habe ich, und letztlich haben wir die Antwort darauf, dir zu verdanken.« »Mir? Wie das?« »Erinnerst du dich, als wir das geheime Laboratorium, das der Schulmeister selbst nicht kannte, untersuchten?« »Sicher.« »Es gab dort einen weiteren Trank, welcher nur eine kurze Reise erlaubte.« »Richtig. Und weiter?« »Nun, ich glaube, dieser Trank wird es dir ermöglichen, an den gewünschten Orten aufzutauchen, ohne daß du in deiner ganzen Pracht erscheinst.« »Ich kann irgendwo auftauchen, ohne dort auch zu erscheinen? Ich meine, ohne daß mich jemand sieht?« »Nun ja.« »Ja. Das ist diese Geschichte mit dem in der nahen Zukunft Verstecken. Verstehst du?« »Nicht wirklich. « »Sicher.« »Doch die vergangenen Tage waren zu nervenaufreibend und aufregend gewesen, und wir verschwürten beide wenig Antrieb, uns noch am Abend auf die Reise zu machen und beschlossen daher, den Abend zur Entspannung zu nutzen.« »Sonja machte den Vorschlag, uns eine Pizza liefern zu lassen, und als diese schließlich vor uns stand, sahen wir uns dazu einen Film an. Um Mitternacht schließlich beschäftigte ich mich noch eine halbe Stunde mit meinem Kaminzimmer auf YouTube, und gegen halb eins legten wir uns schlafen.« Als wir erwachten, war es heller Tag, und die Sonne schien herein. Die Temperaturen waren weiter angestiegen, und es war angenehm warm. Wie jeden Morgen, seit sie bei mir erschienen war, tranken wir unseren Morgencappuccino und begannen dann, uns auf unsere Reisen vorzubereiten. Ich wollte ihr genauestens einschärfen, wie sie vorzugehen hatte, doch sie unterbrach mich und sagte, »Lass mal, Eddy! Ich habe deine gläserne Burg so oft gehört, daß mir vollkommen klar ist, was ich zu tun habe. Ich kann nur hoffen, daß das alles auch so funktioniert, wie du es dir vorstellst, vor allem diese Tränke hier!« Bei diesen Worten zeigte sie auf die kleine Sammlung von Glasfläschchen, die vor ihr standen, und lächelte mir etwas gequält zu. Ich suchte ihr Mut zu machen, doch ich war selbst von Zweifeln erfüllt, die ich nur bedingt zu zerstreuen vermochte. Wohl hatte ich inzwischen den Gedanken akzeptiert, daß meine Geschichte in die Wirklichkeit über gegangen war, aber dennoch rebellierte mein analytischer Verstand noch immer gegen das, was bereits geschehen war und noch passieren sollte. Ganz davon abgesehen war der Mönch, so gut wir bisher auch mit ihm zu Rande gekommen waren, ein Gegner, den wir nicht unterschätzen durften, und was wir nun zu tun hatten, spielte sich in seiner Zeit ab, und es stand zu befürchten, daß er sich dort besser auskennen würde. Vorsicht war also oberstes Gebot! Sonjas Rolle hierbei war nun zwar nicht gänzlich ohne Risiken, aber abgesehen von der Tatsache, daß sie einen Trank auszuprobieren hatte, den wir noch nicht getestet hatten, bestand nur geringe Gefahr für sie. Ich hingegen mußte nun einem Mann, über den ich zwar beiläufig geschrieben, ihn aber auch in meiner Geschichte nie näher kennengelernt hat, überzeugen, etwas sehr Gefährliches zu unternehmen, und mich dann selbst in die Höhle des Löwen begeben und darauf vertrauen, meinen Plan gut genug geschmiedet zu haben. Meine eigene Unruhe unterkämpfend erklärte ich Sonja noch einmal, wie sie die mitgeführten Tränke einzunehmen hatte, und dann war es soweit. Wir streiften die Jacken über, schlüpften in unsere Schuhe und verließen das Haus. Wie schon beim ersten Mal fuhren wir mit meinem inzwischen von Eis und Schnee befreiten Auto hinüber nach Boll, wo wir auf dem Parkplatz unterhalb der kleinen Kapelle Maria Zell unsere Reise anzutreten gedachten. Unmittelbar bei dem Parkplatz befanden sich einige grobe Holzbänke und Tische für vorbeikommende Wanderer, und an diesen nahmen wir nun Platz. Sonja träufelte sich die erste Dosis auf die Zunge, und nur kurze Zeit später leuchtete das uns inzwischen wohlvertraute Licht auf, und wenige Augenblicke später war sie verschwunden. Nun nahm auch ich die für mich vorgesehene Dosis ein. Das magische Licht erfaßte mich, und nur wenige Augenblicke später war auch ich mit einem leisen Plopp, wie man es mit dem Finger im Mundwinkel erzeugen konnte, verschwunden. Der kleine Rastplatz blieb bis auf mein an beistehendes Auto leer zurück. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Heuthe Kapitel 18 Friedrich Wilhelm Lemle Sonjas Reise verlief ohne Probleme. Wohl dosiert hatten die von mir vorbereiteten Tränke sie an jene Orte geführt, die durch meine Geschichte um die gläserne Burg vorgegeben waren. Sie traf dort auf die schöne Gretel, die seinerzeit noch nicht des Schulmeisters Frau war, und versicherte ihr zu unternehmen, was erforderlich sei, und reiste dann weiter das Schulmeisterlein aus den Fängen der Ordnungshüter des 21. Jahrhunderts zu befreien, und ihn darüber hinaus aufzuklären, wohin er zu reisen und was er dort zu thun haben würde. Sie erzählte mir später die Geschichte ihrer Reise, und es klang mir als eigenartig in meinen Ohren, meine Geschichte aus ihrer Perspektive zu vernehmen. Meine eigene Reise führte mich weiter zurück in die Vergangenheit. Als ich nach zwei Zwischenetappen an meinem ersten Ziel anlangte, schrieb man dort das Jahr 1788. Mit dem beschaulichen Weiler Boll unterhalb der Burg Hohenzollern, den ich soeben verlassen hatte, wies der Ort, der nun zu meinen Füßen lag, wenig Ähnlichkeit auf, und auch gab es noch einige Unterschiede zu der Ansicht, die ich gewonnen hatte, als wir den Schulmeister besucht hatten. Die Kirche befand sich noch in einem sehr frühen Stadium der Fertigstellung, und wo später das Weiß des Kirchturms über das Treiben der Dörfler wachen würde, stand nur ein grober, unfertiger Backsteinbau mit einem pyramidenförmigen Dach, das sehr nach einem Provisorium aussah. Auch das Haus, in dem wir den Schulmeister und seine Frau besucht hatten, stand in jenen Tagen noch nicht, und einige der Häuser am Ortsrand, sowie die Hütten der Tagelöhner fehlten. Stets hatte ich mir vorzustellen versucht, wie sich dieser Ort wohl entwickelt haben mochte, und war in dem festen Glauben, die grundlegendsten Veränderungen seien erst in meinen Tagen erfolgt, doch weit gefehlt. Die vierzig Jahre, die nun zwischen meinem ersten Besuch und dem Zeitpunkt meines zweiten Eintreffens vor Ort lagen, waren nicht ohne Spuren geblieben. Die Topographie hatte sich natürlich nicht verändert, aber wo später ein wenigstens mit grobem Schotter befestigter Weg durch das Dorf verlief, konnte ich nun aus der Ferne nur einen Feldweg erkennen, der mehr einem Trampelpfad glich als einer Straße, und da es vor kurzem erst geregnet zu haben schien, war dieser offensichtlich reichlich matschig. Ein Pferdefuhrwerk, das von einem Mann durch den Ort gesteuert wurde, hatte große Mühe voranzukommen. Ansonsten lag der Ort ruhig und ohne nennenswerte Aktivität unter mir. Die Absicht, die ich verfolgte, war natürlich, den Schulmeister dieser Zeit aufzusuchen, denn so wie Sonja die Aufgabe hatte, die Dinge, die aus unserer Sicht nicht nur eine Geschichte, sondern auch Vergangenheit waren, in Gang zu bringen, oblag es nun auch mir, den Schulmeister dieser Tage mit einzubeziehen. Ich gab mich keinen Illusionen hin. Einfach würde es sicher nicht werden, und daß ich augenblicklich nicht einmal über eine in diese Epoche passende Kleidung verfügte, sollte meine Bemühungen nicht eben einfacher machen. In diesem Punkt war ich mir sicher. Ungeachtet dessen hatte ich keine Wahl und schritt nun den ebenfalls durch den Regen aufgeweichten Feldweg hinab in Richtung des Dorfes, stets darauf achtend, nicht gesehen zu werden. Das Schulgebäude war als höchstes Bauwerk neben der Dorfkirche nicht zu übersehen und machte es mir leicht, mich zu orientieren. Sorgfältig darauf achtend, möglichst nicht gesehen zu werden, schritt ich gleichmäßigen, aber vorsichtigen Schrittes voran. Eher ein Glücksfall, denn geplant, war ich kurz vor der Mittagszeit vor Ort eingetroffen, und ich war kaum einige hundert Meter vom Ortsrand entfernt, als eine einzelne Glocke von der Dorfkirche her die Mittagsstunde einleitete. Ich sah einige Bauern ihrem Zuhause zustreben, und auf halber Strecke zwischen der Dorfkirche und dem Schulgebäude befand sich offenbar auch in diesem Zeitalter ein Gasthaus, dem ebenfalls einige Männer ihrem täglichen Besuch abstatteten. Das Treiben dauerte nicht sehr lange, und dann wurde es still. Vereinzelt sah man aus Kaminen Rauch aufsteigen, und in der Ferne vom hinteren Rand des kleinen Tales erschallte das gelegentliche Bellen eines Hundes. Bisher hatte ich während meines Weges hinab ins Dorf nur den Ort selber Beachtung geschenkt, doch nun, da ich darauf wartete, daß die letzten Bauern ihren Häusern zustrebten, glitt mein Blick über die Landschaft oberhalb des kleinen Weilers Boll. Der Burgberg erhob sich markant zu meiner Linken in die Höhe. Ich bin nun sicher kein Experte in Sachen Zeitreisen und somit auch weitestgehend frei von Erwartungshaltungen, aber ich war solcher Art an die Burg Hohenzollern, die man in meinen Tagen von weit her sehen konnte gewöhnt, daß ihr Fehlen mich in Erstaunen hätte versetzen können. Doch die Burg, die ich nun über mir sich in den Himmel recken sah, war der, die ich kannte, so ähnlich, wie es eben Burgen untereinander sind. Und doch unterschied sich diese sehr von der aus meiner Zeit. Düster und unheimlich thronte sie über allem, wie eine tiefhängende Gewitterwolke. An sich kein ängstlicher Zeitgenosse fröstelte mich bei diesem Anblick dennoch. Es erschien surreal, eher wie in einem Horrorfilm im Kino, als etwas, das ich wirklich erlebte. Ein leichtes Grauen bestieg mich und sollte mich begleiten, solange ich vor Ort blieb. Inzwischen hatte ich meinen Weg ins Dorf fortgesetzt. Niemand war mir begegnet, und als ich in der Dorfmitte anlangte und das Schulhaus zur Rechten vor mir lag, hörte ich Stimmen aus der Dorfschenke herausschollen. Ich blickte hinüber, und tatsächlich hing über dem Eingang ein wettergegabtes Schild mit einem springenden Hecht, das leicht im Wind hin und her schaukelte. Darunter stand mehr schemenhaft als Relief zu erkennen, zum springenden Hecht. Ich lächelte. Ob schon ich mir ziemlich sicher war, daß es am Ort, als ich meine erste Geschichte geschrieben hatte, niemals eine Gastwirtschaft dieses Namens gegeben hatte, erschien mir dieser Ort so vertraut wie kaum ein anderer. Ich würde wohl, wenn ich mein Abenteuer überstehen sollte, einmal einige Recherchen in meiner Zeit machen müssen und sehen, was diese über die Geschichte des Ortes und dieser Schrankwirtschaft zutage förderten. Gerade wollte ich mich dem Schulgebäude zuwenden, als ich aus einem Fenster des ersten Stocks einen Mann herausblicken sah. Er war von normaler Statur und Größe, hatte aber dichtes pechschwarzes Haar, und obschon er noch relativ jung aussah, wirkte er sehr selbstbewußt und schaute mit einem gestreng wirkenden Blick hinüber zum Schulgebäude. Dieser Mann kam mir auf seltsame Weise vertraut vor. Er wirkte wie eine junge Ausgabe des Schankwirtes, der vierzig Jahre später über die kleine Dorfschenke herrschte und der Vater der schönen Gretel war. Aber das konnte eigentlich nicht sein. Der Mann, den ich hier sehen konnte, mochte am Anfang allenfalls Mitte seiner zwanziger Jahre sein. Der Schenkenwirt, so wie er meiner Feder entsprungen war, erschien, auch wenn ich ihn nie näher beschrieben hatte, wie ein Mann allenfalls in seinen frühen vierziger Jahren. Gerade wollte er sich abwenden, als er mich erblickte. Bevor ich noch den Impuls, mich zu verbergen, folgen konnte, hatte er mich fixiert, schien einen Augenblick zu stutzen, lächelte mir dann aber zu und nickte kurz mit dem Kopf, als kenne er mich. Dann drehte er sich um und verschwand im Dunkel des Raumes, das Fenster hinter sich schließend. So eigenartig diese kurze Begegnung auf die Ferne auf mich gewirkt hatte, schritt ich nun doch zügig dem Schulhaus zu und öffnete, einem inneren Impulse folgend, die linke Thüre, die in das Schulzimmer führte. Zwei Reihen alter Schulbänke, wie ich sie selbst aus meinen eigenen Kindertagen noch kannte, standen inmitten des Raumes. Am hinteren Ende fand sich eine große Tafel, die offenbar eben erst abgewischt worden war, denn ich konnte sehen, wie die halbkreisförmigen Wischspuren, die ein nasser Schwamm darauf hinterlassen hatte, gerade dabei waren, zu trocknen. Der Raum war ansonsten leer, und gerade wollte ich mich umwenden, den Raum wieder zu verlassen und in die Lehrerwohnung hinaufzusteigen, als ich im Dämmerlicht der hinteren, der Tafel gegenüberliegenden Seite, die offene Thüre bemerkte, die in den Keller unter der Schule hinabführte. Ohne lange nachzudenken, schritt ich darauf zu und stieg schließlich die Treppen hinab in das diffuse Dunkel des unbeleuchteten Kellers. Unten, in den Gewölben angekommen, hörte ich jemanden in dem ersten Raum auf der linken Seite des Ganges hantieren und leise vor sich hinmurmeln. Ich trat um die Ecke auf die offenstehende Thüre zu und blieb stehen. »Herr Lemmle?« fragte ich, und die an einem der Tische stehende Gestalt wandte sich erschrocken um und blickte mich mit großen Augen an. »Ja?« fragte er schließlich sichtlich irritiert, als er mich anblickte. »Herr Friedrich Wilhelm Lemmle?« fügte ich eine weitere Frage hinzu. »Ja doch, der bin ich,« antwortete er nun schon etwas ungehalten. »Was kann ich für Euch tun, und wer in drei Teufelsnamen seid Ihr, mein Herr?« »Ihr könnt mich Edgar Allen Poe nennen,« wehrte Herr Lemmle, erwiderte ich. Zwar war dies natürlich nicht mein richtiger Name, doch da ich mich nun einmal daran gewöhnte, hatte, mich dieser Art vorzustellen, mochte ich auch nicht einsehen, an dieser Stelle etwas daran zu ändern. »Ich würde gerne ein wenig mit Euch plaudern.« Ich sah mich in dem Laboratorium, das ich bereits kannte, um, und fand es kaum anders, als ich es seinem Nachfolger auf den Leib geschrieben hatte vor. Der gelehrte Mann stand an einem der Labortische, hatte aber, was immer er gerade zu tun hatte, beiseite gestellt und sich mir zugewendet. »Natürlich nur, wenn Eure zweifellos wichtigen Experimente dies gestatten,« setzte ich entschuldigend mit einem Blick auf die Kolben und Gläser hinzu. »Ich stecke ohnehin gerade fest,« rummte er wie zu sich selbst und drehte sich nun gänzlich zu mir um. Friedrich Wilhelm Lemmle war ein Mann mittleren Alters, vielleicht so gegen die vierzig Jahre. Sein steifes Auftreten und seine auf mich sehr altfordern wirkende Kleidung, machten es mir nicht leicht, ihn zu beurteilen. Er hatte etwa meine Größe und sah auch sonst dem Schulmeisterlein aus meinem Roman, was auch mir selbst, so wie ich mich aus dem Spiegel kannte, verblüffend ähnlich. Und während er mich musterte, machte er den Eindruck, als gingen ihm dieselben Gedanken durch den Kopf. »Ihr seht mehr als wunderlich aus, Herr Poe,« stellte er endlich fest. »Wie kann ich Euch nun dienlich sein, und wie kommt Ihr überhaupt an diesen Ort?« Er machte eine Bewegung mit seinem Arm, das Kellergewölbe überstreichend. »Das ist eine lange Geschichte, Herr Lemmle, und ich glaube, das besprechen wir besser in Ihrer gemütlichen Stube,« antwortete ich. Wiederum sah der Gelehrte Herr mich prüfend an und schien sich unsicher zu sein, ob er meiner Aufforderung, die Handlung in seinen Privatgemächern fortzusetzen, Folge leisten oder mich höflich aber bestimmt vor die Türe setzen sollte. Aber ich mochte wohl eigenartig auf ihn gewirkt haben, doch schien er zu spüren, daß von mir keine Gefahr ausging, und so stimmte er endlich zu. »Ich habe mir ohnehin eine kleine Pause verdient, und bevor ich wieder den Ort einneble, mag es durchaus angeraten sein, meine Arbeit hier zu unterbrechen,« sagte er, löschte den auf dem Tisch stehenden Petroleumbrenner, schritt an mir vorbei durch die Türe hinaus auf den Gang, und wandte sich dann mit den Worten, »Wenn Ihr mir dann bitte folgen möchtet, zu mir,« und stieg die Treppen hinan. Ich folgte ihm. In der kleinen Mansarde unter dem Dach des Schulgebäudes angelangt, fand ich die Räumlichkeiten annähernd, wie ich sie schon in der Erzählung um den Schulmeister Gottlieb Lemleck beschrieben hatte vor. Neunzig des Schulmeisterleins Kisten fehlten. Der alte Schulmeister bot mir nun einen Platz an seinem Tische, der in der Mitte des Raumes stand, an, und fragte eher beiläufig, ob ich auch einen Tee mit ihm zu trinken wünsche, während er bereits mit dem Wasserkessel hantierte und in seinem Schränkchen nach den Tassen nestelte. Ich bejahte die Frage und sah ihm bei seinen Verrichtungen zu. Wenig später standen zwei Tassen und eine Kanne, aus der der Dampf aufstieg vor uns auf dem Tisch. Der Gelehrte ersetzte sich und musterte mich. Wir sahen uns gegenseitig an, schwiegen aber. Schließlich verriet das Aroma, welches aus der Kanne aufstieg, das der Tee ausreichend gezogen hatte, und der Herr entnahm das Baumwollsieb mit den Blättern darin, legte es auf ein ein beistehendes Tellerchen und goß in beide Tassen Tee bis knapp unter die Oberkante. Vorsichtig knippte er an seiner Tasse, mich beständig im Auge behaltend. Dann stellte er die Tasse auf den Tisch ab und faßte sie mit beiden Händen, als wolle er diese wärmen, und begann zu sprechen. »Ihr kommt mir seltsam vertraut vor, mein Herr, so wunderlich ihr auch gekleidet seid!« Bei diesen Worten hob er die rechte Hand und wies auf mich, wie ich da an seinem Tische saß, von Kopf bis Fuß in Jeanskleidung des 21. Jahrhunderts gehüllt. »Warum erscheint ihr mir, als müsse ich euch kennen, und was genau wünscht ihr nun von mir?« Ich richtete meinen Blick auf seine hellblau leuchtenden Augen, die mich aufmerksam, aber nicht unfreundlich musterten. »Ich komme«, begann ich zu sprechen, »aus einer andern Zeit, in welche ihr nur zu gerne reisen würdet, wie ich vermute.« »Ich verstehe nicht«, wollte er erwidern, doch ich unterbrach ihn. »Ich komme aus eurer Zukunft, werter Herr Lemle, und ich glaube, ich vermag euch zu helfen, eine eurer drängendsten Fragen zu beantworten.« »Bitte verzeiht, mein Herr«, ergriff er nun erneut das Wort. »Aber was ihr da sagt, widerspricht jeglicher Logik. Wie könnt ihr aus der Zukunft kommen? Sprecht ihr etwa von einer Reise durch die Zeit, die ihr unternommen haben wollt?« Ich mußte unwillkürlich schmunzeln auf seiner Rede, denn wohl rebellierte der analytische Teil seines Verstandes, der ihn zum Lehrberuf qualifizierte. Aber es war ihm doch anzumerken, daß die Neugier in ihm einen beträchtlichen Teil seines Denkens bestimmte, und ganz offenbar hatte auch er sich mit dem Phänomen der Reisen durch die Zeit schon beschäftigt. Das ließ alleine schon sein geheimes Laboratorium vermuten, welches wir erst vor wenigen Minuten verlassen hatten. »Eure Forschungen, werter Herr«, antwortete ich schließlich, »werden erfolgreich sein und es mir in Eurer Zukunft ermöglichen, durch die Zeiten zu reisen.« »Warum wundert es mich nicht, daß Ihr von meinen Forschungen wißt?« fragte er, wieder wie im Selbstgespräch. »Aber Ihr solltet wissen, daß ich wohl jene Gedanken hege, über die Ihr so freizügig sprecht und von welchen niemand sonst etwas weiß. Aber es will mir scheinen, daß seien leichte Zweifel dennoch angebracht. Meine Versuche in meinem Laboratorium haben bisher wenig mehr als Schall und Rauch zu Tage gefördert. Und nun sitzt Ihr vor mir in meiner Stube und berichtet mir, Ihr wäret mit Hilfe meiner Droge durch die Zeiten gereist, mich zu besuchen.« »Bitte verzeiht, werter Herr, aber vielleicht besitzt Ihr ja die Freundlichkeit, mir dies zu erklären.« Er blickte mich an und schien im Zweifel zu sein, was genau er von mir zu halten hatte. »Euch fehlt ein bestimmtes Kräutlein, wie ich vermute? Eure Rezeptur ist mindestens unwirksam, meist aber von einem infernalischen Gestank und einer enormen Rauchentwicklung begleitet?« antwortete ich fragend. Er sah mich nur an und nickte, der Dinge harrend, die nun da kommen sollten. »Habt Ihr denn schon Bekanntschaft mit dem alten Kräuterweiblein gemacht?« Wieder sah er mich erstaunt an, und man merkte ihm an, daß ihn meine Frage in beträchtliches Staunen versetzte, was mich nur wenig verwunderte. Es dauerte einige Momente, bis er antwortete. Ruhig und jedes Wort abwägend antwortete er, »Ich habe Sie gleich nach meiner Ankunft hier am Orte kennen gelernt. Es war vor nicht ganz fünfzehn Jahren, als ich hier eintraf, und der Vorabend der Walpurgisnacht. Damals rief man mich des Abends hinüber in den springenden Hecht, wo man einen Mann hingebracht hatte, der von dem unheimlichen Burgberg laut schreiend heruntergerannt gekommen und dann zwischen den herbeieilenden Bauern bewußtlos zusammengebrochen war. Ich vermochte ihm jedoch nicht zu helfen, und wenig später trat ein altes Mütterlein hinzu, welches der Schuld es hatte herbeiholen lassen. Die Isch sprach einige Worte, die niemand verstehen konnte, und zerrieb ein Kräutlein unter seiner Nase, woraufhin er wieder erwachte. Ich lächelte. »Meine Erlebnisse scheinen Euch zu erfreuen, mein Herr,« fragte er, dabei etwas ungehalten klingend. »Nun, Herr Lämmle, es will mir scheinen, als habe ich Eure Worte in selbiger Weise schon aus einem anderen Wunde gehört. Bitte verzeiht mir meine Unhöflichkeit.« Der Lehrer nickte. »Ist es möglich, daß das Mütterchen Euch an jenem Abend etwas übergab?« Der Gelehrte Herr antwortete nicht sofort und sah mit einem Blick, der ins Leere zu starren schien, an die Decke. Man vermeinte beinahe, ihn nachdenkend zu hören. »Ihr habt recht,« stellte er endlich fest, »sie gab mir tatsächlich ein kleines Beutelchen, daß ich das in all der Zeit vergessen konnte.« Bei diesen Worten erhob er sich, ging in die Schlafstube, wo ich ihn etwas hantieren hörte, und kehrte zurück, ein kleines Lederbeutelchen in der Hand haltend, das er schließlich mitten auf den Tisch legte. »Habt Ihr das Kräuterweiblein seither wieder besucht?« fragte ich weiter. »Nein, der Herr Pfarrer begegnete ihr mit großem Abscheu, und auch die anderen Herrschaften des Ortes wagten wohl nicht, ihr zu widersprechen, fürchteten sie aber ganz augenscheinlich.« Wieder hielt er nachdenklich inne. Dann fuhr er fort. »Aber jetzt, wo Ihr mich daran erinnert, kommt es mir wieder in den Sinn. Sie zischelte mir zu, ich solle Sie doch einmal besuchen kommen. Doch dieser Einladung bin ich niemals nachgekommen.« »Das hättet Ihr womöglich tun sollen, werter Herr Lemle,« sagte ich, »denn sie hätte Euch Fragen zu beantworten vermocht, an welchen Ihr so lange vergeblich herumgebrütet habt.« Ich griff nach dem auf dem Tisch liegenden Beutelchen, öffnete es und troch daran. Zwar hatte ich keine Ahnung, wie das geheimnisvolle Kräutlein zu riechen hatte, doch als ich den Beutel öffnete, stieg mir ein fruchtiger, gleichzeitig aber auch herber Geruch in die Nase, von dem ich niesen mußte. Egal, wie lange das Kräutlein in dem kleinen Beutelchen unbeachtet herumgelegen haben mochte, die Intensität des Geruchs schien darunter nicht im mindesten gelitten zu haben, und ich hoffte, daß dies hinsichtlich seiner Wirksamkeit ebenso sein mochte. Schließlich verschloss ich den Beutel wieder und legte ihn wieder auf den Tisch. »Ihr kennt das alte Weib?« fragte der gelehrte Herr, nachdem ich den Beutel aus der Hand gelegt hatte. »Ich habe von ihr erzählen hören,« antwortete ich vorsichtig. »Und wer ist sie?« fragte er. »Niemand, mit dem ich über sie zu sprechen gesucht habe, konnte oder wollte mir mehr über sie erzählen, und doch schien ein jeder mehr zu wissen, als man vermuten möchte. Einzig der Herr Pfarrer pflegte stets ein Unwetter heraufzubeschwören, wenn sie in Erscheinung trat. »Sie ist so geheimnisvoll wie die Burg dort oben auf dem Berg,« sagte ich. Der Schulmeister sah mich mit einem erschrockenen Blick an. Er schien aufrichtig überrascht und auch ein wenig beunruhigt, als ich die Burg oberhalb des kleinen Weilers erwähnte. »Ihr,« stammelte er, »Ihr vermögt, die unheimliche Burg zu sehen?« »Seid unbesorgt, werter Herr,« antwortete ich beruhigend, »und ja, ich vermag die Burg zu sehen, sofern jedenfalls ich das Dorf nicht verlasse.« Ich sah ihm ins Gesicht und konnte seine Nervosität fast greifen und fügte hinzu, »und nein, ihr seid nicht von Sinnen, mein Herr.« »Sie verschwindet, wenn ich hinüber in die Stadt gehe,« murmelte er mehr zu sich selbst, »und drüben bei den Stättern erscheint es stets überaus ratsam, sie nicht zu erwähnen.« Sein Blick schweifte in Richtung der Stadt, von welcher man aus dem hinteren Fenster seiner kleinen Mansardenwohnung nur den Kirchturm zu sehen vermochte. »Ich vermute, nur der Schulrat wird in diesen Dingen ein offenes Ohr für Euch gehabt haben, wenn Ihr die Sprache darauf gebracht habt.« »Ganz recht,« stellte er fest und sah mich noch erstaunter an als ohnehin schon. »Aber woher?« Seine Stimme versagte. Ich überlegte, was ich ihm berichten konnte und was ich besser für mich behielt, denn ihm zu erzählen, er sei ein Produkt meiner Phantasie, schien mir nicht sehr ratsam. Doch wenn ich ihm zu wenig erzählte, mochte es leicht sein, daß er nicht tat, was erforderlich war, und damit meine Absichten vereitelte. Ich beschloß nicht weiter auf den Schulrat einzugehen, denn jener war nicht weiter von Belang fürs Erste. Aber nachdem ich ihm schon begreiflich gemacht hatte, daß ich von der Burg wußte und sie zu sehen vermochte, während Fremde, die ins Dorf kamen, dort oben nur eine vom Gestrüpp umwucherte Ruine erblickten, erschien es nur folgerichtig ihm vor allem den Zusammenhang zwischen dem, was er in seinem Laboratorium trieb, und der Düsternis, die im Tale über allem hing, zu erklären. Ich berichtete ihm, daß ich wisse, woran er forschte, und wie das geheimnißvolle Kräutlein – er selbst brachte den Namen Chronologium Sativa ins Gespräch – anzuwenden sei, um seine Forschungen einem brauchbaren Ergebnis zuzuführen. Gerade, als ich ihm von dem Zusammenhang des geheimnißvollen Kräutleins und der erst durch dieses entstehende Wirkung der Tränke sprach, schlug er sich mit der flachen Hand vor die Stirne, und es schien, als fiel es ihm in diesem Moment wie Schuppen von den Augen. Die Wirkung des Trankes, den ich zu mir genommen hatte, um in das Jahr 1788 zu reisen, war so großzügig bemessen, wie es eben möglich war, und auch wenn ich mich auf die Verläßlichkeit der Aufenthaltsdauer doch nicht zu sehr verlassen mochte, hatte ich dennoch keine Eile. Doch begann es bereits zu dämmern, als ich meine Geschichte beendet hatte. Wir saßen eine ganze Weile wortlos da und hingen unseren Gedanken nach. Durch das offene Fenster konnte man die Stimmen der Menschen, die sich vom Felde nach Hause begaben, ebenso hören wie die üblichen Geräusche aus dem der Schule gegenüberliegenden springenden Hecht. Sonst herrschte die gewohnte beschauliche Stille eines Ortes, der selbst verglichen mit der aus meiner Sicht schon sehr alterthümlich wirkenden, benachbarten Stadt noch antiquierter wirkte. Es schien wie aus einem Märchen zu sein, dachte ich bei mir, und lächelte. Tatsächlich war es ein Ort aus einem Märchen, meinem Märchen. »Ihr habt mir nun so viel über Euch erzählt und was Euch antreibt, werter Herr Pau, begann der Lehrer nun zu mir in ernstem Tone zu sprechen. Ich verstehe nun vieles, was mir bislang unklar war, doch Ihr habt wohl noch nicht alles berichtet, über was Ihr Kenntnis zu haben scheint.« Obwohl als Frage gestellt, war doch unzweifelhaft der Charakter einer Feststellung erkennbar, und er hatte auch ganz recht, der gelehrte Herr. Warum ich letztlich zu ihm gekommen war, hatte ich mir bis jetzt aufgespart, in Worte zu fassen. Was ich von ihm verlangen mußte, machte Fingerspitzengefühl erforderlich. Schließlich antwortete ich, »Ich möchte, daß Ihr Euch auf den Scheiterhaufen eines Inquisitors begibt, werter Herr!« E. A. Poe Productions liest ungehalten. »An jedem Fass ist Euch dieser Versuch gründlich mißlungen.« »Ich fürchte, daß war kein Scherz werter Herr Lemle, und doch mag es sich ernster anhören, als es tatsächlich ist,« antwortete ich und fügte hinzu, »Tatsächlich ist die ganze Angelegenheit nicht gänzlich ohne Gefahr, aber ich vermag Euch zu versichern, daß Ihr wohlbehalten nach Hause zurückkehren werdet.« Ich erzählte ihm nun die Geschichte der Ereignisse im 13. Jahrhundert und erklärte ihm, warum seine Anwesenheit dort dringlich vonnöten sein würde und daß seine Mitwirkung die dunkle Wolke über seinem Dorf für immer beseitigen würde. Er war es nämlich, soweit jedenfalls mein Plan, der dazu beizutragen hatte, daß dem Schulmeisterlein, seinem Nachfolger, die Unternehmung, die nun aus meiner Sicht längst Geschichte war, da gelingen konnte. Ich versuchte es dem gelehrten Herrn mit möglichst unverfänglichen Worten zu erklären, doch dieser erwiderte ausgesprochen scharfsinnig, »Ich sehe, Ihr seid bemüht, Euch die Sache, die Ihr von mir wünscht, möglichst beiläufig darzustellen, aber es mag sich in meinen Ohren dennoch so anhören, als habe Dir soeben einen Wurm gebeten, sich selbstständig auf einen Angelhaken zu begeben.« Mit dieser Feststellung hatte er nun wirklich nicht ganz Unrecht. »Und doch war es unvermeidbar.« »Mir ist wohl bewußt, was ich von Euch verlange, werter Herr Lemmle,« antwortete ich, »doch seid ungeachtet dessen versichert, daß Ihr dort nicht allein sein werdet. Ich selbst werde ebenfalls dort sein.« Zu hören, daß auch ich selbst ihn auf dieser Reise begleiten werde, stimmte den alten Schulmeister gnädig, und bereitwillig ließ er sich meinen Plan nun vortragen. Als ich geendet hatte, stützte er den Kopf in seine Hände und blickte nachdenklich drein. »Seid Ihr nicht einverstanden mit meinem Plan, werter Herr Lemmle?« fragte ich. »Nun, doch schon, mein Herr, doch habt Ihr über all dem offenbar eines vergessen?« marf er nachdenklich ein. »Und das wäre?« fragte ich, gespannt, was er nun einwerfen würde. »Ja, wie soll ich es ausdrücken?« begann er zu erläutern. »Ich forsche schon seit Jahren an dem Trunk, um den sich hierbei alles dreht, doch bis zum heutigen Tage mangelte es mir an einem ersten erfolgreichen Versuch.« In diesem Punkt hatte er natürlich recht, und doch wußte ich ja, daß er die Rezeptur kannte und nun auch Kenntnis über die letzte noch fehlende Zutat hatte. Aus meiner Perspektive war er einer der Wegbereiter selbst für meine eigene Reise, und so waren auch die Ereignisse im mittelalterlichen Kloster St. Lutzen, drüben in der kleinen Beamtenstadt Hechingen, längst Geschichte. Ich suchte ihm Mut zu machen, seinen Weg zu gehen, und versicherte ihm meine Mithilfe, solange ich in seinem Zeitrahmen verweilte. Wir sprachen noch lange an diesem Abend über die Burg, die Menschen im Ort, das alte Kräuterweiblein und die Tränke, die Ordnung in all das Chaos bringen sollten. Doch endlich beschlossen wir wieder zusammen in den geheimen Keller hinabzusteigen, um seine Versuche fortzusetzen. Zwar hatte ich selbst nicht die geringste Ahnung, in welcher Weise der geheimnißvolle Drang zu brauen war, doch hoffte ich, meine Anwesenheit möchte dem gelehrten Herrn Mut und Optimismus verleihen und zum Erfolg führen. Im Laboratorium angekommen, begann er sofort damit, die Flammen seiner Brenner zu entzünden und die benötigten Utensilien und Zutaten vorzubereiten. Es dauerte auch nicht lange, bis der Raum von einem angenehmen, fruchtigen und doch herben Geruch erfüllt war und in einem kleinen Glaskolben am Ende einer Reihe von Reagenzien sich eine farblose, aber kräftig riechende Flüssigkeit ansammelte. Der alte Schulmeister nahm schließlich den kleinen Glaskolben in die Hand und hielt ihn sich vor die Augen. »Das ist also das wahrgewordene Geheimniß, an welchem ich schon so lange forsche?« fragte er mir zu sich selbst und schüttelte ganz leicht seinen Kopf. »Und Ihr seid sicher, daß dieser Drang nicht in die Hölle, sondern durch die Zeiten führen wird?« »Ganz sicher, Herr Lämmle. Seid wohlgemuth!« antwortete ich auf seine Zweifel. »Am besten ist's, Ihr probiert es einfach aus, dann werdet Ihr schon sehen, daß ich Euch wohlberaten habe.« »Wie Ihr meint, ich soll diesen Trunk gleich jetzt ausprobieren?« fragte er, und ich konnte die Angst bei diesen Worten in seinem Gesicht lesen. »Wenn Ihr Eure Ängste überwinden wollt, werte Herr Lämmle«, sagte ich, »dann wird dieser Drang Euch dabei behilflich sein. Kommt, wir steigen wieder hinauf in Eure Stube, und ich werde Euch beiwohnen.« Wie ein Kind ließ er sich gedankenverloren von mir wieder in seine Wohnung hinaufführen. Draußen war es indessen finstere Nacht geworden, und der zunehmende Mond war bereits hinter dem düsteren Burgberg verschwunden. Wir tasteten uns mehr die Treppen hinauf, als daß wir etwas gesehen hätten, und oben angekommen entzündete der gelehrte Herr eine einzelne Talgkerze, die er auf den Tisch stellte, an dem wir nun Platz nahmen. »Und was passiert nun?« fragte er, und wirkte dabei wie ein zerstreuter Professor. »Nehmt nur einen Tropfen, werter Herr Lehrer«, antwortete ich, »und Ihr werdet sehen, daß Ihr erfolgreich wart. Habt Vertrauen! Ich selbst habe diese Reise schon mehrfach angetreten, und wie Ihr seht«, bei diesen Worten klopfte ich mir auf die Brust, »ich lebe noch, und es geht mir gut.« »Und Ihr werdet mich begleiten auf dieser ersten kleinen Reise?« fragte er, und sah mich hilfesuchend an. »Ich kann nicht«, erwiderte ich, denn ich hatte wegen der zu erwartenden Wechselwirkungen mit der Wirkung des Trankes, den ich selbst benutzt hatte, um an diesen Ort zu gelangen, bedenken. Ich war in die Vergangenheit gereist, um den Vorgänger meines Schulmeisterleins aufzusuchen, und der Trank, den dieser in meiner Anwesenheit gebraut hatte, führte in seine Zukunft. Er sollte den Erfolg seiner Bemühungen zu sehen bekommen. Es erschien mir nicht unwahrscheinlich, daß diese beiden, konträr wirkenden Tränke womöglich unbeabsichtigte Ergebnisse zeigen mochten, und da es keine Packungsbeilagen gab, an welchen man sich hätte orientieren können, schien es das Angezeigteste zu sein, wenn ich hier auf ihn warten würde. Sein Nachfolger hatte diese erste Reise alleine antreten müssen, und auch ihm würde nichts anderes übrig bleiben. Ich erklärte ihm den Zusammenhang zwischen der Dauer der Reise und der Menge, die er von dem Trunk zu sich nehmen müsse, und soweit ich dies aus der Mischung, die er zusammengebraut hatte, herauszulesen vermochte, hatte er einen Trank zusammengemischt, der ihn in eine nicht allzu weit entfernte Zukunft führen mußte. Er sah schließlich die Notwendigkeit, diese erste Reise anzutreten, ebenso ein, wie die Tatsache, daß er dies alleine zu tun hatte, nahm das Glasfläschchen in die Hand und träufelte sich einen Tropfen von dem Inhalt auf die Zunge. Dann verkorkte er das Fläschchen sorgsam wieder und stellte es auf den Tisch. Es dauerte auch nicht lange, als der Raum von einem magischen Licht erfüllt war, und mit dem inzwischen wohlbekannten Plopp verschwand er, und ich blieb allein in dem Raum zurück, der nur spärlich von der Taltkerze auf dem Tisch beleuchtet wurde. Ob schon es kaum Zweifel an der Wirksamkeit des Trankes geben konnte, und ich darüber hinaus deren Wirkung ja bereits bestens kannte, fand ich mich doch von einer inneren Unruhe erfüllt, und als der ehrenwerte Schulmeister, nach einigen Minuten just an der Stelle am Tisch sitzend, von wo er verschwunden war, wieder auftauchte, entschlüpfte ein tiefer Seufzer meiner Brust. Er hatte es also erfolgreich geschafft, seine erste Reise durch die Zeit zu unternehmen. Friedrich Wilhelm Lemle saß am Tisch und sprach kein Wort. Ich fragte ihn, wo er herausgekommen sei und was er gesehen habe, doch es vergingen gute zehn Minuten, bevor er mit leisen Worten berichtete, wie seine Reise verlaufen war. Die Burg oberhalb des Dorfes, die jeder der Dörfler, aber keine der Städter zu sehen vermochte, sei verschwunden gewesen, und statt ihrer habe nur eine kleine, in weiten Teilen von Gestrüpp und Buschwerk überzogene Ruine gethront. Die Dorfkirche, die der von mir geschaffene Schulmeister in strahlendem Weiß und mit einem anderen als dem gewohnten Kirchturm erblickt hatte aber, hatte dieser gelehrte Herr nicht gesehen. Sie war also unverändert geblieben, was ich als Nachweis für eine kurze Reise anzusehen geneigt war. Er erzählte weiter, daß ihm die ganze Reise kaum länger als allenfalls zwei oder drei Minuten gedauert zu haben schien, und da er trotz der Aufregung, die ihm sichtlich in den Knochen steckte, einen gefaßten und analytisch denkenden Eindruck auf mich machte, war ich auch hier geneigt, die Differenz in der Reisedauer zu meinen eigenen Beobachtungen als Folge der Zeitverschiebung zu betrachten. Ansonsten aber war offenbar nichts wesentliches passiert, und er hatte auch nach mehrmaligem Nachfragen keine weiteren Beobachtungen gemacht, über die er berichten konnte. Er kehrte schließlich wieder zu seiner gewohnten Ruhe zurück, und wir unterhielten uns eine Weile über Zeitreisen und ihre Besonderheiten und Risiken. Immer öfter bemerkte ich nun, daß dem gelehrten Herrn die Augen zuzufallen drohten. Er war ganz offenkundig erschöpft und müde und würde, wenn ich nicht zugegen gewesen wäre, wohl zu Bett gegangen sein und über seine Reise geträumt haben. Doch seine Höflichkeit verbot es ihm, diesem Drang nachzugeben, und auch, wenn mir vollkommen klar war, daß die Müdigkeit seine Aufnahme fähig beeinflussen mußte, fühlte ich mich selbst durch die Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit genöthigt, ihm das, was er wissen mußte, in aller Kürze zur Kenntnis zu bringen. Die Nacht war inzwischen weit vorangeschritten, und es mochte bereits auf die sechste Stunde zugehen. So blieben mir allenfalls noch einige wenige Stunden, und wenn ich nicht ein zweites Mal hierher zurückkehren wollte, gab es noch einiges, was der Herr Lehrer wissen mußte. Ich machte dem Herrn daher den Vorschlag, die Morgenkühle und die bereits vom Horizont her aufziehende Dämmerung zu nutzen und mit mir einen Spaziergang zu unternehmen, von dem ich hoffte, daß er seine und auch meine eigenen Lebensgeister mit frischem Leben zu erfüllen vermochte. Er willigte ein, und so machten wir uns auf, stiegen die auch in dieser Zeit bereits wurmstichigen Treppen hinab, verließen das Haus und gingen den Menschen deren Weg in Richtung des hinteren Talendes. Bevor wir jedoch auf den Weg, der zur Mühle außerhalb des Dorfes führte, gelangten, bog ich nach rechts ab, und wir folgten dem Trampelpfad, der hinauf zur Krapelle Mariazell führte. Wir gingen sehr langsam und unterhielten uns eingedenk der kühlen Morgenfrische angeregter als in des Schulmeisters kleiner, aber gemütlicher Mansarde. Ich erzählte ihm nun von der Geschichte der Burg und was die seltsame Stimme meinem Schulmeisterlein zu berichten gehabt hatte, als sie ihn aus den Fängen des 21. Jahrhunderts befreite, und schließlich kam die Rede auf den unheimlichen Mönch Egidius. Ich hatte kaum die ersten Ereignisse, die mit diesem Manne zusammenhängen, erzählt, als der alte Schulmeister stehen blieb und mich entsetzt anblickte. »Dieser Mann scheint ja der Teufel in Persona zu sein!« stieß er atemlos hervor, und seine Augen zuckten nach links und rechts, als fürchte er, der unheimliche Mönch könne jederzeit aus dem Nichts vor uns auftauchen. »Er ist weder ein Teufel noch ein Engel, werter Herr Lemle!« suchte ich ihn nun zu beruhigen. »Er ist nur einfach sehr versiert im Umgang mit Dingen, die ihm eigentlich unbekannt sein sollten, aber ich versichere Euch, mein Herr, er ist nicht unbesiegbar. Ihr solltet Euch darauf keine überflüssigen Gedanken machen.« »Ihr findet mich geneigt, Euch Glauben zu schenken, mein Herr,« erwiderte der Lehrer, und fuhr dann fort, »aber auch wenn er nicht allmächtig ist, wie es der Antichrist wäre, so hat er es doch, wenn ich Euren Erzählungen folge, vermocht sich, Euch zu entziehen, und das gleich mehrere Male.« Ich konnte dem gelehrten Herrn in diesem Punkt kaum ernsthaft widersprechen. Auch wenn meine Begleiterin und ich bisher noch jeden Angriff des unheimlichen Reisenden durch die Zeiten abzuwehren vermocht hatten, war es doch unzweifelhaft, daß er mehrfach aufgetaucht war, ohne daß wir es hätten verhindern können. Da ich nicht antwortete, sprach der Lehrer weiter, »Und nun möchtet Ihr mich auf den Scheiterhaufen schicken, von welchem Ihr erzählt habt? Wie könnt Ihr Euch sicher sein, daß er mich nicht dort ebenso überrascht, wie er es bei Euch vermocht hatte?« Ich hatte es bei meinen Berichten unterlassen, den Herrn zu überfordern, und ihm daher nicht erzählt, daß er Bestandteil einer Geschichte war, die ich selbst geschrieben hatte, und somit auch die Ereignisse Gesetzmäßigkeiten folgten, welche ich mir ausgedacht hatte. Ebenso war ich sehr sparsam mit den Ereignissen verfahren, die sich in einer Zeit abspielen würden, die in seiner Zukunft lagen, denn eine der Grundregeln der Zeitreisen besagte, es sei stets gefährlich, einen Blick in die eigene Zukunft zu thun. Das machte es nun, daß seine Bedenken noch nicht vollständig zerstreut waren, dafür aber stets neue Zweifel hinzukamen, zunehmend schwieriger, ihn zu überzeugen, während die Uhr unerbittlich voranschritt und meine Zeit immer knapper wurde. Die Sonne war inzwischen aufgegangen, und ich spürte ihre Wärme auf meinem Rücken. Ich blieb stehen, wandte mich meinem Begleiter zu und lächelte. Wie so oft, wenn ich mich auf ein Gespräch zubewegte, das mir unangenehm war, verspürte ich den Drang, mir ein Zigarillo anzuzünden. In diesem Augenblick wurde mir bewußt, daß ich seit meinem Eintreffen noch keine geraucht und auch der Schulmeister dazu offenbar keinen Antrieb verspürt hatte. Ungeachtet dessen zog ich die Packung aus meiner Jackentasche, rollte einen der Klimmstängel aus seiner Kunststoffumhüllung, die ich danach in die Hosentasche steckte, und zündete ihn anschließend an. Als ich den Schulmeister wieder anschaute, sah ich ihn, mich mit großen, erstaunten Augen musternd. Meine Geschichtskenntnisse waren bescheiden, und meine Wissensquelle zu erheblichen Theilen des Internet meiner Tage. Doch eine der Besonderheiten dieser Wissensquellen war die Tatsache, daß man dort nur Antworten auf Fragen bekam, die man ganz gezielt stellte. Daraus ergibt sich im Umkehrschluß, daß Fragen, die man nicht stellt, auch nicht beantwortet werden. So klärte mich der gelehrte Herr darüber auf, daß man in jenen Tagen wohl bereits der Kunst des Pfeifferauchens fröhnte, doch Zigaretten oder Zigarren kannte man hierzulande noch nicht, von dem Feuerzeug in einer Zeit, da selbst Schwedenhölzer mit Phosphor noch Zukunftsmusik waren, ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz tat mir die Züge an dem Klimmstengel gut, und weil der Herr Lehrer nun weniger erschreckt, als mir neugierig zuschaute, bot ich ihm auch einen solchen an. Er nahm meine Offerte dankend an, und ich pellte ihm meinen letzten Rillot aus der Folie, hielt ihm hin und gab ihm Feuer. Er nahm einen ersten, durchaus kräftigen Zug und hustete. Er lächelte etwas gequält, und die Augen tränten ihm, aber ungeachtet dessen nahm er einen zweiten Zug, der ihm ganz offensichtlich schon deutlich besser mundete. Ich nutzte nun die zunehmend entspannte Stimmung und erzählte ihm, soweit ich glaubte, das verantworten zu können, was ich über den Mönch wußte, deutete aber das, woher ich die Kenntnisse darüber hatte, nur beiläufig an. Er nickte nur beständig und hörte zu, sprach aber während meiner Erzählung kein Wort. Wir waren nun, trotz unseres sehr gemächlichen Tempos, mit dem wir dahin schlenderten, am Waldrand unweit der Kapelle Mariazell angelangt. Eine einsame Wanderhütte stand an der Stelle, wo später ein Parkplatz auf Touristen warten sollte. Von hier aus hatte man eine herrliche Sicht auf das unter uns liegende Boll, aber obgleich wir einige Höhenmeter überwunden hatten, überragte der unheimliche Burgberg auch hier die gesamte Szenerie. Doch hatten wir uns ihr auch genähert, und man vermochte von diesem Platz aus viele kleinere Details zu erkennen, die aus dem Tal nicht zu sehen waren. Obwohl der unheimliche Ort nicht im mindesten nach einer Ruine aussah, waren dennoch keinerlei Aktivitäten erkennbar. Aus dem Dorf hörte ich die Kirchturmglocke elfmal schlagen. Der Lehrer und ich hatten uns ins Gras gesetzt und uns noch über die Reise, die er zu tun hatte, unterhalten, und ich drückte ihm gerade zur Erinnerung einen Zettel mit dem genauen Datum, welches er zu beachten hatte, in die Hand, als ich eine Veränderung aufsteigen spürte. Ob schon ein sehr lichter Tag war und die Sonne schien, ging ein Licht von mir aus, welches auch den Lehrer zu blenden schien, und nur wenige Augenblicke später fand ich mich am Wegesrand sitzend alleine wieder, den Burgberg zu meiner Linken in tief hängende Wolken aufragend, und halb rechts der heute deutlich größere Ort Boll, und in der Ferne das in meiner Zeit gar nicht mehr so beschauliche Beamtenstädtchen Hechingen. Meine Reise ins 18. Jahrhundert war zu Ende. E. A. Poe Productions E. Poe Productions E. Poe Productions Die Bedrohung rückt näher Ich fand mich unweit des Parkplatzes, auf welchem ich mein Auto abgestellt hatte, im Grase sitzend wieder, als das weiße Licht meiner Reise verflogen war. Ich schüttelte den Kopf in dem Versuch, meine Gedanken zu ordnen und mich wieder in das Jetzt einzufügen. Dann erhob ich mich mit einiger Mühe, denn ich spürte die Müdigkeit, mich heftig niederdrücken, und schritt gemächlich ein Schrittes hinüber zu meinem Auto. Es war nicht sehr kalt, aber doch um einiges frischer, als es zuletzt in dem plötzlich hereinbrechenden Föhnfrühling gewesen war. Als ich zu meiner Reise ins 18. Jahrhundert aufgebrochen war, hatte die Landschaft unter einem strahlend blauen Himmel gelegen, und die Sonne hatte mit der Kraft ihrer Strahlen das wochenlang unberührte Weiß des Winters hinwegschmelzen lassen. Einzig an den Nordhängen des Alpanstiegs waren Reste der winterlichen Pracht verblieben. Doch als ich mich nun umsah, war der Himmel dunkelgrau, und die Wolken hingen so tief, daß ich die Burg, die, wie ich wohl wußte, sich zu meiner Linken in den Himmel regte, nicht zu sehen vermochte. Alles schien ansonsten wie immer, und auch ein Blick hinab ins Tal und auf den beschraulichen Weiler Boll offenbarte nichts Ungewöhnliches. Doch konnte ich mich eines unguten Gefühles nicht erwehren, aber da nichts, was ich sah, in irgendeiner Weise bedrohlich aussah, schob ich es der anstrengten und durchwachten Nacht und den Strapazen, die die Zeitreisen generell bedeuteten, zu, und dachte nicht weiter darüber nach. Ich öffnete die Thüre meines Autos, stieg ein und fuhr gemächlich hinab ins Dorf und von dort aus hinüber nach Hechingen. Erfüllt von der Vorfreude auf das Wiedersehen mit meiner Begleiterin, die inzwischen längst zu meiner besten Freundin geworden war, und dem Wunsch nach einer warmen Dusche achtete ich kaum auf die Dinge, die ich unterwegs zu sehen bekam. Aber während ich von oberhalb des Dorfes alles in gewohnter Weise zu meinen Füßen liegen fand, machte das sonst so beschaulich und doch geschäftige Boll einen eher trüben Eindruck. Einige wenige Dörfler, die ich hier und dort ihren Geschäften nachgehen sah, wückten gedrückt und schritten mit zu Boden gerichteten Blicken einher. Ich dachte jedoch nicht weiter darüber nach, denn ich wußte wohl, daß tief hängende Wolken durchaus markanten Einfluß auf die Befindlichkeit der unter ihnen Lebenden zu haben vermochte. Der Burgberg zu meiner Linken erhob sich in die Wolken und war kaum zur Hälfte zu sehen. Es dauerte vielleicht zehn Minuten, bis ich die Stadt erreicht und durchquert hatte und auf dem Schloßberg, der Wohnsiedlung, in der ich lebte, anlangte und mein Auto auf meinem Stellplatz abstellte. Ich stieg aus, schloß das Auto ab und betrat das Haus. Schnellen Schrittes eilte ich die Treppen hinauf, schloß meine Wohnungsthüre auf und trat ein. Sonja hatte gehört, wie ich den Schlüssel ins Schloß steckte, um die Türe zu öffnen, und fiel mir nun, da ich eintrat, um den Hals mich zu begrüßen. Es war ein wundervolles Gefühl, nicht mehr einfach in meine Wohnung zu kommen. Wenn Sonja zugegen war, kam es mir nach langem wieder vor, als käme ich nach Hause. Ich lächelte sie an, und sie lächelte zurück. Doch trotz aller Freude über unser Wiedersehen machte sie einen bedrückten Eindruck auf mich, und ich fragte, ob etwas passiert sei. »Es ist alles gelaufen, wie du es geplant hast,« stellte sie fest und war darauf sichtlich befriedigt und erleichtert. »Ich bin auch erst vor zehn Minuten zurückgekommen.« »Du hast also das Schulmeisterlein aus seiner mißlichen Lage befreien können?« fragte ich. »Selbstverständlich. Es war allerdings ziemlich ungewöhnlich, für mich mit ihm und seiner Frau zu sprechen, ohne mich zu erkennen zu geben. Andererseits würden sie mich ja ohnehin nicht erkannt haben, denn aus ihrer Sicht würde unser Besuch ja in einer Zukunft gelegen haben, die die beiden noch nicht erlebt haben. Trotzdem bin ich ein bißchen irritiert,« fügte sie noch hinzu und suchte einen ärgerlichen Gesichtsausdruck aufzusetzen, was ihr aber nur unvollständig gelingen wollte. »Du bist irritiert?« fragte ich, denn ich hatte noch nicht recht begriffen, auf was sie anspielte. »Ist denn etwas Ungewöhnliches passiert?« »Du meinst ungewöhnlicher, als es eine Zeitreise ist?« »Nein, es verlief alles wie geplant. Irritiert bin ich angesichts der Rolle, die du mir zugedacht hast. Bin ich wirklich so alt, daß ich das alte Kräuterweiblein abgeben kann?« Bei diesen Worten zog sie den einen Mundwinkel herab, aber der andere erhob sich und zeigte ein etwas gequält wirkendes Lächeln. »Aber nein, meine Liebe,« antwortete ich ihr in dem Wunsch, sie zu besänftigen, »du bist die wunderschönste Frau, die die Erde je gesehen hat, und du hast keinerlei äußerliche Ähnlichkeit mit dem Kräuterweiblein.« Ich grinste ihr schelmisch zu. »Aber auch, wenn ich dich erst seit kurzem kenne, so trägst du doch eine ganze Reihe innerer Züge, die dich ihr ähnlich machen.« »Die hoffentlich nichts mit meinem Alter oder den Falten um meinen Augen zu tun haben?« »Nicht im mindesten, liebe Sonja,« betonte ich. »Die Fältchen in deinen Augenwinkeln zeigen mir den dir eigenen Humor und daß du es verstehst, das Leben zu genießen. Sie machen dich nur um so attraktiver. Aber du besitzt ein sehr gutes Allgemeinwissen und ein bewundernswertes Selbstbewußtsein, und das macht dich der resoluten alten Dame ähnlich, und wer weiß, und vielleicht kommt uns das ja einmal zustatten.« Sie lächelte mich an, und ich blickte in ihre wunderschönen grünen Augen, als ich wieder den Eindruck gewann, etwas betrüge sie. Ich fragte sie danach. »Ich weiß auch nicht recht, Eddie. Es ist alles problemlos verlaufen, und ich kehrte wie geplant zurück. Es ist nichts geschehen, was in irgendeiner Weise außergewöhnlich wäre, und doch...« Sie verstummte und sah mich nun mit einem Blick an, der sorgenvoll wirkte. »Und doch was?« fragte ich nach. »Na ja, ich fühle mich irgendwie seltsam bedrückt, seit ich zurückkehrte. Ich denke, es liegt vielleicht an meiner Müdigkeit, denn es war eine lange Nacht, wenn du weißt, was ich meine.« Ich verstand sie wohl und mußte ob ihre Worte, die ebenso das wiedergaben, was ich selbst bei mir gedacht hatte, als ich zurückkehrte, ein wenig lächeln. Doch war es mir als schrille ganz leise irgendwo in meinem Hinterkopf eine Alarmglocke. Warum aber und woher dieses wunderliche Gefühl kam, wußte ich nicht. Ich suchte die düsteren Gedanken abzuschütteln und regte an, die Düsternis mit einer heißen Dusche abzustreifen, und in der Tat fühlten wir uns beide entspannter, als wir frisch geduscht und wohlriechend im Wohnzimmer Platz nahmen. Ich hatte uns einen Cappuccino gemacht, an dem wir nun genüßlich schlürften. Ein Blick hinaus zum Wohnzimmerfenster ließ mich die Fundamente des Zeugenmerkes, auf welchem die Burg Hohenzollern thronte, erkennen, und ich sah, wie tief hängende Wolken an dem Berg vorbeistrichen. Die Burg aber blieb unsichtbar. Sonja und ich unterhielten uns noch eine ganze Weile über das, was wir gemeinsam erlebt hatten, und über die Ereignisse, die wir jeder für sich alleine in Gang gebracht zu haben hofften. Schließlich aber, es bekann bereits zu dämmern, verspürten wir beide die Anstrengungen der letzten Tage, und immer häufiger gähnten wir herzhaft. So beschlossen wir, uns zur Ruhe zu begeben, und es dauerte auch nicht lange, bis ein anbeistehender Beobachter uns beide sanft schlummernd vorgefunden haben würde. Wir schliefen tief und fest. Nur einmal erwachte ich mitten in der Nacht, ein Blick auf die Uhr sagte mir, daß es gegen die dritte Morgenstunde sei, weil ich vermeinte, Stimmen zu hören, doch da sich diese vermeintlichen Stimmen nicht wieder bemerkbar machten, schlummerte ich wieder ein. Als wir erwachten, hatten wir mehr als zwölf Stunden geschlafen. Mein Wecker zeigte halb acht am nächsten Morgen, und daß ich die an der Decke projizierte Uhrzeit zu erkennen vermochte, deutete auf einen weiteren trüben Tag hin. Mir krochen immer noch leicht erschöpft aus dem Bett, und während Sonja sich im Bad frisch machte, setzte ich Wasser für den morgendlichen Cappuccino auf. Ich fragte sie, ob sie zum Frühstück frische Croissants wünsche, doch sie verneinte. Ein Cappuccino und eine Zigarette seien alles, nach was sie jetzt dürfte. Während das Wasser zu kochen begann, warf auch ich mir meine morgendliche Handvoll Wasser ins Gesicht und putzte mir in aller Eile die Zähne. Sonja hantierte in der Zwischenzeit in der Küche, und daß ich aus dem Bad kam, stand das süße Heißgetränk bereits auf dem gewohnten Platz im Wohnzimmer. Draußen hingen die Wolken noch immer so tief, daß man weder die Burg noch auch nur den Berg, auf dem sie stand, zu erkennen vermochte. Ich achtete nicht weiter darauf. Sonja und ich unterhielten uns über die Dinge, die nun in Folge zu thun seien, und diskutierten das Für und Wider, denn ich machte ihr klar, daß ich eine weitere Reise in die Vergangenheit zu unternehmen gedächte, um dafür Sorge zu tragen, daß alles geschah, wie ich es im vergangenen Jahr geschrieben hatte, und der unheimliche Mönch auch zuverlässig in die Falle tappte, die ich für ihn aufgestellt hatte. Während wir darüber sprachen, kam mir der Gedanke in den Sinn, daß ich wohl noch eine weitere Reise in das neunzehnte Jahrhundert unternehmen mußte, bevor ich schließlich in das dreizehnte reiste, wo der finale Showdown stattfinden würde, denn der Trank, den das Schulmeisterlein dem Mönch unten im mittelalterlichen Kloster St. Lutzen verabreichen sollte, würde ihn in unsere Zeit transportieren. Auch wenn damit kein großes Risiko verbunden zu sein schien, wirkte der Gedanke, daran sozusagen im Vorbeigehen noch einmal ins neunzehnte Jahrhundert zu reisen, nicht wirklich angenehm auf mich, und ich sinnierte über andere Möglichkeiten zu erreichen, was erreicht werden mußte, als mir ein Gedanke durch den Kopf schoß. Ich nahm an meinem Computer Platz und stapselte dann den USB-Stick, auf welchem sich meine Geschichte befand, die in meiner Zeit noch nicht gedruckt war, und nahm an einer bestimmten Stelle eine Änderung an dem Text vor, den ich geschrieben hatte, was ich durch einen erschreckten Schrei auffuhr. Sonja stand am Fenster, und ich konnte förmlich die Farbe aus ihrem Gesicht weichend sehen, obschon sie mir den Rücken zukehrte, während sie angestrengt aus dem Fenster spähte. »Was ist denn passiert, um Himmels Willen?« fragte ich sie und sah sie besorgt an. Sie wandte mir den Kopf zu, und ich sah ihr aschfahles Gesicht und ihre großen, weit aufgerissenen Augen. »Sieh doch!« stieß sie hervor und zeigte aus dem Fenster. Ich folgte der Richtung, in die ihr Finger wies, und mein Auge erreichte endlich den Burgberg, auf den ich die Burg Hohenzollern zu sehen erwartete, doch weit gefehlt. Der Himmel war aufgerissen, und die Wolken, die den Berg seit meiner Rückkehr verhüllt hatten, waren weitergezogen. Was ich nun sah, erschreckte mich über alle Maßen. Dort, wo die markante Burg sich in den Himmel zu Recken pflegte, war nur eine nahezu vollständig bewachsene Hügelkuppe zu sehen, und aus dem Buschwerk ragten einige Ruinenreste und der Turm einer kleinen Kapelle empor. Die Burg Hohenzollern aber war verschwunden. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 21 Die Schatten der Vergangenheit Selten noch hatte mich etwas solcher Art zu erschrecken vermocht, wie der Anblick des verwaisten Burgbergs. Das, so war mir sofort und unzweifelhaft klar, hatte nichts Gutes zu bedeuten. Was aber auch immer geschehen war, der mittelalterliche Mönch Egidius hatte zweifelsohne damit begonnen, auch unsere eigene Gegenwart zu verändern, und außer Sonja und mir vermochte sich, sofern auch dies nach den Gesetzmäßigkeiten, über die ich geschrieben hatte, geschehen war, niemand daran zu erinnern, wie es wirklich dort oben auf dem Berg auszusehen hatte. Die Folgen waren unabsehbar, denn die Burg war untrennbar mit der Geschichte meiner Wahlheimat verbunden, und wo es keine Burg gab, würde es viele andere Dinge ebenfalls nicht geben. So gesehen schien es beinahe ein Wunder, daß wir uns beim Aufwachen nicht auf einer grünen Wiese, sondern in meiner kleinen Wohnung wiedergefunden hatten. Nun wurde mir auch das düstere Gefühl verständlich, das mich am gestrigen Tage meiner Rückkehr gefangen gehalten hatte, und auch der gebeugte Gang der wenigen Dörfle, an denen ich gestern vorbeigefahren war, erschien nun in einem gänzlich neuen Licht. »Was ist nur passiert?« fragte Sonja mit einem Anflug leichter Panik und Angst in der Stimme. »Wenn ich das nur wüßte!« antwortete ich, und noch immer waren unsere Blicke wie mit Sekundenkleber an den nahezu leeren Burgberg geheftet. Mehr kann schon sagen, welche Handlung in einem Moment wie diesen die einzig richtige ist. Zwar kann man als allgemeingültige Regelung stets Douglas Adams zitieren, der also sagte »Keine Panik«, aber es ist wie mit allen klugen Sprüchen, man erinnert sich ihrer erst wieder, wenn die Panik verflogen ist. Nun waren wir nicht eben in Panik verfallen, dazu schien es dann doch keinen Anlaß zu geben, aber wir waren gleichermaßen beunruhigt wie neugierig, was hier geschehen war. Es schien auf der Hand zu liegen, vor Ort nachzusehen, und vor Ort bedeutete natürlich der omnipräsente Burgberg, den wir aus meinem Wohnzimmerfenster zu sehen vermochten. Raschkleiderten wir uns an, und wenige Minuten später saßen wir im Auto und waren unterwegs drüben am Zeugenberg nach dem Rechten zu sehen. Nichts in dem Landkreis, in dem ich lebe, ist wirklich weit weg, und so war auch der Weg, den wir fuhren, nicht allzu lang. Abgesehen von der fehlenden Burg schien alles wie immer zu sein. Es ging bereits auf Mittag zu, und die Erfahrung sagte, daß um diese Zeit mehr Menschen auf den Straßen waren als zu anderen Tagesstunden, doch fuhren wir nur an wenigen Menschen vorbei, und die, die wir sahen, gingen gebeugt und sahen nicht auf, wenn ein Auto an ihnen vorüberfuhr. Dennoch fiel mir beim Vorbeifahren auf, daß, obschon ein vergleichsweise mildes Wetter seit der Schneeschmelze vorherrschte und inzwischen gar wieder die Sonne schien und einen wärmte, offenbar alle Fußgänger der Mode der sogenannten Hoodies verfallen waren. Wohl konnte man diese beliebten Sweatshirts mit Kapuze, die nicht zuletzt bei den Hiphoppern und Skatern so beliebt waren, auch in normalen Zeiten allenthalben sehen, aber in dieser Häufigkeit erschien mir das dann doch merkwürdig. Ich erinnerte mich an den vergangenen Tag, und es fiel mir auf, daß auch die wenigen Passanten, die mir drüben in Boll begegnet waren, eben solche Hoodies getragen hatten, oder es doch immerhin so schien. Wir waren durch die Stadt gefahren, und ich hatte nun auf dem zentralen Platz, dem sogenannten Oberthorplatz, angehalten, und wir schauten uns um. Tatsächlich schienen, was ich zunächst für Hoodies gehalten hatte, eher eine Art kurzer Mönchskutte zu sein, die in Kombination mit herkömmlichen Beinkleidern getragen wurden. Sonja fragte mich verwundert nach dem Grund für mein Anhalten, und ich zeigte auf die wunderlichen Gestalten, die man allenthalben sehen konnte. Es sah beinahe aus wie eine neue Mode, die niemand ausgelassen hatte, und alle liefen mit gesenktem Haupt durch die Straßen. Zwei Farben schienen nach einiger Zeit der Beobachtungen dabei vorzuhaarschen. Je mehr Zahl der Vorübergehenden trugen grobe braune Hoodies oder Krutten, doch gab es einzelne Passanten, die mit einem feineren Stoff bekleidet waren, der intensiv rot oder besser purpur leuchtete und deutlich aus der Masse herausstach. »Was ist hier los?« fragte Sonja, und das Zittern in ihrer Stimme ließ ihre tiefe Beunruhigung deutlich erkennen. »Hat sich über Nacht die Mode diesen Hoodies zugewendet?« »Sieh dir diese Hoodies mal genauer an«, erwiderte ich, »Sie sehen mir eher wie eine Art neuzeitlicher Mönchskutte aus. Findest du nicht?« Sie nickte nachdenklich, dann sagte sie, »Findest du nicht, es ist ziemlich wenig los auf den Straßen? Wie lange ist es her, daß du um diese Zeit so wenig Autos in der Stadt gesehen hast?« Ich sah mich um, und es war in der Tat, wie sie gesagt hatte. Kaum ein Auto war auf den Straßen unterwegs, und als ich in alle Richtungen spähte, bemerkte ich, daß wir offenbar Aufsehen erregten. Einige Passanten waren stehen geblieben, truschelten miteinander und schienen zu uns herüber zu sehen. »Ich glaube, wir sollten uns schnellstens von hier entfernen«, stellte Sonja in einem Ton fest, der kaum eine Widerrede duldete, und ich stimmte ihr zu. Eilig ließ ich den Motor an und wir verließen, ohne anzuhalten, den Obertorplatz, und fuhren zur Stadt hinaus. Niemand folgte uns. Wir steuerten nun den Zeugenberg an, auf dem wir gewohnt waren, die Burg Hohenzollern zu sehen. Aber auch beim Näherkommen änderte sich der Anblick nicht. Als wir uns den Berg näherten, endete die Straße deutlich unterhalb davon, und die leidlich ausgebaute Straße, die in unserer Zeit bis vor die Tore der Burg führte, endete nach dem verlassene Hauptstraße, die aus der Stadt hinaus führte, an einem Feldweg. Ich hielt das Auto an, schaltete den Motor ab, und wir stiegen aus, uns umzuschauen. Bis auf den fast leeren Burgberg schien von dieser Stelle aus alles wie immer zu sein. Es gab sogar die vierspurig ausgebaute Bundesstraße, die die Landeshauptstadt mit dem Bodensee im Süden verband. Doch waren ungewohnt wenig Autos auf dieser Straße unterwegs, ganz anders, als wir das gewohnt waren, denn der vierspurige Ausbau war wegen des vielen Verkehrs bereits vor vielen Jahren erforderlich geworden, und so war dies eine der meistbefahrenen Straßen im gesamten Landkreis. Nur ab und zu ein Auto zu sehen, wo sie normalerweise Stoßstange an Stoßstange fuhren, war mehr als ungewöhnlich. Lass uns zum Zeugenberg hinübergehen und uns die Sache mal aus der Nähe anschauen, sagte ich und holte einen kleinen Feldstecher aus der Türablage meines Autos, das ich hernach abschloß. »Wieso nennst du diesen Berg eigentlich Zeugenberg?« fragte mich Sonja, deren Erstaunen allmählich wieder der von ihr gewohnten Neugier Platz machte. »Hat man dort früher Zeugen verhört, oder was?« Ich lächelte und antwortete, »Zeugen verhört? Aber nein, meine Liebe, es verwundert mich fast ein wenig, daß du das nicht weißt. Halt keine Vorträge und antworte auf meine Frage, wenn du eine Antwort hast,« sagte sie mit einem leicht vorwurfsvollen Unterton, aber einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht. »Schön, wir stehen hier am Fuß der Schwäbischen Alb. Daß dort drüben«, bei diesen Worten zeigte ich hinüber auf die bewaldeten Anhöhen, die hinter der Burg hinauf in Richtung des Stadtgebietes Albstadt führten, »ist der Albrand.« Der Untergrund ist ein altes Kalksteingebirge, das zuletzt während der letzten Eiszeit abgetragen wurde, und der Rückzug der Gletscher hat vor einigen Tausend Jahren eine karge und trockene Landschaft zurückgelassen. Regenwasser versickert hier in zahlreichen Felsspalten und löst nach und nach den Fels auf. Deshalb finden sich weiter oben auch zahlreiche Höhlen wie die Nebel- oder die Bärenhöhle, und hier am Albrand sorgt die Erosion für ein fortdauerndes Abrutschen dieser Hochfläche. Der Burgberg hier ist ein Überbleibsel aus einer Zeit, da der Alpanstieg noch weiter nach Norden hin in die Landschaft hinausragte. Der Name Zeugenberg bezieht sich genau darauf, er bezeugt, daß die Schwäbische Alb früher einmal weiter ins Land hineinreichte. »Sieht dieser Berg aber nicht eher wie ein alter Vulkankegel aus?« fragte meine Begleiterin. Das glaubte ein Bekannter von mir auch einmal, und der Schluß läge tatsächlich auf der Hand, denn von Singen am Hohentwil, der in der Tat ein bis auf den harten Basaltkern abgetragener Vulkanschlot ist, bis in den Stuttgarter Raum gibt es einige Zeugen für vulkanische Aktivitäten in früheren Tagen. Doch keiner dieser Vulkane ist mehr aktiv, und dieser Berg hier ist tatsächlich nur ein Kalksteinhügel mit Sedimentablagerungen und hat keine vulkanische Vergangenheit. Manchmal scheint das Auge eben doch etwas Falsches zu suggerieren. Während wir uns nun über die erdgeschichtlichen Aspekte dieser Landschaft unterhielten, stiegen wir gemächlich den dem Burgberg vorgelagerten Bismarckhügel hinauf, von wo aus man einen guten Überblick auf die Stadt und die Umgebung hatte. Wenn die Luft klar war, konnte man von hier aus in der Ferne sogar den Stuttgarter Fernsehturm erkennen. Doch auch wenn das Wetter geradezu herrlich war an diesem Tag, war die Luft dennoch dunstig, und schon die schlatter Wand und die benachbarte neue Ertrutschzone, die beide kaum sechs Kilometer entfernt vor uns aufragten, waren nur undeutlich zu erkennen. Ein Fernblick war nicht möglich. Wir waren nun auf dieser Hügelkuppe angelangt, und von hier aus konnte man mit bloßem Auge deutlich die alten Mauern einer mittelalterlichen Burg erkennen, die an zahlreichen Stellen erodiert und teilweise eingestürzt war. Dahinter ragte ein kleiner Turm und das zerfallende Dach einer kleinen Kapelle auf. Das war alles, was man dort oben auf dem Burgberg erkennen konnte. Ich wandte mich nun um und blickte in die Richtung der aus dieser Perspektive hinter uns liegenden Stadt und zog meinen Taschenfeldstecher aus seiner Tasche und setzte ihn an die Augen. Ein Verdacht war, während wir die wunderliche Veränderung in der Stadt und an diesem Ort bemerkt hatten, in mir aufgestiegen, und ich suchte nach dem Areal in der Unterstadt, wo ich die kleine Klosteranlage St. Lutzen mit ihrer Kapelle wußte. Als ich sie gefunden hatte und das vergrößerte Bild durch die Optik erblickte, erschrak ich. Das Fernglas drohte mir aus der Hand zu rutschen, und Sonja, die mich die ganze Zeit aufmerksam beobachtet hatte, fragte besorgt, »Was ist los, was hast du entdeckt?« »Sie selbst«, antwortete ich, ihr in leisem Tonfall reichte ihr das Fernglas und wies sie an, nach dem Kloster in der Unterstadt zu suchen. Rasch hatte sie es gefunden, und ich konnte deutlich sehen, wie ihre Hände zu zittern begannen. Dann reichte sie mir mit aschfahlem Gesicht den Feldstecher zurück und stammelte, »Ich kenne das Kloster St. Lutzen gut, und die Kapelle scheint immer noch dieselbe zu sein, aber die Anlage ist um ein Vielfaches größer, als sie sein sollte. Was hat das zu bedeuten?« »Nichts Gutes«, befürchte ich, »das Böse muß sich dieser Zeit bemächtigt haben«, antwortete ich, und meine Besorgnis wuchs mit jedem Moment. »Nur der, der nicht auf das Wort Gottes des Allmächtigen hört, möchte in einem angesehenen, ehrwürdigen Kloster etwas Böses sehen«, hörten wir eine harte Stimme hinter uns sprechen. Sonja und ich erschraken heftig und wandten uns um. Vor uns standen drei Männer in purpurroten Mönchsgewändern, die wie ein Anachronismus auf uns wirkten. »Wenn die Herrschaften uns gütigst erlauben möchten, uns vorzustellen, wir sind die Glaubenswächter des Distriktes Schwaben«, begann der Mittlere der drei wunderlichen Gestalten zu sprechen. »Ich glaube, unser aller Herr Ägidius I. wird sich höchst erfreut zeigen, Euch begrüßen zu dürfen. Wenn Sie also die Güte besitzen wollen, uns zu folgen!« Es war uns sofort klar, daß diese Begegnung Schlimmes für uns bedeuten mußte, und was als Frage gestellt eigentlich ein Befehl war, dem wir Folge zu leisten hatten. Mein Körper spannte sich an, und ich wollte schon dem Impulse folgen und mit Sonja die Flucht ergreifen, als der Mönch eine moderne Schußwaffe aus den Untiefen seiner Kutte zog, auf uns richtete und sagte, »Ich würde es begrüßen, Euch von einem ordentlichen Glaubensgericht eurer gerechten Strafe zugeführt zu sehen, Herrschaften! Aber ich werde nicht zögern, hiervon Gebrauch zu machen und das Verfahren damit abzukürzen!« Während er bei diesen Worten mit seiner auf uns gerichteten Waffe herumfuchtelte, traten seine beiden Begleiter auf uns zu, packten uns bei den Schultern, um uns umzudrehen, und wiesen uns barsch an, die Hände auf den Rücken zu legen. Dann spürten wir, wie uns die wohlbekannten Kunststoffbänder angelegt wurden. Dann wurden uns grobe Kapuzen über den Kopf gezogen, und alles um uns herum wurde schwarz. Wer auch immer hier das Sagen hatte, wir befanden uns auf Gedeih und Verderb in seiner Gewalt. Wir hörten ein Fahrzeug sich nähern, spürten, wie wir am Arm gepackt und dem Geräusch eines laufenden Motors entgegengeführt wurden, und fanden uns dann offenbar im Front eines Wagens sitzend wieder. Ich hörte eine Stimme fragen, »Sind das die beiden, auf die unser Herr gewartet hat?« »Es scheint so zu sein, Bruder Zaharias,« antwortete die Stimme des Mannes, der zuvor zu uns gesprochen hat. »Hängt Sie nun zu unserem Herrn!« Ich hörte, wie die Türen des Fahrzeugs geschlossen wurden, und die Erschütterungen ließen darauf schließen, daß wir den Berg hinabfuhren. Es vergingen nur wenige Minuten, als das Fahrzeug angehalten wurde, und der Fahrer den Motor abschaltete. Ich hörte die Türen sich wieder öffnen, und spürte, wie ich gepackt, aus dem Wagen gezarrt und auf die Beine gestellt wurde. Dann führte man uns offenbar in ein Gebäude, denn es wurde plötzlich deutlich kühler, und schließlich ging es eine Treppe hinab in eine tiefer gelegene Ebene des Gebäudes, welches auch immer das sein mochte. Außer den Anweisungen, wie wir zu gehen hatten, links, rechts, Stufe, sprach niemand zu uns. Schließlich wurden wir angewiesen, stehen zu bleiben, und die Kapuzen, die man uns über die Köpfe gestreift hatte, wurden nun wieder abgezogen. Dann wurden unsere Fesseln durchschnitten, und endlich hörten wir hinter unserem Rücken eine schwere Türe quietschend ins Schloß fallen. Ich sah zu Sonja hinüber und blickte in ihr angsterfülltes Gesicht. »Wo zur Hölle sind wir?« fragte sie, mit einer Mischung aus Schrecken und verhaltener Wut. »Wenn ich das nur wüßte,« antwortete ich und blickte mich um. Wir befanden uns in einem Kellerverlies, wie ich es nur aus Schloßbesichtigungen kannte. Es gab ein einziges winziges Fenster unter der Decke, durch das das spärliche Licht hereindrang und den Raum nur vage erhellte. Ansonsten war der Raum vollkommen leer. Es gab keine Pritsche, keine Toilette, wie in den modernen Gefängniszellen, die ich nicht einmal einen Eimer oder einen Krug mit Wasser. Es gab nichts, was uns einen Anhaltspunkt hätte bieten können, wo wir uns befanden, und was immer sich auch hinter dem Fenster verbergen mochte, blieb für uns unsichtbar. Wir waren Gefangene in unserer eigenen Zeit und fühlten uns doch wie im Mittelalter. »Aber du kennst doch die Geschichte der Stadt recht gut, Eddy. Du mußt doch eine Vorstellung haben, wo wir sind,« hakte sie nach, meine Überlegungen unterbrechend. »Das meiste, was ich über die Geschichte der Stadt weiß, außer den Gerüchten, die vor vielen Jahren einmal über wunderliche Entdeckungen beim Kloster St. Dutzen die Runde machten,« antwortete ich, »weiß ich aus dem, was es auf der Webseite der Burg Hohenzollern zu lesen gibt und dem Wikipedia-Eintrag über die Stadt selbst. Etwas wie das hier habe ich nie gesehen und auch nie etwas darüber gelesen. Es scheint mir aber...« Ich verstummte und lauschte. »Was scheint dir?«, fragte Sonja hartnäckig, nach der Erhellung der Situation forschend. »Nun, es scheint mir, als befänden wir uns in einem Gebäude der Oberstadt. Wie kommst du darauf? Wir sind nicht sehr weit gefahren, und so wie ich während der kurzen Fahrt die zurückgelegte Strecke zu spüren vermeinte, müßten wir uns nun tatsächlich irgendwo in der Oberstadt befinden. Möglicherweise in der Anlage des alten Stadtschlosses, aber ich bin weit davon entfernt, mir in die diesem Punkt sicher zu sein. Und ob wir uns im alten Keller des Stadtschlosses befinden, erscheint mir eben auch nicht sehr wahrscheinlich. « »Wieso das?«, hörte ich Sonjas fragende Stimme. »Na, es gibt keine Burg auf dem Berg, auf dem wir eben beide ihren Anblick gewöhnt sind. Liegt da nicht die Vermutung nahe, auch das Stadtschloß könnte angesichts der offensichtlichen Veränderung der Zeitlinie in Mitleidenschaft gezogen worden sein?« »Ich halte es fast für denkbar, daß die Hohenzollern in diesem Zeitrahmen vielleicht niemals dieses Land in Besitz nahmen und die Geschichte sich bereits vor langer Zeit zugunsten des schwäbischen Bundes entwickelt hat, der die Hohenzollern, weil Preußisch, zu vertreiben suchte.« »Und was tun wir jetzt? Wie kommen wir hier wieder raus?«, fragte sie aufgeregt. Sie hatte offenbar noch nicht vollständig realisiert, daß es hier kein Entkommen durch pures Warten auf das Ende der Wirkung eines magischen Trankes gab. »Wir können nicht mehr tun, als abwarten, was als nächstes passieren wird,« antwortete ich. »Aber lange dauern, bis wir mehr erfahren, durfte es eigentlich auch nicht.« »Wieso das?« »Na, überleg mal, diese seltsamen Herrschaften, die uns festgenommen haben, sprachen von Egidius dem Ersten, aus ihrem Herrn und Meister. Es würde mich doch sehr wundern, wenn dieser Egidius der Erste nicht eben der wäre, den wir kennen,« antwortete ich ihr, während ich die Situation laut überdachte. »Aber der kommt doch aus dem dreizehnten Jahrhundert,« warf sie ein, »der kann doch unmöglich in dieser Zeit noch leben. Kein Mensch wird achthundert Jahre alt.« Damit hatte sie natürlich recht, und allenfalls hätte ich das sprichwörtliche biblische Alter in die Diskussion werfen können, doch als Atheist mochte ich nicht ohne Not die Bibel heranziehen, ein Problem zu beleuchten. Ich war mir ziemlich sicher, daß, wenn dieser Herrscher namens Egidius derselbe war, wie jener, den wir auch kannten, dieser sich eher wissenschaftlicher oder besser magischer Mittel bediente und nicht die Kräfte des Himmels heraufbeschwor. Ich äußerte nachdenklich meinen Einwand gegen diesen Gedanken, doch wurden wir in unseren Gedankengängen jäh durch sich nähernde Schritte und einen Schlüssel, der ins Schloß gesteckt wurde, unterbrochen. Quietschend öffnete sich die Kerkertüre, und ein Mann in eine grobe, braune, bis zum Boden hinabreichende Mönchskutte gehüllt, betrat den im Zwielicht liegenden Raum. »Wache!« hörten wir ihn sagen, und sofort schloß sich die Türe wieder hinter ihm. »Nun, wen haben wir denn hier aufgegriffen?« sagte die Stimme, die uns inzwischen wohl vertraut geworden war. »Sagte ich Euch nicht, werter Herr Magister, daß wir uns wiedersehen werden.« »Egidius!« stieß meine Begleiterin mit einer etwas schrill klingenden Stimme hervor. »Wen haben wir denn hier?« fuhr der unheimliche Mann fort, dabei mehr zu sich selbst als zu uns sprechend. »Ihr habt also Eure junge Begleiterin auch gleich mitgebracht. Sehr schön, Herr Magister. Ihr habt uns damit die Suche nach ihr erspart. Ihr findet mich Euch zu Dank verpflichtet.« Er streifte die ihm ins Gesicht hängende Kapuze ab und gewänzte höhnisch, sich der Macht, die er nun über uns hatte, vollkommen bewußt. »Was hast Du nun vor mit uns, Egidius?« fragte ich. »Aberwetter, Herr Magister,« antwortete er, »Ihr seid ein gebildeter Mann, und auch wenn Ihr nicht der seid, für den ich Euch einst hielt, so bin ich mir doch sicher, Ihr kennt die Antwort ganz genau. Ihr werdet natürlich vor das Inquisitionstribunal gestellt.« Er grinste und offenbarte eine Reihe gelber Zähne. »Und Eurer teuren Freundin wird selbstverständlich dieselbe Ehre zu Theil werden.« Die Ausweglosigkeit dieser Situation machte mich wütender, als ich für möglich gehalten haben würde, und jeder Muskel meines Körpers war zum Zerreißen angespannt. Gerade ging mir der verzweifelte Gedanke durch den Kopf, den unsäglichen Bruder Egidius anzugreifen, als dieser weiter sprach. »Ihr werdet doch nicht ernsthaft etwas Dummes versuchen wollen, werter Herr Magister. Glaubt Ihr denn wirklich, ich beträht es so hilflos, wie Ihr mich fandet, als Ihr mich zu überraschen vermochtet, in Euer Gemach?« Mit diesen Worten zog er eine moderne Handfeuerwaffe aus den Tiefen seiner Kutte, wedelte aber nur kurz mit ihr herum und steckte sie dann wieder ein. »Mal ganz davon abgesehen, daß draußen vor der Türe die Inquisitionswachen stehen, und nur auf meinen Befehl warten, Euch dahin zu meucheln, wie tollwütige Hunde!« Sein Tonfall war nun drohend geworden, und ganz offensichtlich genoß er seine Überlegenheit und die Tatsache, daß ihm eben diejenigen, die ihn gleich dreimal hintereinander übertölpelt hatten, nun in seinen Händen gefangen waren. Ich entspannte mich wieder und steckte die Hände in die Hosentaschen. »Und nun?« fragte ich. »Wie ich schon sagte, Ihr werdet vor das Inquisitionstribunal gestellt, und der reinigenden Kraft des heiligen Feuers übergeben werden?« antwortete er. »Welche Anklage erhebst Du gegen uns?« hörte ich Sonja fragen und blickte zu ihr hinüber. Jetzt schien sie vollkommen ruhig und gefaßt. Ihre Stimme klang eher beiläufig, ganz so, als habe sie nur nach der Uhrzeit gefragt und nicht etwa auf welche Weise wir zu Tode gebracht werden sollten. »Ketzerei! Majestätsbeleidigung! Besitz verbotener Gegenstände!« antwortete er in einem Tonfall, der der Litanei aus dem klösterlichen Leben nicht unähnlich war. »Sucht Euch etwas davon aus. Das Ergebnis wird immer das gleiche sein.« »Es gibt keine Ketzerei mehr,« warf ich ein. »Hier herrscht Religionsfreiheit.« »Das mag wohl so gewesen sein, bevor Ihr Euch einmischtet, doch vielleicht habt Ihr ja inzwischen bemerkt, werter Magister, daß Eure Position nicht mehr dieselbe ist, wie sie war, als Ihr begonnen habt, Euch einzumischen. In diesem Zeitrahmen hat die Macht der Inquisitionsgerichte niemals geendet.« »Du Dreckiges!« begann Sonja zu fluchen, aber der Mönch schnitt Ihr das Wort ab. »Bleibt Gemach, wertes Fräulein, Euer Urteil steht bereits fest. Ihr werdet dem Scheiterhaufen übergeben, wo Ihr hingehört. Wenn Ihr aber meint, mit Beleidigungen um Euch werfen zu müssen und Euch gotteslästerlich benehmt, so kann ich Euch gerne die Ehre einer hochnoth peinlichen Befragung zukommen lassen.« »Hochnot was?« fragte sie. Die Situation war weitaus gefährlicher, als ich befürchtet hatte, und ich antwortete auf ihre Frage mit einem ernsteren Tonfall. »Er spricht von der Folter. Sagt nichts mehr. Wer kann schon wissen, welches Instrumentarium den Inquisitoren heute zur Verfügung steht? Euer Freund spricht wahre Worte, wertes Fräulein. Ihr habt keine Vorstellung, welche Qualen wir Euch heute zu bereiten vermögen, um Euch den Teufel, der ohne Zweifel Euren unwürdigen Leiben innewohnt zu vertreiben.« Mit diesen Worten wandte er sich wieder der Türe zu und rief erneut nach der Wache und sofort öffnete sich die Türe. Noch einmal wandte er sich uns zu. »Das Tribunal wird heute zur Dämmerungstunde einberufen werden. Bis dahin. Gehabt Euch wohl!« Mit diesen Worten streifte er sich die Kapuze wieder über und verließ den Kerker. Die Türe schloß sich sofort wieder hinter ihm, und wir waren wieder alleine in dem leeren Raum. »Was ist hier los, Eddy?« fragte Sonja nach einer Weile des Schweigens, als die Schritte unserer Wächter hinter der schweren Kerker-Türe verhallt waren. »Inquisitionsgericht? Wir sind doch nicht in der Vergangenheit gelandet!« »Es scheint, als habe dieser Ägidius es uns übel genommen, daß wir ihm solcher Art und gleich mehrfach in die Quere gekommen sind«, antwortete ich nachdenklich. »Aber wie ist das möglich?« rief sie aus. »Wie kann ein Einzelner eine ganze Welt solcher Art verändern?« »Erinnere Dich an das, was ich vor einigen Tagen, als wir zum ersten Mal über Zeitreisen und deren Gefahren uns unterhielten, sagte«, antwortete ich, »je weiter man in der Zeit zurückreist, desto vorsichtiger muß man dort agieren, weil selbst kleinste Veränderungen über die Jahrhunderte enorme Variationen hervorzubringen vermögen. Hast du schon einmal etwas von der Chaos-Theorie gehört?« »Du meinst diesen Schmetterlingseffekt?« antwortete sie fragend zurück. »Also, daß der Flügelschlag eines Schmetterlings auf der anderen Seite der Erde einen Tornado zu entfachen vermöchte?« »Genau das«, stimmte ich zu. »Das ist nicht gut, oder?« »Das ist gar nicht gut«, stellte ich fest. »Wenn in den nächsten Stunden kein Wunder geschieht, dann sehe ich schwarz für die Pläne, diese höchst sonderbare Geschichte zwischen zwei Buchdeckel zu schreiben. Wenigstens haben wir noch eine Gnadenfrist.« »Wir hätten eine Gnadenfrist?« fragte Sonja erstaunt. Sie schien das für einen makabren Scherz zu halten. »In wenigen Stunden stehen wir vor diesem Tribunal. Tolle Gnadenfrist!« »Da magst du recht haben, meine Liebe«, suchte ich, sie zu beruhigen. »Aber sie werden uns nicht mehr am heutigen Tag dem Heiligen Feuer übergeben.« »Werden sie nicht? Und wieso bist du dir da so sicher?« fragte sie und fügte noch hinzu. »Nicht, daß uns das wunderlich viel helfen würde.« Diese bigotten Inquisitoren fürchteten sich vor der Nacht und es steht zu hoffen, daß das auch auf unseren Freund hier zutrifft. Die Autodafés werden in der Geschichtsschreibung des Effektes wegen gerne bei Nacht dargestellt, aber tatsächlich wurden Verbrennungen in der Mehrzahl zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang durchgeführt, egal, was auch passieren mag. Eine Nacht haben wir noch.« Ich hatte natürlich keine Ahnung, ob das, was ich da sagte, wirklich stimmte. Niemals hatte ich etwas darüber gelesen, und viel mehr als den Roman »Der Name der Rose« von Umberto Eco und einige Auszüge aus dem Hexenhammer des Heinrich Kramer aus dem 15. Jahrhundert hatte ich nie über Inquisitionsgerichte gelesen. Dennoch schien es, als würden meine Worte Sonja wenigstens ein bißchen beruhigt haben. »Saben aber, das war uns sicher beiden klar, mußten wir so oder so, wenn, ja, wenn eben kein Wunder passierte.« Nicht eben eine optimistische Ausgangsposition für einen Atheisten, der nicht nur nicht an Gott, sondern zwangsläufig auch nicht an Wunder glaubte. »Ich bin nicht sicher, ob mich das wirklich beruhigt«, erwiderte sie. »Das ist ja wie das Warten auf die Hinrichtung in den amerikanischen Todeszellen.« »Du hast ja recht, aber bedenke, meine Liebe, daß es durchaus noch schlimmer kommen könnte, wenn wir nicht umsichtig sind.« »Noch schlimmer«, rief sie aus. »Was könnte denn noch schlimmer sein, als in den frühen Morgenstunden zu Grillfleisch erledigt zu werden?« »Das Tribunal könnte uns«, antwortete ich nachdenklich und nicht ohne einen Schauer auf meinem Rücken zu verspüren, »wenn wir den Anschuldigungen, die uns vorgeworfen werden, nicht vorbehaltlos zustimmen, zu einer hochnothpeinlichen Befragung vorsehen.« »Du meinst, sie würden uns allen Ernstes foltern? Eiserne Jungfrau? Streckbank? Der Wasserstuhl? »Das befürchte ich«, stellte ich fest, und plötzlich hörte ich, wie Sonja leise zu wimmern begann. »Wir dürfen auf keinem Fall dem Gericht widersprechen, Sonja«, sagte ich, »mach dir keine Sorgen, ich wot auf dich aufpassen. Uns wird schon nichts passieren.« Es war uns wohl beiden klar, daß meine Worte jeder Grundlage entbehrten. Doch wie es bei Enttrinkenden so ist, klammerten wir uns an den kleinsten Strohhalm und in der Tat, was konnte inzwischen nicht alles geschehen? Es war besser, dem Unvermeidlichen mit aller gebotenen Ruhe entgegenzutreten. Ich betrachtete das wie das Verhalten, wenn es regnete. Man konnte den Kopf einziehen und suchen, unter dem Regen hindurch zu eilen, doch naß würde man dennoch werden. Oder aber man konnte aufrecht durch den Regen gehen und ihn als Naturgegeben hinnehmen. Näßer konnte man dadurch auch nicht werden. Aber man begegnete dem Regen mit Würde. Die Stunden verstrichen und nichts geschah. Wir hatten schweigend auf dem Boden unseres Kerkers gesessen, bis sich auf dem Gang nahende Schritte ankündigten und die Türe sich öffnete. Zwei Mönche in purpurroten bis auf den Boden reichenden Mönchskutten standen in der Öffnung der Türe. Ein jeder eine brennende Fackel haltend. Ihr Anblick verunsicherte mich nicht wenig, denn es war nicht nur unzweifelhaft, daß wir uns in unserer Gegenwart befanden, sondern auch, daß diese Diener des Bösen sich durchaus moderner Errungenschaften zu bedienen wußten. Daß sie dennoch mit brennenden Fackeln in dem Türrahmen standen, verhieß nichts Gutes. Andererseits, so dachte ich bei mir, was konnte schon noch Schlimmeres passieren? »Das hohe Gericht ist nun bereit für Euch, Ketzer«, sagte der eine Wächter und gebot uns, uns zu erheben und ihnen zu folgen. Da wir keine andere Wahl hatten, standen wir auf und folgten den beiden Wächtern. Einer schritt voran, und als wir ihm auf dem Fuße folgten, schloß der zweite sich uns als Nachhut an. In Hollywoodfilmen möchte der Held an dieser Stelle nun wohl einen Ausbruchsversuch gewagt haben, doch wir hatten kaum einen Plan, wo wir uns befanden, kannten die Räumlichkeiten nicht, und daß wir von nur zwei Wächtern begleitet wurden, bedeutete nicht, daß diese hilflos waren. Ganz davon abgesehen, daß mir jegliche Kampferfahrung abging. So folgten wir wortlos und gepeinigt von innerer Unruhe den Inquisitionswächtern. Wir stiegen einige Treppen hinauf und gelangten schließlich an eine große, schwere Thüre, dessen beide Flügel der vorangehende Mönch nun öffnete. Vor uns lag ein großer Raum, an dessen hinteren Ende ein schwerer Tisch stand. An diesem saßen, mit finsteren Blicken uns anstarrend, drei Mönche in Purpur gekleidet. In der Mitte unser alter Bekannter Aegidius, der hier offenbar den Vorsitz führte, und zu seiner Linken und Rechten nie ein Beisitzer, die wir nicht kannten. Es dauerte eine Weile, bis wir uns im Halbdunkel der schaurigen und anachronistisch wirkenden Beleuchtung orientiert hatten, doch schließlich konnte ich zu unserer Linken mehrere Bänke erkennen, auf welchem Publikum saß, das dem Prozeß beiwohnte. Plötzlich durchzuckte mich ein Schreck, gefolgt von einem kleinen Hoffnungsschimmer. Unter den Zuschauern entdeckte ich meine Mutter, in grobes Leinen gehüllt und von den anderen, die dort saßen, kaum zu unterscheiden. Wenigstens hatte die Veränderung der Zeitlinie sie nicht in unmittelbare Mitleidenschaft gezogen, dachte ich bei mir und schritt voran, bis uns geboten wurde, stehen zu bleiben. Der Mönch Aegidius eröffnete die Verhandlung und begann uns feierlich vorzutragen, wessen wir uns schuldig gemacht hätten. Es war, sieht man von dem äußeren Umfeld ab, kaum viel anders als die Eröffnung der Anklagevertretung moderner Strafgerichte. Man warf uns Ketzerei, Majestätsbeleidigung und zahlreiche andere Vergehen vor, für die es heutzutage eigentlich gar keinen Namen mehr gab, und wurden schließlich befragt, was wir zu den Vorwürfen zu sagen hätten. Ich hatte mir alle Mühe gegeben, Sonja einzuschaffen, auf keinen Fall zu widersprechen, und so bekannten wir uns mit nur wenigen Worten und vorbehaltlos schuldig im Sinne der Anklage. Der Mönch Aegidius machte hierbei einen etwas ungehaltenen Eindruck, denn er hatte wohl gehofft, wir möchten in der gleichen Weise mit ihm sprechen, wie er das ja mehrfach erlebt hatte. Doch da wir uns als reuige Sünder gaben, gibt kaum viel mehr zu tun, als uns schuldig zu sprechen und die Strafe zu verkünden, die, wie ich bereits zuvor gemutmaßt hatte, in der Tat zum kommenden Sonnenaufgang vollzogen werden sollte. Das alles dauerte kaum eine halbe Stunde, und der uns so wohl bekannte Vorsitzende wollte eben die Verhandlung mit einem Gebet beenden, als ich bemerkte, daß zu unserer Linken in den Rängen des Publikums Bewegung aufkam. »Ich verlange, gehört zu werden!«, hörte ich eine Stimme rufen. Ich blickte zur Seite und erschrak. Meine Mutter hatte sich erhoben und war vor die Reihen der Zuschauer getreten. »Ich verlange, gehört zu werden!«, wiederholte sie laut und energisch. »Ich bin eine gläubige Christin und seit vielen Dekaden ein anerkanntes Mitglied der Glaubensgemeinschaft.« Der Mönch, offenbar nicht wenig überrascht und vollkommen unvorbereitet auf diese Störung des von ihm geplanten Ablaufs, erhob sich und sprach. »Und wer seid Ihr Weib, daß Ihr es wagt, das heilige Gericht zu stören?« »Ich bin die Mutter des Angeklagten,« antwortete sie mit fester Stimme, und dann war der Raum erfüllt von einem vielstimmigen Gemurmel und Trauen. »Und ich beanspruche für mich das Recht der Mutter, mit meinem Sohn alleine sprechen zu dürfen, ganz wie es die Prozessordnung der Inquisitionsgerichte seit den Tagen des ehrenwerten Bruders Heinrich Kramer festsetzt.« Der ganze Raum war von einem anerkennenden und zustimmenden Raunen und Murmeln erfüllt. Zwar zweifelte ich nicht daran, daß viele der Anwesenden, auch jene, die nicht am Richtertisch saßen, sich dem Glauben gänzlich unterwarfen, aber die Worte einer Mutter angesichts ihres zum Tode durch das heilige Feuer verurteilten Sohnes rührten die Herzen der Anwesenden, und als der den Vorsitz dieses heiligen Gerichtes führende Mönch Egidius sich erhob, die Forderung meiner Mutter abzulehnen, war eine Welle des Unmutes im ganzen Raum zu spüren. Der alte Beisitzer zu Egidius' Rechten berührte den Mönch am Arm und sprach einige leise Worte, die ich nicht verstehen konnte zu ihm. Ich konnte deutlich erkennen, wie dem jähzornigen Manne die Halsschlagadern anschwollen, und er für einen Moment überlegte, sich über die selbstgeschaffenen Regeln hinwegzusetzen, doch offenbar war seine Macht zwar groß, aber eben doch nicht unbegrenzt, und so stimmte er mit verhaltener Wut und unverhohlenem Haß mit einigen wenigen knappen Worten zu. »Ihr möchtet eurem Sohn das letzte Geleit geben, Weib, und ich will für euch hoffen, ihr werdet ihm für seinen letzten Gang einschärfen, seine Untaten zu bereuen, auf daß er Gnade finde vor dem Herrn. Es sei euch erlaubt, eure letzten Worte gemäß den Worten unserer Vorväter an ihn zu richten.« Mit diesen hervorgepreßten Worten ward die Sitzung geschlossen, und die Herren, die sich gemeinschaftlich erhoben hatten, nahmen wieder Platz. Die Inquisitionswachen wurden angewiesen, Sonja und mich zurück in den Kerker zu bringen und meiner Mutter zu erlauben, mich für fünfzehn kurze Minuten, gemäß ihren Wünschen, sprechen zu lassen. Dann führte uns ab, und kurz darauf befanden wir uns wieder in dem Kerker, in dem wir schon zuvor gewesen waren. Nur wenige Minuten später öffnete sich die Kerker-Türe erneut, und begleitet von zwei Wachen trat meine Mutter mit sorgenvoller Miene und kramgebeugtem Gang herein. Die Türe schloß sich hinter ihr. »Wie gut, daß du mir schon so oft über die Geschichten, die du für YouTube liest, erzählt hast, Sohnemann,« sagte sie, lächelte und richtete sich zu ihrer vollen Größe auf. Dennoch blickte ich zu ihr hinab, denn mit kaum mehr als einem Meter fünfzig Körperhöhe überragte ich sie um mehr als eine Kopfgröße. »Das Studium des Hexenhammers hat sich wohl ausgezahlt,« fügte sie hinzu, und ein Kichern entglitt ihre Munde. »Mutti,« sagte ich, »zugleichen Teilen erfreut, sie zu sehen, als auch zutiefst besorgt. Wohl konnte sie das Inquisitionsgericht von ihrem Recht überzeugen, doch wer konnte schon wissen, was Egidius mit ihr anstellen würde, wenn sie den Kerker wieder verlassen hatte. »Ich bin so froh, dich zu sehen, und doch, ich fürchte, du hast sich in eine größere Gefahr begeben, als du ahnst.« Mit diesen Worten ging ich auf sie zu und umarmte sie herzlich. Ich spürte, wie sie mir etwas zusteckte und leise flüsterte. »Das wird dir helfen, wie ich hoffe. Laß dir nichts anmerken. Die Wachen beobachten uns. Der Kerker ist nicht so mittelalterlich, wie er scheint.« Dann trat sie einen Schritt zurück und musterte uns beide. Sonja folgte dem Geschehen aufmerksam, sprach jedoch kein Wort. Meine Mutter wandte sich nun ihr zu und sagte, »Du bist also die junge Lady, die meinem Sohn bei seinen abenteuerlichen Schreibereien inspiriert? freut mich, dich kennen zu lernen.« Sonja nahm die ihr entgegengestreckte Hand und schüttelte sie lächelnd. »Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, gnädige Frau,« antwortete Sonja und blickte zwischen mir und meiner Mutter hin und her. »Schade nur, daß dies unter solch widrigen Umständen geschieht. Viel Freude werden wir daran wohl nicht mehr haben.« Meine Mutter trat in einem vermeintlichen Anflug freundschaftlicher Gefühle einen Schritt auf sie zu und umarmte sie. Leise hörte ich, wie sie Sonja einige Worte zuflüsterte. »Mach dir keine Sorgen, mein Kind, dies ist meines Sohnes Geschichte, und ich weiß, daß er sie gut geschrieben hat. Er wird dich hier unbeschadet herausführen.« Dann trat sie wieder einen Schritt zurück und sprach nun mit lauter und strenger Stimme. »Wie konntet ihr beiden nur unserem Herrn und Meister fluchen und seine Göttlichkeit in Zweifel ziehen? Habe ich dich so erzogen, Sohn?« Sie sah mich vorwurfsvoll an, machte dann plötzlich einen Schritt auf mich zu und verpaßte mir eine Ohrfeige, die man zweifellos vor der Türe klatschen hören mußte. »Dein Vater ist enttäuscht von dir, mein Sohn! Krämte es ihn nicht schon genug, daß du seinem Wunsch, dich der heiligen Inquisition anzuschließen, ausgeschlagen hast? Und nun mußt du in aller Öffentlichkeit die Ehre des heiligen Egidius in den Schmutz ziehen? Ich schäme mich für dich! Ich sage mich von dir los! Du bist fortan nicht mehr, mein Sohn!« Sie drehte sich zur Türe um und rief, »Wachen!« Die Türe öffnete sich sofort, und eine der Wachen trat in den Rahmen. »Die Viertelstunde ist noch nicht vorüber, Weib!« stellte er fest und war bereits wieder im Begriff, die Türe zu schließen. Doch meine Mutter fuhr ihn an. »Es ist alles gesagt, was eine Mutter zu ihrem ungehorsamen Sohn zu sagen hat! Klage mich nun entweder selbst eines Verbrechens gegen den Glauben an, oder mach, daß du zur Seite trittst, du Tumperdiener meines Herrn!« Es kostete mich einige Überwindung, nicht laut herauszulachen, ob des Schauspiels, welches meine Mutter hier so überzeugend abgab. Doch ich beherrschte mich und setzte eine zerknirschte Miene auf. Der Wächter indessen, höchst erschrocken über die Stränge in ihrem Tonfall und mehr noch eingeschüchtert durch den Hinweis seines eigenen und keineswegs uneingreifbaren Status als Diener des allmächtigen und gefürchteten Ägidius, trat zur Seite, und meine Mutter schlüpfte durch die Öffnung und trat hinaus auf den Gang. Ich hörte sie nur noch sagen, »Möge der Herr deiner sündhaften, armen Seele gnädig sein!« Dann schloß sich die Türe hinter uns, und wir hörten die Schritte auf dem Gang sich entfernen. Wir waren wieder allein im Kerker, der nur durch einen schwachen Lichtschein von dem einzigen Fenster unter der Decke schwach erleuchtet war. »Das war also deine Mutter?« fragte Sonja, mehr feststellend als wirklich fragend. »Das war meine Mutter«, echote ich. »Sie hat eine kräftige Hand«, stellte Sonja beinah beiläufig fest, wandte sich mir zu und streichelte die Backe, die noch immer von der Watschen meiner gnädigen Frau Mama glühte. »Und nun wünscht sie uns zum Schluß, wir möchten zum wahren Glauben gelangen? Sie scheint sich aber gut eingefügt zu haben in diesem neuen Zeitrahmen.« Ich vermochte keinen noch so leisen Unterton der Ironie aus Sonjas Stimme herauszuhören, und auch wenn sie meiner Mutter damit Unrecht tat, war ich doch zutiefst befriedigt. Wenn sie das Theater, das meine Mutter uns zweifellos vorgespielt hatte, geschluckt hatte, dann mochte es wohl sein, daß auch die Lauscher, die jedes Wort, das wir sprachen, mit anhörten, ebenfalls geblendet worden waren. »Ja«, sagte ich, und versuchte mit möglichst trauriger Stimme zu sprechen. »Sie scheint ganz und gar in der religiösen Eiferei aufgegangen zu sein.« Mit diesen Worten wandte ich mich zu Sonja um, nahm sie in den Arm, ganz so, als weinte ich an ihrer Schulter, und flüsterte ihr leise ins Ohr. »Sie hat mir etwas gegeben, was uns helfen wird, zu entfleuchten. Mach dir keine Sorgen, wir werden bald hier rauskommen, und weder uns noch meiner Mom wird auch nur ein Herrchen gekrümmt werden.« Und dann fügte ich laut schluchzend hinzu, »Es tut weh, von der eigenen Mutter in dieser schweren Stunde verstoßen zu werden. Wenigstens bist du am Ende bei mir, mein Engel.« Ich vermochte nicht zu sagen, ob und vor allem auf welche Weise man uns belauschte, doch ich zweifelte nicht daran, daß Egidius alle Mittel aufwandte, um jeden, wie auch immer gearteten Fluchtversuch zu unterbinden. Mochten die Mönche hier auch mit Fackeln umherlaufen und das heilige Inquisitionsgericht im Schein mächtiger Kandelaber abgehalten werden, aber wir befanden uns nichtsdestotrotz als im 21. Jahrhundert, und ohne Zweifel wußte man sich der Möglichkeiten in der modernen Zeit auch hier zu befleißigen. Vorsicht war es immer noch angeraten. Ich fingerte nach dem Etwas, das meine Mutter mir in die Jackentasche gesteckt hatte und fühlte ein Leder et wie, das zwei Fächer besaß, gerade groß genug für zwei Zigarren. Ich lächelte. Es war nicht anzunehmen, daß sie mir eine letzte Zigarre vorbeigebracht hatte, und auch wenn ich nicht wußte, wie sie das angestellt hatte, es war offenkundig, daß sie mir heimlich einen meiner magischen Tränke zugesteckt hatte. Vorsichtig öffnete ich das in meiner Tasche steckende Etui und fand zwei Flakons darinnen verstaut. Als meine Fingerspitzen das kleine Wunder, das uns nun doch beistehen sollte, betasteten, Tränken, stellte sich mir die Frage, warum sie mir zwei Tränke zustecken sollte. Nur wenige Tropfen würden leicht für uns beide ausgereicht haben, so daß zwei Fläschchen eigentlich nicht erforderlich gewesen wären. Beim Tasten spürte ich einen kleinen gefalteten Zettel zwischen den beiden Flakons stecken, den ich vorsichtig herauszog und in der Handfläche verborgen hielt. Offenbar war meine Mutter, wie ich es mein Leben lang von ihr gewohnt war, mit kühler Sachlichkeit und Überlegung an ihr Vorhaben herangegangen, und die Nachricht würde mich zweifellos aufklären, welchen Plan sie für uns bereit hielt. Da ich nicht sicher sein konnte, daß wir nicht nur mit Mikrofonen, sondern womöglich auch mit Kameras beobachtet wurden, galt es nun, für eine kleine Abwechslung Sorge zu tragen, bevor ich es wagen konnte, die Nachricht zu lesen. Wieder trat ich auf Sonja, die inzwischen im Kerker unruhig auf- und abgegangen war, zu, und schluchzte erneut laut auf. Es klang zumindest in meinen Ohren so echt, daß mir gar einige Tränen in die Wangen hinabrangen. Leise flüsterte ich Sonja ins Ohr, »Sorge für ein Ablenkungsmanöver, meine Liebe! Verfluche das herzlose Handeln meiner Mutter und tue es laut!« Sie wußte nicht, was meine Anweisung zu bedeuten hatte, aber in den vergangenen Tagen hatte sie mich doch recht gut kennengelernt und wußte daher, daß ich nie etwas von ihr verlangen würde, wenn es nicht absolut erforderlich war. Sie löste sich von mir und begann nun, erst in leisen, einzelnen Worten, dann aber immer lauter und ärgerlicher werdend, über meine Mutter zu lamentieren. Was für eine bigotte Person sie sei, wie sie es überhaupt über sich brächte, ihren eigenen Sohn zu verstoßen, wie sie sich schämen würde, wenn das ihre Mutter wäre, und so ging es weiter. Ich war nicht wenig beeindruckt und hoffte inständig, ihr niemals einen Grund zu geben, auf mich sauer zu sein. Ich war sicher nicht auf den Mund gefallen, aber die Tiraden, die sie soeben vom Stab ließ, waren von einer Überzeugungskraft, der ich wenig entgegenzusetzen gehabt haben würde. Es schien sicher, daß die eventuelle Lauscher für eine Weile damit beschäftigen würde, und so strich ich den Zettel in meine Hand glatt und las die wenigen Worte, die in der geschwungenen Handschrift geschrieben waren, die so typisch für meine Mutter war. »Lieber Sohn, Du findest anbei zwei Tränke, die Dir helfen werden, Deine Mission erfolgreich abzuschließen. Der eine Flacon mit der Schleife bringt Euch beide in das mittelalterliche Hechingen ins Jahr 1228, und der andere wird, wenn ich ihn richtig ausgesucht habe, dafür Sorge tragen, daß Ihr dort vollenden könnt, was ich schon vor einiger Zeit aus Deinen Händen gelesen habe. »Viel Glück, und bring mir meine zukünftige Schwiegertochter gesund zurück. Grüßle Mutti!« Während Sonja noch immer lamentierend und schimpfend durch die Zelle stampfte, schlich sich ein Lächeln auf mein Gesicht, und ich spürte einige Tränen der Freude über die Unerschrockenheit meiner Mutter und ihre Liebe zu mir die Backen herabrennen. Ich tastete nun wieder in meiner Jackentasche nach dem Etui und darinnen nach dem Fläschchen mit der Schleife. Deutlich konnte ich dies spüren, und nun überlegte ich, was zu tun sei. Mein erster Impuls war der, sofort den Trunk einzunehmen und zu hoffen, verschwunden zu sein, bevor die Wächter hereinkommen und uns womöglich Schaden zufügen konnten. Doch da ich es mir schon vor langer Zeit zu eigen gemacht hatte, nichts Unüberlegtes zu tun, erwog ich mögliche Alternativen. Mochte es sicherer sein, noch eine Weile zu warten? Und auf was hätte ich warten können? Daß es dunkelte? Das, so sagte ich mir, wäre wohl reichlich unnütz gewesen, denn noch immer fiel ein schwacher Lichtschein durch das vergetrte Kerkerfenster unter der Decke herein, und das, obschon es bereits seit mindestens drei Stunden Nacht sein mußte. Die Beleuchtung war also künstlich, und ob es eine Fackel oder elektrisches Licht war, war bedeutungslos. Auch war nicht damit zu rechnen, daß mit dem Lauf der Zeit die Wachsamkeit unserer Wächter solcher Art nachlassen würde, daß wir uns ungestört unterhalten oder gar unserer Flucht besprechen konnten. Natürlich war es stets eine gute Idee, in gefahrvollen Situationen erst nachzudenken und nicht einfach impulsiv zu handeln. Doch hier machte offenbar weiteres Warten tatsächlich keinen Sinn. Leicht wäre es möglich gewesen, daß Aegidius selbst uns einen Besuch abgestattet hätte, um seinen Sieg über uns auszukosten, und jede Begegnung mit ihm oder seinen Schergen mochte zur Entdeckung unseres kleinen Rettungsankers führen. Diese Gedanken in meinem Kopf umherwirbelnd, zog ich kurzerhand den Flacon mit der Schleife heraus, nahm den Deckel ab und wies Sonja an, den Mund zu öffnen. Sie war ob meiner, für sie scheinbar spontanen Handlung, nicht wenig überrascht, doch als ich mit einem drängenden Tonfall wiederholte, sie solle den Mund öffnen und mir die Zunge rausstrecken, gehorchte sie. Ich träufelte zwanzig Tropfen auf ihre Zunge und anschließend mir selbst die gleiche Dosis. Während ich noch das Fläschchen wieder verkorkte, konnten wir von draußen einige Schritte hören, und im Nu flog die Türe auf, und nebst den beiden Wächtern stürmte Aegidius herein. Doch bevor er uns zu erreichen vermochte, waren wir in dem gewohnten Weiß, das der Zeitreisedrank erzeugte, verschwunden. Wir waren der reinigenden Kraft des heiligen Feuers knapp entronnen. E. A. Poe Productions liest Aegidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 24 Hand in Hand ins Mittelalter Als das Wabern des weißen Lichtes, das die Zeitreisen mit meinen magischen Tränken zu begleiten pflegte, verebbt war, fanden wir uns im Freien wieder. Wir hatten die gesamte Reise in einem Zug und ohne Zwischenstops hinter uns gebracht, was ich wohl begrüßte, was aber in mir die Frage aufwarf, wie bei allen Göttern der klassischen Literatur meine Mutter an diesen Trank gelangt war. Selbst wenn ich die Möglichkeit in Betracht zog, daß sie in meiner Wohnung gewesen sein könnte, immerhin hatte sie den einzigen Zweitschlüssel, so konnte dies nicht erklären, wie dies vonstattengegangen war, denn ich selbst verfügte über keine Tränke, die weiter als ein Jahrhundert in die Zukunft oder in die Vergangenheit führten. Es dauerte eine Weile, bis ich wieder Herr meiner Sinne war, und als ich zu begreifen begann, wo wir uns gerade befanden, schauderte es mich, und ich verkrampfte mich im selben Augenblick. Unsere Reise hatte in einem engen, dunklen Gewölbe begonnen, doch gemäß der Gesetzmäßigkeiten, daß man mit meinem Trank durch die Zeit, nicht jedoch durch den Raum zu reisen vermochte, waren wir just an dem Fleck herausgekommen, von dem wir aufgebrochen waren. Und eben jener Fleck war in jenen Tagen Teil der mittelalterlichen Stadtmauer, auf der wir nun standen. Unter uns ging es gute zwanzig Meter senkrecht in die Tiefe, während sich hinter uns die eigentliche Stadtmauer kaum einen Meter erhob. Ich erbleichte. Sonja, die sich nun ebenfalls von der Reise erholt hatte und ihm jetzt angekommen war, blickte mich an und fragte mit einem vernehmlichen Unterton der Sorge, »Was ist mit dir, Eddy? Ist dir schlecht?« Ihre Frage war durchaus berechtigt, und ich spürte deutlich die aus meinem Gesicht entweichende Farbe. »Schlecht? Nein, mir ist nicht schlecht. Ich bin nur ganz einfach nicht schwindelfrei.« Mit diesen Worten rutschte ich mit dem Rücken an der Mauer in die Hocke, und hätte es irgendwo einen Handgriff gegeben, ich würde ihn sicher nicht mehr losgelassen haben. Es gibt in meinem Leben nichts, wovor ich wirklich Angst habe, und selbst die wenigen Flüge, die ich bisher in einer klapprigen, einmotorigen Sportmaschine hinter mich gebracht hatte, hatte ich mit allen Sinnen genossen. Doch meine Höhenangst machte mir stets zu schaffen, und egal, wie viel Aversionstherapien ich mir auch angetan haben mochte, die Angst vor tiefen Abgründen war mir stets und unverändert geblieben. Daß es in diesem Fall gerade mal zwanzig Meter waren, endete daran nichts. »Aber hier geht's doch nicht tief runter,« stellte Sonja beinahe beiläufig fest und tat einen Schritt nach vorne, um hinabzuschauen. Um mich herum begann die Welt sich zu drehen, und ich mußte mich mit aller Kraft darauf konzentrieren, nicht ohnmächtig zu werden. »Würdest du bitte nicht so nah an den Abgrund gehen, meine Liebe,« preßte ich unter größter Anstrengung hervor, »und würdest du mir wohl bitte helfen, über diese Mauer zu gelangen,« fügte ich noch hinzu, mit dem ausgestreckten Daumen auf die Wand, an die ich mich angelehnt hatte deutend. Sie sah mich an und lächelte. »Irgendwie bin ich echt froh,« sagte sie. »Ich verstand nicht, was sie damit sagen wollte, und sie mußte wohl meinen fragenden Blick richtig gedeutet haben, denn sie fuhr fort. »Du hast während dieser ganzen Tage, auch in den gefährlichsten Momenten, niemals auch nur einen einzigen Funken Angst gezeigt, und dabei hätte es Gründe dafür genug gegeben. Zu sehen, daß es doch etwas gibt, das dir Respekt einflößt, läßt sich menschlicher und mich selbst nicht mehr ganz so zaghaft erscheinen.« Sie lachte, trat von dem Abgrund zurück und auf mich zu, packte mich unter den Achseln und zog mich in die Höhe. Dann halb sie mir über die Mauer, und als ich auf der anderen, der sicheren Seite war, sprang sie elegant ebenfalls herüber. Auf sicherem Grund stehend, blickte ich zurück den kleinen Abgrund hinab und spürte Schweißperlen über meine Stirn mir in die Augen rennen, und es war ziemlich klar, daß es kein Schweiß war, dessen Ursache in den Temperaturen lag, denn es war zwar nicht kalt, aber auch nicht sehr warm. »Irgendwann würde ich diese Höhenangst noch einmal ernsthaft angehen,« dachte ich bei mir, denn in Situationen wie der gerade eben überstandenen, erwies sie sich doch als ausgesprochen hinderlich. Ich sah mich nun um. Die Sonne war bereits eine deutliche Strecke am Himmel weitergezogen, aber dennoch würde es noch wenigstens eine Stunde oder etwas länger dauern, bevor sie am westlichen Horizont versinken würde. Ich blickte mich nun in allen Richtungen um, die Lage zu sondieren. Hinter uns, also in die Richtung, die später einmal die Stadtväter beschäftigen würde, wenn es um die Sanierung der denkmalgeschützten Altstadt ging, gab es noch keinerlei nennenswerte Bebauung. Ein leicht ansteigender Hügel erstreckte sich gegen den oberhalb von unserem Standort liegenden Horizont, und nur eine einzige kleine Kapelle, wie man sie gerne an Pilgerwegen in jenen Tagen antraf, war dort errichtet worden, wo gute sechshundert Jahre später einmal die markante Stadtkirche ihren Turm in den Himmel recken würde. Auch der spätere Schlossplatz, der das Stadtschloß der Hohenzollern beherbergte, war unbebaut und teilweise von lockerem Mischwald bedeckt. Unterhalb unseres Standortes aber waren eine ganze Reihe Häuser, mehrere kleine Gehöfte, eine Schmiede, aus deren Kaminrauch aufstieg, und an der gegenüberliegenden Talseite das noch unfertige Kloster St. Lutzen zu sehen. »Hahingum«, sagte ich, in Gedanken versunken. »Wie bitte?« riß mich Sonja aus meinen Überlegungen. Ich drehte mich zu ihr um, lächelte und antwortete ihr dann erklärend. »Ich sagte »Hahingum«, »so heißt dieser Ort in dieser Zeit, und wenn ich mich so umschaue, sind wir wohl in der richtigen Epoche gelandet.« »Hieß der Ort nicht Niederhechingen?« fragte sie und fügte hinzu, »immerhin wird es auch in unserer Zeit noch eine Niederhechinger Straße geben.« Ich schaute sie bewundernd an und lächelte erneut. Ich selbst hatte mich, bevor ich mich mit dem Schreiben meines ersten Romans zu beschäftigen begonnen hatte, mit der Stadtchronik und vor allem dem sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel auseinandergesetzt, und war dabei selbst über den Namen einer Siedlung namens Niederhechingen gestolpert. Durch dies bezog sich auf einen anderen Ortsteil, der aus unserer Position betrachtet linker Hand lag, und tatsächlich konnten wir in die Richtung, in die ich deutete, einige wenige Häuser und eine Mühle am Bachlauf der Starzl erkennen.« Erklärend sagte ich dann, »Du hast ganz recht, meine Liebe, es gibt ein Niederhechingen, und beide Ortsteile werden in etwa 150 bis 200 Jahren zum späteren Hechingen zusammenwachsen und in unserer Zeit noch nicht mehr zu unterscheiden sein. Dieser Teil hier aber zu unseren Füßen trägt heute noch den Namen, wie er vor etwa 170 Jahren erstmals in einer Urkunde des Klosters St. Gallen Erwähnung fand. In den nächsten Jahrhunderten aber werden diese Namen vergessen oder nur noch aus alten Straßennamen erkennbar sein. Trotzdem muß ich dir ein Kompliment machen, denn du bist die erste Person, die mir begegnet ist, die den Namen Niederhechingen kennt.« Ich lächelte anerkennend bei diesen Worten. »Na ja«, erwiderte sie, »dort unten im Kloster St. Glutzen habe ich mit den anderen Kommilitonen gebuddelt, und am Abend, bevor ich dich aufgesucht habe, habe ich den Artikel auf Wikipedia überflogen. Das eine oder andere ist dabei wohl hängen geblieben. Ich erinnere mich in der Hauptsache aber vor allem daran, daß der Artikel ziemlich umfangreich war für eine doch vergleichsweise winzige Stadt.« »Nur kann ich dir nur zustimmen. Ich kenne einen der Autoren, die diesen Artikel verfaßt haben, einen Mann namens Habernickel, der sich auch als Heimatfotograf einen Namen gemacht hat. Ich habe ihn mal kennen gelernt, als ich mit dem Internet angefangen habe, denn damals hatte er noch einen YouTube-Kanal.« »Hatte?« fragte sie, neugierig geworden, zurück. »Ja, hatte. Er hat ihn vor zwei oder drei Jahren gelöscht. Ich glaube, es war aus gesundheitlichen Gründen, wie er mir mal im Vorbeigehen erzählte, aber ich glaube, er hatte einfach keine Lust mehr.« »Nun, du scheinst deine Heimat wirklich gut zu kennen. Das wird uns doch jetzt hoffentlich bei dem helfen, was nun vor uns liegt. Und wenn wir schon dabei sind, was jetzt?« »Da müssen wir hin«, sagte ich und deutete mit dem ausgestreckten Arm in Richtung der rudimentären Klosteranlage St. Lutzen an der gegenüberliegenden Talseite. »Und wenn ich die Zeichen am Himmel richtig deute«, fügte ich hinzu, »dann haben wir noch eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, wir sollten also langsam in die Puschen kommen, und wir sollten es vorsichtig tun.« Mit diesen Worten blickte ich an ihr und an mir selbst hinunter. Bedingt durch die Umstände und unseren übereilten Aufbruch hatten wir keine Gelegenheit gehabt, uns in eine wenigstens halbwegs zeitgemäße Kleidung zu hüllen, und schlimmer noch, ich trug ein neongrünes T-Shirt und schwarze Sportschuhe mit ebenfalls neongrünen Schnürsenkeln und Sohlen. Mir wären sicher nicht mehr aufgefallen, wenn wir schreiend durch die Stadt gelaufen wären, und es empfahl sich also dringlichst den ohnehin in diesen Tagen noch recht kleinen Ort nicht zu durchqueren, sondern zu umgehen. Dafür würde die Zeit, die uns noch blieb, gerade eben reichen. Noch einmal blickte ich mich um, und dann nahm ich Sonjas Hand, und wir schritten den Hügel ein Stück aufwärts und schlugen dann einen Weg Richtung Südosten ein, in der Hoffnung, zwischen dem späteren Städten und der Unterstadt, einen Weg zu finden, den wir unerkannt gehen konnten. Etwa vier Kilometer, so schätzte ich, würden wir zu gehen haben und dabei ständig ein wachsames Auge auf die Umgebung haben müssen. Wenn wir am richtigen Tag herausgekommen waren, und das hoffte ich sehnlichst, würde uns dafür noch eine knappe Stunde Zeit bleiben. Kein Grund also in allzu großer Haß zu verfallen, aber ebenso auch keine Zeit länger an diesem Ort zu verweilen. Wir schafften es tatsächlich, ungesehen, den kleinen Ort zu umrunden, und näherten uns, von der gleichen Seite wie das Schulmeisterlein aus meinem Roman der unfertigen Klosteranlage, von oberhalb des der Oberstadt gegenüberliegenden Hanges. Ich mußte grinsen bei diesem Gedanken, denn tatsächlich hatte das Schulmeisterlein an der Stelle, an der wir nun ins Tal hinabschauten, erst vor wenigen Stunden gesessen, als er von einem der Mönche angesprochen worden war, und ich hoffte, ihn noch in dem umfriedeten Areal zu entdecken. Ich hatte stets ein kleines Monokular in der Jackentasche, weil ich es liebte, bei meinen Spaziergängen allerlei Getier näher zu kommen, ohne es dabei aufzuscheuchen. So blickte ich nun durch das kleine Taschenfernrohr hinab, und tatsächlich sah ich den Schulmeister in einer zufriedenen Haltung am Rande der noch unfertigen Mauer vor etwas stehen, das wie eine Sonnenuhr aussah. Ein Mönch in einer braunen, bis zum Boden reichenden, groben Kutte näherte sich und sprach einige Worte mit ihm. Dann kam gemächliche Bewegung auf, und die in der Anlage Beschäftigten strebten dem Eingang des einzigen Gebäudes des Areales zu. Ein Blick Richtung Westen zeigte mir die Sonne, die eben den Horizont berührte. »Hast du den Schulmeister gesehen?« fragte Sonja. »Ja, ich habe ihn gesehen. Und wenn mich nicht alles täuscht, auch Ägidius. Viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr.« »Was haben wir denn jetzt genau vor?« stellte sie die Frage, die schon die ganze Zeit über allem schwebte. »Ich werde nun noch einmal eine kleine Zeitreise unternehmen müssen,« antwortete ich nachdenklich. »Du? Alleine?« fragte sie erschrocken. »Wieso? Und wohin?« »Sei unbesorgt,« antwortete ich. »Ich werde wohl nur wenige Minuten durch die Zeit reisen müssen. Ich kann allerdings nur hoffen.« Bei diesen Worten verstummte ich, denn in der Tat gab es da einen Unsicherheitsfaktor, der nicht zu unterschätzen war. »Du kannst nur hoffen?« fragte Sonja dann auch prompt. »Was kannst du nur hoffen?« »Nun ja,« antwortete ich grübelnd, »wenn ich diese Reise selbst vorbereitet hätte, würde ich nun einen der Tränke, die wir in dem geheimnisvollen Laboratorium in der Schule zu Boll entdeckt haben, in der Jackentasche haben, und mit diesem einen kurzen Zeitsprung unternehmen.« »Ich verstehe nicht,« warf sie ein. »Wieso einen kurzen Zeitsprung? Was hast du vor?« »Also, ich habe die Tränke, die ich in der Tasche habe, nicht selbst ausgesucht, und ich kann nur hoffen, daß meine Mutter wußte, was ich mitzunehmen beabsichtigte, falls sie es denn überhaupt selbst war.« »Du meinst, es war gar nicht deine Mutter dort im Kerker?« »Doch, natürlich war sie das, aber die Tränke, die sie mir zugesteckt hatte, waren nichts, was es in unserer Zeit geben dürfte. Es spricht also einiges dafür, daß sie Hilfe hatte.« »Hilfe? Von wem?«, fragte sie mit großen Augen. »Dazu haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, meine Liebe. Ich denke, uns bleiben vielleicht noch zehn Minuten. Wir müssen uns beeilen. Komm, wasch!« Wir eilten den Hang hinunter und verbargen uns schließlich auf der Außenseite der Mauer, wo noch vor wenigen Minuten fleißig gearbeitet worden war und nun Stille vorherrschte, die nur durch das Zwitschern der Vögel durchdrungen wurde. Der Zeitpunkt schien günstig gewählt zu sein, denn ich konnte deutlich eine aufkommende Unruhe unter der Versammlung im Inneren des Klosters vernehmen. Diese Gelegenheit mußte ich nutzen, mich unbemerkt in das Gebäude zu schleichen. »Du mußt nun hier auf mich warten, Liebste,« sprach ich und sah Sonja mit ernstem Blick an. »Es wird nicht lange dauern, hoffe ich.« »Aber wohin gehst du? Was hast du vor?« »Ich,« begann ich in feierlichem Tone zu ihr zu sprechen, »werde mich nun in das heilige Feuer begeben.« Und mit diesen Worten ließ ich Sonja alleine durchschritt die Öffnung der unfertigen Mauer und betrat das klösterliche Gebäude. Meine Augen brauchten eine Weile, bis sie sich an das dämmerige Licht im Innern des Hauses gewöhnt hatten. Doch erkannte ich zu meiner Linken einen Gang, der offenkundig die Zellen der Mönche beherbergte, und zu meiner Rechten schien es in die Klosterküche zu gehen, und vor mir stand ein Flügel einer zweiflügeligen Türe offen, aus der Licht von Kerzen oder Fackeln sowie die Stimmen vieler Menschen herausdrang. Ich stand zweifelsohne vor der Tür zum Gemeinschaftssaal, in dem die Mönche zum Male zusammenkamen. Vielleicht eine Minute hatte ich solcher Art lauschend neben der Türe gestanden, als ich die mir inzwischen wohlvertraute Stimme des Mönches vernahm, der gerade dabei war, das Schulmeisterlein der Ketzerei anzuklagen. Plötzlich gab es einen Tumult, inzwischen war also etwas passiert, das die Aufmerksamkeit von dem Schulmeisterlein ablenkte. Ich mußte mich gewaltsam zurückhalten, nicht in die Runde hineinzustürmen, aber die Vernunft sagte mir, daß ich damit nicht nur Schaden an anderen anrichten, sondern auch mich selbst in höchste Gefahr bringen würde. Ich drückte mich in eine Ecke und wartete. Nun veränderten sich die Geräusche drinnen im Saale, und ein vielstimmiges »Ketzerei« schallte heraus auf den Gang, und dann bemerkte ich ein unnatürliches helles Licht, das aus der Halle herausdrang. Dann bemerkte ich ein zweites Leuchten, und wenig später den Ruf nach dem heiligen Feuer aus vielen Kehlen. Dann ging alles sehr rasch vonstatten. Die aufgepeitschte Menge stürmte aus dem Saal in den Hof, und drei Pfähle wurden eilends errichtet, an die die drei Gefangenen geführt wurden. Der Anblick dieser drei war nicht wenig geeignet, mir einen Schauer über den Rücken laufen zu lassen, denn einer dieser drei Männer war, das konnte ich nur allzu deutlich erkennen. Ich selbst. Die Halle hatte sich inzwischen geleert, und so trat ich ein, stellte mich just an den Platz, von dem ich vermuten konnte, daß der alte Schulmeister wohl dort erschienen war, und nahm einen einzigen Tropfen des zweiten Trankes, den meine Mutter mir in der Kerkerzelle übergeben hatte. Nun konnte ich nur noch hoffen, daß wer immer ihr die Tränke gegeben hatte, genau wußte, was ich brauchen würde. Und tatsächlich! Das mir inzwischen wohlbekannte weiße Licht erschien, und als es wieder verblaßte, fand ich mich umringt von eben der aufgeregten Menge, die nur wenige Augenblicke zuvor in alle Eile hinaus auf den Hof gestürmt war. Glück gehabt, dachte ich bei mir, denn es war unverkennbar, daß ich nur wenige Minuten in der Zeit zurückgereist war, und mit der durch meinen Erscheinen entstehenden Aufregung dem Schulmeister die Zeit gab, zu tun, was er zu tun hatte. Zu meiner Linken stand nun tatsächlich der Vorgänger des Schulmeisterleins des kleinen Weilers Boll, Friedrich Wilhelm Lämmle. Er blickte mich durchdringend an, und erkannte mich auch sogleich. Ich schüttelte unmerklich den Kopf, um ihm zu verstehen zu geben, er möge schweigen und nicht zeigen, daß wir uns kannten. Die Aufregung, die unser Erscheinen ausgelöst hatte, war nun einer hektischen Betriebsamkeit gewichen, und während uns die Mönche umringten und banden, sah ich noch das Schulmeisterlein, das noch immer am Kopfende des großen Gemeinschaftstisches stand, in die Tasche seiner Joppe fassen und einen kleinen Glasflakon herausholen, den er vollständig in den Weinhumpen auf dem Platz neben ihm lehrte. Kaum war dies geschehen, wendete sich die Aufmerksamkeit wieder ihm zu, und nur kurze Zeit später fanden wir uns alle drei, gebunden im inzwischen dunklen Hof vor dem Gebäude wieder, das nur durch die Fackeln der Mönche unheimlich erhellt wurde. Sonja konnte ich nirgendwo sehen, und ich konnte nur hoffen, daß sie sich im Verborgenen hielt. Dann band man uns an die drei Pfähle, die in aller Eile aufgestellt worden waren, und währenddessen trugen vier kräftige Mönche einen großen, schweren Tisch aus dem Speisesaal heran und stellten diesen für uns auf. Drei Mönche nahmen daran Platz. Links ein alter, mit schütterem weißem Haar und trüben Augen, zu rechten ein jüngerer Mann mit blondem Haar und blitzenden Augen, und in der Mitte ein hochgewachsener Mann mit schwarzem Haar und zornblitzenden Augen, die uns unter dichten, schwarzen Augenbrauen hervoranblickten. Es war Ägidius höchstpersönlich. Dann ging alles sehr rasch. Während das vor uns sitzende Tribunal die Anklage aussprach und in aller Eile das Urteil verkündete, waren zwei der anderen Mönchen mit Fackeln herbeigetreten und hatten das reißig, das unter unseren Füßen lag und offenbar reichlich trocken war, entzündet. Der Mönch Ägidius hatte seinen Humpenwein nach der Verkündigung des Urteilsspruches in einem Zug geleert und Qualm stieg mir in Augen und Nase. Ich hörte die Stimme des Schulmeisterlands zu meiner Rechten, der leise fragte, »Wer seid Ihr?« Ich statt dessen antwortete nicht, sondern dachte nur intensiv die Worte, »Fürchtet Euch nicht! Es wird gleich vorüber sein!« Dann ging wiederum alles sehr rasch. Plötzlich waren wir in ein weißes Licht gehüllt, alles um uns herum waberte in diesem Weiß, und nur wenige Augenblicke später fand ich mich allein im dunklen leeren Hof des Klosters stehend wieder. Ich hörte leise unaufgeregte Stimmen aus dem Gebäude zu mir dringen, wandte mich um und trat hinter die Mauer, wo Sonja auf mich wartete. »Was ist passiert?« fragte sie. »Warum kommst Du zurück? Hat Dein Plan nicht funktioniert?« »Aber selbstverständlich hat mein Plan funktioniert, meine Liebe«, antwortete ich erleichtert, sie unbeschadet wiedergefunden zu haben. »Aber jetzt müssen wir schnell von hier verschwinden.« »Aber der Mönch Egidius!« »Der wird wohl in der nächsten halben Stunde mächtig anfangen zu schäumen, vermute ich«, sagte ich und lachte spitzbübisch in mich hinein. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Sonja sah mich mit großen verwundeten Augen fragend an. Aus ihrer Sicht war ich kaum zwei Minuten weg gewesen, und was immer sie erwartet haben mochte, daß unser Problem, das Jahrhunderte gereift hatte, sich innerhalb weniger Minuten lösen lassen sollte, mochte sie nicht recht glauben.« »Was ist passiert?« fragte sie erneut und fügte hinzu. »Und was meinst Du mit »Er wird schräumen?« Natürlich trägt man stets Zweifel mit sich herum, wenn man etwas getan hat, dessen Auswirkungen man nicht direkt zu sehen vermag, und so ging es auch mir. Doch ich hatte alles, soweit dies möglich war, sorgfältig geplant, und meine größte Sorge, nämlich das richtige Timing, wenn ich die Szene betrat, hatte besser geklappt, als ich zu hoffen gewagt hätte. Dem Schulmeisterlein hatte ich versenkte Hosenbeine auf den Leib geschrieben, und jener würde sich in diesen Minuten wohl auf dem Hof des Klosters St. Luzen, rund sechshundert Jahre von uns entfernt in der Zukunft, schreiend auf dem Boden wälzen und einige kleinere Plessuren von dem heiligen Feuer, der fürsorglichen Behandlung durch den Schulrat überlassen. Doch auch, wenn mir der Geruch des Feuers durchaus noch in der Nase steckte und ich seine Wärme noch immer zu spüren glaubte, war ich dennoch unversehrt geblieben. Das war der Vorteil an den modernen Jeans. Sie fingen, ob schon meist aus reiner Baumwolle gefertigt, so leicht nicht Feuer. »Kriege ich heute noch eine Antwort?« riß Sonja mich fragend aus meinen Überlegungen. Ich erinnerte sie nun an meine Vorbereitungen und erzählte ihr von dem Waschmittel, das ich in die Tränke, die ich im Jahre 2024 in meiner Wohnung, die dann von Ägidius bewohnt werden würde, hineingeschüttet hatte, und damit hoffte, sie unbrauchbar gemacht zu haben. Bei diesem Theil der Erzählung lachte Sonja herzhaft auf. Ich reichte ihr die Hand, zog sie in die Höhe, und langsam und entspannt schritten wir nun in Richtung der kleinen Stadt, die vor uns im Dunkel der Nacht lag, nur vereinzelt erhellt durch Straßenlampen, in welche kleine, mit Petroleum gespeiste Lampen ihr spärliches Licht verbreiteten. Eine Weile gingen wir so schweigsam nebeneinander her. Unser Abenteuer war mit diesen Ereignissen natürlich noch nicht gänzlich beendet. Einerseits wünschte ich natürlich zu überprüfen, ob auch wirklich alles funktioniert hatte wie geplant, und andererseits gab es da noch einige Menschen, die mir inzwischen ans Herz gewachsen waren und die ich noch einmal zu sehen wünschte, aber den Trank, den wir uns in dem Kerker unserer Zeit verabreicht hatten, war von mir so bemessen worden, daß wir einen knappen Tag zur Verfügung haben sollten, den wir in diesem Zeitrahmen verbringen und uns alles anschauen konnten. Wenn diese Reise auch einen Nutzen haben sollte, so hatte ich mir vor unserer Flucht überlegt, dann sollte dies nicht nur die Beseitigung des Problems sein, das aus meinem Romanerstling entsprungen war. Schon lange hatte mich die Geschichte meiner Heimat mit Interesse erfüllt, und wann hat man schon mal die Gelegenheit, sich die eigene Stadt zu einer Zeit anzuschauen, die achthundert Jahre in der Vergangenheit lag? Einzig die Tatsache, daß ein guter Teil der uns zur Verfügung stehenden Zeit in mittelalterlicher Dunkelheit lag, schmellerte das Vergnügen ein klein wenig, aber das war nun einmal nicht zu vermeiden gewesen. Es sollte sich jedoch als halb so Wild herausstellen, denn einerseits lag diese Welt des Nachts wohl noch weitestgehend im Dunkeln, und so wurden wir mit einem Sternenhimmel entschädigt, der alles in den Schatten stellte, was wir aus unserer lichtverschmutzten Zeit kannten, und andererseits fielen wir mit unserer für diese Zeit mehr als unpassenden Kleidung nicht mehr ganz so offensichtlich auf. Ein noch schmaler, zunehmender Halbmond war am östlichen Horizont aufgegangen und verbreitete ein sanftes Licht, so daß die Dunkelheit nicht vollkommen war und man die Umgebung schemenhaft erkennen konnte. Wir hatten das Gelände des Klosters hinter uns gelassen und näherten uns nun dem Theil des Areals, der später einmal die Unterstadt bilden sollte. Die Bahnlinie, die gute siebenhundert Jahre später diesen Theil der Stadt von dem klösterlichen Gebiet abtrennen würde, fehlte ebenso wie alle anderen Bauwerke, die ich aus meiner Zeit kannte. Es standen nur wenige Gebäude, in eher lockerer Anordnung verteilt über ein Gebiet von höchstens zwei Quadratkilometern, und die Atmosphäre war eindeutig ländlich geprägt. Vor jedem Haus, an dem wir vorbeikamen, gab es einen Misthaufen, und ebenso gehörte zu annähernd jedem Gebäude auch eine Scheune. Vereinzelt hörten wir das nächtliche Muhnen der Kühe in den Ställen, und einmal ertönte gar das Viren eines Pferdes. Ansonsten war es totenstill. Wir waren vielleicht einen knappen Kilometer weit in die Sohle des kleinen Tales, das auch in jenen Tagen schon von der Starzel, einem kleinen Bach, der von der Alp herabgeflossen kam, durchschnitten wurde, hinuntergeschlendert, als wir eine Stimme hörten. Wir hielten inne und lauschten, wer zu solcher Stunde, als mußte bereits auf Mitternacht zugehen, noch auf den Straßen sein mochte, und drückten uns in eine Nische nahe bei. Dann sahen wir um eine nahe Ecke, etwa auf Höhe der Stelle, wo sich später einmal die sogenannte Johannesbrücke befinden würde, einen Mann mit einem bodenlangen Mantel und einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, und einer Laterne in der Hand um die Ecke biegen. Eben dieser Mann schritt gemächlich mit einem wunderlichen Sing-Sang einher. Es war nicht leicht zu verstehen, was der Mann für eine Litanei abspulte, doch schließlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und ich verstand einen sich unablässig wiederholenden einzelnen Vers. »Hört ihr, Leut, und laßt euch sagen, das Herren Glock hat zwölf geschlagen.« Dann trat der Mann an eine der wenigen Straßenlaternen, die ein mattes Licht verströmten, heran, nahm einen Stab, den er wie einen langen Wanderstock mit sich führte, und öffnete versiert damit das Gehäuse der Lampe und löschte das darin befindliche Licht. »Was ist das denn?« fragte Sonja, nicht wenig interessiert an dem nächtlichen Treiben, das ihr vollkommen unbekannt war. »Schätze, das ist der Nachtwächter, der die Mitternacht verkündet und die Lampen löscht,« antwortete ich leise. Der Mann kam auf seinem Weg direkt an uns vorbei, und wir konnten deutlich seinen durchaus strengen Körpergeruch riechen, er aber konnte uns im Dunkel nicht sehen. Wir blieben noch eine Weile still stehen, wo wir waren, und als der Mann am Ende der Straße aus unserem Blickfeld verschwunden war, traten wir wieder hervor und gingen weiter unseres Weges, der uns nun über eine wenig Vertrauen erweckende Holzbrücke über die Starzel und an den Hang heranführte, der in späteren Jahren einmal von der Oberstadt bedeckt sein würde. Doch in diesen Tagen noch der Landwirtschaft diente und zu einem guten Teil noch gar von einem Mischwald bedeckt war. Ich hatte mich, trotz der zu erwartenden Gefahren, die Zeitreisen stets im Gepäck mit sich führen, gefreut, das mittelalterliche Heching in den Augenschein zu nehmen. Doch einmal abgesehen davon, daß diese Wanderung des Nachts stattfand, war diese auch in meiner eigenen Zeit eher kleine Stadt nicht London, Paris oder Rom, und nun kaum mehr als ein winziger Weiler. Die Ähnlichkeiten, die es gab, erinnerten eher an das spätere Boll, als an die Beamtenstadt, als die ich sie kennengelernt hatte. Einzig der Bachlauf der Starzel und des aus Boll herüberfließenden Reichenbächleins war der späteren Kreisstadt geblieben, und auch dieser war ganz offensichtlich im Lauf der Jahrhunderte tiefgreifenden Veränderungen unterworfen worden. Denn hier floß das Gewässer, soweit wir dies sehen konnten, in seinem natürlichen Bachbett, das an einigen Stellen von dem späteren befestigten Bachbett abwich und an zahlreichen Stellen meanderte, wo er später einmal kanalisiert und begradigt talabwärts fließen und vor allem bei kräftigen Regenfällen in regelmäßiger Folge über die Ufer treten würde. Als wir uns anschickten, den Hügel emporzuklimmen, blickten wir zurück, und der inzwischen am Himmel emporgekletterte Mond ließ die vor uns liegende Landschaft erahnen. Sie wirkte fast wie aus einem Märchen. »Sehr großes Tächingen in diesen Tagen aber noch nicht?«, stellte Sonja, etwas enttäuscht klingend, fest. »Das ist richtig,« antwortete ich. »Dabei hat dieser kleine Weiler in diesen Tagen bereits die Stadtrechte, wenn ich recht informiert bin, und besaß sogar eine eigene Gerichtsbarkeit.« »Und nun?«, fragte Sonja weiter. »Was tun wir nun? Wie lange wird der Trunk denn überhaupt noch anhalten?« »Es sollte bis wenigstens um die Mittagszeit vorhalten,« erwiderte ich. »Wir haben also reichlich Zeit. Eigentlich hoffte ich darauf, irgend etwas vorzufinden, das auch in unseren Tagen noch existieren würde, doch außer dem Kloster St. Lutzen scheint nichts die kommenden Jahrhunderte zu überdauern.« »Und auch St. Lutzen wird, so wie wir es heute gesehen haben, in achthundert Jahren nicht mehr existieren. Das Gebäude, in dem du warst, wird im fünfzehnten Jahrhundert durch ein anderes ersetzt worden sein,« ergänzte sie meine Wissenslücke. Wir setzten uns auf einen der Felsen, die am Hang aus dem Krüm hervorragten, nieder, und betrachteten ein klein wenig enttäuscht unsere Umgebung. Dann fingerte ich mit meinen Taschen nach den Rillus und war froh darum, stets ein Päckchen in der Jacke zu haben, holte sie heraus, bot Sonja ebenfalls einen an, den sie jedoch dankend ablehnte, und rollte ihn aus seiner Folie. Während ich mir meinen Glimmstängel anzündete, packte Sonja eine Packung Zigaretten aus und steckte sich eine von diesen an. Während wir so an diesem gottverlassenen Ort saßen und in wenigen zu uns vordringenden Geräuschen lauschten, schwiegen wir, und unsere Gedanken drehten sich im Kreise. Zu viel in zu kurzer Zeit war passiert, und erst langsam kam uns zu Bewußtsein, welchen Gefahren wir entronnen waren, und mehr noch, welchen Risiken wir womöglich noch ausgesetzt waren, ohne es zu ahnen. Plötzlich hörten wir ein Geräusch hinter uns, und eine Stimme begann zu sprechen. »Habe ich Euch endlich gefunden?« sagte die Stimme. Sonja und ich erschraken bis ins Mark und erstarrten. Langsam drehte ich mich um und erblickte eine in eine bodenlange Mönchskutte gehüllte Gestalt, die sich hinter uns unbemerkt angeschlichen und aufgebaut hatte. War das etwa der Mönch, den ich eben noch auf immer besiegt zu haben glaubte? Wie konnte das sein? Aber dann sprach die Gestalt weiter. »Habt keine Angst, meine Freunde!« Und mit diesen Worten streifte er die Kapuze ab, und selbst im matten Schein des dünnen Mondes erkannte ich Gottlieb Lemle, seines Zeichens Dorfschulmeister an der Schule zu Boll. Er trat näher, legte seine beiden Hände auf unsere Schultern und setzte sich zwischen uns nieder. Er lachte leise. »Es ist ein interessantes Gefühl, etwas zu tun, was deinen eigenen Schöpfer zu überraschen vermag«, sagte er und kluckste leise in sich hinein. »Freund Gottlieb«, stammelte ich und spürte dabei mein Herz noch immer bis zum Halse schlagen. »Du hast einen sehr eigenwilligen Humor. Wo kommst du her?« fügte ich meine Frage hinten an. »Und woher wußtest du, wo du uns finden kannst?« fragte Sonja in einem, wie mir auffiel, wesentlich unaufgeregteren Tonfall, als ich selbst ihn zustande gebracht hatte. »Ich muß gestehen, meine Freunde«, begann er nun zu erzählen, »daß ich etwas getan habe, was zumindest dich, meinem Schöpfer«, mit diesen Worten vergrub er seine rechte Hand in meiner Schulter, »nicht sehr glücklich stimmen wird.« Ich sah ihn an und fragte kurz »Aha«. Doch statt seiner antwortete Sonja, die wohl eine Eingebung gehabt hatte, die mir selbst verborgen geblieben war, »Du hast das zweite Buch gelesen, richtig?« Nun war die Reihe überrascht zu sein an dem Schulmeister, denn Sonja hatte ganz richtig gerathen, wie er einräumte, doch hatte er geglaubt, wir würden niemals selbst darauf gekommen sein. »Anerkennend«, nickte er Sonja zu und sagte, »Kein Wunder spricht meine geliebte Gretel von dir als ihrer besten Freundin, und dabei kann sie durchaus sehr wählerisch sein, wenn es um die Auswahl ihrer besten Freunde geht. Tja, du hast ganz recht, nach eurem Besuch in unserem Hause vergingen einige Tage, und eines Morgens wachte ich mit einem seltsamen Gefühl. Ich verspürte das dringliche Bedürfnis, etwas zu unternehmen, und wußte doch nicht, was das sein sollte. Ich sprach zu meinem Weib davon, und plötzlich meinte ich mich daran erinnern zu können, dich, mein geschätzter Freund, an jenem denkwürdigen Tag ins heilige Feuer gehend gesehen zu haben. Da ich mich jedoch ebenso deutlich daran erinnerte, daß alles eigentlich ganz anders erlebt zu haben, lag es auf der Hand zu vermuten, daß eine neuerliche Änderung der Geschichte passiert sei. »Und in diesem Moment wurde dir klar, daß du einen Blick in das Buch werfen mußtest, obwohl ich dir dringend davon abgeraten hatte,« stellte ich den Schulmeister unterbrechend fest. »Ganz recht, mein Freund«, erwiderte er. »Ganz recht.« »Und das war wohlgetan«, merkte ich anerkennend an. »Doch sprich, mein lieber Freund«, fuhr ich fort, »du hast nicht nur in dem Buch gelesen, wie ich vermute?« »Auch in diesem Punkt erbitte ich eure Verzeihung«, sprach er zu uns beiden, »es war ziemlich schnell klar, daß noch etwas anderes Wichtiges zu geschehen habe, und so unternahm ich gegen besseres Wissen ein weiteres Mal, eine Reise in die Zukunft, in der ich bereits war, und fand dort eine Welt vor, die sich grundlegend von dem Unterschied, an was ich mich erinnerte.« Er schwieg einen Augenblick und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Beinahe wär's schiefgegangen«, stieß er hervor. »Die Inquisitionswächter hätten mich beinahe aufgegriffen, und dann wäre es um mich geschehen gewesen, doch schließlich konnte ich meinen Häschern entwischen.« »Aber was?«, wollte Sonja fragen, aber Gottlieb unterbrach ihre Frage mit der Antwort. »Ich erfuhr, was mit Euch passiert sei, und dank des Studiums des Buches Deines Freundes erfuhr ich auch von seiner werten Frau Mutter, die mich, drüben in Schlatt angelangt, geradezu zu erwarten schien.« Freundschaftlich klopfte er uns auf die Schultern, und als sei ihm eben erst eine Last von den Schultern genommen worden, lachte er leise, aber entspannt, wurde dann jedoch nachdenklich und fragte, »eine Frage aber ist mir doch geblieben, auf die ich keine Antwort finden kann.« »Und die wäre?«, fragte ich, bereits ahnend, was unser Freund der Schulmeister zu wissen wünschte. »Ich habe vor kaum zwei Stunden in diesem Zeitrahmen den Mönch Egidius in Eure Zeit geschickt. Wird er von dort nicht zurückkehren?« Ich lachte. »Habe ich eine dumme Frage gestellt, werter Freund?«, fragte der Schulmeister, aufrichtig verwundert über meine Reaktion. Ich antwortete, »Mitnichten, lieber Gottlieb, mitnichten. Keine Frage ist eine dumme Frage, denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Bei diesen Worten mußte ich noch einmal vor mich hingluchsen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe einfach die Geschichte der gläsernen Burg umgeschrieben und für die beiden letzten Tränke, die du im letzten Jahr deiner Zeit gebraut hast, ganz einfach ein bisher nicht erwähntes Rezept hinzugefügt.« Der Schulmeister und Sonja blickten mich höchst erstaunt an. Sonja fragte überrascht, »Du hast was?« »Nun ja, ich habe nach dem Abenteuer, das ich selbst mit Egidius in unserer Zukunft hatte, meine gläserne Burg ganz leicht umgeschrieben und unserem Freund hier – bei diesen Worten klopfte ich dem Schulmeister auf die Schulter – ein Rezept auf den Leib geschrieben, das ihn statt in das Jahr 2014 in das Jahr 2024 entführen sollte.« »Dann war ich selbst gar nicht in deiner Zeit?« fragte der Schulmeister nachdenklich. »Ganz recht«, antwortete ich. »Aber dann wird Egidius ja auch nicht in der Reißzelle auftauchen, wo wir ihn besuchten,« stellte Sonja fragend fest. »Das ist richtig«, antwortete ich. »Aber ich erinnere mich doch daran, wie er in der Zelle stand und verschwand.« »Das ist das Problem mit Zeitreisen,« erwiderte ich und fuhr fort, »aus diesem Grund sollten Zeitreisen verboten werden. Man weiß schnell nicht mehr, was wirklich geschehen ist, und je mehr man an der Zeit herumdoktert, desto größer wird das Chaos. Daher müssen wir bald endlich Schluss machen mit diesen Reisen durch die Zeit, bevor wir noch einen Schaden anrichten, den wir vielleicht nicht mehr wiedergutmachen können. Bis jetzt hatten wir mehr Glück als Verstand, aber es gibt keine Garantie, daß dies auf alle Zeit so bleiben wird.« Mein Freund aus der Vergangenheit, der Schulmeister Gottlieb Lemle, wirkte nachdenklich, und ich fragte ihn, was ihn bedrücke. »Nun, werter Freund, du hast also die Geschichte, die ich erlebt habe, umgeschrieben, um in die Ereignisse einzugreifen, und ich habe davon nichts bemerkt?« »Es scheint so«, antwortete ich. »Dann kann ich nur hoffen, du schreibst nicht ein weiteres Mal die Geschichte um. Meine Gretel ist mein Lebensinhalt, sie und meine kleine Tochter sind alles, was ich besitze.« Ich drehte mich gänzlich zu ihm um, legte meinen Arm auf seine Schulter und sagte, in leisem und ernstem Ton zu ihm, »Du, mein liebster Freund, bist ich, und deine schöne Gretel ist die Frau, die ich mir für mich selbst gewünscht hätte.« »Dieser Teil der Geschichte ist geschrieben und wird es bleiben für alle Zeiten.« »Das verspreche ich dir, bei allem, was mir heilig ist.« Und unter diesem feierlichen Schwur drückte ich ihn kurz an mich, während ich eine verstohlene Träne der Rührung über meine Backen herabrennen spürte. Bei diesen Worten lächelte er glücklich, und man sah ihm selbst in diesem dämmerigen Lichte an, wie sehr er seine Gretel liebte, und auch das Leben, das er an ihrer Seite zu führen, lieben gelernt hatte. Während dieses Gesprächs war die Zeit vorangeschritten, und man konnte am östlichen Horizont bereits einen ganz feinen Streifen der heraufträumenden Morgendämmerung erahnen. Als der Schulmeister dies bemerkte, wurde er plötzlich ein wenig hektisch und sagte, »Die Dämmerung zieht herauf. Die Wirkung meines Trankes wird bald nachlassen, und ich kehre zurück in meine Zeit.« Und bei diesen Worten begann er, ein langsam heller werdendes Licht auszustrahlen. »Werden wir uns je wiedersehen, meine Freunde?« fragte er, und seine Stimme klang bereits, als käme sie aus einer größer werdenden Entfernung. »Wir werden uns wiedersehen, lieber Freund«, antwortete ich, »grüß dein Weib von uns beiden.« Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als das Licht mit dem typischen Plopp, das klang, als würde man mit dem Finger im Mundwinkel schnippen, verlosch. Sonja und ich saßen wieder alleine auf dem Felsen an dem Hang, auf dem später einmal eine schmale Straße, die Steig genannt, in die Oberstadt führen sollte. E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Heute Kapitel 26 Home sweet home Als die Sonne aufging und der kleine Ort zu unseren Füßen allmählich zum Leben erwachte, brachen wir auf und erstiegen den Hang, der in die spätere Oberstadt führte. Es war besser, uns möglichst von niemandem sehen zu lassen, und da es ohnehin an geschichtsträchtigen Orten nicht viel zu sehen gab, wie uns der klarere Blick in dem Licht der aufgehenden Sonne zeigte, würden wir auch nicht viel versäumen. Wir schlenderten über eine mit Mischwald bewachsene Ebene, die in ein paar Jahrhunderten dem Haus Hohenzollern als lustweit dienen sollte und daher den Namen Fürstengarten bekommen würde. Viele Male war ich durch diesen Theil der Stadt spazieren gegangen und kannte jeden Quadratmeter wie meine eigene Hosentasche, und so fühlte ich mich dennoch ein bißchen wie zu Hause, denn obgleich eine Bebauung vollkommen fehlte, hatte sich an der Topographie des späteren Stadtgebietes nur sehr wenig verändert. Wir spazierten durch das hohe Gras und unterhielten uns leise, aber angeregt und stets umblickend, ob wir nicht irgend jemandem begegnen würden. Die Sonne war nun bereits auf ihrer Bahn am Himmel weitergewandert, und es wollte mir scheinen, als nähere sie sich ihrem Zenith, als ich eine Veränderung in mir aufkommen spürte. Ich ergriff Sonjas Hand, und in der Tat begann es nun, trotz des hellen Sonnenlichtes aus uns heraus zu leuchten. Alles um uns herum wurde weiß, und von einem Augenblick auf den anderen fanden wir uns in einem Garten auf dem Theil des Hügels wieder, auf dem auch ich meine Wohnung hatte. Eine laute und unfreundliche Stimme brüllte hinter uns her. »Was macht ihr in meinem Garten? Verdammtes Pack! Euch werd ich helfen, anderer Leute Grund und Boden zu betreten!« Wir drehten uns um und sahen einen Mann, der kaum viel älter als ich und offenbar damit beschäftigt war, seine Hecke mit einer altmodischen Heckenschere zu stutzen, auf uns zukommen. Unser Weg hat uns offenkundig in einen fremden Garten geführt, und wir eilten mit einigen entschuldigenden Worten aus dem Privatgrundstück heraus und auf die Straße, die Stimme des erbosten Mannes noch eine ganze Weile hinter uns herschallen hörend. Es sollte dies jedoch die einzige unangenehme Überraschung des Tages bleiben, denn die Veränderungen, die wir beim letzten Male erst nach einiger Zeit bemerkt und die uns dann vor das Inquisitionstribunal gebracht hatten, waren verschwunden, und alles schien zu sein, wie es sein mußte. Ebenso wie in der Zeit, aus der wir heimgekehrt waren, stand die Sonne an einem makellos blauen Himmel, und die Temperaturen waren beinahe frühsommerlich. Kaum zehn Minuten später standen wir vor dem Wohnblock, in dem ich lebte, und wir stiegen die Treppen zu meiner Wohnung hinauf. Endlich zu Hause! Wir hatten uns, nachdem die Thüre meiner Wohnung sich hinter uns geschlossen hatte, zunächst unter die Dusche und dann, angesichts des ungewöhnlich warmen Wetters, auf den Balkon begeben, wo wir nun bei einem herrlich schaumigen Cappuccino plaudernd beieinander saßen. Ich konnte Sonja deutlich anmerken, daß sie erleichtert war, das Abenteuer gesund und munter überstanden zu haben. Genau vierzehn Tage und gute vierzig Grad Celsius lagen mittlerweile zwischen dem Tag, daß Sonja in dicke Lagen Winterkleidung gehüllt bei mir geklingelt und mir ihre Fundstücke unterbreitet hatte, und dem Tag, an dem wir langsam in eine Art Normalität zurückkehrten, als ihr Handy klingelte. Ihr Vater, der Polizist, den ich bereits am ersten Tag unseres Abenteuers kennengelernt hatte, hatte sich Sorgen gemacht, und Sonja zeigte sich einigermaßen zerknirscht über all dem, was passiert war, vergessen zu haben, sich bei ihm zu melden. Sie versprach ihm, sich noch im Laufe des Nachmittags auf der Wache einzufinden, und versicherte ihm, ihm bei dieser Gelegenheit alles zu berichten, was ich zugetragen hatte. »Du wirst mich doch begleiten?« fragte sie, etwas unsicher, als das Telefonat beendet war. »Wenn ich nicht störe, gerne,« antwortete ich, »aber habt ihr nicht einige Familienangelegenheiten zu besprechen?« »Nicht mehr als beim letzten Mal auch, und ich denke mir, er wird einige Fragen haben, die auch dich betreffen.« »Da bin ich mir gar nicht so sicher,« warf ich nachdenklich ein. Sonja blickte mich nicht wenig erstaunt an. »Wieso das?« fragte sie. »Na ja,« antwortete ich, »wir haben eine Zeitreise unternommen und dabei den Lauf der Dinge verändert. Wenn alles geklappt hat, wie es sollte, dann wird Ägidius niemals in dieser Zeit gewesen sein, und also dein Vater sich auch nicht an ihn erinnern können.« »Das Großvaterparadox, du erinnerst dich doch?« Sie nickte nachdenklich und sagte schließlich, »Ja, vielleicht hast du recht, nun ja, wir werden ja sehen. Es wäre mir schon recht, wenn du mich begleiten würdest.« Damit war es ausgemacht, und eine gute Stunde später machten wir uns zu Fuß auf in die Stadt. Wie schon zwei Wochen zuvor nahmen wir den Weg durch den Stadtpark, den Fürstengarten, und fanden diesen bei herrlichstem Frühlingswetter voll von Spaziergängern und gänzlich frei von dem Schnee, der noch vor gar nicht so langer Zeit alles bedeckt hatte. Vereinzelt konnte man sogar die ersten Schneeglöckchen an sonnigen Plätzen sprießen sehen, und allenthalben zwitscherten die Vögel in großer Zahl. Wir hatten uns reichlich Zeit gelassen und waren ganz gemütlich spaziert, und so dauerte es eine gute weitere Stunde, bis wir in der Oberstadt und vor dem Polizeigebäude anlangten. Sonja schritt auf die Sprechanlage an der Türe der Polizeiwache zu und drückte auf die Klingel. Der Beamte hinter der dicken Panzerglas- scheibe im Inneren der Schleuse blickte herüber und schien sie zu erkennen, denn ohne daß ich etwas anderes zu hören vermochte, vernahm ich das Summen des Türöffners, und wir traten ein. Einen Augenblick später fanden wir uns im Inneren des Gebäudes, und Sonjas Vater trat uns entgegen. Herzlich umarmte er Sonja, löste sich dann von ihr und schüttelte mir freundlich lächelnd die Hand. »Ich glaube, es ist besser, wir begeben uns an einen anderen Ort,« stellte er sachlich und nüchtern fest. »Es ist ohnehin Zeit für Feierabend, ich hole nur kurz meine Jacke,« sprach's und verschwand eilig in seinem Büro, um wenige Augenblicke hernach mit seiner Dienstjacke wieder zu erscheinen. Diese erste Begegnung erstaunte mich, denn ich hatte mich ehrlich und herzlich von ihm begrüßt gefühlt, und dafür konnte es, nach den Gesetzen meiner Geschichte, eigentlich keinen Anlaß geben. An sich müßte ich für ihn ein Fremder sein, nun, da Ägidius in diesem Zeitrahmen nie aufgetaucht und daher auch nicht festgesetzt worden war. »Oder sollte doch etwas Unvorhersehbares passiert und meine Pläne zunicht gemacht worden sein?« »Ich mach Feierabend, Klaus,« sagte Sonjas Vater zu seinem an der Eingangspforte sitzenden Kollegen, und wir verließen zu dritt das Gebäude. »Gehen wir was essen?« fragte er, sich nach uns umträhend, während wir hinter ihm herliefen. »Ich lade euch selbstverständlich ein.« »Sonja sah kurz zu mir herüber.« Ich zuckte zustimmend mit den Schultern, und sie sagte, »Klar, klingt gut. Wohin willst du uns denn entführen?« Inzwischen waren wir auf dem umzäunten Parkplatz der Polizeiwache angelangt, und als wir in einen silbernen Kombi einstiegen, sagte er, »Ich dachte ans Nägeler Haus, wenn ihr einverstanden seid.« Das Nägeler Haus war eine Wandergaststätte, die in den 1920er Jahren vom Schwäbischen Alpverein, oberhalb des Alptraufs, errichtet worden und im ganzen Landkreis bekannt war. Man konnte dort einfach, aber sehr gut speisen und die Aussicht auf die wundervolle Landschaft der Alphochfläche genießen. Rasch glitten wir mit dem Auto durch die sanften Anhöhen der Alp. Sonjas Vater sprach kein Wort, und ich konnte mehrmals im Rückspiegel Sonja zu mir nach hinten blicken sehen. Sie wirkte, als würde sie sich fragen, was ihr Vater vorhabe, doch schloß sie sich seinem Schweigen an, und endlich parkten wir, neben dem Wandergasthaus ein. Ob schon man in dieser Gegend zu sagen pflegte, es sei oben auf der Alp stets ein Pullover kälter als unten im Tal, herrscht auch hier herrlichstes Frühlingswetter vor, und so steuerten wir gar nicht erst den Gastraum an, sondern lenkten unsere Schritte auf die Sonnenterrasse an der Südseite des rustikalen Gebäudes. Ein Ober kam, brachte uns die Speisekarte und fragte, was wir zu trinken wünschten. Wir bestellten Getränke und Essen, und nun wartete ich auf eine Erklärung, was wir hier machten und was Sonjas Vater von uns wollte. Schließlich holte er tief Luft, als müsse er erst Anlauf nehmen, und fragte dann, »Nir, habt den Sieg davongetragen gegen diesen Ägidius?« Sonja und ich schauten uns erstaunt an. Ich zog eine Augenbraue in die Höhe. »Sie wissen von Ägidius?«, fragte ich unsicher. »Ja, ich erinnere mich an den wunderlichen Mönch aus dem dreizehnten Jahrhundert. Deswegen sitzen wir jetzt hier und nicht unten in Hechingen auf der Wache, denn dort erinnert sich niemand mehr an ihn. Von einem Augenblick auf den anderen war plötzlich alles wie weggewischt, und ich kann nur froh sein, daß meine Kollegen glaubten, ich mache mir einen Spaß mit ihnen, als ich die Rede auf ihn bringen wollte.« »Aber wie?«, fragte Sonja stotternd. »Warum?« »Ich habe in den letzten zwei Wochen einige Nachforschungen angestellt, Liebes«, antwortete er zunächst seiner Tochter, »und dabei sind mir einige Dinge zu Ohren gekommen, die mich selbst ein bißchen erstaunt haben. Ich war auch bei Onkel Fridolin oben in Melchingen, und der hat mir eine Geschichte erzählt, die vielleicht erklären kann, warum ich Erinnerungen an etwas habe, was ja offenbar nie passiert ist, und an Personen, die ich demzufolge auch nie getroffen habe.« Mit diesen Worten sah er nun mich an und fragte, »Ich nehme an, Ihnen sagt der Name Melchior Sommerfeld etwas?« Ich überlegte einen Augenblick, aber der Name wollte mir zunächst nichts sagen. Doch dann fiel mir die Figur aus meinem ersten Roman wieder ein. Der Studienfreund des Schulmeisterleins hatte so geheißen. Ich hatte mir diesen Namen ausgedacht, weil ich vor sehr langer Zeit mal eine liebe Freundin mit diesem Familiennamen hatte, und dieser mir einfach gefiel. Ich sagte, woher ich den Namen kannte, und er sprach weiter, »Also, Onkel Fridolin erzählte von seinem Ur-Ur-Urgroßvater, der in den späten Zwanzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts an der Universität zu Heidelberg studiert hatte, und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, doch er erwähnte plötzlich den Namen Melchior. Zunächst sagte er mir auch nichts, doch als ich nach Hause fuhr, erinnerte ich mich an ihre gläserne Burg, Meister Pau. Zu Hause angekommen, tätigte ich einige Anrufe, und ein Freund von mir, der am Oberschulamt von Rottweil arbeitet, hat auf meine Bitte hin in den Archiven nachgeforscht und tatsächlich herausgefunden, daß dieser Ur-Ur-Urgroßvater im Jahre 1828 eine Stelle als Gymnasiallehrer in Rottweil angetreten habe. Interessanterweise fand er einen Verweis, der in der Personalakte unseres Vorfahren vermerkt war, und darin hieß es, er sei erteilt worden, weil er sich mit einem Tag Verspätung an seinem Dienstort eingefunden habe. Stille lag über dem Tisch. Der Ober kam heraus, stellte uns die bestellte Mahlzeit auf den Tisch und verschwand wieder im Inneren des Gasthauses. »Man ist zwar recht preiswert hier«, sprach nun Sonjas Vater weiter, »aber ich denke, es ist wohl das Beste, wenn wir uns jetzt erst einmal um unser Mittagsmahl kümmern.« Mit diesen Worten griffen wir nach dem Besteck und begannen, mit großem Appetit zu essen. Nach dem Male unterhielten wir uns noch eine ganze Weile über die seltsamen Zufälle, die sie hier ergeben hatten, und berichteten Sonjas Vater auch, was wir in der Zwischenzeit erlebt hatten. Immer wieder wanderte sein Blick zwischen seiner Tochter und mir hin und her. Als wir unseren Bericht mit dem kurzen Zwischenfall in dem fremden Garten geendet hatten, lächelte er und sagte, »Also nicht nur Manipulationen an der Zeitlinie, sondern auch noch Hausfriedensbruch und womöglich Sachbeschädigung. Ihr führt Euch nicht auf die beste Weise in eine neue Familie ein.« »Ich sah Ihnen nicht wenig ob diese Worte verwundert an.« Er lachte und fuhr fort. »Meister Pau, Sie kenne ich noch nicht so gut, auch wenn ich es durchaus verstehe, zwischen den Zeilen zu lesen, aber meine Tochter kenne ich so gut wie kaum einen zweiten Menschen auf der Welt. Sie denken doch nicht, daß ich nicht bemerkt hätte, wie Sie sie anschaut.« »Dad«, hörte ich Sonja neben mir ein wenig vorwurfsvoll klingend sagen, und als ich zu ihr hinüberblickte, sah ich sie erröten. »Ach, Kinder«, sagte er, »nur keine Sorge, ich werd mich nicht einmischen. Aber Ihnen, Meister Pau, will ich doch Danke sagen, denn es ist das erste Mal seit mindestens einem Jahr, daß ich meine Tochter wieder glücklich lachen sehe. Wenn Sie sie heiraten wollen, meinen Segen haben Sie.« »Dad«, rief Sonja noch vorwurfsvoller, und das Rot in ihrem Gesicht schien sich, wenn es überhaupt noch möglich war, weiter zu intensivieren. »Wir kennen uns doch kaum zwei Wochen, und wir haben beide eine gescheiterte Ehe hinter uns.« »Das ist ein Grund, aber kein Hinderniß«, stellte er sachlich, aber mit einem süffisanten Lächeln zu mir gerichtet fest. »Doch, es wird Zeit. Deine Mutter erwartet mich, und irgendwie glaube ich, Ihr seid noch nicht ganz am Ende dieser Geschichte angekommen. Ihr habt doch bestimmt noch was vor. Fahren wir?« Und ohne eine Antwort abzuwarten, erhob er sich, bezahlte im Vorbeigehen die Rechnung, und dann folgten wir ihm zu seinem Wagen und waren kaum eine halbe Stunde später wieder zurück, in Hechingen. In der Wohnung angekommen, war es noch immer ungewöhnlich warm, und so war mein erster Gang Tags auf dem Balkon zu verbringen. Rasch waren zwei Tassen Cappuccino bereitet, und wenig später saßen wir in ein belangloses Gespräch vertieft in der angenehmen warmen Sonne. Es mochte vielleicht eine Stunde vergangen sein, als Sonja ins Kröbeln verfiel, was ein wenig lustig aussah, denn sie hielt dabei den Kopf leicht schräg. Plötzlich fragte sie, »Du, sag mal, ist dir, seit wir wieder zurück sind, eigentlich irgend etwas verändert vorgekommen?« Ich überlegte kurz und verneinte dann ihre Frage. »Wie kommst du darauf?« fügte ich dann meine Frage hinzu. »Na ja«, sagte sie nachdenklich, »als wir den Schulmeister und seine Frau besuchten, da zeigte er uns doch diese beiden Bücher von dir.« »Ja«, antwortete ich fragend, gespannt darauf, worauf sie hinaus wollte. »Das gute Essen und die Wärme der Mittagssonne hatten mich ein wenig schläfrig werden lassen.« »Hast du dich noch nicht gefragt, woher diese Bücher stammen?« »Du meinst, wie die ins neunzehnte Jahrhundert gekommen sind?« »Na, das auch, aber nein, ich meine, abgesehen davon, daß du das zweite Buch ja noch gar nicht geschrieben hast, deinen ersten Roman hast du doch bisher nur als Hörbuch produziert, oder?« Ich hatte über all den wirren Ereignissen der vergangenen zwei Wochen diese scheinbare Nebensächlichkeit schon wieder ganz vergessen. Doch nun, daß ich mich darauf ansprach, schien mir ihre Frage nur folgerichtig. »Hast du denn eigentlich schon einen Entwurf bei irgendeinem Verlag eingereicht?« »Nein, eigentlich nicht«, antwortete ich, »ich habe mich wohl inzwischen mit ein paar Leuten darüber unterhalten, aber das war bisher alles nur Theorie.« »Machte ich das nicht irgendwie nachdenklich?« Die ganze Zeit über hatte ich mich nur mit dem unheimlichen Mönch aus dem 13. Jahrhundert und mit der Frage, wie ihm Einhalt geboten werden könnte, beschäftigt, und allenfalls in den wenigen ruhigen Minuten, die wir erlebt hatten, mich des Besuches bei dem Schulmeister erinnert, der auf eine sehr unaufdringliche und doch sonderbare Weise zu unserem Freund geworden war. Auch war meine Arbeit auf YouTube und meine Präsenz auf den sozialen Netzwerken nicht vollständig zum Erliegen gekommen. Ich hatte einiges vorgearbeitet und bereits hochgeladen, und das würde auch ohne mein Zutun über Timer automatisch veröffentlicht werden. Es hatte also keinen Grund gegeben, mich intensiver mit dem Internet auseinanderzusetzen, aber nun fiel mir auf, daß ich auch seit geraumer Zeit mein Postfach nicht mehr eingesehen hatte, und so erhob ich mich, ging ins Wohnzimmer, um nach meinem Pad zu greifen und kurz einen Blick ins Netz zu werfen. Ich öffnete mein Postfach, und während Sonja hinter mich getreten war und mir beim Durchstöbern meiner Korrespondenz über die Schulter blickte, blätterte ich durch die Liste der ungelesenen Nachrichten. Ich entdeckte einige neue Nachrichten einer Bekannten, mit der ich hin und wieder schrieb, zwei Mails meiner besten Freundin, die auf den Kanarischen Inseln lebte, einigen Spam, der inzwischen aufgelaufen war, und als ich mit der Liste fast durch war, einen Brief von einem mir unbekannten Absender, mit dem nur unvollständig lesbaren Betreff, die gläserne Burg und ein Ange. Ich öffnete die Mail, laß den Inhalt und lehnte mich zurück. »Ja nun?« fragte Sonja hinter mir, und ich spürte ihren Atem in meinem Nacken. »Das hier sieht nach einem Vertragsangebot aus,« antwortete ich geistesabwesend. »Ja, und weiter?« »Ja, das ist ein Verlag aus Leipzig, und die machen mir ein Angebot und wollen wissen, ob ich denn schon daran gedacht hätte, eine Fortsetzung zu meiner gläsernen Burg zu schreiben. Aber...« An dieser Stelle verstummte ich und laß erneut den Text der Mail. »Was ist denn?« fragte Sonja, und ihre Stimme klang nun ein klein wenig ungeduldig. »Wenn ich das richtig verstehe, ist im Anhang ein Vertrag, und hier steht,« antwortete ich und zeigte mit dem Finger auf eine bestimmte Stelle in dem Brief, »wenn ich mit den Vertragsbedingungen einverstanden wäre, würden sie mir einen Scheck schicken.« »Ein Scheck? Wie hoch?« »Na, das ist ja das Eigenartige, die bieten mir 5000 Euro Anzahlung an, und dasselbe noch mal als Vorschuß, wenn ich eine Fortsetzung zu schreiben beabsichtige.« »Kann es irgendwie sein, daß du damit nicht recht glücklich bist?«, hörte ich Sonjas Stimme wie aus weiter Ferne an mein Ohr dringen. Ich antwortete nicht. »Lebst du noch?«, fragte sie, und klang nun etwas ungeduldiger. Was ich noch immer nicht antwortete, packte sie mich bei den Schultern und schüttelte mich. Ich schrag aus meinen Überlegungen hoch und sah ihr ins Gesicht. Dann antwortete ich nachdenklich. »Ja, hier steht, Sie würden sich herzlich für das eingesendete Manuskript bedanken.« »Na, das ist doch prima!«, sagte sie, und ihre Stimme klang begeistert. »Schon,« erwiderte ich, »da ist nur etwas Eigenartiges dabei.« »Und, das wäre, daß du endlich auch mal wieder Glück hast?« »Das nicht, aber ich habe überhaupt nirgendwo hin ein Manuskript geschickt, und das hier ist eine Antwort auf eine Mail, die aus meinem Postfach verschickt wurde.« E. A. Poe Productions liest Egidius Eine Geschichte von E. A. Poe Productions Kapitel 27 Unter Freunden Eine Viertelstunde und ein Telefonat später wurde deutlich, daß ich tatsächlich den Verlag, der mir geantwortet, angeschrieben hatte, und die hatten sich auf meinem YouTube-Kanal umgeschaut und mir daraufhin dieses Angebot geschickt. Es konnte kein Zweifel an der Echtheit des Schreibens bestehen. Wohl hatte ich just an dem Abend, bevor Sonja an meiner Türe geklingelt hatte, mit mir gerungen, ob ich nun nicht doch einmal versuchsweise einen Verlag anschreiben sollte, mich dann jedoch dagegen entschieden. Doch war ich mir vollkommen sicher, eine solche E-Mail nicht verschickt zu haben. Ich begann mir nun die Frage zu stellen, was ich womöglich sonst noch verändert haben mochte, ohne daß wir davon bisher Kenntniß erlangt hatten, und mehr noch. Manipulationen an der Zeit sind, wie ich nie vergaß zu betonen, immer eine gefährliche Sache, und ob es nun positive oder negative Veränderungen waren, deren Folgen waren immer unabsehbar. Nichts desto trotz war ich gewillt, das als eine gute Nachricht anzusehen, denn als unser Abenteuer begann, fand ich mich stets mit einem Fuß im finanziellen Abseits stehend, und immer öfter hatte ich bereits ans Aufgeben gedacht, weil ich mir meine Arbeit ganz einfach nicht mehr leisten konnte. Dieses Angebot, auf das ich noch immer stierte, würde mich aller Sorgen entheben. Ich fand mich gewillt, dies als gutes Omen anzuschauen. Es war noch früh im Jahr, und der Nachmittag unmerklich vorangeschritten. Die Sonne näherte sich dem westlichen Horizont, und obschon es immer noch herrlich mild war, wehte nun doch ein frisches Lüftchen. Sonja begann ein klein wenig zu frösteln, und so holte ich die kleinen Klappstühle vom Balkon herein, verstaute sie an ihrem Platz und schloß die Balkonthüre. Ich war eben dabei, mir zu überlegen, ob ich einen Film vorschlagen sollte, als Sonja mich nicht zum ersten Male aus meinen Überlegungen riß. Sie hatte sich, wie so oft in den vergangenen Tagen, in einen meiner Sitzsäcke gekuschelt, blickte mich an und sagte, »Irgendwie seltsam, findest du nicht?« »Was meinst du?«, fragte ich, und sah sie erstaunt an. »Na, da reißen wir durch die Zeit, verhindern, daß dieser komische Egidius die Zeit manipuliert, und dann ist das ganze Abenteuer einfach so, mir nichts, dir nichts vorbei.« Ich lachte und fragte belustig zurück. »Was hast du denn erwartet, meine Liebe? Einen Abspann wie im Kino?« Sie kicherte, wurde jedoch gleich wieder nachdenklich, und erwiderte, »Na ja, das nicht gerade, aber irgendwie ... ach, ich weiß auch nicht recht ... findest du denn nicht, daß das alles recht unspektakulär geendet hat?« »Eigentlich bin ich genau darüber nicht ganz unfroh,« erwiderte ich nachdenklich. »Mir fallen eine Menge Probleme ein, die uns ohne weiteres in nicht unbeträchtliche Schwierigkeiten hätten bringen können. Nein, eine Zeitreise, die unspektakulär endet, erachte ich nicht als irgendwie seltsam. Aber immerhin, ganz zu Ende ist unser Abenteuer vielleicht doch noch nicht.« »Ist es nicht?«, sprach sie, und ihre Augen hältten sich neugierig auf. »Was steht denn noch auf dem Programm?« »Na ja,« antwortete ich zögerlich, »der Schulmeister und seine Gattin sind uns, trotz der Kürze unseres Besuches, ja zu Freunden geworden.« »Du meinst?«, erwiderte sie, und ich vervollständigte ihre Frage mit der Antwort, daß wir eigentlich noch einmal in ihre Zeit reisen könnten, sie zu besuchen. Mit den Worten »Au ja!« nahm sie meinen Vorschlag begeistert an. Auch ohne ihre direkte Zustimmung hätte ich ihr leicht an den Augen ablesen können, daß dieser Vorschlag ihr gefiel, und so beschlossen wir, gleich am nächsten Tag noch eine weitere Reise durch die Zeit zu unternehmen. Den Abend verbrachten wir in harmonischer Zweisamkeit, und ich fand mich mehr als einmal in Gedanken versunken, meine neue Freundin anblickend wieder. In den vergangenen Tagen hatte ich nicht sehr viel Zeit zum Nachdenken gehabt, und wenn doch, so waren meine Überlegungen meist auf unser Abenteuer gerichtet. Doch nun, da wir die Bedrohung erfolgreich angegangen und wieder zurück in unserem eigenen Zeitgefüge waren, wandten sich meine Gedanken meiner bemerkenswerten Begleiterin zu. Ich erinnerte mich an unsere Begegnung mit Mönch Egidius in dem geheimen Kelle der Dorfschule zu Boll und wie sie ihm eingeheizt hatte im Hause des Schulmeisters. Überhaupt war ich gar nicht so sicher, daß ich mich auf all das eingelassen haben würde, wäre sie nicht die ganze Zeit an meiner Seite gewesen, und letztlich würde ich noch immer in meinem Kaminzimmer sitzen und über der Schlechtigkeit der Welt brüten, wäre sie nicht an jenem schicksalhaften Vormittag bei mir aufgetaucht. Der Gedanke, daß nun alles vorbei sei und es somit auch keinen zwingenden Grund mehr gab, weitere Zeit miteinander zu verbringen, begann mich zu bedrücken, und eben diesen Gedanken nahm ich mit in meine Träume, als wir uns später am Abend zu Bett begaben. Einmal, mitten in der Nacht, erwachte ich, weil ich glaubte, eine Stimme zu hören, die zu mir spräche. Ich richtete mich im Bett auf und sah zur Seite, aber Sonja schlief tief und fest und ein leichtes Schnarchen war zu vernehmen. Ich mußte mich wohl geirrt haben. Gerade wollte ich mich wieder niederlegen und weiterschlafen, als ich erneut eine Stimme hörte, und sie klang, als käme sie von weit her und schien doch ganz in der Nähe zu sein. Die Stimme sagte, »Warum fragst du sie denn nicht endlich?« »Wie? Was fragen? Und wen?«, flüsterte ich leise und sah mich nicht wenig erschreckt um. »Und wer bist du?« »Du kennst die Antwort auf all diese Fragen, mein Junge«, antwortete die Stimme und verschwand. Ich versuchte erneut, mit der Stimme zu sprechen, aber sie antwortete nicht mehr. Sie war endgültig verschwunden. Wenig später schlummerte ich über wirren Gedanken wieder ein, und als ich erwachte, schien bereits die Sonne herein. »Guten Morgen, mein Poet«, hörte ich Sonja sagen, drehte mich zur Seite und lächelte sie an. »Guten Morgen, my Lady«, erwiderte ich. »Hast du schlecht geträumt?«, fragte sie. »Wie kommst du darauf?«, beantwortete ich ihre Frage mit einer Gegenfrage. »Nun ja, ich meinte dich heute Nacht sprechen gehört zu haben, aber vielleicht führst du ja Selbstgespräche.« »Selbstgespräche sind eine Berufskrankheit von mir«, antwortete ich. »Ohne die würde mir das Schreiben von Geschichten nicht so leicht von der Hand gehen, aber die Nacht ist vorbei, und wir haben heute noch was vor.« Mit diesen Worten richtete ich mich auf, griff unter die Bettdecke und kitzelte sie, daß sie lachend laut aufschrie. »Und nun raus aus den Federn, gnädige Frau!« Wir freuten uns darauf, unsere Freunde wiederzusehen, und so hatte ich die kurze Unterbrechung des nächtlichen Schlafes bereits wieder vergessen. Der Cappuccino, den wir kurz darauf tranken, weckte die letzten noch schlummernden Lebensgeister, und eine gute Stunde später waren wir bereit, zu einer letzten Reise aufzubrechen. Mit dem Auto machten wir uns auf, nach Boll hinüberzufahren, und wie schon beim ersten Besuch im schulmeisterlichen Haushalt, parkten wir unweit der Kapelle Maria Zell auf dem dortigen Wanderparkplatz. Es war ein wunderschöner, milder Septembervormittag, an welchem wir in die Zeit des Schulmeisters eintrafen, und als seien wir bereits erwartet worden, trafen wir auf dem Weg hinab ins Dorf, auf die schöne Gretel, die uns und vor allem Sonja auf das Herzlichste begrüßte. Gemeinsam spazierten wir zu ihr nach Hause, wo wir, wie beim ersten Mal, den Schulmeister, sein kleines Töchterchen auf dem Arme, auf der Bank vor dem Hause sitzend antrafen und uns mit einem breiten Lachen auf dem Gesicht ebenso herzlich begrüßte wie seine Frau. Die wunderlichsten Freunde, die man sich vorstellen konnte, waren ein weiteres Mal vereint. Noch immer beschäftigte mich der Gedanke, ob auch wirklich alles so funktioniert hatte, wie es geplant gewesen war, und ob es irgendwelche unerwarteten Begleiterscheinungen gegeben haben mochte, und so unterhielten wir uns einen guten Theil des Mittags über das gemeinsame Abenteuer. Der Schulmeister berichtete nun ausführlicher noch einmal über den Besuch in meinem Elternhaus in der alternativen Zeitzone, was mich wiederum daran erinnerte, daß auch dort noch ein Besuch anstand, wenn wir zurückkämen. Auch dem Schulmeister und seiner Frau waren keine neuerlichen Veränderungen aufgefallen, und es schien in der Tat, als habe es keine unerwünschten Nebenwirkungen mehr gegeben. Einzig der gestrenge Herr Pfarrer machte seit seinem ungewöhnlichen Verschwinden und nicht minder eigenartigen Wiederauftauchen um wohl einen etwas in sich gekehrten Eindruck, doch eine Kenntniß um das, worin er verwickelt gewesen war, besaß er nicht, und wir waren uns einig, daß dies am besten auch so bleiben sollte. Solcher Art, in vertrauliches Gespräch vertieft, war der Nachmittag allmählich dahin gezogen, und die Sonne stand nur noch knappe zwei Handbreit über dem im Westen gelegenen Burgberg. Weder wir noch das Schulmeisterliche Ehepaar hatten bislang etwas gegessen, und die Hausherrin wollte sich eben ins Haus begeben, etwas für uns zu kochen, was ich, meiner plötzlichen Eingebung folgend, den Vorschlag machte, doch der schönen Gretel Vater aufzusuchen und im Gasthaus zum springenden Hecht ein rustikales Mahl einzunehmen. Unsere Gastgeberin schien unsicher, ob ihr dieser Vorschlag gefiele. Ich vermutete, es möchte ihr unangenehm sein, gegenüber ihren Eltern dazustehen, als könne sie nicht selbst für ihre kleine Familie und Gäste sorgen. Doch Sonja, die mich mit dem Ellbogen angestoßen hatte, als ich den Vorschlag machte, murmelte, »Möglichst wenig Interaktion bei Zeitreisen!« Doch trotz der sicher berechtigten Einwände hatte ich meine Neugier die ganze Zeit über gezügelt, und nun, da alles überstanden war, wollte ich doch zu gerne etwas von dem Ambiente in mich aufnehmen, das ich selbst geschaffen hatte, und da das Risiko zwar vorhanden, aber auch gering war, stimmten die anderen meinem Vorschlag bei, und das Schulmeister-Ehepaar verkleidete uns, wie schon bei unserem letzten Besuch, in der Mode der Zeit ein. Gretel nutzte die Zeit, ihr kleines Töchterlein zur Amme in die Nachbarschaft zu bringen, und vielleicht eine halbe Stunde später fanden wir uns, gemütlich flanierend, auf dem Weg hinab ins Dorf. Wir grüßten höflich, wenn uns unterwegs einzelne Dörfler begegneten, wurden jedoch nirgendwo aufgehalten, und ebensowenig wurden uns unangenehme Fragen über unsere Herkunft gestellt. Es war, als gehörten wir einfach dazu. Endlich standen wir vor dem springenden Hecht und traten ein. Als wir die wohlgefüllte Schankstube betraten, wurde es totenstill. Leicht würde man eine herabfallende Stecknadel gehört haben. Doch nachdem wir einen zeitgemäßen Gruß in die Runde geschickt und der hinter dem Tresen hervoreilende Wirt seine Tochter und den Schulmeister herzlich begrüßt und uns freundlich zugenickt hatte, wandte sich die Aufmerksamkeit der Dörfler wider ihren Alltagsgesprächen zu, und auch wenn es während der ganzen Zeit schien, als würde man uns heimlich beobachten, waren die Dörfler dennoch sehr freundlich, und schon bald fühlten wir uns wie zu Hause. Der Schenkenwirt war es nicht gewöhnt, daß um diese Zeit noch Leute zum Essen in seine Schankstube traten. Er war eher auf den Mittagstisch eingerichtet. Doch von seinem legendären Eintopf war vom Mittag noch genügend übrig geblieben, so daß es leicht für uns vier reichte. Nach dem Male stellte der Wirt einem jeden von uns mit den Worten »Zum Wohlsein« ein Bier auf den Tisch und ließ uns dann wieder alleine. Der Schulmeister hatte mir eine seiner Pfeifen überlassen, und so saßen wir nun beide da und begannen, diese sorgfältig und gewissenhaft zu stopfen. Sonja schickte sich gerade an, ihre Zigaretten aus den Untiefen des Kleides zu fischen, das ihr die Gretel gegeben hatte, doch ich stieß sie sanft an und meinte nur »Meinst du nicht, die Leute hier könnten sich über moderne Filterzigaretten wundern?« »Ganz zu schweigen davon, daß es sich für eine Frau nicht schickt, in der Öffentlichkeit zu rauchen«, merkte schließlich die schöne Gretel nicht ohne ein freundliches Grinsen an, denn sie kannte inzwischen Sonjas Gewohnheiten und war sich der Tatsache, daß in unsren Tagen völlig veränderte Zustände herrschten, vollkommen bewußt. Sonja nahm, zähneknirschend und mich mit einem unbestimmbaren Blick fixierend, die Hand wieder aus den Taschen und verzichtete darauf, zu dieser Gelegenheit ihren Gewohnheiten nachzugehen. Ich glaubte aber dennoch, ihr ihren Unmut über die doch reichlich antiquierten Moralvorstellungen anzumerken. Nachdem wir uns unsere Pfeifen angesteckt hatten und die Rauchringe zur Decke bliesen, kehrten wir wieder zu unserem Gespräch zurück, das wir bereits in der schulmeisterlichen Bleibe geführt hatten, und sprachen über mehr oder weniger belanglose Dinge, die uns unverfänglich erschienen, für den Fall, daß einer der Anwesenden unserem Gespräch doch zu aufmerksam zu folgen vermochte. Wie es nicht selten vorkommt, wenn zwei Paare miteinander ins Gespräch vertieft sind, hatte sich unsere Unterhaltung in zwei Parteien aufgeteilt. Ich sprach mit dem Schulmeister über seine Ehe mit der schönen Gretel, sein Töchterlein und den schulischen Betrieb, in dem er in der Zwischenzeit völlig aufgegangen war, und die Frauen hatten die Köpfe zusammengesteckt und tuschelten miteinander, begleitet von gelegentlichem Kichern und verstohlenen Blicken zu uns Männern. Wir waren gerade ein wenig in Gedanken versunken und hatten einige tiefe Züge an unseren Pfeifen genommen, als das Schulmeisterleins Frau plötzlich ausrief, »Was? Das ist ja wundervoll!« Alle Augen waren nun auf sie gerichtet, und sie schlug die Ehren nieder, sich im Augenblick bewußt werdend Aufmerksamkeit erregt zu haben. Ich blickte sie an und fragte, »Darf man fragen, gnädige Frau, was genau so wundervoll ist?« Die schöne Gretel und Sonja blickten mich an und schwiegen, das Schulmeisters Frau etwas peinlich berührt und Sonja sichtlich errötend. »Ihr habt doch nicht etwa Geheimnisse vor uns?« mischte sich nun der Schulmeister in das Gespräch ein. »Aber nein!« antwortete Gretel, ganz eine Frau des neunzehnten Jahrhunderts, und setzte noch hinzu, »Es ist, daß meine liebe Sonja...«, brach dann erneut ab und schwieg. Schließlich wandte sich Sonja mit einem schwer zu deutenden Blick zu mir und sagte mit leiser Stimme, so daß ich es kaum vernehmen konnte, »Ich bin schwanger!« Sie sah mich mit einem ängstlichen Blick an, unsicher, wie ich darauf reagieren würde, denn sie wußte wohl, daß ich auf eine solche Neuigkeit vollkommen unvorbereitet war. Ich blickte nun den Schulmeister an und endlich dessen Frau, die mir zuzunicken schien, ganz so, als wolle sie mich ermuntern, etwas zu sagen. Die anderen Gäste der Schenke waren nach dem Ausruf der schönen Gretel verstummt, und es herrschte Totenstille im Raum. Endlich blickte ich Sonja in die Augen, zog die Mundwinkel in die Höhe, ergriff ihre Hände und sagte ebenso leise, wie sie mir die Neuigkeit hinterbracht hatte mit klopfendem Herzen, »Das ist ja wundervoll!« Dann erhob ich mich, ging um den Tisch herum, um direkt vor ihr stehen zu bleiben, und fiel vor ihr auf die Knie, daß man es krachen hören konnte, und sprach mit lauter und feierlicher Stimme. Ob ich mir wohl unter diesen Umständen erlauben dürfte? Mit diesen Worten nahm ich wieder ihre Hände in die meinen. Euch, mylady, um die Gunst zu bitten, mich als Euren getreuen Ehemann in Betracht ziehen zu wollen? Wollt Ihr die Güte besitzen, mir zu erlauben, Euch fürderhin einen jeden Wunsch von Euren wunderschönen Augen ablesen zu dürfen? Die Stille im Raum war vollkommen. Die anderen Anwesenden schienen sogar aufgehört zu haben, zu athmen, und man hätte gar eine Blüte beim Niederfallen zu hören vermocht. Die Leute reckten die Hälse, und ich sah erröthend zu ihr hinauf. Endlich begann sie zu lächeln, zog mich zu sich und sprach mit ruhiger, aber vernehmlicher Stimme. »Es wäre mir die größte Freude meines Herzens, edler Herr, wenn Ihr Eure Zeit fürderhin mit mir zu teilen wünschtet, von diesem Moment an, bis daß der Tod uns schreite.« Ein lauter Jubel der Begeisterung schallte durch die Schenke hinaus auf die Straße, und trennende Freude ran über Sonjas wunderschönes Gesicht. E. A. Poe Productions »Egidius« – Eine Geschichte von E. A. Poe Productions – Heuthe Kapitel 28 Ein feierlicher Tag In einem kleinen Weiler wie dem beschaulichen Boll des neunzehnten Jahrhunderts gibt es nicht viele Sensationen, und gerne wird jede Möglichkeit genutzt, auch eine spontane Feier anzustimmen. Zeremonien, wie die zuvor geschilderte, sind stets geeignet, die Herzen der Beiwohnenden höher schlagen zu lassen, und so prostete man uns an diesem Abend von allen Tischen des springenden Hechtes zu. Der Schenkenwirt trat bewegt zu uns an den Tisch, stellte eine Flasche seines besten Weines sowie vier edle Weingläser, die sicher nicht sehr häufig benutzt wurden, darauf und sprach »Möge euch das Glück ebenso wohlgesonnen sein, wie ich hoffe, daß es meiner eigenen Tochter und dem ehrenwerten Herrn Dorfschulmeister wohlgesonnen ist.« Und bei diesen Worten vergrub er seine enormen Hände in die Schultern des gelehrten Herrn. »Ich fühle«, fügte er dann noch leise hinzu, so daß nur wir es zu hören vermochten, daß ihr eng verbunden seid mit den Geschicken unserer kleinen Gemeinschaft, möge das Schicksal stets über euch seine schützende Hand ausbreiten.« Bei diesen Worten sah er mir direkt in die Augen, und ich hatte das deutliche Gefühl, daß er mehr wußte, als er sprach, doch dann verschwand er wieder hinter seinem Tresen an und wachte über das Treiben seiner Gäste, wie man es von ihm kannte. »Was hatte das denn zu bedeuten?« fragte ich leise und sah dabei die schöne Gretel an. »Mein Vater«, antwortete sie, »ist kein gewöhnlicher Mann, und ob schon er niemals mit mir über die Dinge sprach, die mein geliebter Gott lieb«, bei diesen Worten ergriff sie die Hand ihres Gatten, »und ich erlebt haben, bin ich doch nie den Eindruck los geworden, daß er sehr wohl Bescheid über alles wußte und die Veränderungen, die wir vorgenommen hatten, bemerkt hatte.« »Millst du damit sagen«, warf Sonja mit hochgezogenen Augenbrauen ein, »daß er weiß, wer wir sind?« Doch die schöne Gretel beantwortete diese Frage nicht, zuckte stattdessen nur mit den Achseln und lächelte uns freundlich zu. Die Stimmung in der Schenke war fröhlich, und da uns noch immer einige der Anwesenden zuprosteten, einer der Bauern vom großen Tisch in der Mitte war gar zu uns an den Tisch getreten, uns zu gratulieren und Glück zu wünschen, vergaßen wir den sonderbaren Zwischenfall bald wieder, und gaben uns der festlichen Stimmung hin. Es mußte wohl bereits auf die zehnte Stunde zugegangen sein, als die Schenke sich nach und nach zu lehren begann, und auch wir, das Schulmeister-Ehepaar, Sonja und ich, uns erhoben und vom Schenkenwirt verabschiedeten. Er reichte mir seine gewaltige Hand und drückte die meine so kraftvoll und herzlich, daß ich es noch eine geraume Zeit hernach zu spüren vermochte. Dann sah er mir mit einem ungewöhnlichen Blick in die Augen, ganz so, als wolle er noch etwas anmerken, schwieg aber doch und lächelte meiner Braut und mir freundlich zu. Als wir vor die Schenke traten, war es ein milder Septemberabend, und der noch nicht ganz volle Mond stand über dem Dorf, die Häuser und auch die erhabene Dorfkirche mit dem Zwiebelturm, in ein fahles Licht tauchend. Dem spontanen Vorschlag des Schulmeisters folgend, schlugen wir nun nicht die direkte Richtung zu seinem Hause ein, sondern warten uns linker Hand, in der Absicht, die Wärme und das Licht zu nutzen, noch einen letzten Spaziergang um den kleinen Ort herum zu unternehmen. Ich erkannte sogleich die Schmiede, die zwar völlig offen, aber dennoch verwaist im Dämmerlicht am Wegesrand stand. Hier folgten einige der größeren Bauernhäuser, und als wir den Ort bald zur Hälfte umrundet hatten, die aus unserer Sicht sehr ärmlichen Hütten der Tagelöhner, sowie das kleine Häuslein des Schafhirten Frieder Kallenmeier. Der Schulmeister und seine Frau erzählten immer, wenn wir an einem neuen Gebäude vorbeikamen, dazu eine kleine Geschichte, und ich fand mich überrascht, wie viel es doch zu erzählen gab, und sei der Ort noch so klein. Die Tatsache, daß all dies meiner eigenen Phantasie entsprungen war, schmälerte das wundervoll heimelige Gefühl, das uns empfangen hatte, dabei in keinster Weise. Eine gute Stunde hatte es gedauert, bis wir endlich am Haus des Schulmeisterpaares angelangt waren, und da es schon spät in der Nacht war, einigten sich der Schulmeister und seine Gretel darauf, ihr Töchterlein der Obhut der Amme bis zum nächsten Morgen zu überlassen, was nicht zuletzt Sonja und ich bedauerten. Zu gerne würden wir das kleine Mädchen mit dem süßen Gesichtchen noch einmal gesehen haben vor unserer Abreise. Doch in jenen Tagen richtete sich der Lebensrhythmus der Menschen vor allem in den ländlichen Gegenden nach dem Sonnenauf- und Untergang, und die Nacht war dem Schlafer vorbehalten. Daran wollten wir nicht rütteln. Auf der anderen Seite konnten wir uns solcher Art vollkommen ungestört unseren Gesprächen hingeben, und vor allem die schöne Gretel wollte beständig wissen, wie sie sich eine Hochzeit im 21. Jahrhundert vorzustellen habe. Solcher Art ins Gespräch vertieft, stellten wir scheinbar nur kurze Zeit hernach erstaunt fest, daß die Dämmerung am östlichen Himmel heraufzutreuen begann, und der Zeitpunkt unserer Abreise unerbittlich näher rückte. Es wurde langsam Zeit, uns aufzumachen, das Dorf ein letztes Mal zu verlassen, denn ich wollte vermeiden, von dem Rückreiseimpuls ergriffen zu werden, solange wir noch im schulmeisterlichen Hause verweilten. Zu groß schien das Risiko, bei unserer Rückkehr uns an einem Ort wiederzufinden, der zu diesem Zeitpunkt womöglich von jemandem bewohnt war, der uns nicht kannte und nicht nur eine Frage stellen würde, und so machten wir uns auf den Weg hinauf in die Richtung der Kapelle Maria Zell. Wir hatten vielleicht die Hälfte des Weges den Berg hinauf geschafft, als das gewohnte und doch überraschende Leuchten Sonja und mich einhüllte und wir uns, nachdem das weiße Wabern um uns herum geendet hatte, wieder in unsere Zeit fanden. Als wir unsere Zeit verlassen hatten, hatte herrlichstes Frühlingswetter vorgeherrscht, und auch in des Schulmeisters Zeit waren wir von einem kaiserlichen Wetter willkommen geheißen worden. Doch als das weiße Licht, das unsere Heimreise begleitet hatte, verebbt war, standen wir in strömendem Regen und fanden die Borghoenzollern, die sich zu unserer Rechten erheben mußte, in den Wolken verschwunden. Gleichzeitig waren die Temperaturen gefallen und schnell fröstelte uns. Noch dazu waren wir auf gerade mal halber Strecke, zwischen dem kleinen Weiler im Tale und dem Wanderparkplatz, auf welchem wir meinen Wagen abgestellt hatten. Als wir diesen schließlich erreichten, waren wir beide vollständig und bis auf die Haut durchnäßt, und es dauerte eine ganze Weile, bis die Lüftung meines Autos die Scheiben wieder freigeblasen hatte, die augenblicklich angelaufen waren, als wir uns in seinem Inneren vor dem Regen verborgen hatten. Was nun in den nachfolgenden Tagen passierte, will ich an dieser Stelle nur in Stichworten zu Eurer Kenntniß bringen. Die Tage vergingen wie im Fluge, wie das gewöhnlich bei zwei Menschen zu sein pflegt, die ihre Liebe füreinander entdeckt haben. Die Gespräche, die wir führten, wiederzugeben, will ich mir so also auch schenken, denn Ihr wißt eben so gut wie ich, wie sich frisch Verliebte miteinander zu unterhalten pflegen und auch, daß solchen Gesprächen wenig Sinn zu entnehmen bliebe. Bereits am Tage nach unserer Rückkehr traten wir gemeinsam durch die Türen des Hechinger Rathauses, auf dem Standesamt das Aufgebot zu bestellen und den Termin für die Hochzeit klar zu machen. Der März war nicht mehr weit entfernt, und es gab wohl noch einige Dinge im Vorfeld zu erledigen, doch wollten wir auch nicht übermäßig lange warten, und so gingen die Dinge ihren Weg. Die Hochzeit wurde auf den ersten Mai festgesetzt, und in den kommenden Wochen waren wir mit allerlei Vorbereitungen beschäftigt. Wir hatten beide einige Freunde, von welchen wir uns wünschten, sie möchten bei der Prozedur zugegen sein, die wir nun nach und nach einluden. Auch stand noch ein erster Besuch bei meinen Eltern an, die, wen mag dies wundern, nicht wenig überrascht von den Ereignissen waren. Meine Mutter hatte wohl, auf welche Weise auch immer, Kenntniß erlangt von den Begebnissen in der alternativen Zeitzone, und konnte sich, was uns sehr wohl wunderte, daran gar erinnern, und so erzählte sie uns die Geschichte, die wir bereits vom Schulmeister kannten, aus ihrer Sicht. Doch sehr viel Neues hatte sie nicht zu berichten. Es dauerte jedoch eine ganze Weile, bis sie beinahe hinter vorgehaltener Hand und ihr beiläufig erzählte, daß ihr Besuch in der Kerkerzelle nicht zuletzt durch das Wirken meines Vaters ermöglicht worden war, der in diesem Zeitrahmen den Posten eines Inquisitionswächters im Ruhestand innehatte. Meine Geschichte könnte also nun an dieser Stelle enden, denn das Abenteuer war bestanden, und der wunderliche Mönch mit dem Namen Aegidius war in der Zwischenzeit nirgendwo mehr in Erscheinung getreten. Doch auf zwei Begebnisse würde ich gerne, so, ehe mir gütigst erlauben wollt, noch eingehen. Nach den turbulenten Ereignissen waren wir in der Folgezeit nicht selten hinüber nach dem kleinen Weiler Boll zu Füßen der Burg Hohenzollern gefahren und hatten die Gegend durchstreift. Bei einer dieser Wanderungen waren wir auf dem alten Friedhof, der zur Kapelle Mariazell gehörte, und der in Teilen bereits seit dem dreizehnten Jahrhundert existierte, auf etwas gestoßen, was uns nicht wenig verwirrte. Es war der achtzehnte April, Karfreitag, und bei herrlichstem Wetter begegneten uns eine Menge Spaziergänger, die der kleinen Kapelle zustrebten. Wir hatten auf einer alten Mauer Platz genommen und beobachteten das Treiben der Menschen und überblickten die ehrwürdige Stätte, als mir ein umgefallener Gedenkstein ins Auge fiel, der am Rande des Kirchhofs nahe der Mauer lag, jedoch kein Grabstein zu sein schien. Ich lenkte Sonjas Aufmerksamkeit darauf, und so stiegen wir von der Mauer herunter und nahmen den Fund in Augenschein. Der Stein war teilweise mit Gestrüpp überwachsen, und hartnäckiges Moos hatte weite Teile der Oberfläche bedeckt. Ich hätte in diesem Augenblick kaum zu sagen vermocht, warum mich dieser Gedenkstein, denn ein solcher war es, solcher Art zu fesseln vermochte, doch Tatsache war, daß ich einen unbekannten Antrieb verspürte, diesen genauestens in Augenschein zu nehmen, und so begann ich, getrieben von einer inneren Unruhe, das Moos von dem Stein mit bloßen Fingern abzukratzen, bis ich endlich eine Inschrift freigelegt hatte. Der Stein stammte offenbar aus dem Jahr 1876, und was wir darauf lesen konnten, erstaunte uns beide nicht wenig. Die Inschrift, die durch die lange Zeit bereits teilweise verwittert war, lautete »Gewidmet dem ehrenwerten Edgar Allan Poe, der mir Inspiration, meinem geliebten Weibe Freund und meinen Kindern Schutzengel war. Möge seiner Gemahlin mehr Zeit beschieden sein, als es Virginia vergönnt war.« G.L. Wir lächelten, denn wir wußten wohl, wer diese Widmung verfaßt und wen er damit gemeint hatte. Die zweite Begebenheit, die zu berichten mir noch am Herzen liegt, betraf unsere Hochzeit. Am Vorabend der Trauung hatte ich mich, trotz aller Versuche meiner zukünftigen Gemahlin mich zu begleiten, alleine aus dem Haus gemacht, weil ich noch etwas zu erledigen hatte, auf was ich nicht verzichten wollte. Es war bereits Abend geworden, und die Dämmerung bereits dabei, in Dunkelheit überzugehen. Zwei lange Stunden war ich außer Haus, und als ich zurückkehrte, fand ich Sonja in einer eher kritischen Stimmung vor. Die Vorbereitungen zur Hochzeit hatten uns nervlich nicht wenig angespannt, und Sonja hatte in den letzten Nächten nur wenig Schlaf gefunden, so aufgeregt war sie gewesen. Um so ungehaltener reagierte sie nun, doch egal, wie sehr sie auch in mich zu dringen versuchte, ich behielt mein kleines Geheimnis für mich und sagte kein Wort darüber, wo ich gewesen war. Die Hochzeit fand am kommenden Tag um zehn Uhr vormittags statt, und ich will bei dieser Gelegenheit darauf verzichten, die Zeremonie selbst zu schildern, die Ihr, meine sehr geehrten Zuhörer, sicherlich zur Genüge kennt. Keine Stunde später war alles beendet, und wir stiegen, Hand in Hand und glücklich lächelnd, die Treppen des Rathauses hinab auf den Platz vor dem Gebäude, wo bereits eine stattliche Zahl von Freunden, unserer beiden Eltern und einige Passanten auf uns warteten. Sonjas Vater trat mit einem Beutel Reis hervor, den er über uns entleerte, und just in diesem Augenblick hörten wir eine genervte Stimme eines Mannes, der an Beistand und Lauthals zeterte, »Hier wird kein Müll herumgeworfen! Das muß ich alles wieder sauber machen!« Es war der Hausmeister. Sonjas Vater wandte sich ihm zu, und ich konnte hören, wie er leise zu dem Manne sprach, »Sie sind Hausmeister, und das ist Ihr Job. Ich bin Polizist, und das dort ist meine Tochter und mein Schwiegersohn. Ich schlage also vor, Sie stören die Zeremonie nicht weiter, gehen hinein und holen Schaufel und Besen. Wir wollen doch nicht, daß ausgerechnet Sie selbst auf dem gefährlichen Reis ausrutschen!« Der Hausmeister war bei diesen Worten ganz klein geworden und verschwunden. Wir durchschritten nun die Reihe unserer Gäste, aber plötzlich blieb ich mit Sonja stehen, blickte ihr glücklich lächelnd in ihre wundervollen Augen und sagte, »Ich kann Dir nicht viel mehr bieten als meine Liebe und meine Träume, und die sollen Dein sein auf ewig. Doch wollte ich diesen Tag zu einem ganz Besonderen machen, und so möchte ich mir erlauben, Dir zu unserer Hochzeit ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Ich habe mir gestattet, ein paar Freunde einzuladen, wie man sie sicher auf keiner zweiten Hochzeit je erblickte.« Und bei diesen Worten traten, in die Kleidung ihrer Zeit gehüllt, der Schulmeister und seine Gretel hinter einer Gruppe Freunde hervor, die am Ende des Spaliers gestanden hatten, und uns nun umarmten und uns alles Gute wünschten. »Warum hast Du mir das denn nicht gleich gesagt?«, fragte sie, ein wenig vorwurfsvoll, lächelte mich dann aber ungeachtet dessen glücklich an. »Ich bin ein Träumer der Überraschungen, lieb mein Engel«, antwortete ich, drückte fest ihre Hand, und gemeinsam stiegen wir nun in unsere Autos und fuhren im Corso laut wupend durch die Stadt und in ein neues Leben. Nur eines blieb noch zu tun, als wir an meiner Wohnung anlangten. Ich kamte im Kofferraum nach einer Silvesterrakete, die ich mir unter großen Mühen besorgt hatte, steckte sie in eine leere Flasche und entzündete die Zündschnur. Als sie unter lautem Zischen aufstieg und mit einem Donnerschlag in bunten Farben zerplatzte, sprach ich leise zu meiner Frau, »Wir wollen doch, daß alles seine Richtigkeit hat, nicht wahr?« Und bei diesen Worten blickten wir in Richtung des Golfplatzes, wo just in diesem Augenblick ein Webpoet und seine Begleiterin sich darüber wunderten, wer mitten unterm Jahr eine Silvesterrakete abschießen mochte. Vier Jahre waren inzwischen vergangen, seit Sonja einer wunderschönen Tochter das Leben geschenkt hatte. Meine Bücher verkauften sich gut, und so hatten wir nur wenige Wochen nach unserer Hochzeit ein kleines Häuschen in Boll gekauft. Es war im Jahre 1828 erbaut und von uns komplett renoviert worden. Leicht oberhalb des Ortskerns, am Rande eines der südlich des Dorfes gelegenen Hügel, war es einst gebaut worden und in früheren Zeiten habe, so wußte der Makler, der uns das Haus verkaufte, zu berichten, darin der Dorfschulmeister gewohnt, für den es, soweit er wisse, seiner Zeit sogar gebaut worden sei. Ich glaube, der fragt sich bis heute, warum wir während der ganzen Führung schmunzelten. Mit Hochdruck hatten wir daran gearbeitet, das Haus bezugsfertig zu machen, und vier Wochen vor der Geburt unserer Tochter konnten wir endlich einziehen. Es war der erste September, und auf unseren kleinen Sonnenschein wartete bereits ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer und eine wunderschöne und sehr alte Babykrippe, die wir auf dem Dachboden gefunden und vor der Wegwerfwut der Handwerker bewahrt hatten. Unsere Tochter entwickelte sich prächtig und war ein bildhübsches Ding geworden, das von allen unseren Nachbarn geliebt wurde, wenn sie ihrer ansichtig wurden. Auch besaß sie eine bemerkenswerte Auffassungsgabe und lernte rasch. Als nun ihr vierter Geburtstag näher rückte, konnte sie bereits ihren Namen schreiben und hatte zu den Hörbüchern, die ich auch weiterhin produzierte, ein ganz besonderes Verhältnis und war zu einer beachtlichen Kritikerin meines Schaffens geworden. Gretel, so hatten wir sie Eingedenk unserer Freundschaft zu dem Schulmeister-Ehepaar genannt, war unser ganzer Stolz, und egal, ob die Sonne schien oder die Regenwolken knapp über dem Dorf hingen, Ihr Lachen erhellte uns den Tag, und wir waren glücklich, wie wir es niemals für möglich gehalten haben würden. Gretel oder Gretchen, wie wir sie meist riefen, saß oft bei mir, wenn ich schrieb, und sogar, wenn ich meine Aufnahmen machte, wußte sich aber dennoch erstaunlich gut auch selbst zu beschäftigen, und nicht selten saß sie auf dem Teppich im Kinderzimmer und spielte den einen Tag mit ihren Puppen, den anderen mit ihren Spielzeugautos und einem Spielzeugbaukran, der sie um gut einen Kopf überragte. Neuerdings aber gewann sie Gefallen an einer neuen Form der Selbstunterhaltung. Sie hatte eine imaginäre Freundin, was vor allem Sonja nicht ohne Sorge betrachtete. Ich suchte sie mit dem Hinweis zu beruhigen, daß imaginäre Freundinnen etwas gänzlich Normales für Kinder dieses Alters seien, und sie sich deswegen keine Sorgen zu machen brauchte. Ich hatte natürlich keine Ahnung, ob dem wirklich so war, doch es schien eine Zeitlang zu wirken. Der Tag ihres vierten Kaburztags war endlich gekommen, und wir hatten alles für eine unvergeßliche Feier hergerichtet. Sonja stieg die Treppen in den ersten Stock hinauf, unseren Sonnenschein herunterzuholen, aber nur wenige Augenblicke später hörte ich sie nach mir rufen und eilte selbst die Treppen hinauf. Im Thürrahmen blieb ich stehen. Unser Gretchen saß auf dem Bett und Sonja auf dem Teppich vor ihr. »Ist was passiert?« fragte ich besorgt, als ich eintrat. »Es geht um die Freundin unserer Tochter,« sagte Sonja und sah mich streng an. »Was ist mit ihr?« fragte ich und spürte ein leichtes Unwohlsein aufkommen. »Schatz, wie heißt deine Freundin?« fragte sie unsere Tochter, die sie ganz ruhig und gelassen ansah. »Sie heißt Sonja,« erwiderte die Kleine und lächelte. »Das ist doch schön,« sagte ich, »meine Freundin mit dem gleichen Namen wie die Mama, die vergisst man wenigstens nicht so schnell, richtig?« Sonja blickte mich ernst an, wandte sich dann wieder der Kleinen zu und fragte weiter, »Und wo wohnt deine Freundin, mein Schatz?« »Na hier doch,« antwortete unser Engel und schien verwundert über eine solch alberne Frage. »Natürlich mußte die Freundin hier wohnen. Wofür hatte man denn sonst eine Freundin?« Gerade wollte ich meinen Gedanken äußern, als Sonja eine weitere Frage stellte, die mich dann doch sehr verwunderte. »Und woher kommt deine Freundin Sonja?« »Sie sagt, sie kommt aus dem Jahr 1834,« antwortete unsere Tochter lächelnd und fügte, mich unschuldig anblickend hinzu, »ist das weit weg, Daddy?« »Tagetschnitz!«